James Lee Burke – Fremdes Land Aus dem Amerikanischen von Ulrich Thiele, gelesen von Dietmar Wunder Es war das Jahr, in dem sich keine Jahreszeit an ihrer eigenen Regeln hielt. In der Wärme der Tage ließ sich die Luft ohne Taschentuch kaum atmen. In den kühlen, feuchten Nächten wurde das nasse Sackleinen, das wir vor die Fenster nagelten, steif von dem Sand, den der Wind in Wolken aus dem Westen herübertrieb, ein Brausen wie von scharrenden Eisenbahnrädern in der Prärie. Der Mond war orangefarben, manchmal auch braun, und groß wie ein Planet, wie man es zur Erntezeit gewohnt ist. Die Sonne war nie mehr als ein Schmutzfleck, gleich einer Glühbirne, die in der Fassung flackert, oder einem Streichholz, das inmitten seines eigenen Rauchs verbrennt. In besseren Zeiten hätte unsere Familie gemeinsam auf der Veranda gesessen, auf Korbstühlen oder am Schaukelstuhl, mit Gläsern voller Limonade und Schalen voller Pfirsiche Eis. Mein Vater war auf Arbeitssuche bei einer Pipeline in Osttexas. Vielleicht würde er eines Tages zurückkehren, vielleicht nicht. Damals besaßen die Leute die Angewohnheit, eine Teerstraße hinunterzuwandern, eine flimmernde Hitzepfütze zu durchqueren und auf ewig zu verschwinden. Die Symptome des mentalen Verfalls, die meine Mutter zeigte, schrieb ich der Abwesenheit und den Alkoholproblemen meines Vaters zu. Mutter wetzte ihren Schlafzimmerteppich ab, indem sie unablässig im Kreis lief, während sie ihre Fingernägel in die Handballen grub und vor sich hin brabbelte, die Augen wässrig von Zuständen der Angst und Verwirrung, die niemand zerstreuen konnte. Als Gesetzeshüter hatte sich mein Großvater mit Kerlen wie Bill Dalton und John Wesley Harden angelegt. Im Jahr 1916 hatten er und ein Trupp auf eigene Faust handelnder Texas Ranger einen vollbesetzten Zug mit Pancho Villas Soldaten aufgelauert, womit ich sagen will, dass Großvater sich nicht mit dem Studium komplexer psychischer Erkrankungen befasste. Das soll aber nicht heißen, er wäre ein bösartiger oder durch und durch liebloser Mann gewesen. Bloß ein Mann, in dessen Denken eine Lücke zu klaffen schien, seinen Kindern war er kein guter Vater gewesen. Aus Egoismus oder Unfähigkeit hatte er sie häufig ihrem Schicksal überlassen, selbst wenn sie dabei ins Strauchern geraten waren. Ich habe dieses offenkundige charakterliche Defizit meines Großvaters nie begriffen. Hin und wieder fragte ich mich, ob er wegen des Blutes, das er vergossen hatte, nicht mehr lieben konnte. Er verbarg sich hinter Frivolität und Zynismus. Seiner Einschätzung nach waren sämtliche Politiker irgendwo zwischen mittelmäßig und hundsmiserabel. Seine erste Frau hatte ein Gesicht, bei dem jeder Güterzug auf die Schotterstraße abgebogen wäre. Der hiesige Bankier hatte eine dermaßen große Nase, weil die Luft gratis zu haben war. Doch wer war mein Großvater wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Die Sonne ging gerade unter, als ich durch das Fliegengitter der Hintertür blickte und beobachtete, wie ein schwarzes, staubverschmiertes, schuhkartonförmiges Automobil von der Straße in den Wald hinter unserem Haus abbog. Ein Mann mit Fedora und weißem Hemd ohne Krawatte stieg aus und urinierte vor die Frontscheinwerfer. Ich glaubte, Gelächter aus dem Inneren des Wagens zu hören. Während sich der Mann erleichterte, nahm er den Hut ab und kämmte sich das Haar. Gewähltes, kräftiges, braunes Haar, schimmernd wie poliertes Walnussholz. Sein enggezurrter Hosenbund gub sich tief in die Rippen, seine Wangen sahen aus wie mit Ruß eingerieben. Ein Anblick, der durchaus typisch war für Männer, die es während der ersten Amtszeit von Präsident Roosevelt hierhin und dorthin durch den amerikanischen Westen trieb. Sieht aus, als wären ein paar Leute vom Highway auf unsere Straße geraten, sagte ich. Jetzt pinkelt der Fahrer vor seine Scheinwerfer, und seine Mitfahrer scheinen ihre Freude daran zu haben. Großvater saß am Küchentisch vor einer aufgeschlagenen Enzyklopädie, die Lesebrille auf der Nase. Er stellt sich absichtlich vor, die Scheinwerfer um Wasser zu lassen, damit die anderen zuschauen können. Zu seinen Denkvorgängen kann ich mich nicht mit Gewissheit äußern, ich kann ihm nicht in den Kopf gucken. Ich nahm das deutsche Fernglas, das mein Onkel aus den Schützengräben mitgebracht hatte, und stellte es auf den Wagen scharf. Ähm, auf dem Beifahrersitz ist eine Frau, ein zweiter Mann und eine weitere Frau hinten. Sie lassen eine Flasche kreisen. »Illegale?« fragte Großvater. Ich ließ das Fernglas sinken. »Ja, falls die Wetts neuerdings mit viertürigen Wagen unterwegs sind.« »Dein Humor erinnert mich an meine erste Frau. Ich hab sie nur ein einziges Mal lachen gehört, als ihr klar geworden ist, dass ich Gürtelrose kriege.« Wieder richtete ich das Fernglas auf den Fahrer. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. Währenddessen hörte ich, wie Großvater sich schwerfällig aus dem Stuhl hochstemmte. Er war knapp zwei Meter groß, und seine vom Bluthochdruck geschwollenen Knöchel ließen ihn schwanken, als stünde er an Bord eines Schiffes. Manchmal benutzte er einen Gehstock, manchmal nicht. An einigen Tagen schien er am Abgrund des Todes zu wanken, am nächsten Tag konnte ihn nichts davon abhalten, seinen alten Gewohnheiten drüben im Salon nachzugehen. Seine Wangen waren gerötet vom Gin, seine Haut zart wie die eines Babys, und in seinen schmalen Augen glänzte das hellste Blau, das ich je gesehen hatte. Manchmal wollten seine Augen nicht zu seinem Gesicht oder seiner Stimme passen, manch einer konnte ihrem intensiven Leuchten nicht standhalten. »Gehen wir eine Runde, ranzen Arsch!« »Kannst du dir bitte einen anderen Spitznamen für mich ausdenken?« »Hö, du hast normalen Hintern wie ein Waschbottich.« »Im Rückfenster des Wagens ist ein Einschussloch«, sagte ich, während ich einen weiteren Blick durch das Fernglas warf. »Und mein Hintern hat keine Ähnlichkeit mit einem Waschbottich. Könntest du gefälligst ein bisschen auf deinen Tonfall achten, Großvater?« »Dicke Hintern und breite Hüften, das liegt bei den Hollands in der Familie. Solltest du dir merken, wirst schließlich auch mal älter. Das ist keine Beleidigung, das ist Vererbung. Oder würdest du eine Frau heiraten, die aussieht wie ein Sack irischer Kartoffeln?« Großvater öffnete eine Küchenschublade und nahm einen Revolver im Halfter heraus. Der Pistolengürtel war um die Waffe gewickelt, in seinen Schlaufen steckten Messingprojektile. Oben an den Rändern war das Leder des Halfters gelblich glatt geschmörgelt, in die Unterkante des Revolvergriffs waren sechs winzige Kerben geritzt. Großvater schlang den Gürtel um die Schulter und setzte sich seinen Stetson auf. Die Hutkrempe war zerknittert, die Krone am Saum dunkelgrau gefleckt vom Schweiß. Großvater stieß die Fliegengittertür auf und trat hinaus ins schwindende Licht der Dämmerung. »Tut mir leid, dass ich mich über deinen Hintern lustig gemacht habe, Ranz. Soll nicht wieder vorkommen. Bleib hinter mir, bis wir wissen, wer in dem Wagen sitzt.« Als wir uns dem Waldrand näherten, verließ der Fahrer des Autos den Scheinwerferkegel und verharrte kurz als dunkle Silhouette vor dem grellen Licht, bevor er wieder einstieg, den Motor startete und scheppernd den Gang einlegte. Wann immer der Wind durch die staubtrockenen Bäume fuhr, raschelte das Blätterdach wie Papier. »Ein Moment!« rief Großvater. »Ich dachte, der Mann würde einfach Gas geben. Aber nein.« Er schob den Ellbogen aus dem Seitenfenster und blickte uns direkt ins Gesicht, seine Miene eher neugierig als beunruhigt. »Reden Sie mit uns?« fragte er. »Sie befinden sich auf meinem Grundstück!« sagte Großvater. »Ich dachte, das hier wäre ein öffentlicher Wald. Ist hier irgendwo ein Schild? Auf dem, was andere steht? Ich hab keins gesehen.« Neben ihm saß eine hübsche Frau mit rotblondem Haar und einer Baskenmütze, die schief über einem Auge hing. Sie sah aus wie ein fröhliches Mädchen vom Land, als arbeite sie im Kramladen oder in einem Café, wo die Fernfahrer auf einen harmlosen Schwarz vorbeikommen. Sie beugte sich vor und grinste Großvater von unten herauf an, während ihre Lippen stumme Worte formten. »Tut uns leid.« »Sie haben Schlamm auf dem Nummernschild. Wussten Sie das?« fragte Großvater den Fahrer. »Da werde ich mich gleich drum kümmern,« antwortete dieser. »Und in Ihrer Heckscheibe scheint mir ein Einschussloch zu sein.« Der Fahrer griff in den Aschenbecher am Armaturenbrett und hielt eine Murmel ins Licht. »Habe ich auf der Rückbank gefunden. Wahrscheinlich ein Kind mit einer Steinschleuder. Oben auf der Eisenbahnbrücke habe ich einen Jungen gesehen, der hatte so ein Ding. Sind Sie hier der Sheriff?« »Ich bin Rancher. Mein Name ist Hackberry Holland. Und Ihr Name wäre?« »Smith«, sagte der Fahrer. »Wohin geht die Reise, Mr. Smith? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden.« »Nach Labork oder irgendwo sonst, wo es Arbeit gibt. Ich schraube an Autos rum, also hauptsächlich. Was ist das für eine Waffe? Eine Antiquität?« »Ein 44er Army Colt. Muss meistens als Briefbeschwerer herhalten. Sie kennen sich also mit Autos aus?« »Ja, Sir. Kann man so sagen, Autos sind die Zukunft des Landes, wenn Sie mich fragen, oder wenn Sie Henry Ford fragen.« »An der Asphaltstraße müssen Sie links abbiegen, dann immer geradeaus nach Westen,« sagte Großvater. »Wenn Sie den Pazifik sehen, sind Sie schon vorbei an Labork.« Der Mann auf der Rückbank kurbelte die Fensterscheibe herunter. Er war ein kurzgewachsener Kerl, der sicher keine 60 Kilo auf die Waage brachte, mit Anzug und Krawatte und einem schmalkrämpigen Hut, den er wie ein Dandy schräg in die Stirn gezogen trug. Er hatte ein längliches Gesicht, wie ein Pferd, das sein Maul aus der Box hängt, und das schiefe Grinsen eines dummen Menschen, der sich für außerordentlich intelligent hält. Sein Atem stank wie ein fassverdorbenes Obst. »Ich heiße Raymond,« sagte er, »das ist Miss Mary, meine Freundin. Ist uns eine Freude, ihre Bekanntschaft zu machen.« Neben ihm saß eine Frau mit gespaltenem Kinn, breiter Stirn und einem kleinen, gemeinen irischen Mund. In der Mitte war ihr Gesicht eingesunken wie weiches Wachs. Sie zog einer Zigarette und starrte in die Rauchschwaden. »Bei meinem Viehgitter ist eine Stange hinüber,« sagte Großvater, »nur damit Ihnen kein Reifen platzt, wenn Sie drüber fahren. Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie die Whiskyflasche da nicht zwischen meine Bäume werfen.« »Ordnung ist das halbe Leben,« sagte Raymond. Großvaters Hand legte sich auf die Unterkante des Seitenfensters. Ehe er etwas entgegnete, ließ er die Augen über Raymonds Gesicht wandern. »Der Mann, der einen tötet, reißt einem die Kehle raus, bevor man auch nur begreift, was Sache ist. Ich spreche nicht von mir selbst, sondern von jemandem, dem Sie ein Stück die Straße runter begegnen könnten. Es gibt Kerle, die stellen sich später gerne als schlimmste Fehleinschätzung ihres Lebens heraus.« »Wir bitten um Entschuldigung, Sir,« sagte die Frau auf dem Beifahrersitz und lehnte sich quer über den Fahrer, um Großvater einen besseren Blick auf ihr Gesicht zu gewähren. Als ich ihr Lächeln sah, musste ich an eine Spieldose denken, die sich öffnet. »Wir wollten nichts stören. Ein wundervolles Fleckchen haben Sie hier, Sir. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Sehr freundlich von Ihnen.« »Ist ja nichts passiert,« meinte Großvater. Ich wünschte, die Frau hätte auch ein paar Worte an mich gerichtet, doch ihr Blick ruhte nur auf Großvater. Langsam gab der Fahrer Gas. Eine schimmernde Wolke braunen Staubes löste sich von der gewachsenen Karosserie, und im Scheinwerferlicht zeichneten sich die Umrisse unserer Besucher ab. Am linken Kotflüge befand sich ein langer, silberheller Kratzer. Als der Wagen verschwunden war, spürte ich Großvaters Blick, als wollte er eine Fragestunde einlegen, um herauszufinden, wie dämlich ich in diesem Moment genau war. »Was sinnierst du da, Ranz?« »Sie behandeln den Wagen nicht, wie es sich bei so einem Wagen gehört. Glaubst du, das sind Bankräuber?« »Auf der Bank ist nichts mehr zu holen. Hast du das nicht mitgekriegt? Im Kramladen übrigens auch nicht, oder im Kaugummiautomaten an der Tankstelle. Bei allem, was heilig ist, wo lebst du eigentlich, Junge?« Ich hob einen Stein auf, schleuderte ihn im hohen Bogen davon und hörte, wie er durch die Bäume rasselte. »Warum ziehst du immer alles ins Lächerliche, was ich sage?« »Weil du die Welt zu ernst nimmst. Komm, lass uns schauen, was deine Mutter treibt. Ich hab heute Nachmittag Pfirsiche Eis gekauft. Das ist doch ihre Lieblingssorte.« »Ich hab gehört, wie du mit dem Doktor telefoniert hast,« sagte ich. Plötzlich waren die Grillen in der Dunkelheit zu hören. »Du willst sie zur Elektroschockbehandlung schicken. Stimmt doch, oder?« »Das hat der Doktor ins Gespräch gebracht, ja.« »Elektroschocks machen sie nur, wenn sie sonst keine Ideen mehr haben. Ich halte den Doktor für einen Ignoranten. Außerdem ist er dumm und verwechselt Bosheit mit Intelligenz.« »Elektroschocks sind die modernste Behandlungsmethode für das Leiden deiner Mutter. Das hat der Doktor gesagt. Sie muss dafür ins Krankenhaus und dort wird man sich ausgezeichnet um sie kümmern. Das könnte viel schlimmer sein. Anderen Leuten schieben sie eine Stahlsonde ins Gehirn.« »Apropos kümmern. Ich frage mich, wieso sich kein Mensch um sie gekümmert hat, als sie klein war und sich ganz allein durchschlagen musste.« »Dein Charakter entwickelt einen harten Zug, Walden. Das liegt dir nicht. Wenn es so weitergeht, frisst er deine Jugend auf und raubt dir die Weisheit, die du mit dem Mannesalter erlangen solltest.« »Ich hasse dich,« dachte ich. Als wir ins Haus kamen, aß meine Mutter die Eiscreme, die Großvater gekauft hatte, aus der Packung und säuberte den Löffel mit ihrem Haar. Ich wusch Mutter oben im Bad das Haar und trocknete es mit dem elektrischen Ventilator, während ich die Strähnen von ihrem Nacken und ihren Augen hob. Als ich fertig war, stand Mutter von ihrem Stuhl auf, ließ den Bademantel vor dem Schrankspiegel zu Boden gleiten und starrte auf die abgeflachten Hüften hinter ihrer Unterhose. Sie fing an, sich eine Schnur um die Taille zu binden, wie schwarze Frauen, wenn sie verhindern wollen, dass ihre Unterhose unter den Kleidersaum rutscht. »Mutter«, sagte ich, »ich bin hier«, meine Worte schienen nicht zu ihr durchzudringen. »Ich habe so stark abgenommen,« meinte sie. »Sieht das nicht eigenartig aus? Was denkst du? Waren die Leute im Auto wegen deinem Vater hier?« »Was sollten sie wegen Vater wollen?« »Vielleicht hat er Arbeit gefunden und sie sollten uns Bescheid sagen.« »Ich glaube, sie waren betrunken und haben sich verfahren.« Ich ging ins Erdgeschoss, holte den einklappbaren Bridgetisch hinter dem Sofa hervor und baute unser Damebrett auf. Meine Mutter spiete liebend gern Dame. Während der Partien lächelte sie, als könnte sie sich einen kurzen Urlaub von dem emotionalen Tiefgönnen, das ihr Leben verschlang. »Mutter«, sagte ich, »wie wäre es, wenn wir beide hier weggehen würden, wenn wir zu zweit losziehen würden?« »Aber wohin sollen wir?« Sie blickte auf die roten und schwarzen Quadrate des Damebrettes. »Wir könnten nach Gerviston oder Brownsville gehen. Da ist die Luft frisch und voller Salz von den Wellen, die sich am Strand brechen. Da gibt es keinen Staub. Ich könnte mir eine Arbeit suchen.« »Bald kommt jemand und bringt mich hier weg, oder?« Durch die Küchentür sah ich Großvater in seiner Enzyklopädie lesen. Er las jeden Tag darin, einen Band nach dem anderen. Mutter starrte auf ihre Hände, die Handballen gesprengelt von den Halbmonden frischer Nagelabdrücke. »Ich weiß nicht, warum ich mir immer so wehtue oder woher diese ganzen Gedanken kommen. Ich fühle mich unrein vor den Augen meines Schöpfers. Irgendetwas wird geschehen. Schon bald. Es hat mit den Leuten im Auto zu tun. Die waren schon mal hier. Ich habe sie vom oberen Fenster aus gesehen. Sie haben sich drüben zwischen den Bäumen entkleidet.« Zu dieser Zeit wusste ich bereits, dass Mutter ganz und gar verrückt war. Doch als sie unsere Besucher erwähnte, musste ich erneut an den Fahrer denken, an sein raues, attraktives Gesicht, sein kräftiges, walnussbraunes Haar und an die abgebrühte Lässigkeit, mit der er Großvater begegnete. Das war kein einfacher Automechaniker, so sehr er es uns auch glauben machen wollte. »Bin gleich wieder da«, sagte ich zur Mutter. Ich durchforstete den Stapel alter Magazine, der in dem Holzgestell am Ende des Sofas steckte, und blätterte in einem True Detective Heft aus dem Jahr 1933, bis ich auf das Foto eines gutaussehenden Mannes mit Fedora stieß, der unnachgiebig wie ein Stück Kesseblech in die Kamera blickte. Mit dem Magazin in der Hand ging ich zu Großvater. »Kommt dir der Kerl bekannt vor?« »Nein«, antwortete Großvater. »Du hast nicht mal hingesehen, das ist der Mann, mit dem du vorhin deine kleine Auseinandersetzung hattest.« »Ich soll mit Pretty Boy Floyd geplaudert haben? Das hätte ich mitgekriegt.« »Die gleichen Augen, das gleiche Kinn, der gleiche Mund, der gleiche Blick«, erwiderte ich. »Ein richtig schwerer Junge.« »Da wäre nur ein Problem. Floyd wurde letztes Jahr auf einer Farm in Ohio getötet. Bevor die Bundespolizei ihm den Garaus gemacht hat, soll er gesagt haben, nur zu, Jungs, ist wohl nicht mein Tag heute.« Wieder war Großvater mir einen Schritt voraus gewesen. Er schloss die Enzyklopädie und nahm die Brille ab. »Ich habe euch zwei im Wohnzimmer reden gehört. In der Obhut der Behörden ist deine Mutter besser aufgehoben. Also setz ihr keinen Floh ins Ohr. Damit tust du ihr keinen Gefallen.« »Dich sollten sie in die Anstalt bringen, nicht sie«, entgegnete ich. In diesem Ton hatte ich noch nie mit Großvater gesprochen. Auf dem Rückweg ins Wohnzimmer brannte mein Nacken wie Feuer und meine Augen wurden feucht, sodass ich Mutter nur noch verschwommen wahrnahm, wie ein Knoll aus Haut und Haaren in einem Gefäß voller Chemikalien. In meiner Abwesenheit hatte sie zwei ihrer Steine unerlaubterweise zur Dame befördert. Ein Spielzug, der ihr offenbar große Befriedigung verschaffte. Unverhofft schlug das Wetter um. Es wurde heiß. Nachts fiel der Strom aus, was unsere beiden elektrischen Ventilatoren zum Stillstand brachte, und nur eine Stunde später knirschte das Haus vor Hitze. Ich ging vor die Tür, in der verzweifelten Hoffnung, am Himmel eine Wolke zu entdecken, die nicht halb West Texas bedeckte, sondern etwas Wasser mitbrachte. Ich folgte den gewundenen Spuren des viertürigen Automobils durch die Bäume, über eine Anhöhe hinweg und durch eine Rinne, in der sich das Laub zu Buckeln häufte. Da sah ich die Whiskyflasche, aus der Raymond getrunken hatte. Sie lag zertrümmert neben einem Stein. Großvater hatte ihn gebeten, die Flasche nicht aus dem Fenster zu werfen. Doch wenn man einen Mann wie Raymond aufforderte, nicht am Eiswürfelbehälter zu lecken oder sich beim Auftanken seines Wagens lieber keine Zigarette anzustecken, konnte man mit Sicherheit davon ausgehen, dass er schon bald unter einem Sprachfehler leiden oder mit versenktem Haar und dem Teint eines angebrannten Würstjens herumlaufen würde. Und ich entdeckte nicht nur die Whiskyflasche. Jenseits der Anhöhe, unten beim Flussbett, befand sich ein voll ausgestattetes Nachtlager, ein Unterstand, eine Feuerstelle mit Steinumrandung, ein paar angespitzte Stöcke, an denen Fleisch gegrillt worden war. Reifenspuren führten in die Bäume und wieder heraus. Offenbar hatten unsere Besucher hier nicht nur längere Zeit verbracht, wahrscheinlich hatten sie auch ihre Ausscheidungen in unserer Erde verscharrt, im Unterstand Geschlechtsverkehr gehabt, sich mit Wasser aus der Feldflasche rasiert und die Zähne geputzt und das Wasser auf den Boden gespuckt. Sie hatten ihr Leben mit dem Unseren verschmolzen, ohne uns um Erlaubnis zu fragen. Was waren das für Menschen? Und vor allem, wer war die Frau auf dem Beifahrersitz? Am Flussufer, mitten im Lager unserer Besucher, legte ich mich auf den Boden und schloss die Augen. Ich glaube, ich nickte ein und träumte von der rotblonden Frau mit der schiefsitzenden Baskenmütze. Im Traum lächelte sie mich an, ihr Mund war zart und feucht wie eine Rosenblüte, die sich bei Sonnenaufgang öffnet. Ich hätte schwören können, ein klingelndes Windspiel in den Bäumen zu hören. Wie hieß die Frau? Wie wäre es, mit ihr davonzulaufen? Aber in erster Linie fragte ich mich, wie es wäre, meine Lippen auf ihre Lippen zu setzen. Ein Moment lang spürte ich, wie eine kühle Brise durch die Welt strich. Alles war wieder grün und jung. In meiner Vorstellung hing die Zweige der Weiden voller Blätter, die sich hoben und senkten wie Frauenhaar, und in der Luft schwebte der Duft fernen Regens und frisch aufgeschnittener Wassermelone. Sechs Tage später hielt ein weißer Krankenwagen vor unserem Haus. Ein Arzt und eine Krankenschwester mit der finsteren Mine einer Gefängniswärterin stiegen aus. Ohne große Worte kamen sie herein, verabreichten meiner Mutter ein Betäubungsmittel und brachten sie in die Psychiatrie des Jeff Davis Hospital in Houston. Der nächste Halt, so mein Verdacht, sollte Wichita Fort sein, wo man meiner Mutter endgültig die Lichter ausblasen würde. Ich sprach kein Wort mehr mit Großvater, außer die Situation brachte es unweigerlich mit sich. Ich besuchte die Schule, erledigte meine Hausaufgaben und meine häuslichen Pflichten, aber ich vermied es, ihm körperlich nahe zu sein. Ich ertrug es nicht, ihm ins Gesicht zu blicken, so groß war meine Verbitterung und so sehr schämte ich mich für das, was er getan hatte. Zehn Tage waren vergangen, seit der Krankenwagen meine Mutter fortgeschafft hatte. Der Doktor hat gesagt, ohne Behandlung hätte sie sich wahrscheinlich umgebracht, meinte Großvater, während er am Küchentisch sitzen zusah, wie ich das Geschirr abräumte. Deswegen habe ich irgendwann eingewilligt. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, Ranz. Nenn mich nicht so. Nie wieder. In Ordnung, Welden. Der Doktor ist ein beschissener Lügner. Du verfällst in eine Persönlichkeit, die dir nicht entspricht, sagte Großvater. Vielleicht ist das verständlich, wenn man bedenkt, was in deiner Familie passiert ist, aber es wird dir noch verdammt viel Kummer bereiten. Sei der Mann, der du nun mal bist, selbst wenn nicht viel dabei herumkommt. Es war wirklich erstaunlich, wie viele Beleidigungen Großvater in so wenigen Worten unterbringen konnte. Ich zog ihn am Arm nach oben und schloss seine rechte Hand um den Griff seines Gehstocks. Aus einem Hemd schlug mir der Geruch saurer Milch entgegen. Großvater hatte an diesem Tag nicht gebadet. Ich bringe dich rauf, sagte ich. Geh meinen Revolver holen. Was willst du damit? Heute gab es einen versuchten Überfall auf die Bank in San Angelo. Im Fluchtfahrzeug saß mindestens eine Frau. Könnte sein, dass unsere Besucher doch nicht auf dem Weg nach Labok sind. In dieser Nacht hörte ich ein Auto im Wald. Ich ging die Treppe hinunter, entriegelte die Hintertür und trat auf die Veranda. Wasser, kühle Luft, ein Stückchen heller Mond hinter dem Rand einer Wolke, keinerlei Staub am Himmel. Durch die Baumstämme sah ich ein weißes Leuchten, das gleich wieder verschwand, wie der Schein einer ausgeblasenen Kerze. Bei Tagesanbruch entfachte ich zuerst das Feuer im Holzofen und setzte Wasser auf. Dann ging ich zum Schrank, griff mir Großvaters doppelläufige Schrotflinte und lief damit durch den Wald zum Flussufer. Ich hatte schon mindestens eine halbe Meile zurückgelegt, als ich unter einer Virginia-Eiche einen viertürigen Chevrolet entdeckte. Es war ein Confederate, ein Modell aus dem Jahr 1932, mit Drahtspeichenrädern und Weißwandreifen, weinrot lackiert, mit schwarzem Dach, schwarzen Kotflügeln und gepolsterten Sitzbänken aus rotem Leder. Über dem Trittbrett war ein Ersatzreifen befestigt. Es war der eleganteste Wagen, den ich je gesehen hatte. Die Rückbank war herausgerissen worden und stand nun am Baumstamm. Ein Mann mit Armschlinge lehnte dagegen, ein anderer werkelte unter dem Auto. Nur seine Beine ragten ins Laub, während er auf irgendetwas Metallisches einhämmerte. Die Frau mit dem rotblonden Haar kümmerte sich um den Verletzten. Diesmal trug sie keine Baskenmütze. Die zweite Frau aß ein Sandwich mit Wiener Würstchen. »Raymond«, sagte sie, »da ist ein Bengel mit einer Schrotflinte.« Der Mann mit dem verwundeten Arm, der, den ich für Pretty Boy Floyd gehalten hatte, zwinkerte mir zu. »Geht schon in Ordnung«, erwiderte er. Dabei blickte er mich an, sprach aber offensichtlich mit Raymond, der jetzt unter dem Wagen hervorgekrochen kam. »Der passt nur auf sein Grundstück auf. Wo steckt dein Großvater, Junge?« »Wie kommen Sie darauf, dass er mein Großvater ist?« »Du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten«, er deutete auf den eingebrochenen Drahtzaun hinter meinem Rücken. »Das ist eure Grundstücksgrenze, was? Übrigens, habt ihr Leute eigentlich ein Telefon?« »Nein, Sir. Wir hatten nämlich einen Unfall. Ich brauche vielleicht einen Arzt, und ich dachte, ich hätte eine Leitung gesehen, die zu eurem Haus führt.« »Ihm. Das ist doch euer Haus. Das Giebelhaus.« »Wir konnten uns die Telefonrechnung nicht mehr leisten.« Raymond, der nun neben dem Wagen stand, klopfte sich mit einer Hand die Kleidung ab. In der anderen Hand hielt er einen Ingenieurhammer. »Ich habe die Längstange ins Lot gebracht, aber sie wird noch ein bisschen schlenkern. Was willst du mit der Schrotflinte, Junge? Was wird das hier?« »Ich wollte Stinktiere schießen. Die kommen dauernd zum Haus«, sagte ich. »Da bin ich sehr gut drin.« »Weißt du, wer wir sind?«, fragte der Verletzte. »Ein paar Leute, die in vornehmen Autos unterwegs sind, aber lieber im Wald schlafen als im Motel?« Raymond grinste und trat näher an mich heran. Das Laub knirschte unter seinen Schoen. Sein Hemd hatte er ausgezogen und über den Seitenspiegel gelegt. Er trug nur noch ein Unterhemd mit dünnen Trägern, dessen Saum über seine Hose hing. Er hatte weiße, knochige, von Pickeln getüpfelte Schultern. Ich roch die Pomade in seinem Haar. »Du hast sicher schon mal davon gehört, dass sich irgendwer aus dem Knast rausgeballert hat, oder?« »Ja, Sir.« »Aber hast du schon mal davon gehört, dass sich wer in den Knast reingeballert hat?« »Das wär mir neu. Aber ansonsten kennst du dich hervorragend aus, wie?« »Sie haben mich gefragt.« »Du hast keine Ahnung, wen du hier vor dir hast.« Raymond reckte das Kinn empor, ein Funkeln im Auge. »Wir haben Geschichte geschrieben.« »Raymond ist ein Spaßvogel,« sagte der Verletzte. »Wir sind ganz normale, hart arbeitende Leute.« »Ich hab's in der Zeitung gelesen,« sagte ich. »Der Überfall auf das Gefängnis von Easton. Da wurde ein Wachmann getötet.« »Vielleicht solltest du dich lieber um deinen eigenen Kram kümmern,« meinte die Frau, die das Sandwich aß. Bis auf den Wind in den Bäumen war's vollkommen still. Ich fühlte mich, als stünde ich in einer Schwarz-Weiß-Fotografie, deren Motiv sich binnen Sekunden zum Schlechten hin verändern konnte. Aber das war mir egal. »Könnten Sie dann auch in eine Irrenanstalt einbrechen?« »Warum sollten wir?«, fragte Raymond. »Um jemanden rauszuholen. Jemanden, der da nicht reingehört.« Die Frau mit dem rotblonden Haar nahm eine Bürste aus der Handtasche und strich sich damit über den Hinterkopf. »Jemanden aus deiner Familie?« »Meine Mutter.« »Deine Mutter wurde eingewiesen?« »Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie haben sie abgeholt.« Die Frau legte den Kopf schief und bürstete sich das Haar. »Mary, könntest du mir eine kleine Erfrischung aus der Kühlbox bringen?«, sagte die Frau mit dem rotblonden Haar. »Ich will mich kurz mit unserem jungen Freund unterhalten.« »Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, Bonnie,« entgegnete Mary. »Es ist immer dasselbe. Du bist lieb und nett, und wir anderen müssen dafür büßen.« »Ganz unten müsste noch eine eiskalte Coca-Cola liegen,« meinte Bonnie. »Ich bin durstig wie noch nie. Also wenn du die Freundlichkeit hättest, wäre ich dir wirklich sehr verbunden.« Bonnie fasste mich am Arm und führte mich am Flussufer entlang Richtung Haus, ohne noch einen Blick über die Schulter zu werfen. Oder auch nur Marys Antwort abzuwarten, als wäre die Diskussion beendet. Sie trug ein weißes Baumwollkleid mit rosa-grauem Blumendruck und einer Spitzenborte am Saum, die bei jedem Schritt über ihre Waden wischte. »Du hörst mir jetzt ganz genau zu,« sprach sie dicht an meinem Ohr. »Du tust so, als wären wir mit dem Staub gekommen und mit dem Wind gegangen. Wenn du morgen früh aufstehst, bist du immer noch du, und wir sind immer noch wir, und wir sind uns nie begegnet.« »Deine Ma wird bestimmt wieder gesund. Das weiß ich, weil sie einen guten Sohn großgezogen hat.« »Wer, wer hat den Wachmann getötet, Miss Bonnie? Doch nicht sie, oder?« »Geh nach Hause, Junge,« erwiderte sie, »und komm bloß nicht wieder hierher.« Ich kehrte zum Haus zurück und verstaute Großvater Schrotflinte im Küchenschrank. Ein paar Minuten später kam er auf seinen stockgestützt die Treppe herunter. Ich kochte Haferbrei, röstete vier Brotscheiben in der Bratpfanne und brachte ein Glas Eingemachtes zum Tisch. Dann füllte ich den Haferbrei in Großvaters Schale, stellte sie an seinen Platz und legte sein Brot daneben. Währenddessen spürte ich, wie er mich ununterbrochen beobachtete. »Wo warst du?«, fragte er. »Bin am Fluss spazieren gegangen.« »Klappschildkrötenzählen, oder wie?« »Gibt schlechtere Gesellschaft.« »Ich schätze, es spricht für deinen Charakter, aber du bist der erbärmlichste Lügner, der mir je untergekommen ist. Letzte Nacht habe ich einen Wagen draußen im Wald gehört. Ist die Bande von neulich zurück, obwohl ich es ihnen verboten hatte?« »Sie sind nicht auf unserem Grundstück. Der Fahrer ist verletzt und der andere, Raymond, musste eine Spurstange reparieren.« »Der Fahrer hat eine Schussverletzung?« »Nein, sie hatten einen Unfall.« Großvater hatte sich diese Werte um den Hals gebunden wie ein Letzchen. Nun wischte er sich damit über den Mund und legte seinen Haferbrei-Löffel beiseite. »Haben Sie dir gedroht?« Die Lady mit dem rotblonden Haar meinte, Mutter wird wieder gesund und kommt zurück nach Hause. »Ich glaube, sie ist ein guter Mensch. Vielleicht sind Sie schon wieder gefahren. Sie wollen uns sicher keinen Ärger machen.« Großvater stand auf und ging zum Wandtelefon in einem Apparat mit Holzgehäuse und einer Handkurbel an der Seite. Er hielt sich die Hörmuschel ans Ohr und drehte die Kurbel. Und drehte sie noch einmal. »Tot!« »Vielleicht ist ein Baum auf die Leitung gekippt.« »Ich glaube, er. Du verschweigst mir was.« »Ich dachte, sie könnten mir vielleicht helfen, Mutter aus der Irrenanstalt zu holen.« Als ich Großvater anblickte, beobachtete ich ein eigentümliches Phänomen. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich das Licht des Mitleids und der Liebe in seinen Augen. »Gestern habe ich den Doktor angerufen, Ranz«, sagte er. »Ich habe ihm gesagt, er soll die Elektroschucks bleiben lassen. Ich habe ihm gesagt, ich hätte einen Fehler gemacht, und dass ich runter nach Houston fahre, um deine Mutter abzuholen.« Entgeistert starrte ich ihn an. »Warum hast du mir das nicht gesagt?« »Ich wollte noch seinen Rückruf abwarten, um sicherzustellen, dass auch alles glatt geht.« Ich stand auf, ging zur Spüle und schaute hinaus in die Bäume. Ich fühlte mich wie ein Judas, auch wenn ich mir unsicher war, wen ich eigentlich verraten hatte. Großvater oder unsere Gäste am Fluss. »Die Frau heißt Bonnie. Der Fahrer hatte eine Browning dabei. Gut möglich, dass es Clyde Barrow ist. Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme?« erwiderte Großvater. Großvater beauftragte mich, mit unserem Model A zum Laden an der Kreuzung zu fahren und Sheriff Benbow zu alarmieren. Ich bog auf die unbefestigte Straße ein, die an dem Waldstück mit dem Camp unserer Besucher vorbeiführte. Unsere Telefonleitung hing senkrecht vom Mast. Kein Ast oder Baumstamm auf dem Boden. Ein Staubteufel wirbelte vom Feld herüber, zerschälte am Kühlergrill des Model A und puderte die Windschutzscheibe mit Sand. War das ein schlechtes Omen. Bis zum Laden an der Kreuzung waren es noch zwei Meilen. Ich wendete den Wagen auf der Straße und machte mich auf den Heimweg. Großvater besaß zwei Pferde. Das eine hieß Shorty, ein Shetland-Pony, das auf einem Auge blind war. Das andere Pferd war ein vierjähriger weißer Wallach namens Blue, der einige Araber zu seinen Vorfahren zählte und stets bis in die Haarspitzen unter Strom stand. Ich parkte vor der Scheune. Shorty stand in der Koppel, Blue war nirgends zu sehen. Ich warf einen Blick in den Küchenschrank, wo ich Großvaters doppelläufige Schrotflinte deponiert hatte. Sie war verschwunden. Ich nahm den Revolver samt Halfter aus der Schublade, ging in den Wald und folgte Blues Hufspuren am Flussufer entlang bis zur Grenze unseres Grundstücks. Durch die Bäume konnte ich den Chevrolet und daneben vier Personen erkennen. Alle vier blickten zu meinem Großvater hinauf, der auf Blue saß wie eine hölzerne Wäscheklammer, und alle vier grinsten sie ihn auf wenig respektvolle Weise an. Niemand sah in meine Richtung, auch Bonnie nicht. »Es sind schlechte Zeiten«, hörte ich Großvater sagen, »aber es gibt Ihnen kein Recht, sich auf meinem Grundstück zu verkriechen oder einen schlechten Einfluss auf meinen Enkelsohn auszuüben. Ich kenne sie, ich weiß, wer sie sind, und ich kann mir denken, wer unsere Telefonleitung gekappt hat.« »Wir sind stinknormale Leute vom Land, gibt keinen Unterschied zwischen Ihnen und uns«, erwiderte Raymond, »und außerdem befinden wir uns nicht auf Ihrem verdammten Grundstück.« »An dir ist gar nichts normal, Junge. Du denkst, du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen, und dafür gibt's leider kein Heilmittel«, sagte Großvater. »Du wirst eines Tages mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig liegen oder vom elektrischen Stuhl gebraten werden, und im Grunde genommen würde ich sagen, das geschieht dir nur recht. Aber wahrscheinlich hast du irgendwo eine Mutter, die sich um dich sorgt. Also warum versuchst du nicht, dein Leben in den Griff zu kriegen, solange du noch eine Chance hast?« »Wir verschwinden hier«, antwortete Bonnie, »aber sparen Sie sich die herablassende Art, verstanden? Ihr Enkelsohn hat uns erzählt, was mit Ihrer Tochter passiert ist. Sie haben das zugelassen.« »Es reicht«, sagte der Verletzte. »Wir fahren.« »Sie sind Clyde Barrow, oder?« fragte Großvater. »Wie gesagt, ich heiße Smith.« »Sie wurden in Telico geboren, haben als Kind Tiere gequält. Ihretwegen ist Ihr Bruder oben in Missouri draufgegangen. Sie sind ein amtlicher Versager, Junge.« »Klar, und Sie sind ein bösartiger alter Mann. Niemand wird Ihr Grab besuchen, außer ein paar Steppenläufern«, sagte der Mann, der sich Smith nannte. Alle vier stiegen in den Chevrolet und schugen die Türen zu. Und dadurch schoss Blue senkrecht in die Luft, riss die Vorderhufe höher als das Dach des Wagens. Großvater krachte auf die Erde, die Schrotflinte flog ihm aus den Händen. Sein Gesicht war weiß vor Schreck, sein Atem drang keuchend aus der Kehle. Ich dachte, ich hätte die Knochen in seinem Rücken brechen gehört. Bonnie und ihre Freunde fuhren los mit Raymond am Steuer. Einer von ihnen spuckte Großvater noch an. Im Schatten der Bäume war nicht zu erkennen, wer es war. Doch der Speichel flog aus dem Fenster wie ein Stück feuchter Bindfaden und blieb an Großvaters Hemd kleben. Sekunden später rollte der Chevrolet die staubige Steigung zwischen den Stämmen hinauf. Die Sonne brach sich in den Fenstern. Ich ließ Halfter und Gürtel vom Revolver gleiten, spannte den Hahn und zielte beidhändig auf das Heck des Autos. Nicht, Walden, sagte Großvater. Ich zielte nicht auf den Tank oder einen Reifen oder den Kofferraum. Ich zielte 25 Zentimeter unter das Dach, drückte den Abzug durch und spürte, wie sich das schwere Gehäuse in meinen Händen aufbäumte. Ich hörte, wie die 44er Patrone ihr Ziel fand, von Metall abprallte und Glas zertrümmerte, vielleicht ins Armaturenbrett oder in die Dachverkleidung einschlug. Im Nachhaltesschusses meinte ich, einen Schrei zu hören. Das Auto schwankte, blieb aber nicht stehen und war kurz darauf verschwunden. Ich schloss die Augen, öffnete sie wieder und fragte mich, was ich da getan hatte, noch immer das Donnern der Waffe in den Ohren. Warum hast du nicht auf mich gehört, sagte Großvater. Mein rechtes Ohr schmerzte, als hätte mir jemand die flache Hand gegen den Schädel geklatscht. Ich öffnete und schloss den Mund, um mein Hörvermögen wiederherzustellen. Ich habe nicht nachgedacht. Wer hat da geschrien? War das eine Frau? Nein, keine Frau. Das war eine Eule. Hast du das verstanden? Aber ich habe eine Frau schreien gehört. Du wirst nie wieder an diesen Moment zurückdenken. Der heutige Tag ist nicht der Rede wert. Verstanden? Und hör bloß nie auf, so ein feiner junger Mann zu sein. In der folgenden Woche kamen drei alte Freunde meines Großvaters zu Besuch. Behäbige, massige Herren im Anzug, mit Stetsons, gewichsten Stiefeln und breiten, schwieligen Händen. Einer drehte sich seine Zigaretten selbst, ein anderer war ein ehemaliger Texas Ranger, der angeblich fünfzig Mann getötet hatte. Sie saßen in der Küche und tranken Kaffee, während Großvater ihnen alles erzählte, was er über unsere Besucher wusste. Mich erwähnte er dabei mit keinem Wort. Ich hockte im Wohnzimmer und hörte den ehemaligen Texas Ranger sagen, Die Kugel hätte eine Frau erwischen können. So was macht man doch nicht, Heck. Aber währenddessen lächelte er. Großvater blickte auf und sah, wie ich durch den Türrahmen spähte. In diesem Moment geschah etwas, das ich nie vergessen werde. Großvaters Augen füllten sich einmal mehr mit einer Wärme, wie man sie kaum von dem Mann erwarten würde, der John Wesley Hardin hinter Gitter gebracht hatte. Die Gesetzeshüter an seinem Tisch waren Killer. Großvater war keiner. »Geh hoch und schau nach deiner Mutter«, sagte er. »Machst du das, Welden?« Später las ich von dem Hinterhalt in Louisiana. Bonnie Parker und Clyde Barrow wurden vom Kugelhage der Schnellfeuerwaffen in Stücke gerissen. Ihr Freund Raymond sollte später einen tapferen, würdevollen Tod auf dem elektrischen Stuhl in Hansville sterben. Seine Freundin Mary sollte im Gefängnis landen. Keiner von ihnen war von dem Projektil getroffen worden, das sich auf ihr Auto abgefeuert hatte. Im Sommer regnete es, und ich angelte einen Wälz von derselben rötlich-braunen Farbe wie der Fluss, aus dem ich ihn geholt hatte. Ich zog den Haken aus seinem Maul, legte den Fisch wieder in die Strömung und sah zu, wie er versank, bis er nicht mehr zu erkennen war. Eine Begebenheit, die für kaum jemanden von Bedeutung gewesen sein dürfte, außer für den Wälz und mich. Im Frühling 1944, als frischgebackener Second Lieutenant der United States Army, kurz vor dem Aufbruch nach England, erwarb ich in einem Schreibwarengeschäft unweit des Geländes der Columbia University ein niedergebundenes Notizbuch. Ich dachte wohl, ich könnte in die Rolle eines modernen Ismaels schlüpfen, und die übrige Bevölkerung würde später einmal durch mein Notizbuch wie durch ein Schlüsselloch am bedeutsamsten Ereignis der Menschheitsgeschichte teilhaben. Ich war fraglos eitel, und wie so vielen jungen Männern dieses Zeitalters, besonders jenen aus dem Herzland der Vereinigten Staaten, fiel es mir schwer, meine Eitelkeit und Ungeduld mit meiner Schüchternheit im Umgang mit Mädchen und meine Unsicherheit unter Absolventen östlicher Universitäten in Einklang zu bringen. Ich dachte, das Notizbuch würde mir vielleicht zu einem besseren Verständnis meiner selbst verhelfen, als ich die Tür des Schreibwarengeschäfts öffnete und auf die weiten Plätze, grünen Wiesen und aristokratischen Gebäude der Universität blickte, deren graduierten Fakultät ich eines Tages zu besuchen hoffte. Wie alle jungen Männer, die bald in den Krieg ziehen würden, wollte ich nichts von einer großen Illusion hören. Wenn der Krieg gar so schlimm war, wieso erweckten die, die bereits im Kampf gedient hatten, dann nie den Eindruck, ihren Einsatz zu bereuen? Man denke nur an die Bilder, die im Geist entstehen, wenn vom Klang der Hörner vor Rons des Weihes die Rede ist. Was lässt das menschliche Herz schneller schlagen, das Rolands Lied oder ein Rückzug in Trägheit und Langeweile, während anderswo die Welt in Flammen aufgeht? Kaum etwas, das ich in meinem Notizbuch niederlegte, könnte man als erinnerungswürdig oder historisch aufschlussreich bezeichnen, nicht mal nach der Normandie, wo wir mit der zweiten Welle an Land warteten, durch eine Brandung, die noch vom ersten Angriff rötlich schäumte. Krieg ist seit jeher ein schmutziges und wenig glamouröses Geschäft. Meist dreht sich alles um Schnupfen und Körpergeruch, um Filzläuse und Fußbrand, um verregnete Nächte und manchmal auch nur darum, dass man seine eigenen Fäkalien mit dem Klappspaten aus dem Schützenloch befördern muss. Aber ich hasste die Army nicht, und ich hielt mich nie länger mit den überflüssigen Grausamkeiten meiner Mitmenschen auf, etwa mit Panzerbesatzungen, die mit ihrem Sherman spaßeshalber Bauernhäuser abrissen. Ich richtete mich in meinem neuen Leben ein und schrieb weiter in mein Notizbuch. Nun nicht mehr so sehr, um meine Selbstfindung voranzutreiben, sondern in Erinnerung an die Stadt, wo ich das Buch gekauft hatte. Ich sagte mir, dass ich nach New York zurückkehren würde. Ich würde mit einem schönen Mädchen zu Mittag essen, an einem Kaffeetisch im Freien, unter einer Markise, an einem frischen Frühlingsnachmittag, vielleicht in der Nähe eines blumenübersäten Parks. Ich konnte nicht ahnen, dass Ereignisse, die auf zunächst recht unauffällige Weise am Fuß eines Hügels in den Ardenn ihren Lauf nehmen würden, die nächsten paar Jahrzehnte meines Lebens entscheidend beeinflussen sollten. Es war zu einer Zeit, als wir das Dritte Reich schon für erledigt hielten und überzeugt waren, dass die Welt bald wieder die Lichter einschalten könnte. Im verblassenen Grau des Tageslichts hockte ich am Grund meines Schützenlochs, öffnete mein Notizbuch auf dem Knie und fing an zu schreiben. Meine Feldjacke war steif und kalt wie Segeltuch bei Temperaturen unter Null. Ich hörte, wie über mir eine Signalpatrone zerplatzte, doch weder Hitze noch Licht wollten die Düsternis durchdringen, und wie die meisten alltäglichen Vorkommnisse in der Armee, hatte der Schuss allem Anschein nach keinerlei Bedeutung. Heute Abend ist es so still, dass man hören kann, wie sich die Äste durchbiegen und der Schnee durch die Zweige zu Boden rieselt, schrieb ich. Gerüchte machen die Runde, die Waffen-SS habe einen Aufklärungstrupp geschickt, der sich bis auf 1000 Meter an unsere Linie angenähert habe, aber darauf gebe ich nichts. SS-Aktionen werden normalerweise von einem großen Panzeraufgebot begleitet. Major Fincher ist meiner Meinung, Unglücklicherweise gilt Major Fincher als gemeingefährlicher Idiot. Am Kasserinpass hatte er einem ganzen Regiment befohlen, keine Schützenlöcher, sondern flache Schützengräben anzulegen. Deutsche Tigerpanzer überrollten die Stellung und fuhren auf den Gräben im Halbkreis umher, und ihre Ketten verarbeiteten 60 Mann zu Brei. Ich konnte den Eintrag nicht abschließen. Sergeant Herschel Pine steckte den Kopf über den vereisten Haufen aus Schnee und Erde am Rand meines Schützenlochs und starrte auf mich herab. Der Windbrand hatte sein schmales Gesicht gerötet, auf seinen Wangen wuchsen rotblonde Barthaare, und sein Helm presste sich in den Schal, den er sich um die Ohren gewickelt hatte. »Es gibt ein Problem, Lieutenant«, sagte er. »Was für ein Problem?« Ich legte meinen Bleistift zwischen die Seiten und schloss das Notizbuch. Pine ließ sich in das Loch gleiten, sein Atem vernebelte die Luft, auf seiner Feldjacke hafteten Eiskristalle. Er hatte eine Thompson-Maschinenpistole dabei, dazu drei mit Klebeband zusammengepappte Magazine, eines davon saß in der Halterung. Bevor er antwortete, wischte er sich mit dem Handschuh über das Gesicht, um gefrorenen Schleimen aus seinen Nasenlöchern zu entfernen. Am Abzugsfinger war der Handschuh abgeschnitten. Steinberg ist ziemlich durch den Wind. »Wieso das?« »Die Waffen-SS macht keine jüdischen oder verwundeten Gefangenen. Schicken Sie ihn rüber.« »Wenn Sie mich fragen, macht Steinberg entweder die Vorhut, oder wir schaffen ihn hier raus, Sir.« »Wieso sollte er die Vorhut machen?« »Wenn schon einer auf eine Tretmine steigen muss, dann lieber einer, der uns eh nur ein Klotz am Bein ist. Lieber als ein guter Soldat, Sir.« »Steinberg ist ein guter Soldat, Sergeant. Pine hatte sich auf ein Knie gekauert. Jetzt schlug er die Augen nieder. Ich wusste, was auf mich zukam, und ich wollte es nicht hören, auch wenn ich es ihm nicht übel nehmen konnte. Es war der Fluch seiner Herkunft, in Pines Fall der Fluch eines Mannes, der auf einer Baumwollffarm in einer Gemeinde am Red River im Herzen Lusianas aufgewachsen war. »Wenn Sie mich fragen, Lieutenant, lieber einer von denen als einer von uns. Lassen Sie das dumme Geschwätz, Pine. Aber auf der Stelle verstehen wir uns.« »Ja, Sir«, antwortete er, ohne mich anzusehen. Seine Wimpern waren lang wie die eines Mädchens, die Wangen unter seinen Barthaaren rosig wie Äpfel. Ich hörte seinen Atem. Er versuchte, seine Wut zu verbergen, sein Misstrauen gegenüber allen, die er als privilegiert bezeichnet hätte. »Wie verbringen Sie zu Hause den Weihnachtstag, Pine?« Nun blickte er mich verunsichert an. »Wir knacken draußen auf der Veranda Pekernüsse. Und weiter?« »Meistens backt meine Mutter Früchtebrot. Mein Daddy macht eine große Schüssel Eierpunsch, aber mit gutem Whisky aus dem Laden, nicht mit schwarzgebranntem. Ich und mein kleiner Bruder und ein Farbiger, der für uns arbeitet, gehen Eichhörnchen jagen. An Weihnachten ist es draußen fast immer mild. Klingt doch nach einem gemütlichen Feiertag. Meinte ich. »Ich... Ich muss Ihnen was sagen, Sir. Nur zu. Letzte Nacht, als wir auf Patrouille auf einen Horchposten gestoßen sind, hat Steinberg gleich das große Zittern gekriegt. Der hätte uns alle unter die Erde bringen können, und das war schon das zweite Mal. Ich rede mit ihm. Sir, ich muss Ihnen noch was sagen. Ich wartete ab. Ich habe eine Nase für Geld. Ich schwöre es bei Gott, Sir. Ich rieche alte Münzen unter der Erde. Ich rieche Öl und Gas, bevor der Bohrer zum ersten Mal in die Lagerstätte vordringt. Waren Sie schon mal dabei, wenn so eine Ölquelle angezapft wird? Die Rohre fangen an zu schwitzen, und im nächsten Moment zittert die ganze Bohrplattform. Was wollen Sie mir damit sagen? Und ich habe noch eine Gabe, Lieutenant. Kurz bevor irgendwo alles vor die Hunde geht, bricht mir immer der Schweiß aus. Vielleicht hat Steinberg ja recht mit seinen Sorgen. Ich glaube, es kann gut sein, dass die Crowds genau hier durchbrechen wollen. Ich schwitze hier schon seit zwei Tagen mein Hemd durch, Sir. Mag ja alles sein, Pine. Mag sein, dass uns die Crowds noch vor Sonnenaufgang auf den Schoß krabbeln werden, erwiderte ich. Aber egal, wie es kommt, wir erledigen hier unsere Aufgaben kein Wort mehr über Steinberg oder durchgeschwitzte Hemden, klar? Und jetzt zurück auf Ihren Posten. Eine halbe Stunde später, als am Horizont gerade der letzte Rest dunstig-silbrigen Sonnenlichts erlosch, hörte ich, wie an unserer Flanke Handfeuerwaffen knallten. Aus großer Entfernung klang es nach fetten Regentropfen, die auf Seerosenbetter platschen. Die Auseinandersetzungen nahm an Intensität zu, die vereinzelten Schüsse steigerten sich zu einem anhaltenden, sich immer weiter aufschaukelnden Brüllen. Kaum war ich aus meinem Schützenloch geklettert, hörte ich das Knarren der Panzerketten und das Krachen umknickender Bäume. Schneebeladene Äste klatschten auf den Waldboden. Es ist nicht leicht zu beschreiben, welche Wirkung der Einfall eines Königstigerpanzers in ein mit leichter Infanterie besetztes Gebiet auf Augen und Ohren entfaltet. Der Königstiger wog beinahe 70 Tonnen und konnte mit seinem Porsche-Motor auf fast 40 Stundenkilometer beschleunigen. Seine 88-Millimeter-Kanone konnte einen Sherman-Panzer auf eine Entfernung von über einem Kilometer treffen und zerstören. Panzerfaustköpfe und selbst die französischen 75-Millimeter-Geschosse prallten häufig von seinen abgeschrägten Seitenwänden ab. Ich beobachtete, wie hinter einer 40 Meter entfernten Anhöhe riesige Bäume umstürzten. Dann überwand der Tiger die Steigung, kurz ragte sein Bug hoch in die Luft, fast wie ein Pferd, das sich in der Koppel aufbäumt, und als sein volles Gewicht auf den Hang donnerte und Felsen zu Kies zerkleinerte, bebte die Erde unter meinen Füßen. Über der Luke mit dem aufgemalten eisernen Kreuz sah ich einen Moment lang den Kopf und die Schultern des Panzerkommandanten. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke und hatte ein Gesicht, das in seiner Eindimensionalität und Ausdruckslosigkeit einem Teigklumpen ähnelte. Der Kommandant zog sich ins Innere zurück und schloss die Luke und im selben Augenblick eröffneten die beiden MG 34 unter dem Geschützturm das Feuer. Die Geschehnisse der nächsten paar Minuten kann ich nicht mal mit annähernder Genauigkeit schildern. Irgendwer schrie nach einem Sanitäter. Ich beobachtete, wie Private First Class Jason Steinberg und drei weitere Männer von Maschinengewehrfeuer getroffen und von einem Tigerpanzer überrollt wurden. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Fünfundvierziger aus nächster Nähe zwei Mitglieder der Waffen-SS erschoss. Ich sah, wie sich deutsche Infanteristen aus dem Nebel hinter den Panzern lösten, einige im Ledermantel mit enggezurrtem Gürtel und der blitzförmigen Doppelruhne auf den Seiten ihres Helms. Plötzlich kniete ich hinter einem Felsbrocken und feuerte mit einem Karabiner, der mir nicht gehörte und dessen Schaft zersplittert war. Holzspäne hatten sich in mein halbes Gesicht eingedrückt, von meinem Ohr tropfte Blut und ich hatte keine Erinnerung an die Kugel, die offenbar in den Schaft eingeschlagen war. Während die Tiger unsere Schützenlöcher zerschmetterten, bearbeiteten ihre Kanonen bereits das schneebedeckte Feld hinter uns, das im Mondlicht noch weiß und glatt schimmerte, wie die Glasur einer Hochzeitstorte. Der flammenspeiende Donner, der aus den Geschützrohren der 88er hervorbrach, war von einer surrealen Wucht so laut und übermächtig, dass er selbst das Ächzen der Panzerketten übertönte, die sich alles einverleibten, was ihnen in die Quere kam. Explosionen, die mir buchstäblich die Sinne durchschüttelten, als würden sich meine Augen, mein Gehirn, meine inneren Organe nacheinander in den Schnee entleeren. Ich hörte ein Knarren in meinem Rücken, eine beinahe zwanzig Meter hohe Tanne rauschte durch das Blätterdach in die Tiefe. Wie gelähmt starrte ich auf den fallenden Riesen, fast wie ein armer Todgeweihter, der nur noch zusehen kann, wie sich die Klinge der Guillotine auf seinen Hals senkt. Der Nebel zwischen den Stämmen, die Schreie der hingerichteten Verwundeten und die gebellten Befehle der SS-Unterführer, all das ging im Grollen der Tiger auf, die scheppern wie ein ganzer Schrottplatz über das Schneefeld rollten. Mit der Gewalt eines Ambosses krachte die Tanne auf meinen Helm, fräste den Stahlrand über meinen Nasenrücken und drosch mich in die Erde. Stunden später erwachte ich am Grund eines Granattrichters, vollständig begraben unter den Ästen der Tanne. Das Blätterdach des Waldes war ausradiert, der Himmel klar und schwarz und gemustert von Sternbildern, die Temperatur nahe am Nullpunkt. Ich glaubte, einen Wimmern zu hören, als läge keiner anderthalb Meter entfernt, ein quengelnder Säugling unter dem Schnee. Ich suchte mir einen Klappspaten und begann zu graben. Die Panzerketten hatten den Schnee verdichtet wie feuchten Sand. In dreißig Zentimetern Tiefe stieß das Stahlblatt gegen einen Holzbalken, dann gegen einen weiteren Holzbalken und mir wurde klar, dass ich mich in das befestigte Schützenloch irgendeines Soldaten vorarbeitete. Die eigentliche Öffnung war zusammengedrückt worden, als hätte man die Kordel eines Lederbeutels zugezogen, und nun saß der Infanterist in einem vereisten Kokon fest, kaum größer als die Gebärmutter einer fettleibigen Frau. Ich bog den Spaten zu einer Gartenhacke und fing an, auf die Brocken aus Fels und Schnee und Erde und zerstörtem Holz einzuhauen, bis ich ein handbreites Loch geschaffen hatte. Als ich ihn durchlangte, berührten meine Finger ein unrasiertes Gesicht, kalt und rau wie Stein. Die Knie des Eingeschlossenen waren nach oben gepresst worden, fast bis unter das Kinn. Er wollte etwas sagen, doch seine Zähne klapperten zu heftig, um verständliche Worte aneinander zu reihen. Ich faßte ihn an den Handgelenken, zerrte ihn über den Rand des Schützenlochs und wischte ihn über das Gesicht. In seinen Wimpern hingen gefrorene Tränen. Er hob die rechte Hand und betastete meine Brust, als müsste er sich vergewissern, dass ich aus Fleisch und Blut war. Am Abzugsfinger war sein Handschuh abgeschnitten. Wurden Sie getroffen? fragte ich. Weiß nicht, Sir, antwortete er. Wo ist Ihre Thompson? Weiß nicht. Er blickte sich um und schüttelte den Kopf. Wo sind die alle? Sie sind tot, sagte ich. Die Verwundeten haben Sie auch erschossen. Können Sie laufen? Er hatte seinen Stahlhelm verloren. Sein Haar war gespickt mit Eisblittern, die mich an Steinsalz denken ließen. Er starrte auf die zerbrochenen Bäume am Erdboden und die geschwärzten Flecken, wo die deutsche Infanterie ihre Kartoffelstampfer über ihre Panzer hinweg in unsere Mitte geschleudert hatte. Er betrachtete die Tigerspuren, die geradewegs über das Loch führten, aus dem ich ihn gezogen hatte. Haben Sie mich verstanden, Sergeant? Wir befinden uns hinter den feindlichen Linien. Er hatte Probleme, den Sinn meiner Worte zu erfassen. Ich deutete nach Westen, wo tief am Himmel Lichter aufflackerten, unregelmäßige Blitze wie Wetterleuchten oder Elektrizität, die lautlos in einer Gewitterfront verglüht. Das ist unsere Artillerie und keiner von uns beiden ist noch besonders gut in Schuss, wäre keine gute Idee, in Gefangenschaft zu geraten. Er hob den Blick und sah mich an, als erinnerte er sich an einen Traum. Was ist mit Steinberg? Steinberg hat's erwischt. Wie? Vom Königstiger überrollt. War er da noch am Leben? Ich weiß es nicht, log ich. Er versuchte aufzustehen, doch erst knickte sein linkes Knie ein, dann sein rechtes. Er ruderte mit den Armen. Reißen Sie sich zusammen! Die Deutschen werden hier wahrscheinlich einen Sammelpunkt einrichten und wenn es soweit ist, sollten wir verschwunden sein. Haben Sie das verstanden, Sergeant? Ich kann nicht laufen, Lieutenant. Meine Beine sind wie tot. Sie werden laufen, ob Sie wollen oder nicht. Legen Sie mir den Arm um die Schultern und setzen Sie ein Fuß vor den anderen, wie beim Tanzen. Er stolperte und klammerte sich mit aller Kraft an meine Schulter. Klappt doch hervorragend, sagte ich. Habe ich zu viel versprochen? Wir sind die Boogie-Wooogie-Boys der B-Kompanie. Ja, Sir. Wir müssen uns ein sicheres Versteck suchen, bevor die Sonne aufgeht. Irgendwie finden wir dann schon zu unserer Frontlinie. Das glauben Sie mir doch. Ja, Sir. Er hinkte neben mir her, durch die zerschlagenen Bäume und sonstigen Überbleibsel der Schlacht. Lieutenant, sagte er, ich muss Ihnen noch erklären, warum ich geheult habe, als Sie mich aus dem Loch gezogen haben. Ich habe nämlich nicht wegen dem Panzer geheult. Ist egal. Nein, Sir, ist es nicht. Ein Crowd ist auch nur ein Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Aber als ich ein Baby war, haben Sie mich mal in eine Gummidecke eingewickelt. Eine Negerin, die draußen die Wäsche aufgehängt hat, hat zum Fenster reingeschaut und ist reingerannt und hat mir das Leben gerettet. Mein Gesicht war schon blau angelaufen und seitdem habe ich deswegen Albträume. Ich stecke in einem Tunnel fest und kann die Arme nicht bewegen und brülle nach meiner Mutter. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist, Sir. Und da unten in dem Loch, da ging alles wieder von vorn los. Verstehe, Sergeant. Nein, Sir, das kann keiner verstehen. Ich fürchte mich schon mein ganzes Leben vor engen Räumen. Da unten drin wäre ich am liebsten gestorben. Dann hätte ich es hinter mir gehabt. Hätte ich eine Waffe dabei gehabt. Ich hätte mir selbst den Gnadenschuss verpasst. Er atmete schwer und seine Hüfte schlenkerte immer wieder gegen meine. Ich hielt ihn an der Taille umfasst und sorgte mit der anderen Hand dafür, dass sein Arm nicht von meiner Schulter abrutschte. Im Osten war der Waldrand zu erkennen. Daneben strahlte ein Schneefeld unter dem Mond wie Feuer. Ich hatte keine Ahnung, wo wir uns befanden. Der Krieg war nicht nur weitergezogen, er schien jedes Interesse an uns verloren zu haben. In der Ferne sah ich einen verschlungenen, wie schwarzes Öl schimmernden Fluss, jenseits des anderen Ufers einen Eisenbahndamm und einen Wasserturm. Aneinandergeklammert stapften wir durch den Schnee mit tränenden Augen und Ohren wie Blumenkohlbrocken. Wenn ich in den Wind blickte, pfiff er mir mit der Schärfe eines Barbiermessers um die Wangen. Wir blieben den ganzen Tag im Wald. Über uns zog ein Bomberverband mit Jagdschutz vorbei, so weit oben, dass die Kondensstreifen kaum zu erkennen waren. Kurz vor Sonnenuntergang brauste eine einzelne, mit Zebramuster bemalte Messerschmitt im Tiefflug übers Gelände, so nah, dass ich das bebrillte Gesicht des Piloten erkennen konnte, als er an uns vorüber donnerte. Als die Nacht hereinbrach, stiegen Sergeant Pine und ich zum Fluss hinab, schoben ein Ruderboot aus dem Eis und dem gefrorenen Schilf an der Böschung aufs Wasser, ruderten ans gegenüberliegende Ufer und kauerten uns unter den Eisenbahndamm. Ich war erschöpft, froher und hungerte wie nie zuvor, ein Hunger wie eine Ratte, die einem ein Loch in den Grund des Magens frisst. Als ich das Ohr auf die Gleise legte, hörte ich ein Geräusch im Stahl, das in diesem Augenblick nur einen einzigen Vergleich zuließ, das warme, stetige Rauschen des Blutkreislaufs einer Frau, wenn man den Kopf auf ihre Brust bettet. Das Scheinwerferlicht der Lokomotive schwankte an uns vorüber, die meisten Waggons schienen leer zu sein. Sie kippelten auf ihren Untergestellen, während wir an den Gleisen entlang rannten und der Kies unter unseren Füßen wegspritzte. Ich sprang in einen Güterwaggon, in dem Spreu umherwirbelte, ein Geruch nach Getreide und Vieh, beugte mich nach unten, packte den Sergeant am Handgelenk und zog ihn durch die Tür. Als hinter uns die moorige Auenlandschaft zur Seite kippte, betete ich, dass unsere Reise nach Norden ging, nach Belgien. Ich betete, dass uns eine große Erlösung bevorstand. Der Zug beschleunigte und nahm eine langgezogene Kurve, die uns geradewegs nach Osten führte. Weit voraus konnte ich das Glühen der Feuerbüchse im Führerhaus und die Funken erkennen, die vom Schornstein davonstoben. Ich legte mich in den hinteren Teil des Waggons und deckte mich mit einem Haufen Jutesäcken zu. In meiner Müdigkeit kümmerte es mich nicht mehr, wohin der Zug uns brachte. Als mir die Augen zufielen, hörte ich noch, wie der Sergeant die Schiebetür schloss, und bald schlief ich tief und fest. Die Räder des Waggons ratterten über die Gleise, der Boden schaukelte mich wie eine Wiege. Bei Sonnenaufgang schreckte ich hoch. Wie immer, wenn man abrupt erkennen muss, dass die eigenen Probleme keine Einbildung sind und der Schlaf nur etwas Aufschub gewährt hat. Wo sind wir? fragte ich. Sergeant Pine hatte die Tür einige Zentimeter weit nach hinten geschoben. Sicher nicht in Kansas, Sir, antwortete er. Er, im Schweinestall. Ich kroch zur Tür und blickte hinaus. Die Landschaft war in einen Nebel gehüllt, dessen Farbe und Geruch weniger an den Dunst von Flüssen und Seen erinnerten, denn an den Rauch von Industrie. Die Sonne hing über dem Horizont wie ein zitronengelber Splitter geschabtes Eis. Wir müssen runter vom Zug, meinte ich. Sir, ich hab da was gefunden, am anderen Ende vom Waggon. Hier war nicht nur viel drin. Hinten in der Ecke liegt ein Berg menschlicher Kot. Gefroren, deshalb stinkt's nicht. Glauben Sie, hier drin wurden Kriegsgefangene transportiert? G.I.s und Briten hätten die Wände verzehrt, erwiderte ich. Was wollen Sie damit sagen? Dass mit dem Zug hier Juden verschifft werden, Sir? Wer sonst? Ich weiß nicht, Lieutenant, ich weiß nicht, ob ich die Gerüchte glauben soll. Sie haben die SS doch bei der Arbeit erlebt. Herr im Himmel, Sir! Was ist denn jetzt schon wieder? Meine Bemühungen, einen umgänglichen Ton anzuschlagen, gerieten in Straucheln. Da, da hinten, antwortete Sergeant Pine und deutete durch den Türspalt. Am Himmel flogen zwei Jäger einen weiten Bogen und kamen dann im Tiefflug herangeschnellt, knapp über dem Boden, direkt vor der Sonne, die die bedrohlichen Mündungen ihrer Fünfziger-Maschinengewehre blitzen ließ. Auf ihren Tragflächen prangte ein weißer Stern in einer blauen, rot umrandeten Scheibe. Ich sah, wie die Erde eines bewirtschafteten Feldes in einer schnurgeraden Linie hochspritzte, kurz bevor ich die Kugeln hörte, die auf die Seitenwände der Waggons einprasselten wie ein Eimer voller Murmeln. Es war ein ergreifendes Gefühl zu erleben, wie meine Landsleute auf beinahe magische Weise am Himmel erschienen, ihre Flügel geschmückt mit einem Abzeichen, das in unseren Augen das Licht der Zivilisation symbolisierte. Unglücklicherweise beschossen unsere Landsleute nicht nur unseren Feind, sondern auch uns. Die Jäger röhrten über uns hinweg, flogen eine weitere Schleife und setzten zu einem zweiten Überflug an, diesmal mit Raketen unter den Tragflächen. Die Raketen schlugen zielgenau in die Lokomotive ein und sprengten Führerhaus und Heizkessel in zwei, wodurch der Tender ausbrach, den Bahndamm hinabbretterte und ein halbes Dutzend Waggons mit sich riss. Unser Waggon rollte gemächlich aus, bis er schließlich reglos auf den Gleisen stand. Der Sergeant und ich drückten die Tür auf und rannten einen Graben entlang, der zu einem Kanal führte, beiderseits überwuchert von struppigem Dickicht und krummen Bäumen von derart grotesk entstellter Vegetation, dass ich mich fragte, ob die Gegend mit Unkrautbekämpfungsmittel behandelt worden war. Im Kanal floss eine braune, zähe Strömung, eher Jauche als Flusswasser und die Luft war stickig und grau wie das Innere eines feuchten Baumwollhandschuhs. Oberhalb des Kanals verlief eine schmale, zerfurchte, knochenweiße Straße mit einem sämigen, grünen Rinnsaal in der Mitte. Einmal glaubte ich, das Klappern eines Eisenschildes im Wind zu hören. Ich kletterte die Böschung hinauf, um die Straße besser überblicken zu können, sah aber auch nicht mehr. Als der Wind die Richtung wechselte, hielt sich der Sergeant die Hand vor Nase und Mund und unterdrückte ein Würgen. Gott, was ist das für ein Geruch? fragte er. Es war kein Geruch. Es war ein ätzender Gestank, dessen Konzentration meiner Augen tränen ließ. Unwillkürlich versuchte ich, ihn mit Bildern aus meiner Vergangenheit zu verknüpfen. Der Rauch über dem Schornstein einer Abdeckerei an einem Wintertag, die beinahe flüssige Konsistenz unbegrabener Innereien, vom Milzbrand dahingerafftes Vieh, das von den Ladeflächen der Kipplaster in die Chemiesuppe glitt. Ich dachte an Ratten, die in zusammengepresstem Abfall gefangen waren, der mit Kerosin bespritzt und entzündet worden war. All das fand sich in diesem Gestank wieder, doch er war schlimmer. Von meinem geistigen Auge sah ich zähe, gelbe und graue Rauchfäden von menschlichem Haar aufsteigen, von Haut, die sich über Knochen spannte, ich sah Fingernägel, die sich kräuselten und brachen und die Augen von Toten, die in der Hitze aufplatzten. Ich sah Risse und Brandblasen, die sich über die Gesichter von Kindern und Müttern und Vätern und Großeltern ausbreiteten und ihre Minen noch lange nach dem Tod verwandelten. Ich begriff, dass der Sergeant und ich eine Tür zwischen den Dimensionen durchschritten hatten und kurz davor standen, einen Ort zu betreten, der mit nichts zu vergleichen war, außer vielleicht mit Fotos aus dem Sammelalbum des Teufels. Zehn Minuten später kletterten wir die ausgewaschene Böschung des Bachbettes hinauf, legten uns zwischen Bäumen auf den Bauch und blickten auf den eisernen Torbogen und das Doppeltor, die den Eingang eines umzäunten Lagers aus mindestens vier kasernenartigen, mit Teerpappe gedeckten Baracken und einem Haus im Pfefferkuchen Stil bildeten. Oben war der Zaun mit rostigen Stacheldrahtspiralen bespannt, davor waren Pappeln gepflanzt worden. Der Efeu, der am rostigen Torbogen und dessen Stützpfeilern wuchs, war zu schwarzen Fäden blecherne Klappern einer Barackentür, das Brummeln von Vögeln und streitlustiges Flügelrascheln. Offenbar hatte man beim Bau des Lagers auf ein Krematorium verzichtet, weshalb die SS sich mit dem behelfen musste, was gerade zur Hand war. Gleisstücke waren über gut einen Meter hochgestapelte Ziegel gelegt und mit gefällten Bäumen bedeckt worden. Die Pecheimer, die man als Brandbeschleuniger herbeigeschafft hatte, lagen leer auf dem Boden. Aus der Aschemenge unter den Gleisen schloss ich, dass die Feuer mindestens einen Tag lang gebrannt hatten. Einige Leichen hingen nur noch in Form von Knochen und ledrigen Fetzen von den Stahlstreben, andere schwelten noch, bloß zum Teil verschlungen von den Flammen. Nicht weit von uns, an einem Abstellgleis, gehnte eine riesige Grube, in der andere Tote abgeladen und mit Kalk überschüttet worden waren, übereinander einem großen Haufen allesamt nackt. Unmittelbar hinter dem behelfsmäßigen Krematorium befand sich ein Galgen. Vom Querbalken baumelte eine einzige aus einem Stahlseil gebundene Schlinge. Was ist das hier, Lieutenant? fragte der Sergeant. Wahrscheinlich ein Versorgungslager, das die Gegend mit Zwangsarbeitern beliefert hat, sagte ich. Der Sergeant wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. In dem Pfefferkuchenhaus könnte es was zu essen geben. Wir besaßen eine einzige Waffe, meine 45er Selbstladepistole, das Army-Modell von 1911. Ich richtete mich auf und zog den Kolt aus dem Halfter, kaltes, schweres Metall in meiner Hand. Herr, machen wir einen Spaziergang. Das Tor des Lagers war nicht abgeschlossen. Der Wind drückte die Rauchschwaden zu Boden, ein unerträglicher gestankt nach verbranntem Fleisch. Ich räusperte mich, spuckte aus und schob mir den Pullover über die Nase. Der Sergeant warf immer wieder verstohlene Blicke auf das Krematorium, seine Lider wie mit den Augenbrauen verwachsen, die Wangen eingefallen. Lieutenant, sagte er, in der Grube da lag ein kleines Kind, gleich da drüben. Mein Gott. Darüber unterhalten wir uns später, Sergeant. Konzentrieren wir uns erst mal auf das Wesentliche. Ja, Sir. Aber wenn das hier ein Lager für Sklavenarbeiter war, warum liegt da ein Kind? Sie dürfen nicht versuchen, diesen Ort zu verstehen. Von uns gibt's mehr als von denen. Das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Vielleicht sollten wir doch nicht in das Haus gehen, Sir. Ich glaube, in der Baracke da drüben ist irgendein Federvieh, vielleicht Truthähne, vielleicht sollten wir ein paar Vögel den Hals umdrehen und Heißhaufen in der Eisdiele. Sir, ich will hier verschwinden. Sie haben nicht ganz Unrecht, antwortete ich. Eine Windböe knallte die klappernde Barackentür zu. Der Sergeant packte die Klinke und riss sie wieder auf. Wärmende Vögel flogen hoch, Aasfresser, deren Flügel gegen Wände und Dach schlugen, die Schnäbel rot von ihrem Mahl. Es war kein Kasernengebäude, sondern ein Leichenhaus. Der einzige Unterschied zwischen den Toten in der Grube und den Toten in der Baracke bestand in der Tatsache, dass diese hier teils noch bekleidet waren, sofern man ein paar Lumpen als Kleidung bezeichnen mochte. Pusteln tüpfelten die Wechsel fast durchscheinende Haut der Leichen, die zu unters lagen. Was waren das für arme Kreaturen? Haben Sie das gehört, Lieutenant? Was gehört? Eine Frauenstimme, sagte der Sergeant. Ich habe eine Frauenstimme gehört. Ich glaube, das war nur die Tür angeln. Es ist eine Frau. Wer sind Sie, Lady? Sagen Sie uns, wo Sie sind. Den Leuten hier ist nicht mehr zu helfen, Sergeant. Aber wir können noch nicht einfach wieder gehen, Sir. Pine zitterte vor Kälte, die Tropfen liefen ihm aus der Nase. Schauen Sie sich dieses gottverlassene Lager nur an. Gott Sir, ich muss immer daran denken, wie ich zu Steinberg war. Als ich mich weiter vortastete, sah ich sie auf dem Boden liegen, in einem verdreckten grauen Kleid voller Blutflecken, die wohl von den Leichen in ihrer Umgebung standen. Ihr Gesicht war an meine Richtung gewandt, die Augen zu groß für Wangen und Stirn, das Haar kräftig und dunkelbraun mit schwarzen Strähnen und am Nacken gekappt, wahrscheinlich mit einem Messer oder einer sehr stumpfen Schere. Eine Nummer war mit blauer Tinte auf die Innenseite ihres linken Unterarms tätowiert worden. Ich kniete mich neben sie und blickte ihr ins Gesicht. Ich bin Lieutenant Weldon Avery Holland, United States Army. Wer sind sie? Ich hatte das Gefühl, dass sie etwas sagen wollte, konnte mir aber nicht sicher sein. Ich legte ihr die Hand auf die Stirn. Ihre Haut war kalt und glatt und blut leer wie Marmor. Können sie mir ihren Namen sagen? Sind hier noch andere am Leben? Sie neigte den Kopf leicht zur Seite, ihre Lippen bewegten sich lautlos. Als sich das Ohr zu ihrem Mund beugte, roch ihr Atem nach geschabtem Eis. Es tut mir leid, ich verstehe sie nicht, sagte ich. Ich war nie im Hurenhaus, antwortete sie. Ihr Name ist Rosita Lovenstein Viva la Repubblica Ich hätte schwören können, dass sie mir zu zwinkerte. Im Haus fanden wir einen Mantel, einen Schal und ein paar Schuhe für die Frau. Sie erzählte uns, die Lageraufseher hätten es vor drei Tagen mit der Angst zu tun bekommen, als britische Flugzeuge in anderthalb Kilometern Entfernung einen deutschen Konvoi bombardiert hatten. Außerdem hatten sie Gerüchte gehört, die Amerikaner würden SS-Leute hinrichten, als Vergeltung für ein Massaker in Belgien. Die Frau meinte, sie sei 23 Jahre alt, in Madrid aufgewachsen und spreche Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch. In der Speisekammer trieben wir ein Glas Eingemachtes, einen halben Brot Leib und ein Stück Räucherschinken auf. Wir gaben ihr zu essen und aßen selbst, ohne dabei die Straße aus den Augen zu lassen. Was haben sie da im Haus zu uns gesagt? fragte der Sergeant. Ich habe den Männern gesagt, wenn sie mich ins Hurenhaus schicken, bringe ich Pein nach. Es lebe die Republik und sie werden nicht durchkommen. Ich sprach von der Spanischen Republik und von Frankos Falangisten. Der Sergeant betrachtete mich fragend. Es geht um den Spanischen Bürgerkrieg, erklärte ich. Sie werden nicht durchkommen ist ein berühmter Ausspruch einer Frau, die La Passionaria genannt wurde und für die Volksfront gestritten hat. Inzwischen lebt sie in der Sowjetunion. Flieg, erwiderte Rosita. Aber sie hat sich mit der Ermordung der Geistlichkeit befleckt. Ich bin kein politischer Mensch, abgesehen von meinem Hass auf die Faschisten. Wissen Sie, ob hier noch andere überlebt haben? fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Also nicht? An diesem Ort gibt es keinen erkennbaren Unterschied zwischen Leben und Tod, antwortete sie. Selbst nachdem sie etwas gegessen hatte, abwechselnd tragen, ihr Körper verströmte kein Geruch, als wären ihre Drüsen eingetrocknet und ihre Poren nicht mehr im Stande Feuchtigkeit abzusondern. Wir trugen sie durch ein Netz aus Bewässerungsgräben und versteckten uns in einem Durchlass unter einer zerbombten, nun unpassierbaren Straße. Auch unter einer Eisenbahnbrücke verbargen wir uns und stiefen in einem Wald, wo wir uns warm hielten, indem wir uns mit Laub und Erde überhäuften. Meine Füße waren schwer wie Holzklötze, ich schnürte mir die Stiefel auf, zog sie aber nicht aus, da ich befürchtete, sie könnten später nicht mehr passen. Als ich morgens aufwachte, hatten sich acht Zentimeter Schnee auf mir abgesetzt, ohne dass ich es bemerkt hätte. Das Wetter verschlechterte sich weiter, doch dank des trüben Himmels und des Schnees, der von den Feldern aufwirbelte, konnten wir auch bei Tag weiterziehen, bis in die Nacht hinein liefen wir weiter und machten erst aus schierer Erschöpfung halt. Der Mond schien, die Landschaft lag hell, kalt und leer vor uns, keine Geräusche, nichts rührte sich. Vor dem Einschlafen schrieb ich diese Zeilen in mein Notizbuch. Die Frau ist verlaust und sollte sie Typhus haben, werden bald auch Pine und ich Typhus haben. Wenn wir unterwegs sind, schläft sie mit dem Kopf an meiner Brust. Mein Kreuz brennt vor Schmerz, ich kann kaum noch den Rücken durchdrücken. Pine ist ein treuer Kerl, ein Pachtfarmer, der viel mehr Menschlichkeit an sich hat, als er ahnt. Ich hoffe, ihr übersteht das alles. Gute Nacht, Großvater. Kurz vor Sonnenaufgang rötelte mich der Sergeant wach. Wir lagen am Grund einer Rinne, unter einem Dach aus Fichten und Tannen, die der frische Schnee weiß gefärbt hatte. Da draußen wimmelt es von Krauts, Lieutenant, flüsterte er, Panzergrenadiere und nicht zu knapp. Auf dem Weg wohin? Nach Osten, ich glaube, dem geht der Sprit aus. Wohin haben sie einen leichten Panzer auf der Wiese geparkt. Als ich gestern Abend was zu essen gesucht habe, habe ich noch ein Bauernhaus entdeckt, gleich nördlich von hier, sah verlassen aus. Hinten hatte es eine Kellertür. Ich konnte kaum noch denken. Anhänger der Askese mögen mir widersprechen, aber ich habe Hunger nie als förderlich empfunden, wenn es darauf ankam, meine Gedanken zu ordnen. Wie weit ist es vom Wald bis zu dem Haus? Keine hundert Meter, würde ich sagen. Vorhin hat die Frau gehustet, Sir, sie muss sich dringend aufwärmen, sie braucht viel mehr zu essen, und uns könnte es auch nicht schaden, du Tannend. Rosita war schon wach, sie stand am Grund der Rinne, ohne sich irgendwo abzustützen. Den Schal hatte sie unter dem Kinn festgezohrt, der Schnee von der Kälte gefärbten Wangen, ihrer hungrigen Augen und ihres wirren, kräftigen, bräunlich schwarzen Haars, das nur vom Schal gebändigt wurde, ergriff mich auf eine Weise, die ich mir nicht recht erklären konnte. Was schauen Sie mich so an? fragte sie. Sie erinnern mich an jemanden. Ich war sechzehn, als ich sie kennengelernt habe. Sie hieß Bonnie Parker. Sir, die nehmen das Gebiet gleich unter schweren Artilleriebeschuss, meinte Pine. Sie sind ein sonderbarer Mann, sagte Rosita zu mir. Soll ich Ihnen helfen, Ma'am? fragte Pine. Wer ist Bonnie Parker? wollte Rosita wissen. Sie war eine schöne Gesetzlose, antwortete ich, und meine erste Liebe. Aber am Schluss habe ich eine Kugel durch die Heckscheibe ihres Wagens gejagt, während sie drin saß. Zum ersten Mal sah ich Rosita lächeln. Inzwischen hatten wir den nördlichsten Ausläufer des Waldes erreicht. Wir sahen keine deutschen Truppen und hörten keine deutschen Fahrzeuge. Über uns hing ein rosablauer Himmel mit weißen Wattewolken. Das Bauernhaus, das Pine am Vorabend ausgemacht hatte, war aus unbehaunen Steinen sowie eingekerbten und verpflockten Kanthölzern erbaut worden, nun beinahe schwarz vom Schmutz der Zeit und vom Rauch der Stoppelfeuer. Ich ging mit gezogener 45er voraus, zog die Kellertür auf und lief die ersten Stufen in die Dunkelheit hinab. Als ich ein Streichholz entzündete, sah ich Pine und Rosita kamen die Steintreppe herunter und schlossen die Tür hinter sich. Willkommen im Lone Star Café, begrüßte ich sie. Wir aßen, bis wir beinahe in Ohnmacht fielen. Rosita erzählte uns, ihr Vater sei Linguist und Professor für Altertumswissenschaften an der Universität von Madrid gewesen. Außerdem sei er Mitglied der Volksfront gewesen und als Madrid gefallen war, seien er und seine Frau und Rosita und ihr kleiner Bruder mit Angehörigen des linken Bataillons über die Pyrenäen nach Frankreich gewandert. Gegen Ende 1943 wurde die Familie von der Gestapo verhaftet. Der Name des Vaters stand auf einer Liste mutmaßlicher Kommunisten und er starb entweder in der Gefängniszelle oder wurde zu Tode gefoltert. Die Mutter und der Junge wurden in einen Viehwaggon nach Buchenwald verladen und tauchten nie wieder auf. Rosita wählte man aus, im Lagerbordell zu arbeiten. Vielleicht sind ihre Mutter und der Junge doch noch durchgekommen, sagte Pine, der mit vollem Magen und schläfrigen Blick an einen Holzpfahl gelehnt auf dem Boden saß. Nicht mehr lange, dann sind die Russen in Berlin. Da können Sie drauf wetten, Ma'am. Mein Bruder Woher wissen Sie das? Ein SS Standartenführer hat sich für mich erkundigt. Er wollte mich mit seiner Ehrlichkeit und seinen guten Kontakten beeindrucken. Einmal musste ich Klavier spielen, als er ein Abendessen gegeben hat. Er wollte mich zu Geliebten nehmen. Während er mir erzählt hat, was er über meine Familie erfahren hatte, hat er mir ein Glas Wein eingeschenkt. Wie haben Sie reagiert? fragte Pine. Ich habe ihm den Wein ins Gesicht gespuckt. Schwere Schritte fielen auf die Holzdieren unmittelbar über uns. Wir saßen wie versteinert in der Dunkelheit, atmeten durch den Mund und blickten auf die Kellertreppe. Die Tür öffnete sich. Oben auf dem Absatz stand ein hochgewachsener Mann, in der linken Hand eine Laterne, deren ölig gelber Lichtschein von unseren Gesichtern zurückgeworfen wurde. Eine Schmeißermaschinenpistole hing von einem Gurt über seiner rechten Schulter. Dicke Finger mit halbmondförmigen Schmutzablagerungen unter den Nägeln umklammerten den Pistolengriff. Rosita stand auf, hob die Hände und sprach ihn auf Deutsch an. Der Mann ging die Holzstufen zur Hälfte hinunter und hielt die Laterne höher. Er trug schneeverkrustete Stiefel, Korthosen und einen von Rissen durch Furchten und mit Schafswolle gefütterten Ledermantel. Sein Bart und sein Haar waren wüst wie eine Löwenmähne. Er entgegnete irgendetwas, seine Augen loderten. Wie wär's mit einer Übersetzung, sagte ich. Ich hab ihm gesagt, wer wir sind und dass es uns leid tut, dass wir ohne Erlaubnis in sein Haus eingedrungen sind, antwortete Rosita. Ich hab ihm gesagt, dass hier bald sehr viele Amerikaner eintreffen werden und dass jeder belohnt wird, der uns hilft. Was hat er gesagt? fragte ich. Dass wir ihn nicht hätten beklauen sollen. Tags darauf trat Pine hinter mir in das Sonnenlicht, das durch die Tür hereinfiel. Großer Gott im Himmel! Der Himmel war übersät von karkifarbenen Douglas C-47 mehr als ich je gesehen hatte und von einem Horizont zum anderen erblühten reihenweise Fallschirme, Hunderte, vielleicht Tausende. Drei amerikanische Fallschirmjäger landeten gleich hinter der Scheune, fingen sich mit einer Vorwärtsrolle ab, holten ihre Fallschirme ein und legten sie zusammen. Pine, Rosita und ich liefen mit unserem Gastgeber und seiner Frau auf den Hof über das grüne durch weichte Gras. Vor uns glitt schmelzender Schnee vom Scheunendach und in zwölf Metern Entfernung kam ein vierter Fallschirmjäger herunter und begann seinen Schirm aus einer Schlampfütze zu zerren. Wozu helle wart ihr so lange Jungs? fragte Pine. Was soll ich sagen Mac? antwortete der Fallschirmjäger. Der Verkehr war zum Kotzen. Die überwältigenden kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die eine amerikanische Besatzung mit sich brachte, äußerten sich im Guten wie im Schlechten, unmittelbar und in beinahe Comichaft überzeichneter Weise. Meist nahm eine schwindelerregend schnelle kulturelle Assimilation ihren Lauf. Binnen Stunden waren voll ausgestattete Feldlazarette einsatzbereit, Duschen und Sitzlatrinen wurden gebaut und aus dem Nichts erschienen Wassertanker, Sanitätsfahrzeuge und lange Konvois aus zweieinhalb Tonnern auf der Bildfläche. Auf Viehweiden, in denen Touchfootball und in den Cafés tanzten sie den Jitterberg mit Mädchen aus der Gegend, die bis vor ein paar Tagen als Feind gegolten hatten, begleitet von einer Vitrawler mit Handkurbel, auf der eine Benny Goodman Platte rotierte. Man sollte meinen, ich wäre überglücklich gewesen, wieder unter meines Gleichen zu sein, und zu Beginn war ich es auch. Doch bald spürte ich, wie meine anfängliche Freude schwand, Tags darauf konnte ich Rosita nicht mehr finden, ich erkundigte mich bei Sergeant Pine. Vorhin haben ein paar Typen vom G2 mit ihr geredet, antwortete er. Die Nachrichtendienstler, was wollen die von Rosita? Fragen Sie mich was Leiteres, Sir, Sie haben ein paar SSler in Wehrmachtsuniform erwischt und ein paar Aufseherinnen aus den Lagern, die sich als Häftlinge verkleidet hatten. Also denkt das G2, Rosita wäre eine Betrügerin? Es wird schon gut gehen, Boss. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Vor einer Stunde. Sie haben sie mit ein paar anderen Frauen in einen Laster gesetzt. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Sir, der Doc glaubt, dass ich ein paar Zehen verlieren werde. Wahrscheinlich sehen wir uns eine Weile nicht mehr. Wir standen in der Sonne. Hinter uns blähte der Wind die Segeltuchplane des Kantinen Zeltes. Als ich Pein ansah, sein schmal geschnittenes Kinn und die moralische Klarheit in seinen Augen, bedauerte ich meine Wut. Ich wollte mich nicht damit abfinden, dass wir Abschied nehmen mussten. Sie gehen zurück nach Louisiana, sagte ich. Ja, Sir, genau. Ich schulde Ihnen was, Lieutenant. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Wir erledigen unsere Arbeit und gehen nach Hause und irgendwann vergessen wir das alles hier. Noch während ich sprach, schüttelte er den Kopf. Wir werden reiche Leute sein, Sir. Ich weiß, wie man Pipelines baut. Ich kenne mich aus. Ich habe schon mit 13 bei der Pipeline Kanthölzer angeschafft. Man braucht ein bisschen Startkapital, aber wir werden schon hinkriegen. Ich fürchte, ich komme nicht ganz mit. Kennen Sie das Geheimnis der Bauweise des Tigerpanzers? Es ist die elektroverschweißte Walzstahlkonstruktion. Bald ist der Krieg rum und in Friedenszeiten wird das große Geld beim Öl und beim Erdgas zu holen sein. Und das bedeutet Pipelines tausende und abertausende von Meilen lang durchs ganze Land, weil wenn man es nicht zur Raffinerie schaffen kann, kann das Öl auch gleich in der Erde versauern. Damit haben Sie sicher recht. Alles in Ordnung mit Ihnen, Sir? Ging mir nie besser, sagte ich, und blickte einem zweieinhalb Tonnen hinterher, der die Straße hinunter fuhr. Auf der Ladefläche drängten sich Gefangene, die möglicherweise SSler in Zivilkleidung waren. Nur meine Erfrierungen wurden ärztlich behandelt, sonst nichts. Ich stieß wieder zu meinem Regiment und blieb bis zum Schluss dabei, bis zur Elbe, wo wir am 25. April 1945 volles Besäufnis veranstalteten. Ich dachte, mein Kater würde sich legen, sobald sich der Tag erwärmte, doch gegen Abend fing ich an zu schwitzen, bis mein Haar klitschnass war und eiskalt im Wind. Dann entwickelte ich allmählich einen trockenen Husten, den ich für ein erstes Anzeichen einer Bronchitis oder einer leichten Lungenentzündung hielt. Die Krankheit schritt unbeirrt fort. Zu Beginn der Nacht glühte mein Körper schon vor Hitze und bei jedem Hustenanfall musste ich mich von über beugen. Es fühlt sich an, als würde mir ein abgebrochenes Winkeleisen im Brustkorb stecken, schrieb ich in mein Notizbuch. Vielleicht ist es morgen früh wieder besser. Keine Neuigkeiten von Rosita. Ein Käpt'n des G2 meinte, viele jüdische Überlebende würden in DP-Lagern untergebracht, aber in den Akten konnte er Rositas Namen nicht finden. Ich denke ununterbrochen an sie. Im Schlaf sehe ich ihre Augen vor mir, ihre Färbung und das innere Licht, das aus ihnen dringt, unterscheiden sich von allem, was ich je gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich zur Ruhe kommen kann, bis ich sie gefunden habe. Gerade habe ich mir ein Stethoskop an die Brust. Wie sieht's aus, Doc? Sir, da drin röcheln sie wie ein kaputter Gartenschlauch. Klingt nicht nach einer Lungenentzündung, was? Nein, Sir, leider nicht. Der Doc hob den Blick und sah mir in die Augen. Aber es gibt da ein neues Medikament, das wahre Wunderdinge bewirken soll. Die Tuberkulose Klinik war in einem französischen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert eingerichtet worden, das sich mitten in einem Weingebiet befand und eine breite Steinverander besaß, mit herrlichem Blick über Gärten und Pappeln und geduckte grüne Hügel in der Ferne über einen meandernen Fluss und weiße, mit roten Klosterziegeln gedeckte Stuckhäuser, in denen die Besitzer der Weinberger wohnten. Die Wunderdroge, die mir verabreicht wurde, nannte sich Streptomycin. Die nachmittäglichen Augustwinde brachten eine ermüdende Wärme, in der ich einen totengleichen Schlaf schlief, ohne das geringste Interesse daran, jemals wieder aufzuwachen. Die Post wurde täglich am frühen Morgen zugestellt. Irgendwie dachte ich, einer meiner vielen Versuche, Rosita Lovenstein zu finden, müsste schließlich von Erfolg gekrönt sein. Ich erhielt Feldpostbriefe von Freunden, von meiner Mutter und anderen Verwandten. Von Herschelpein, der in die Staaten zurückgekehrt war, aber niemand schrieb mir über Rosita. Nach dem Frühstück setzte ich mich in den Aufenthaltsraum der Klinik, las Zeitung und spielte Dame mit einem Mann, den man den linken Lungenflügel entfernt hatte. In einem benachbarten Zimmer lag ein Mann in der eisernen Lunge, eine Krankenschwester schob ihm gerade einen Teelöffel Eis in den Mund. Ich ging zurück ins Bett, zog mir das Kopfkissen über das Der Wind schien den Duft wildwachsender Mohnblumen hereinzutragen. Bald tüste ich ein und träumte von einem kastenförmigen Automobil, in dem vier Personen saßen, die soeben eine Bank ausgeraubt hatten, vier schwer bewaffnete, gefährliche Individuen. Als ich die Augen aufschlug, sah ich die Silhouette eines hochgewachsenen US-Offiziers in beigefarbener Sommeruniform. Der Mann trug eine Pilotenbrille, sein kurzgeschnittenes feucht zurückgekämmtes Haar glänzte wie Metall, seine Haut war sonnengebräunt. Er nahm die Brille ab, legte sie ins Etui, klappte es zu und schob es in die Hemdtasche. Erst dann richteten sich seine Augen auf mich. Major Lloyd Fincher war ein Offizier, der nach einem klaren Prinzip verfuhr, eines nach dem anderen. So, ein Nachmittagsschläfchen kann nie schaden, was? sagte er. Wie geht's Ihnen, Sir? fragte ich. Ich bin wieder bei der Division, hätt's schlechter treffen können, muss ich sagen. Er blickte sich um und nickte. Ich habe gerade Ihre Nominierung für den Silver Star genehmigt. Der Papierkram hat sich ein bisschen hingezogen. Damit haben Sie drei Herz, einen Bronzestar und einen Silver Star. Wofür der Silver Star? Tapferkeit im Kampf in den Ardennen. Wenn Sie wieder zu Hause sind, sollten Sie darüber nachdenken, in die Politik einzusteigen oder ins Versicherungsgeschäft. Sie wissen doch, dass ich eine Agentur in San Antonio betreibe. Ich kann mich kaum erinnern, was in den Ardennen passiert ist. Aber andere erinnern sich daran und darauf kommt es an. Er sah mir direkt in die Augen. Sie kannten eine Lage überlebende namens Rosita Lovenstein? Wir sind gemeinsam untergetaucht. Moment mal, Sie sind nicht gemeinsam untergetaucht. Sie haben ihr das Leben gerettet. Sergeant Herschel Pine und ich haben ihr das Leben gerettet. Aber sie hat genauso geholfen, uns am Leben zu halten. Sie hat getan, was sie konnte. Die Leute, die uns versteckt haben, konnten kein Englisch. Rosita hat das Reden übernommen. Ja, steht alles in der Akte. Also kannten Sie die Dame wirklich? Wir reden hier über dieselbe Person, über die spanische Jüdin Rosita Lovenstein. Als ich nicht antwortete, schlug der Major die Akte auf, entnahm ihr einige Papiere und las das oberste Schweigen durch. Partner, sagte er, den Ärger sollten Sie sich ersparen. Wo ist sie? Das tut nichts zur Sache. Es gibt Leute, die denken, dass wir den nächsten Krieg mit den Ivans ausfechten werden. Die denken, es wäre klüger gewesen, wir hätten uns 1940 mit den Deutschen verbündet und die Russen angegriffen. In den Lagern saßen schließlich nicht nur Juden. Ich kann Ihnen nicht folgen. Hat Rosita Lovenstein Ihnen gegenüber kommunistische Neigungen durchblicken lassen? Von den Kommunisten wollte sie nichts wissen. Das hat sie selber gesagt. Der britische und der amerikanische Nachrichtendienst sind sich einig, dass ihr Vater für die Kommunisten im spanischen Parlament saß. Und? Sie ist verwandt mit Rosa Luxemburg. Ich betrachtete ihn mit starrem Gesicht und ausdruckslosen Augen. Die Mutter der Roten Rosa hieß Löwenstein. Die junge Frau, die sie meilenweit durch die Gegend geschleppt haben, hat ihnen wahrscheinlich die TBC verpasst. Lassen Sie sich kein zweites Mal reinreiten, Junge. Wissen Sie wo sie ist? In einem DP-Lager in der Nähe von Nancy. Anscheinend will sie nach Palästina. Das hat das Interesse der Briten geweckt. Wie kann ich sie kontaktieren? Der Major legte die Blätter zurück in die Akte, rollte die Mappe zylinderförmig zusammen und tippte mir damit auf den Brustkorb. Die machen Kleinholz aus ihnen und sie haben gute Argumente so hart vorzugehen. Wir haben nicht an zwei Kriegsschauplätzen gekämpft, nur damit sich hinterher die roten Spione in unserem System einlisten und unsere verfassungsrechtlichen Garantien missbrauchen, um uns zu vernichten. Dieses Geschmeiß. Ich habe mich wohl verhört. Sein Blick driftete ab, in seinen Wangen sammelte sich das Blut. Der Major stand auf. Ich hab's etwas eilig, sagte er, hob meine Hand vom Bett auf und schüttelte sie. Manchmal geht einfach das Temperament mit mir durch. Ich schätze, hatten Geschlechtsverkehr mit dieser Lovenstein und jetzt denken Sie, wären ihr was schuldig. Machen Sie bloß keine Dummheiten, gehen Sie zurück nach Hause und mimen Sie den Kriegshelden. Immer ein Lächeln auf den Lippen, aber stets bescheiden. Das lieben die Leute. Geben Sie den Leuten soll, wie man Versicherung verkauft, dann kommen Sie nach San Antonio. Im Oktober, unmittelbar nach meiner Entlassung aus der Klinik, reiste ich zum DP-Lager im Osten Nancis, nahe der deutschen Grenze. Ich hatte mindestens zehn Briefe an die Lagerverwaltung geschrieben und um Auskunft über Rosita Lovenstein gebeten, aber keine einzige Antwort erhalten. Als ich am Lager eintraf, erkannte ich den Grund für das Schweigen. Ein Großteil der Insassen glich leeren Höhlen. Viele hatten eine tätowierte Nummer auf dem linken Unterarm, manche starrten mit dem glasigen Blick der Schizophrenen durch den Maschendrahtzaun. Ihr gemeinsamer Nenner schien eine pathologische Distanziertheit zu sein. Rosita war nirgends zu entdecken. Wo ist sie? fragte ich den Sekretär im Verwaltungsgebäude. Sie hat das Lager letzte Woche verlassen. Wohin ist sie Papier. Er war als Katastrophenhelfer ins Land gekommen und sprach ein Englisch mit britischem Akzent. Gehören sie zur Familie? Nein, ich habe sie aus einem Leichenhaufen gezogen und durch schweres Artilleriefeuer getragen. Wir haben uns zusammen in einem Keller versteckt. Ah, sie sind das. Sie hat mir von ihnen erzählt, erwiderte der Sekretär. Sie ist in Marseille. Haben sie ihre Adresse? Sie wohnt in einer Pension, das Haus gehört einer Gruppe, die Juden bei der Übersiedlung unterstützt. Er notierte eine Adresse und reichte mir den Zettel. Die haben kein Telefon. Wollen sie jetzt nach Marseille? Ja. Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, nimmt sie heute oder morgen ein Frachtschiff nach Haifa. Ich wünsche ihnen viel Glück. Tut mir leid, dass wir ihnen nicht früher Bescheid sagen konnten. War sie krank? Nicht kränker als alle anderen hier. Noch am selben Abend nahm ich den Zug nach Marseille. Auf dem Weg zur Küste regnete es ununterbrochen. Der Großraumwagen war überfüllt und überheizt vom Kohleofen und roch nach ungewaschenen Leibern und feuchter Wolle. In einer trüben Morgendämmerung fuhren wir in den Bahnhof ein, die Sonne kaum mehr als ein blaugraues Leuchten am Horizont und auf den Schwellen und Schienen des Rangierhofs schimmerten Ausscheidungen, die aus den Passagiertoiletten auf den Boden entleert worden waren. Im Bahnhofsgebäude putzte ich mir die Zähne und rasierte mich mit kaltem Wasser, dann nahm ich mir ein Taxi und ließ mich zur Adresse der Pension bringen, die ich vom Sekretär des DP-Lagers erhalten hatte. Ich ging zur Concierge, nannte ihr Rositas Namen und wartete mit klopfendem Herzen ab, als hätte ich mich gerade einen Berg hinauf geschleppt, nur um festzustellen, dass die Luft auf dem Gipfel gefährlich dünn war. Der Körper der Concierge war derart geschwollen vom Fett, dass ihr schwarzes Kleid beinahe an den Hüften platzte. Sie musterte mich mit dem aufmerksamen stechenden Blick eines Falken. Je suis un ami, fügte ich hinzu. Nachdem sie mir noch einen bösen Blick zugeworfen hatte, stieg sie schwerfällig die Treppe hinauf, mit krummem Rücken, eine Hand fest ums Geländer gekrallt. Einen Augenblick später kam Rosita herunter, in einem weißen Rock mit Rüschen Saum, der ihr bis zu den Waden reichte, und einer spielte das Licht. Sie war eine wahre Erscheinung. Hey, Kleine, sagte ich. Hallo, Welton, antwortete sie. Woher wussten sie, wo ich bin? Ich habe seit März versucht, sie zu finden. Ein Major meiner Einheit hat mir verraten, dass sie in Nonsie sind. Da war ich gestern und gestern Abend habe ich den Zug her genommen. Frühstücken wir erst mal was. Morgen früh nehme ich ein Schiff nach Palästina. Draußen war die Sonne durch eine Wolke gebrochen, das regennasse Kopfsteinpflaster glitzerte im Licht. Das besprechen wir dann, meinte ich. Sie blickte mir von unten herauf ins Gesicht. Was gibt es da zu besprechen? In dieser Welt ist so vieles möglich. Man muss alle Optionen sehen. Wieso sollte man sich auf eine oder zwei Möglichkeiten beschränken? Sie wollte den Arm um die Schultern und führte sie aus der Tür und in ein Café mit vor Hitze beschlagenen Fenstern. Wir taten uns an Joghurt und Räucherfisch gütlich, an frisch gebackenem Brot mit Marmelade und Butterflocken, an Kaffee mit Zucker und heißer Milch. Bis vor kurzem hätte man nie gedacht, man könnte all dies jemals wieder in einem europäischen Café bekommen. In der Wärme des Gastraums schien Rositas Haut zu leuchten. Ihr Haar hatte sich in den Sommermonaten aufgehellt und den einzelnen braunen Strähnen haftete ein goldner Schimmer an, der es mir schwer machte, nicht die Hand auszustrecken, um sie zu berühren. Kommen Sie erwartet sie in Haifa. Ein neues Leben, vielleicht eine neue Nation, die gerade erst entsteht. Ich will Ihnen jemanden vorstellen, in zwei Stunden geht unser Zug nach Paris. Wen wollen Sie mir vorstellen, das sehen Sie dann schon. Wissen Sie eigentlich, wie anmaßend Sie hier auftreten? Rosita. Was? Sie klang gereizt. Ich nahm ihre Hand, hielt sie auf dem Tisch fest und ließ Sie nicht mehr los. Sie sind es. Ich bin was? Sie wissen doch, was ich meine. Wenn es nicht funktioniert, bringe ich Sie persönlich nach Haifa. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Für die Fahrt nach Paris buchte ich ein Abteil. Um 10 Uhr 46 verließ der Zug den Bahnhof und als der Abend dämmerte, war der Eiffelturm in Sichtweite. Sie wollen mir jemanden vorstellen? fragte Rosita. Wo soll der stattfinden? Am Jardin de Tüleri. Glauben Sie mir, er ist ein ganz erstaunlicher Mann. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich mitgekommen bin. Mein Freund wird Ihnen sehr gefallen. Vor dem Bahnhof winkte ich ein Taxi heran. An den Tülerin gab ich dem Fahrer sein Geld, holte unser Gepäck aus dem Kofferraum und stellte es auf dem Fußweg zum Park ab. Die Luft war feucht und kalt, sie roch nach den Abwasserkanälen an der Seine, nach dem durchweichten Laub der Kastanien- und Ahornbäume, das an Brunnen und Steinbänken klebte. Der Himmel hatte sich verdunkelt, die Temperatur sank spürbar, und der herbstliche Geruch des Windes schien nicht nur einen Wechsel der Jahreszeiten zu prophezeien. Er sprach von einem Winter, auf den kein April folgen würde, von einer Welt, wie sie seit dem ersten September 1939 gewesen war. Wo ist ihr Freund? Er kommt bestimmt gleich. Rosita hatte sich einen Schal um den Kopf gebunden und blickte sich auf dem Fußweg um. Ich glaube, wir sollten wieder fahren, ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen zum Narren gemacht. Da drüben, ich deutete mit dem Finger, er ist ein wenig exzentrisch, aber er steht zu seinem Wort. Eine Gestalt mit Mönchskapuze näherte sich. Das Gesicht des Mannes wirkte wie eine Kreuzung zwischen einem Canterbury Pilger und einer Ziege. Er ging an einem dünnen Stock, trug überdimensionierte Schuhe und ausgebeute Hosen. Man hätte ihn wohl mit Charlie Chaplin vergleichen können. Als er Rosita ein breites Lächeln schenkte, sah man seine vom Rotwein gefärbten Zähne. Er verbeugte sich. Das ist Pater Sasson, stellte ich ihn vor. Streng genommen ist er kein Pater mehr, aber als Zeichen des Respekts wird er noch immer so angesprochen. Bonsoir, mademoiselle, sagte Pater Sasson. Ein verstoßener Priester? fragte Rosita. Ja, so nennt man das wohl für gewöhnlich. Wieso wurde er verstoßen? Das habe ich mich nie zu fragen getraut, antwortete ich. Pater, wenn Sie erlauben, rede ich noch ein, zwei Worte mit Rosita, dann fahren wir fort. Wie Sie wünschen, mein Freund. Ich griff in die Jackentasche und holte ein filzbezogenes Kästchen hervor. Das gehörte meiner Großmutter. Meine Mutter hat es mir gegeben, kurz bevor ich nach Europa aufgebrochen bin. Wenn du das richtige Mädchen findest, hat sie gesagt, dann gibst du ihr das. Ist das ein Heiratsantrag? Könnte man so sehen, aber wenn sie mich fragen, ist es sowieso schon beschlossene Sache. Ist es was? Sie sind die fantastischste Frau, der ich je begegnet bin. Sie haben Augen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Sie sind der mutigste Mensch, den ich kenne. Seit vergangenem März denke ich jede Minute jedes Was wissen sie denn schon über mich? Alles. Sie strahlen vor Licht. Sie kennen keine Angst. Ihr IQ liegt wahrscheinlich über 160. Ich nahm den Ring aus dem Kästchen. Er war mit zwei Diamanten und zwei Saphiren besetzt. Wie sieht's aus, Rosita? Ich bin nicht die schlechteste Wahl. Texas wird ihnen gefallen. Ich dachte, wir könnten uns ein Haus unten am Golf kaufen. Da ist es wie an der Riviera, nur ohne das ganze Gesindel. Und so heirateten wir an Ort und Stelle, zwischen Louvre und Place de la Concorde, unweit des Graben als Napoleons, und der Glocken, an denen quasi Modo sich in die Tiefe geschwungen hatte, in der letzten Oktoberwoche 1945, inmitten einer europäischen Stadt, in der die Asche aus Kaminaufsätzen in den Himmel stieg, vielleicht als Erinnerung an Vergangenes, vielleicht als Zukunfts-Omen. Noch vor Weihnachten desselben Jahres war ich aus der Armee entlassen worden, und Rosita und ich hatten uns auf der Ranch meines Großvaters eingerichtet. Bei Sonnenaufgang kalkte der Frost die Weiden, die Scheune und die Bäume, Eis glasierte die Tränke neben dem Windrad. Wenn die Sonne dann höher in den makellos blauen Himmel stieg und den Tag erwärmte, klimperte das Wasser in den Bäumen, stieg Dampf von der Tränke auf, jagten die Eichhörnchen einander durch den Pekanussgarten. Es war einer von vielen schönen Wintertagen in einem Landstrich, wo binnen einer Woche alle vier Jahreszeiten zu Besuch kommen konnten. Rosita saß hinter mir im Schaukelstuhl, sie trug Jeans und Wildleder Halbstiefel, die ich ihr gekauft hatte, und auf ihrem Schoß lag eine Zeitschrift. »Wie wär's mit einem Ausflug nach Curville?« fragte ich. »Wieso?« sagte sie. »Da kommt Herschel Pine mit dem Bus an,« erwiderte ich. »Er will sich mit uns treffen.« Anderthalb Stunden dauerte die Fahrt auf der alten, großteils ungepflasterten Straße zu dem Café in Curville, das als Haltestelle unserer innerstaatlichen Buslinie diente. Der Bus kam an, Herschel stieg Hall für zwölf Dollar zu haben war, eine Ansteckfliege und braune Schuhe, die nicht zum Anzug passten. Seine Handrücken waren gebräunt und sommersprossig, während seine Stirn am Haaransatz bleich wirkte, als wäre er mit Hut in der Sonne unterwegs gewesen. Herschel hatte eine Pappröhre und einen Koffer dabei, der von einem Gürtel zusammengehalten wurde. »Ist das Ihnen Texas, Miss Rosita?« »Nennen Sie mich einfach Rosita, Herschel. Es freut mich sehr, Sie wieder zu sehen,« sagte sie. »Wir haben oft an Sie gedacht. Sehr freundlich von Ihnen.« Herschel hatte uns noch nicht die Hand geschüttelt und fühlte sich merklich unwohl in seiner Haut. Er stellte den Koffer ab und hielt erst Rosita, dann mir die Hand hin, während sich sein Gesicht rötete. Ich klopfte ihm auf die Schulter. »Was steckt in der Röhre da?« »Konstruktionszeichnungen,« antwortete Herschel. »Und warum schauen Sie dauernd zum Bus?« fragte ich. »Da saß so ein seltsamer Kerl in der letzten Haie. Aber vielleicht habe ich auch nur chronisches Fracksausen. Das sagt jedenfalls meine Frau immer. Ich helfe Ihnen mit dem Gepäck,« meinte ich. »Da! Das ist er! Der große unrasierte Teufel, der gerade ins Café geht. Ich spüre es Ihnen, seine Augen haben sich die ganze Zeit in meinen Nacken gebohrt. Puh, sieht für mich wie ein ganz normaler Kerl aus, Herschel. Ja, vielleicht. Linda Gale, also meine Frau, sie sagt immer, ich soll nicht so ein Schwarzmaler sein. Was sind das für Konstruktionszeichnungen, erkundigte ich mich. »Ich zeig's Ihnen, wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Junge, ist der Himmel hier draußen vielleicht riesig?« Ich fragte mich, wie lange es wohl dauern würde, bis Herschel auf das Thema Geld zu sprechen kam. Aber damit tat ich ihm Unrecht. Herschel freute sich offensichtlich aufrichtig über unser Wiedersehen, und während der Fahrt zur Ranch bestaunte er die Umgebung mit kindlicher Neugier. Das Haus im viktorianischen Stil mit seiner ausgeblichenen, abgeblätterten Farbe und seinen 600-Morgen-Land, das in meinen Augen für die verarmte Oberschicht stand, schien er als herrliches Königreich wahrzunehmen. Kaum hatte er den Koffer im Flur abgestellt, ging er ins Esszimmer und bat um Erlaubnis, den Inhalt der Pappröhre auf dem Tisch zu entrollen, als müsste er seine Anwesenheit in unserem Heim rechtfertigen. »Hier, Lieutenant, das ist der Bauplan des Schweißgeräts, mit dem die Tigerpanzer gebaut wurden,« erklärte er. »Schauen Sie, verglichen mit unserem Verfahren waren die Deutschen schon zwei oder drei Schritte weiter. Sie haben Platten aus gerolltem, homogenem Nickelstahl zusammengeheftet, die nur ein Volltreffer mit einer Panzerabwehrgranate anknacksen kann. Kommen Sie soweit mit?« »Denke schon,« sagte ich. Ich sah, wie Großvater in der Küche stand und uns mit irritiertem Blick beobachtete. Er ging auf die 90 zu, hatte milchblaue Augen und zu Auberginen geschwollene Waden. »Vor dem Krieg wurden hierzulande noch Erdgasleitungen verlegt, die an den Verbindungen verschraubt wurden,« meinte Herschel. »Ich habe siebzehn deutsche Lichtbogenschweißgeräte aufgetrieben, Lieutenant. Wir müssen sie nur noch ins Land schaffen und ich weiß, wo ich eine flotte ausrangierter Army-Pritschenwagen herkriege.« »Nennen Sie mich Weldon.« »Ja, Sir. Ich kann uns deutschen Stahl besorgen, für die Schaufelräder unserer eigenen Graben fräsen. Und als nächstes müssen wir uns Patente für die Umbauten an den Lichtbogenschweißgeräten sichern. Sir, Sie ahnen ja gar nicht, was man daraus alles machen kann.« Ich nickte. »Aber da wäre noch eine Hürde, die wir noch nicht angesprochen haben, richtig?« »Ja, Sir, eine große Hürde. Wir brauchen dreißig oder vielleicht vierzig tausend Dollar, aber dann können wir den Stier bei den Hörnern packen.« Herschel starrte angespannt gerade aus. Rosita, die zwischen uns stand, betrachtete die Baupläne der Schweißgeräte. »Was sind das für Leute, die Ihnen diese Maschinen verkaufen wollen?« »Krauts«, sagte Herschel. »Waren Sie in der Nazi-Partei?« fragte Rosita. Herschel blickte nicht vom Tisch auf. »Ist schon möglich, ich hab mich nicht erkundigt. Wenn Sie mich fragen, ist der Krieg vorbei, Miss Rosita.« »Ich habe einen Onkel, der ist Ölsucher«, meinte ich. Ich hörte, wie Großvater sich auf seinen Gehstöcken ins Esszimmer manövrierte. »Ranz«, sagte er, »kann es sein, dass du da drüben größere Gehirnschäden davongetragen hast?« Wir aßen erst spät zu Abend. Rosita saß am Tisch und sagte so gut wie nichts. Im Obergeschoss schlüpfte sie dann in ihr Nachthemd, legte sich auf die Matratze und knipste die Nachttischlampe an. Die Lampe hatte einen weißglasierten Keramikschirm, bemalt mit grünen und violetten Blumen. Rosita legte die Fingerspitzen auf die Blüten. »Hast du was auf dem Herzen?« fragte ich. »An diesen Maschinen klebt Blut«, erwiderte sie. »Es sind bloß Maschinen. Maschinen sind weder gut noch böse.« »Du willst nicht mehr an die graduierten Fakultät gehen und weiterstudieren, oder?« Ich schwieg. »Du besitzt die Seele eines Dichters«, meinte Rosita. »Du wärst ein wundervoller Lehrer.« »Ein verheirateter Ex-GI bekommt 85 Dollar im Monat. Wie sollen wir in New York von 85 Dollar im Monat leben?« »Wir könnten nach Austin ziehen. Du könntest die staatliche Universität besuchen.« »Morgen Nachmittag fahren Hershel und ich zu Onkel Cody. Ich will, dass du mitkommst.« »Aber da braucht ihr mich doch nicht.« »Ich will, dass du meine Familie verstehst. Einige meiner Verwandten haben ein Leben voller Gewalt gelebt. Ich bin nicht wie sie, aber ich liebe und bewundere sie deshalb nicht weniger. Onkel Cody ist mit zwölf Jahren von zu Hause ausgerissen und als Landstreicher herumgezogen. Und jetzt ist er reich, durch sein Öl. Ich will ihn fragen, was er von Herschels Plänen hält. Mein Onkel hatte uns nicht in sein Haus eingeladen. Cody Holland war ein chronisch misstrauischer, unberechenbarer, rührseliger, oft auch kontrollsüchtiger und jähzorniger Mann. Ein gefürchteter Mann. Doch seltsamerweise hatte ich mich in seiner Gegenwart nie unwohl gefühlt. Ich glaube, ich sah seinen Augen an, dass er ein Waisenjunge war, eines der Kinder, die Großvater, wie meine Mutter, ihrem Schicksal überlassen hatte. Rosita und ich und Herschel und mein Onkel saßen in einer Sitznische im hinteren Bereich eines Diners, auf roten Vinylpolstern mit Zigarettenlöchern, tranken Jacksbier aus langhalsigen Flaschen und mieden jedes Wort über das geschäftliche, sich ununterbrochen mit einer gefalteten Papierserviette über den Mund und rieb sich den Nacken, als trüge er ein Sklavenhalsband. In der Gegend kann man sicher prächtig angeln, was? fragte er meinen Onkel. Hauptsächlich Bachseilbing und Kreuzwels. Cody besaß den Körperbau einer Haustür, hatte gewähltes schwarzes Haar mit einzelnen silbernen Strähnen und sah jedermann direkt ins Schlaven. Perschel starrte auf seinen Teller, auf den Soßen Klecks, das Blut und die rosa farben umrandeten Reste seines T-Bone Steaks und überlegte vergeblich, was er noch sagen könnte. Die Kellnerin legte die Rechnung an den Rand des Tisches. Dort blieb sie liegen und sog die Wasserringe auf, die unsere Bierflaschen hinterlassen hatten. Also, was habt ihr da für ein Geschäft im Auge, fragte Cody. Es geht um Pipelines. Ich kann Ihnen eine Pipeline verlegen, die hält hundert Jahre lang und wird nie undicht, antwortete Herrscher. Kennen Sie die Schweißnaht, die den Königstigerpanzer zusammengehalten hat? Ich habe schon mit sechzehn Jahren Heftnähte und Fülllagen geschweißt, Mr. Holland. Da hatte ich schon immer ein Händchen für. Ist das meinte Cody. Herschel redete mit der Leidenschaft des wahrhaft Gläubigen, im Tonfall eines Puritaners, der Arbeit als Tugend betrachtete, Müßiggang als Sünde und Scheitern als Vorbote der Verdammnis. Während Herschels Erläuterungen machte Cody sich Notizen auf einer Papierserviette. Danach schüttelte er eine Lucky Strike aus der Packung, steckte sie an und studierte die gekritzelten Zahlen, ohne irgendjemandem sonst eine Miss Rosita, erwiderte sie scharf. Ich bin keine Figur aus vom Winde verweht. Cody zupfte sich einen Tabakkrümel von der Zunge. Sie scheinen mir eine intelligente Frau zu sein. Ich wüsste gerne, wie Sie darüber denken. Ich denke, Herschel ist ein guter Mann und ich denke, Sie können sich glücklich schätzen, dass er mit seiner Idee ausgerechnet zu Ihnen gekommen ist. Ich verstehe nicht ganz. Sie sind unhöflich und arrogant, Mr. Holland, und sie strahlen eine Selbstgefälligkeit aus, die wirklich schwer zu ertragen ist. Cody tippte Zigarettenasche auf seinen Tellerrand. Ich hob die Rechnung für unser gemeinsames Abendessen auf und steckte sie in die Tasche. Gib das her, sagte Cody zu mir. Rosita, dachte ich, was hast du nur angestellt. Ich sehe das so, hob Cody an und legte diese Werte mit seinen Notizen vor Herschel und mich. Mit 30 oder 40 Tausend kommt ihr nicht hin. Ihr braucht Planierraupen und Rohrleger. Und die sollte man nicht mieten, sondern kaufen. Da müssen es schon mindestens 70 Tausend Dollar sein. Die leih ich euch mit 4 Prozent Zinsen. Aber 80 Prozent der Summe müssen durch ein Pfand abgesichert sein. Ich glaube, das muss ich mir erst mal durch den Kopf gehen lassen, Onkel Cody, antwortete ich. Du willst also keinen Verwandten als Partner, sondern dir bloß sein Geld borgen? So würde ich es nicht sagen. Wisst ihr, wer hier in der Gegend die großen Bohrprojekte finanziert? Nicht die Banken, nein, die Versicherungsgesellschaften. Dann red halt mit den Huren Söhnen. Wenn wir zur Bank gehen, gibt Großvater die Ranch als Sicherheit. Das hat er uns gesagt, aber die Ranch ist nicht so viel wert, das reicht nicht. Cody drückte die Zigarette auf dem Teller aus. Draußen in der Metagorder Bay brachen sich die Wellen zerschelten zu Schaumgeysieren an einem Anlegesteg, wie eine lange schwarze Nabelschnur aus dem Wasser ins Land ragte. Das hat er euch angeboten? Wieso nicht? Sag ihm, es ist bei mir. Ich will auch keinen Anteil an eurer Firma. Also sind wir uns jetzt doch einig, Mr. Holland? fragte Herschel. Bist du taub, Junge? Cody schob sich aus der Sitznische, legte 13 Dollar Noten neben die Registrierkasse und trat hinaus in den Regen. Dicke Tropfen prasselten auf seine Hut Krempe. Er wandte sich um und sah uns an. Kommt ihr Im Jahr 1946, das man wohl als Gründungsjahr des neuen amerikanischen Imperiums bezeichnen kann, brach der Frühling zeitig an und er brachte auch die Entstehung unserer Firma, die Herschel Patou Dixie Bell Pipeline Company nennen wollte. In Louisiana unterboten wir zwei andere Bauunternehmen und bereits im April waren wir damit beschäftigt, unsere Pipeline Trasse durch die Waldgebiete nördlich des Atchafalaya Basin zu schlagen. In der Nacht vor der ersten Schweißnaht an unserer ersten Rohrverbindung wurde in einem Cajun Tanzlokal bei Opeluzas gefeiert. Der Saal, der nur von zwei riesigen Fensterventilatoren belüftet wurde, war heiß und verraucht, die Tanzfläche überfüllt und über die Wände zogen sich die Neonröhren der Bierreklamen. Durch die Durchreiche sah ich drei Schwarze mit schweißglänzender Haut die Kartoffelschnitze in Hühnerfett frittierten. Herschel tanzte erst mit seiner Frau Linda Gale und forderte dann Rosita auf, sodass Linda Gale und ich zu zweit am Tisch sitzen blieben. Linda Gale hatte eine kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen und dem kompakten Körperbau und das runde Gesicht eines Farmers Mädchens. Kastanienbraunes Haar voller Locken, die wippten wie Sprungfedern und Augen so heiter und eindimensional wie ein wolkenloser Himmel. Trotzdem war sie ein hübsches Mädchen und meiner Vermutung nach intelligenter als sie auf den ersten Blick wirkte. Herschel vergöttert sie. Na, ich finde ihn auch nicht übel, antwortete ich. Er lässt sich viel zu leicht beeindrucken und dann nutzen ihn die Leute aus. Ein Schwarzer stellte eine Denken sie die waschen sich die Hände? Ich musterte sie verunsichert. Da lachte sie. Erwischt! Sie sollten sich mal einen Sinn für Humor zu legen. In so einem Lokal wäscht sich doch kein Mensch die Hände. Schauen sie, die Band macht Pause. Gott sei Dank, noch eine Weile und ich hätte aus den Ohren geblutet. Ich meine, warum versuchen die nicht wenigstens Englisch zu lernen. Wenigstens genug Englisch für einen Song. Bestellen Sie mir noch einen Whiskey Sour? Ich werfe mal eine Münze in die Jukebox. Gott, ist das heiß hier. Hier drin müsste man Deodorant verkaufen. Da wäre man im Nu sehr reich. Sie machte sich auf den Weg, während sie die Bluse mit den Fingerspitzen von der Haut zupfte und den Stoff ausschüttelte, Kleid an ihrer Hüfte glatt. Einer der Männer erhob sich von seinem Platz und postierte sich hinter ihr. Er trug ein besudeltes Anzugshemd und einen zerbeuten Fedora, hatte schmale Schultern und ein längliches unrasiertes Gesicht. Mit einem Arm auf die Jukebox gestützt beugte Linda Gale sich vor, als müsste sie die Auswahl noch genauer in Augenschein nehmen. Im orangefarbenen Was für ein Schuppen, was, sagte Herschel, als er mit Rosita von der Tanzfläche zurückkehrte. Wo ist Linda Gale? Ich sah, wie der hochgewachsene Mann auf Linda Gales Brüste hinabblickte, während seine drei Kumpanen am Tisch die Vorstellung genossen. Ich glaube, sie musste mal. Schätze, wir müssen morgen zeitig aus den Federn, meinte Herschel. Sollen wir es für heute gut sein lassen? Linda Gale meinte, sie will noch ein Whiskey Sour. Oh ja, sie steht auf Mix Getränke. Das kommt dabei raus, wenn man von den Assemblies auf Gott aufgezogen wird. Drüben wandte Linda Gale sich von der Jukebox ab und kam zurück. Eine Runde noch, dann ist Schluss, sagte ich. Die Kellnerin brachte eine weitere Runde. Linda Gale nippte an ihren Drink hochgekrempelten Ärmel, gewährten freien Blick auf tätowierte Unterarme. Es war ein schwerer Fehler gewesen, Linda Gales bitte, um einen letzten Whiskey Sour nachzugeben. Howdy, sagte er. Ich blickte ihm ins Gesicht, ein zerfurchtes und grobkörniges Gesicht, braun wie ein Tabakblatt mit verspielten Augen. Herschel saß mit dem Rücken zu ihm. Wie geht's so? sagte ich. Touristen? fragte er. Nein, wir sind keine Touristen, erwiderte ich. An seinem Hemd fehlte ein Knopf, dahinter waren ein flacher Bauch und ein schwarzes Büschel Brustbehaarung zu erkennen. Herschel drehte sich um und sah den hochgewachsenen Mann von unten herauf an, bevor er sich wieder mir zu wandte, die Augen fest auf mein Gesicht gerichtet. Dann brechen wir mal auf. Als ich rennt doch nicht wegen mir weg, sagte er. Ich wollte bloß Howdy sagen, das macht man hier so, wenn Leute zu Besuch kommen. Bei euch etwa nicht? Doch, doch, und dann sagen wir adios, erwiderte ich. Wir traten ins Freie, in die kühle Nacht, unter das Sternenzelt. Draußen in der Dunkelheit verbargen sich herztuftende Wälder und von Virginia Eichen beschattete Lehmpisten. Tausende Hektar grünes Zuckerrohr, ein gigantisches Sumpfgebiet, das nach laichenden Fischenroch und Bohranlagen, aus denen das Erdgas aufstieg wie platzende Blasen im Sodawasser. Ich kenne den Kerl, flüsterte Herschel mir zu, als wir zum Wagen gingen. Ich machte Anstalten, einen Blick über die Schulter zu werfen. Nicht umdrehen, sagte Herschel. Sie sind hinter uns, er und seine Freunde. Das ist der Kerl aus dem Bus von damals, als sie mich in Kerl abgeholt haben. Wartet doch mal, rief der hochgewachsene Mann. Wir setzten Rosita und Linda Gell ins Auto und schlossen die Türen. Der Mann und seine Freunde kamen näher, ihre Schritte knirschten über den Schotter. Ich wollte dir bloß noch was erzählen, sagte er zu Herschel, steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und Hab vorhin in der Jukebox ein bisschen deine Lady inspiziert. Hübsches Ding, sicher gut in der Kiste. Als ich hörte, wie Herschel einen Schritt nach vorn machte, fasste ich ihn am Handgelenk und ließ ihn nicht mehr los. Wir sind hier im St. Landry Parish. Ich sah den Mann an, doch meine Worte richteten sich in erster Linie an Herschel. Hier gelten Recht und Gesetz nicht. Die Cops halten die Hand über die Bordelle und Spielhüllen. Irgendwer hat sie Offizier beauftragt, Sonst hätten sie sich nie mit uns angelegt. Aber jetzt, jetzt gehen sie wieder rein und sagen dem Typen, der sie geschickt hat, dass es nicht geklappt hat. Und bitte verstehen sie unser Entgegenkommen nicht falsch. Halten sie sich bloß von uns fern. Bist ein ran. Ich hab's nie ausprobiert, aber die anderen haben erzählt, sie rammelt ein bis zur Decke. Schön Abend noch, Jungs. Ich schob mich vor Herschel. Es war kalt, als Herschel und ich am folgenden Morgen zur Trasse hinaus fuhren, die wir durch das Herz des Wald Gebietes geschlagen hatten. Von den Bäumen ran das Regenwasser und am Horizont leuchtete ein Lichtstreifen Deckel. Soweit das Auge reichte, waren die einzelnen Rohrstücke unserer Pipeline in den offenen Graben hinabgelassen worden. Die Stille zwischen den Bäumen wurde nur vom allgegenwärtigen Tröpfeln durchbrochen, sowie hin und wieder von einem Erdklumpen, der in die Pfützen am Grund der Rinne rollte. Dann traf allmählich unsere Mannschaft ein. Viele der Männer trugen Langarmhemden, um die Moskitos von ihrer Haut fernzuhalten, und die meisten hatten sich aus freien Stücken für ein Zigeunerdasein entschieden. Es waren Kerle von einer unverbesserlichen Sorglosigkeit, die besessen waren von Frauen- und Rassenthemen, sich oft nur mit ihren Initialen vorstellten und nie Nachnamen benutzten. Sie hielten es für selbstverständlich, siebzig Stunden in der Woche zu schuften und betrachteten einen gewöhnlichen Fabrikjob als unwesentlich anstrengenderen Urlaub. Herschel drehte seinen Mützenschirm nach hinten, setzte sich einen Schweißerhelm auf und klemmte eine Elektrode in den Elektrodenhalter eines modifizierten Nazi-Schweißgeräts. Er kniete sich vor die Rohrverbindung und begann mit dem Schweißen der Hefter der ersten von zweihundert Verbindungen, die wir an diesem Tag fertigstellen sollten. Eine rötlich-gelbe Flammenkugel wanderte einmal um den Kreisumfang des Rohrs herum. Als Herschel aufstand Schäne hätte durchzählen können. Geschafft, Lieutenant, sagte er. Mein lieber Herr im Himmel, wir haben es doch tatsächlich hingekriegt. Die nächsten Wochen und Monate verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Ich war überrascht, wie leicht uns alles von der Hand ging. Tatsächlich herrschen an einer Pipeline oder auf einem Bohrturm ebenso simple wie erbarmungslose Regeln, die nicht legalistischer, sondern vielmehr kultureller Natur sind. Taucht man verspätet auf, wird man gefeuert. Taucht man betrunken auf, wird man gefeuert. Kommt man dem Vorarbeiter mit einem frechen Spruch, wird man gefeuert. Vermasselt man eine Schweißnaht, wird man gefeuert. Ist man high oder aufgeputscht oder verkatert und müde, wird man gefeuert. Wir mussten keinen einzigen Mann entlassen. Wir hatten keine Probleme mit der Gewerkschaft und keine Unfälle an der Pipeline. Verglichen mit meiner Zeit in der Army war die Arbeit ein Kinderspiel. Rosita flog zurück zur Ranch und besuchte mich an den Wochenenden im Motel in Opeluzas. Linda Gale sah ich nur noch selten. Ich wusste nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen war, doch ich erkundigte mich nicht bei Herschel und beschloss stattdessen mich nicht mehr mit den Eheproblemen anderer Leute oder mit möglichen Schlussfolgerungen aus der Begegnung zu befassen, die wir auf dem Parkplatz mit dem hochgewachsenen Mann gehabt hatten. Die Dixie Bell Pipeline Company war ein Erfolg. Die Gewinnspanne unseres ersten Auftrags übertraf meine Erwartungen bei Weitem. Leute aus Houston und Dallas riefen an, um über Pipelines zu sprechen, die von Oklahoma bis hinunter zu den Raffinerien von Texas City am Golf reichen sollten. Wir standen bereits in Kontakt mit zwei Bohrunternehmen, die Unterwasserrohre zu Ölquellen vor der Küste verlegen lassen wollten. Herschel kaufte ein Cadillac Cabriolet. Rosita und ich reisten nach Yucatan. Wir angelten Speerfische und badeten morgens mit Delfinen. Das Meer war klar wie grüner Wackelpudding, die Korallenriffe winkten uns mit ihren hauchzarten Fächern zu und der weiße Sand war gestreift von den torpedoförmigen Schatten der Zitronenhaie, die vorüberschwammen, ohne sich für uns zu interessieren. Es war herrlich, mit Rosita in einem Land zu sein, dessen Bewohner bei Sonnenaufgang am Strand saßen und über dem offenen Feuer Fische brieten. Es war an der Zeit, den Krieg, die Arbeitslager und die verbrannten Städte Europas in der Erinnerung versinken zu lassen. Wir befanden uns im Frühling unseres Lebens. Wir eröffneten ein Büro in Houston und erwarben ein Versorgungslager für Ölfelder in Beaumont. Ein landesweites Wirtschaftsmagazin brachte einen Artikel über unsere Schweißgeräte. Und schließlich geschah etwas, womit wir unser Lebtag nicht gerechnet hätten. Roy Weishard lud uns Es war im Oktober. Rosita und ich hatten uns ein zweigeschossiges Haus in Houston Heights gemietet, einen Bau aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts mit einer großzügigen, säulengestützten Veranda und einem weitläufigen Garten mit Blumenbeeten und schattenspendenden Bäumen. In einer Straße, die von einer Promenade in zwei Hälften geteilt und von ähnlichen Häusern im viktorianischen Stil gesäumt wurde. Dort Nachmittag anhalten, als ich vom Büro heimkehrte, die Nachmittagszeitung von der Wiese aufhob und unter den Arm klemmte und schließlich das Haus betrat. Rosita erzählte mir von Wisehart's Anruf. Bist du dir sicher, dass er so hieß? Nein, antwortete sie. Ich hab's mir ausgedacht. Tut mir leid. Rosita reichte mir einen Zettel. Wer ist das? Einer der reichsten Männer der Ich kümmere mich darum. Worum? Darum. Nach fünf Minuten kehrte ich aus dem Arbeitszimmer in die Küche zurück. Was gibt's zum Abendessen? Hast du mit Mr. Wisehart gesprochen? fragte Rosita. Ich hab ihm gesagt, dass wir schon etwas vorhaben. Samstags stimmen wir doch immer die Farben unserer Socken ab. Das hat oberste Priorität. Ich glaube, er hatte Verständnis. Warum sprichst du von dem Mann, als wäre er ein Ungeheuer? Wisehart ist ein allseits bekannter Antisemit und hundertprozentiger Hurensohn. Ich hob den Decke von einem Topf auf dem Herd und blickte hinein. Du hast ihn meinetwegen abgesagt? Mit Gestalt wie Wisehart sollte man sich nicht abgeben, sagte ich. Wollen wir im Wintergarten essen? Ist ein schöner Abend heute. Zwei Stunden später fuhr Herschels schwarzer Cadillac vor unserem Haus vor. Herschel saß noch hinterm Steuer, als Linda Gale schon ausstieg und zur Tür marschierte. Ihr Gesicht war starr und unheilschwanger wie eine überhitzte Pastetenform. Hallo Linda Gale, sagte Rosita und öffnete die Fliegengitter Tür. Hübsch sehen Sie heute Abend aus. Könnten Sie mir freundlicherweise erklären, wieso Sie unsere gemeinsame Einladung in den River Oaks Country Club abgelehnt haben? Eine Einladung, die ich übrigens schon akzeptiert hatte? Ich wusste nicht, dass Mr. Wisehart auch bei Ihnen angerufen hatte, erwiderte Rosita. Seine Frau hat angerufen. Sie hat einen äußerst höflichen und kultivierten Eindruck gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass wir alle gemeinsam hingehen werden. Aber dann hat sie zurückgerufen und gesagt, wie schade, dass Mr. Holland und seine Gattin keine Zeit haben und dass wir es ja auf ein andermal verschieben können. Na, da können wir lange warten. Ich trat aus der Küche ins Wohnzimmer. Herschel war seiner Frau ins Haus gefolgt und hatte das gezwungene Lächeln eines Menschen aufgesetzt, der eine Situation als so unerträglich und aussichtslos empfindet, dass er am liebsten Reis ausnehmen würde. Ich habe die Einladung abgelehnt, Linda Gale, sagte ich, weil ich glaube, dass wir uns nicht mit diesem Mann einlassen sollten. Seit wann haben Sie zu entscheiden, was wir zu tun und zu lassen haben? Ich habe mehr, denn der Gale war den Tränen nah. Vor meinem geistigen Auge sah ich ein kleines Farmers Mädchen, das von einem Regal im Billigladen fortgezerrt wurde, weil seine Mutter es sich nicht leisten konnte, auch nur einen flüchtigen Blick auf das Warenangebot zu werfen. Rosita drehte sich um, Samyans Gesicht und hob die Augenbrauen. Ich rufe Mr. Wisehart gleich zurück, sagte ich, geht Samstag Mittag für alle in Ordnung? Linda Gale zog ein Papiertaschentuch aus ihrer Handtasche und tupfte sich damit die Nase ab. Im Herbst kriege ich immer Heuschnupfen. Sie zerknüllte das Taschentuch und steckte es in ihre Handtasche zurück. Ja, Samstag Mittag ist wunderbar, sehr freundlich von Ihnen. Das Hauptgebäude des Country Clubs war ein echter Der rostrote Sand der Tennisplätze, die Swimmingpools und der bestens gepflegte Golfplatz schienen von geheimen Belohnungen zu zeugen, die den Jüngern einer wohlmeinenden Patrizia-Gottheit winkten. Du meine Güte, hauchte Linda Gale in fast sinnlichem Ton, als wir durch die Tore fuhren. Jepp ist keine Schweinefarm hier, sagte Hörsche. Pass bitte auf, wie du redest, ja, erwiderte sie. Roy Weisard und seine Frau Clara hatten ein Speisezimmer mit Blick auf einen Tennisplatz reserviert, auf unserem Tisch lag eine makellose Decke aus irischem Leinen, darauf standen Silberschalen mit roten Rosen und Flora Danica Porzellan. Das Ehepaar nahm uns an der Tür in Empfang, als gäbe unser Besuch Anlass zu besonderen Feierlichkeiten. Weder Mister noch Mrs. Weisard schien ihr theatralisches Gebaren peinlich zu sein. Ich erinnerte mich an Großvaters Warnung, mich nicht mit Leuten aus einer anderen Welt einzulassen. Die Unterschiede zwischen Gatte und Gattin wurden rasch augenfällig. Roy Weisard war ein gepflegter Mann mit kupferfarbenem, akkurat gekämmtem Haar, einem dosierten Handschlag und einem klaren Blick, dessen Äußeres jünger wirkte, als er tatsächlich war, und dessen Gesicht eher Neugier als Berechnung ausstrahlte. Seine Frau hatte nichts Entspanntes an sich. Bei Tisch zuckte ihre Wange pausenlos, und in ihren Augen flimmerte eine Reizbarkeit, die einen Glauben machte, man selbst sei die Ursache ihres Leids. Die Finger ihrer rechten Hand kamen nie zur Ruhe, der Daumen wanderte unaufhörlich über die einzelnen Fingerspitzen. Außerdem hatte man in ihrer Gegenwart ständig das ungute Gefühl, dass alles, was man zum Gespräch beitragen könnte, eine unglückliche Wahl wäre. Sie hatte goldenes Haar und trug ein weißes Brokatkleid mit kleinen Goldknöpfen. Noch bezeichnender war, dass sie weiße Handschuhe trug, die sie nie ablegte. Und sie blickte Rosita immerzu von der Seite an. Ein sehr schöner Club ist das hier, sagte Linda Gale. Sogar das Geschirr macht was her. Wir freuen uns über ihren Besuch, meinte Roy Weisard. Mrs. Holland, kann es sein, dass ich bei Ihnen einen leichten britischen Akzent bemerke? Wurden Sie in Übersee aufgezogen? Ich bin in Spanien aufgewachsen. Ich hatte einen britischen Lehrer. Mein Vater war Linguist an der Universität von Madrid. Ach ja? Und wie haben Sie dann Mr. Holland kennengelernt? Er hat mich aus einer recht schwierigen Lage befreit. Was für eine schwierige Lage? Herschel war auch dabei, warf Linda Gale ein. Wenn wir schon von früher erzählen, sollten wir auch nichts auslassen. Wie bitte? fragte Weisard. Ich war in den Lagern, sagte Rosita. Sie waren eine Gefangene der Nazis? erwiderte er. So könnte man es wohl nennen. Können wir bitte das Thema wechseln? Clara Weisard nahm einen Schluck Wasser, als müsste sie sich einen unangenehmen Geschmack aus der Kehle spülen. Na, ich hoffe, Ihnen allen gefällt's in Houston, meinte Weisard. Für uns Geschäftsleute geht's hier gerade steil bergauf. Eines Tages wird Houston das New York City der Prärie sein, davon bin ich überzeugt. Ist auf jeden Fall eine gewaltig große wieder Baumwolle entkörnen oder Hühnerschlachten, das war's. Clara Weisard fasste sich an die Schläfe, als wäre in ihrem Kopf eine Ader geplatzt. Sie winkte den Kellner heran. Bitte servieren Sie das Dessert und bringen Sie Kaffee, wenn jemand möchte. Dann starrte sie aus dem Fenster auf die Tennis Plätze, als könnte sie sich durch pure Willenskraft auf die andere Seite der Scheibe versetzen. Weisards Blick richtete sich auf mich und Hörschel. Sie beide veranstalten ja gerade einen ziemlichen Wirbel. Es gibt Leute, die meinen, ihre Schweißnähte wären die besten der Branche. Falls sie schon mal drüber nachgedacht haben, zu expandieren oder zu fusionieren, würde ich mich gerne mit ihnen unterhalten. Es gäbe da einige Möglichkeiten. Wir sollen mit ihnen fusionieren? fragte Hörschel. Sie würden natürlich die Kontrolle über ihr Unternehmen behalten, nur eben unter einem größeren Dach. Kleinbetriebe sind doch von gestern. Was meinen Sie, Weldon? sagte Hörschel. Wir sind Einzelgänger, Mr. Weisard. Im Öl- und Erdgasgeschäft gibt's keine Einzelgänger, entgegnete er. Clara Weisard klappte ein Zigaretten-Edouille auf, das entweder aus Sterling-Silber oder aus Weißgold gefertigt war. Müssen wir ausgerechnet jetzt über Geldangelegenheiten sprechen? Da bin ich ganz bei Ihnen, Clara, sagte Linda Gale. Ich kann mich auch nie auf Geschäftsangelegenheiten konzentrieren. Und wissen Sie warum? Mein Vater hatte einen Kurzwarenladen und hat über nichts anderes geredet. Meine Mutter hat sich immer Baumwollbällchen in die Uhren gestopft, wenn er wieder damit angefangen hat. Clara Weisard richtete sich kerzengerade auf. Entschuldigen Sie mich bitte. Sie ging zur Tür und steckte sich mit bebender Hand eine Zigarette an. Verunsichert blickte Linda Gale sich um. Soll ich mal mit ihr reden? Sehr freundlich von Ihnen, aber das ist nicht nötig. Weisard schob seinen Teller beiseite und sah mich mit einem gutmütigen Lächern an. Meine Experten behaupten, sie hätten ganz erstaunliche Modifikationen an diesen deutschen Schweißgeräten vorgenommen. Vielleicht wären meine Leute in der Lage, die Umbauten zu kopieren, vielleicht auch nicht, aber ich bin Ölförderer, kein Schweißunternehmer. Ich habe gehört, sie beide denken gerade darüber nach, einen Bohrbetrieb zu gründen. Steigen Sie doch bei mir mit ein, dann halte ich Ihnen den Rücken frei, komme was da wolle, und Sie bestimmen immer noch, wo es lang sicher wie das Armen in der Kirche. Und wären Sie so nett, mir zu erklären, wieso Ihnen mein geschäftlich grundsolider Vorschlag derart widerstrebt? fragte Weiserhardt. Ich blickte ihm fest in die Augen und schwieg. Sag doch was Hörschel, meinte Linda Gale. Weldon hat das Startkapital rangeschafft, Schatz. Aber du hast die Schweißgeräte rangeschafft. Ich finde, wir schulden Mr. Weiserhardt eine Antwort. Ich finde es unhöflich, sich stumm zu stellen, wie ein Opossum auf einem Topelo-Baum, wenn man bloß eine vernünftige Frage beantworten soll. Ich stand auf und legte die Hände auf Rositas Stuhllehne. Vielen Dank für die Einladung. Bitte richten Sie Mrs. Weiserhardt einen schönen Gruß aus. Resigniert warf Weiserhardt die Arme hoch. War mir ein Vergnügen. Als wir das Clubhaus verließen, war Clara Weiserhardt nirgends zu sehen. Ich hörte Linda Gale heftig durch die Nase atmen. Was ist nur in sie gefahren? zischte sie. Ist schon gut, Linda Gale, sagte Hörsche. Nichts ist gut. Sie hat Handschuhe getragen, sagte Rosita. Das hatte seinen Grund. Und der wäre? Sie will es vermeiden, Leute wie uns zu berühren, Linda Gale, meinte Rosita. Vielleicht will sie keine Jüdin aus dem Todeslager berühren. Oder sie will bloß das Tafelsilber nicht berühren, weil es vorher von den Negern angefasst wurde. Oder sie mag es nicht in der Öffentlichkeit mit sogenannten einfachen Leuten an einem Tisch zu sitzen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das glaube ich nicht. Kein Wort davon, Linda Gale zog eine Schnute. Wenn Sie mich fragen, gibt's hier nur ein Problem und das ist ihre blühende Fantasie. Es war noch nicht vorbei. Wie ich bald feststellen würde, sind Geduld und Offenheit, ja sogar Demut, treue Dienerinnen des Reichtums, so paradox es auch klingen mag. Nur bettelarme Leute können sich keine Tugendhaftigkeit leisten. Es war ein lauer Sonntagabend. An den Pekanussbäumen und Virginia-Eichen regte sich kein Blatt. Sie standen wie schwarz-grüne Schatten vor dem Herbstmond. Funkelnde Glühwürmchen huschten durch die Dunkelheit, wie Zigaretten, die kurz aufleuchteten und in ihrer eigenen rauchigen Spur vergingen. Roy Wisehart steuerte einen roten und metallik-grauen Packard in unserer Einfahrt. Er hatte noch keine Gelegenheit gehabt, den Motor abzustellen, als ich schon aus der Tür eilte und mich zum Beifahrerfenster hinabbeugte. »Wir haben nichts mehr zu besprechen, Sir«, sagte ich, »unser Entschluss steht. Sie wollen sich nicht mal anhören, was ich zu sagen habe? Nein«, erhob die Hand und spreizte die Finger. »Fünf Minuten. Ihre politische Haltung gefällt mir nicht, Mr. Wisehart, Ihre Haltung zur Rassenfrage auch nicht, und mir hat genauso wenig gefallen, wie Ihre Frau auf Mrs. Holland hinabgeblickt hat. Die Schwester meiner Frau ist an unberechenbar. Einmal hat sie versucht, unser Haus niederzubrennen. Sie dürfen ihr Verhalten nicht auf sich selbst, auf Ihre Freunde oder auf Mrs. Holland beziehen. Er drehte die Unterseite seines Handgelenks nach oben, um einen Blick auf seine Uhr zu werfen. »In einer Stunde fliege ich zu unserem Haus auf den Bahamas. Warum begleiten Sie mich nicht, Sie und Ihre Frau? Sie beide haben mich mächtig beeindruckt. Nein, danke. Die Bahamas sind ein Paradies für Angler. Kommen Sie schon, was haben Sie zu verlieren? Ich denke, ich wünsche Ihnen jetzt lieber einen schönen Abend. Weiserhards Haar war sauber gestutzt, sein Gesicht eiförmig, ohne eine einzige schlaffe Hautfalte, sein Tarn makellos. Er besaß die selbstbewusste, in sich ruhende Aura eines Mannes, der die Welt durchschaut und nicht gegen ihre Gesetze ankämpft. Jetzt stellte er den Motor ab. In unserem Geschäft gibt es keine Geheimnisse. Sie und ihr Partner verlegen die Unterwasserrohrleitung zur ersten Bohrinsel, die weiter als eine Meile vor der amerikanischen Küste bohrt. Während wir uns hier unterhalten, wird die Plattform drüben in Louisiana, südlich des Vermillion Parish, schon aufs Wasser geschleppt und in zehn Jahren wird dieser Teil des Golfs von einem Horizont zum anderen vor Bohrinseln erstrahlen. Sie und Pine können jede einzelne mit Pipelines versorgen. Also betreiben sie Industrie Spionage, Mr. Weishard? Das habe ich nicht nötig. Die Spione kommen tagtäglich von allein zu mir ins Büro. Die meisten schmeiß ich postwendend wieder raus. Sie meinten, sie haben etwas gegen meine politische Haltung? Können sie mir erklären, worin meine politische Haltung besteht? Danke für den netten Besuch. Ich wandte mich zum Gehen. Weishard stieg aus, eine Champagnerflasche in der Hand. Die habe ich meinem Schwager zum Geburtstag gekauft, aber mein Schwager hasst mich wie die Pest. Er hat gesagt, ich soll mich davon scheren. Daher muss ich die Flasche jetzt selber leeren. Helfen Sie mir doch dabei. Ich bin anonymer Abstinenzler. Er zertrümmerte den Flaschenhals an der Stoßstange seines Wagens, Schaum ran über seine Hand und seinen Ärmel und tropfte auf sein Kinn und sein Hemd, als er sich den Champagner in den Mund kippte. Sie sind schuld, wenn ich jetzt eine Scherbe verschluckt habe. Kommen Sie schon, trinken Sie mit mir. Sie sind doch ein verdammter Teufelskerl, das sehe ich Ihnen noch an. Ich sehe es in Ihren Augen, Sie und ich. Wir sind aus dem selben Holz. Er bot mir eine eindrucksvolle Vorstellung, das musste ich einräumen. Meine Frau und ich wollten nur noch ein Stück Pie essen und dann ins Bett gehen. Eins sollen sie noch wissen, egal ob wir jemals ins Geschäft kommen oder nicht. Ich hatte keine Ahnung von der Vergangenheit ihrer Frau. Es tut mir leid, wenn ich ihnen zu nahe getreten bin. Ich bin Noch was. Weder Truman noch Roosevelt konnten sich entschließen, die Bahngleise zu den Vernichtungslagern zu bombardieren. Und könnte es nicht sein, dass auch Sie für die beiden Gentlemen gestimmt haben? Kann mich nicht erinnern. Gehen Sie gerne ins Kino? Nur seelisch tote Menschen gehen nicht gerne ins Kino. Tja, ich produziere Spielfilme. Sollten Sie sich mal anschauen. Wir sehen uns, Mr. Holland. Sie haben gerade ein Vermögen in den Wind geschlagen, weil sie glauben, ihre persönliche Integrität wahren zu müssen. Hätte ich zehn Karle wie Sie, mir würde bald das halbe Land gehören. Der erste Januar 1947 schien ein weiteres Jahr der Feierlichkeiten einzuleuten. Herschel hatte seit jeher behauptet, er könne Geld nicht nur riechen, sondern breche noch dazu in Schweiß aus, wenn ein Gewinn nahe sei, und inzwischen glaubte ich ihm. Herschel schwitzte und das Geld strömte in unsere Kassen. Eine Bohrinsel nach der anderen stieß zu einem lukrativen Ölvorkommen vor, und weit draußen am Horizont kündeten nodernde Gasfackeln von der Geburt einer neuen säkularen Religion. Wir waren am Zähl. Die technischen Möglichkeiten unserer Nation sprengten alle Grenzen. Die Raffinerien, die wie die große amerikanische Nacht entsandten, waren kein Schandfleck, sondern die konsequente Fortführung von Walt Whitmans Oder an die Verheißung der Vereinigten Staaten. Dass im Gegenzug eine smaragdgrüne Sumpflandschaft aus Schneidebinsen, Zypressen und Tupelo-Bäumen weichen musste, wurde als notwendiges Opfer für das Gemeinwohl verdrängt. Bankiers wollten uns Geld leihen, wir lehnten ab, wir wurden nach Saudi-Arabien eingeladen und wollten nicht. Im April verletzte sich Großvater bei einem Sturz und Rosita und ich flogen zur Ranch, um meiner Mutter zu helfen, die sich um ihn kümmerte. Wir wussten, dass er sich erholt hatte, als wir ihn um fünf Uhr früh beim Satteln seines Pferds ertappten. Von New Rhodes Louisiana bohrten wir erstmals selbst nach Öl. Die seismischen Daten waren durch die Bank vielversprechend. Kaum eine Meile entfernt begannen wir mit einer zweiten Bohrung. Herschel meinte, es könne nichts schiefgehen. Wir haben vier Asse auf der Hand. Da unten ist eine Lagerstätte, da werden die Leute Augen machen. Die ganzen Dinosaurier haben Millionen Jahre auf uns zwei gewartet und jetzt lassen wir sie endlich frei. Im Juni erklärte unser Geologe beide Versuche als gescheitert zu Celsius. Die weißglühende Sonne brannte auf uns herab, der Schweiß kroch über meine Flanken. Ich ging zu meinem Wagen, nahm zwei Dr. Pepper aus der Kühlbox, hebelte die Kronkorken mit dem Taschenmesser herunter und reichte Herschel eine Flasche. Das Zeug liegt da unten, Weldon, sagte er. Das spüre ich, ich spüre es so stark wie noch nichts in meinem Leben. Das glaube ich ihnen. Ich rückte meinen Hut zurecht, sodass die Krempe mein Gesicht in Schatten hüllte. Warum fahren wir nicht zurück zum Café am Highway und bestellen uns zwei Portionen Cajun Rice und paniertes Beefsteak? Wie schlimm hat's uns erwischt? Das wollte ich ihm nicht sagen. Unsere Liquidität wird eine Weile nicht mehr die alte sein, aber wir kommen schon durch. Wir hatten auf drei Aufträge geboten und uns dabei auf Kapital verlassen, mit dem wir fest gerechnet hatten. Von heute auf morgen standen uns die Kredite bis zum Hals. Die Bankiers, die uns Geld leihen wollten, die Bankiers, die wir brüsk abgewiesen hatten, gingen auf Abstand. Ein Darlehensberater meinte, er würde unsere Aussichten gerne in etwa einem Jahr erneut evaluieren. Ein anderer wollte unsere Bücher prüfen. Ein dritter verabschiedete mich mit einem warmen Händedruck und den Worten »Ich war auch an der Texas A&M. Ihre Ideen gefallen mir. Ich wette, haben eine rosige Zukunft vor sich, wenn sie erst einmal ihre Belastungen hinter sich gebracht haben. Es regnete in Strömen, das Wasser überflutete die Straße und trat über den Rinnstein auf unsere Wiese, als ein Taxi unter lautem Klatschen in unsere Einfahrt einbog und unter der Virginia Eiche hielt, die der Veranda am nächsten war. Ein Mann, den ich niemals wiedersehen wollte, stieg aus, duckte sich unter einen Schirm und rannte durch die Pfützen. Ich empfing ihn an der Tür, er klappte den Schirm ein, Tropfen fielen von seiner Hutkrempel. Major Fincher, sagte ich. Wenigstens haben Sie mich nicht vergessen, erwiderte er. Ich muss hier in den Flieger zu den Inseln umsteigen und dachte, ich schaue mal bei Ihnen vorbei. Kommen Sie rein. Ich stieß die Fliegengittertür auf. Im Haus schweifte Finchers Blick ununterbrochen durch das Wohnzimmer. Ich kann mich nicht erinnern, dass Fincher jemals seinen Gesprächspartner angesehen genauso gerettet, aber Sie haben recht, ich habe sie geheiratet. Tolle Sache, aber mein Gott, was ist das für ein Mistwetter heute, was? Haben Sie was zu trinken? Wir sind vor San Antonio in ein Gewitter geraten. Die Lady in der Küche, ist das Ihr Frauchen? Tut mir leid, dass ich hier so reinschneie, Welden, aber manchmal vermisse ich einfach die alten Zeiten. Ich kann es nicht ändern, Krieg hin oder her. Setzen Sie sich, ich sehe mal nach, was wir im Schrank haben, Major. Lassen Sie doch die Höflichkeiten, Welden. Army ist Army, Friedenszeiten sind Friedenszeiten. Er setzte sich in einen Sessel und erhob sich wieder, als Rosita aus der Küche herüber kam. Alle Achtung, Ihr Mann hat wirklich nicht übertrieben. Ich bin Lloyd Fincher, Welden und ich, wir haben zusammen einiges durchgemacht. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich sah, wie Finchers Blick sich für eine Sekunde, vielleicht auch nur für eine Hundertstel Sekunde, auf Rositas Brüste und Hüfte senkte. Ich schenkte ihm einen Drink ein, wickelte das Glas in eine Serviette und reichte es ihm. Haben Sie eigentlich noch Ihren Silverstar bekommen? fragte er. Ja. War mir eine Ehre, Sie dafür vorzuschlagen, aber ich wollte Sie noch aus einem anderen Grund besuchen. Ich habe einen Bekannten an der National Bank of Commerce, der mir gesteckt hat, dass Sie ein Darlehen brauchen. Vielleicht könnte ich Ihnen weiterhelfen. Wie das? Ölsucher werden nicht von Banken finanziert, die Wildcatter kriegen ihr Geld von den Versicherern und ich betreibe ein Versicherungsunternehmen. Ich wusste nicht, dass Sie auch Darlehen vergeben. Fincher nannte den Namen eines berüchtigten Wildcatters, eines ungebildeten, rauflustigen Alkoholikers, der ein paar Meilen außerhalb von Spindletop in bitterster Armut aufgewachsen war und nun zu den rentabelsten Ölförderern der Branche zählte. Außerdem war der Mann gerade dabei, am Beginn der South Main Street ein Hotel zu erbauen, eine Luxusadresse, mitsamt riesigem türkisfarbenen Pool von der Form eines Kleeblatts. Jeder Dollar, der in das Hotel fließt, ist vorher über meinen Schreibtisch gewandert, sagte Fincher. Und wissen Sie, warum wir dem Kerl Geld geben, einem gewalttätigen Säufer, der nicht mal gleichzeitig die Treppe runtergehen und Kaugummi kauen kann? Weil man den Mann mit Eimer und Schaufel in die Wüste schicken kann, auf Wassersuche und wenn einer zurückkommt, ist der Eimer voll Öl. So einer sind Sie auch, Weldon. Sie haben denselben Tatendrang, aber sie sind intelligent und gebildet und haben obendrein Manieren und ein gutes Elternhaus. Wir haben eben erst zwei Nieten gezogen. Gäbs keine Nieten, wäre jedermann im Ölgeschäft. Bleiben Sie zum Abend essen? fragte Rosita. Major Fincher muss seinen Flieger erwischen. Fincher trank aus, stellte das Glas mit klirrenden Eiswürfeln ab und betrachtete es, als hätte er Schwierigkeiten, seine Gedanken klarzusehen. Sie sind der richtige Mann für unsere Zeiten, sagte er. Mein anderer Freund, der mit dem Hotel, gehört in eine vergangene Epoche und wenn er das kapiert, verwandelt er sich wahrscheinlich in einen wiedergeborenen Christen oder steckt sich eine Knarre ins Maul. Öl, Hollywood und Technologie, da ist das große Geld zu machen, aber man muss was im Kopf haben, ich wusste es schon in den Ardennen. Was wussten Sie? Dass Sie sich nicht von den Deutschen umbringen lassen würden, Sie waren schon damals auf bestem Weg in die Geschichte, da würde ich Haus und Hof drauf verwetten. Danke, dass Sie vorbeigekommen sind. Er zog eine Visitenkarte aus der Hemdtasche, notierte darauf seine Privatnummer und legte sie auf den Wohnzimmertisch. Linda Gale stand auf der Terrasse eines Gemischtwarenladens auf dem Land nördlich vom Bugalusa und sah zu, wie ein Schwarzer an der Kurbel der Zapfsäule drehte und begann ihren Wagen aufzutanken. Die rote Abendsonne schimmerte durch den Staub über den Feldern, die Baumwollblätter wägten in der Hitze, die Luft war stickig, ein Gestank nach Unkrautvernichtungsmittel und erhitztem Teer. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite filmten drei Männer mit einer Kamera auf einem Dreibeinstativ mehrere ferne Gestalten, die in den Reihen des Baumwollfells Unkraut hackten. Linda Gale fächelte sich mit dem Taschentuch Luft zu, ging zurück in den Laden und kaufte sich an der Theke eine Flasche Orange Crush. An der Decke hing eine rußgeschwärzte Südstattenflagge an allen vier Ecken festgenagelt, die sich im Wind des hin- und herschwenkenden Wandventilators wählte und blähte. Einer der Männer, die die Feldarbeiter gefilmt hatten, kam auf Linda Gale zu. Von seiner Schulter baumelte ein teurer Fotoapparat an einer Kordel. Er war ein großer Mann mit dünnem schwarzen Schnurrbart, zweifarbigen Schuhen und einem weißen Langarmshirt mit blassen Silberstreifen, der sich jetzt an die Krempe seines Panama-Huts fasste. »Hätten Sie was dagegen, wenn ich Sie vor dem Geschäft fotografiere?« »Wieso das?« »Wir arbeiten an einem Dokumentarfilm.« »An einem Dokumentarfilm? Worüber?« »Über die ländliche Kultur des Südens, die Gastfreundschaft der Kleinstädte und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich wird er auch im Lichtspielhaus bei Ihnen um die Ecke laufen, als Vorfilm. Wohnen Sie in der Gegend?« »Ich wohne im Südwesten von Houston.« »Also sind Sie nur zu Besuch hier?« »Ein Familienmitglied von mir lebt in einem Seniorenheim in der Nähe. Wie kommen Sie auf die Idee, mich vor einem alten, heruntergekommenen Laden zu fotografieren?« Er hielt die Kamera hoch, blickte durch die Linse und schob seinen Hut nach hinten. »Sie sind fotogen. Der Hut mit den Blumen und der breiten Krempe ist perfekt. Das Licht auch. Es macht Ihnen doch nichts aus. Weiß nicht. Wie heißen Sie nochmal? Jack Valentine. Ich arbeite für Castle Productions. Castle Productions? Noch nie von gehört. Es gibt schlimmere Sünden. Naja, es kann wohl nichts schaden. Linda Gale hörte, wie der Verschluss klickte. Der Mann drückte mit dem Daumen gegen einen Hebel, um die Filmrolle weiter zu drehen und wechselte schnell von einem Blickwinkel zum nächsten. Wunderbar. Und jetzt den Kopf zu mir? Nein, nicht den ganzen Körper, nur den Kopf. Sehen Sie mich direkt an, ja, ja, so ist gut. Sie machen das nicht zum ersten Mal, oder? Mehr oder weniger. Ich gehe schnell die Bolex holen und sie laufen einfach auf der Terrasse auf und ab, in Ordnung? Wir filmen dann noch ein bisschen und ich stelle Ihnen ein paar Fragen. Sagen Sie einfach, was Ihnen in den Sinn kommt. Sie können lächeln, traurig schauen, schmäulen, ganz wie Sie wollen. Das ging Linda Gay viel zu schnell. Was wollen Sie holen gehen? Die 16 Millimeter Kamera. Sie erinnern mich an Miss Garland. Dasselbe Lächeln, dieselbe Frische, dieselbe Unschuld vom Lande. Sehen Sie, jetzt werden Sie rot. Sie meinen Judy Garland? Das ist doch albern. Ich habe zwei Filme mit ihr gedreht. Wie heißen Sie? Linda Gayle Pine. Sind Sie verheiratet, Miss Linda? Mit einem schuldbewussten Erröten stellte sie fest, dass sie ihre linke Hand samt Ehering in den Falten ihres Kleids verborgen hatte. Ja, mit Mr. Herschel Pine. Er stammt aus einer Plantagenfamilie im Avoyelis Parish und ist Geschäftsführer der Dixie Bell Pipeline Company. Wenn Ihr Mann keine Einwände hat, würden wir sie gerne auf Film aufnehmen. Werden Sie sich denn für die Aufnahmen erkenntlich zeigen? Gut möglich, antwortete er. Linda Gayle tupfte sich mit der Taschentuchspitze die Stirn ab und neigte den Kopf zur Seite, um das Licht der untergehenden Sonne auf ihr Gesicht fallen zu lassen. Ich stehe zu ihrer freien Verfügung, Sir. Als wir zwei Wochen später an unserer Pipeline Trasse im Süden Beaumons unterwegs waren, roch ich Alkohol in Herschels Atem. Er stank, als hätte er Bier mit Whisky gesoffen, hochprozentige Rückstände tief in Lunge, Blut und Magenschleimhaut. Es war 6.30 Uhr, Nebel wallte aus den Wäldern. Herschel rauchte eine Kämme und wandte das Gesicht beim Ausatmen ab, als wollte er mich vor den Schwaden bewahren. Seine Augen waren wässrig, wie zerschlagene Eier. Was ist los, Herschel? Linda Gale und ich haben uns gestritten. Sie ist nach Hollywood zu einer Probeaufnahme. In meinem Pickup ist eine Thermoskanne mit Kaffee. Wir reden später weiter. Mittags sagte ich ihm, ich wolle ihn zum Essen einladen. Wir fuhren den Highway entlang, kamen aber nur drei Meilen weit. Anhalten, sagte Herschel. Was ist? Ich reihe mir gleich die Gedärme aus. So übel war mir noch nie. Er stieg aus und lief durch eine Butterblumenwiese zu einer Gruppe Virginia Eichen, die verkrampften Hände am Bauch, Schweißtropfen auf der Stirn. Dort hockte er sich im Schatten auf die Erde und lehnte sich gegen einen Stamm. Ich kniete mich neben ihn. Manche Leute reagieren eben sehr heftig auf Alkohol. Das heißt nicht, dass sie einen schwachen Willen oder schlechten Charakter hätten. Herschel war anzusehen, dass er mir nicht zuhörte. Sie hat gesagt, ich habe Verfolgungswahn, meinte er. Wie kommt sie darauf? Weil ich diesen Filmleuten nicht über den Weg traue. Und weil ich wieder diesen einen Kerl gesehen habe. Welchen Kerl? Den, der uns beim Tanzen in Opeluzas Ärger gemacht hat, der uns schon die ganze Zeit verfolgt. Herschel trug einen Cowboyhut aus Stroh. Ich nahm ihn von seinem Kopf und legte ihn mit der Krone nach unten in seinen Schoß. Herschel hob den Blick und sah mich an. Sein Gesicht war puterrot, sein Atem stank. Tun Sie sich das nicht an, sagte ich. Er knetete sich die Hände. Mach ich schon nicht. Lassen Sie Linda Gale ihren Willen. Sollte bei diesen Annäherungsversuchen aus Hollywood irgendetwas faul sein, wird sie es von selber sein lassen. Aber es muss ihre eigene Entscheidung sein. Und bis dahin bleiben wir hier schön auf dem Teppich. Als Herschel nichts erwiderte, fasste ich ihn fest an der Schulter und blickte ihm ins Gesicht. Sein Schulterknochen stach er vor wie ein Messer. Abgemacht! Abgemacht, Sir. Wie tief stecken wir drin? Wir haben 76.000 Dollar Schulden und obendrauf die bei meinem Onkel. Aber wir können uns noch über Wasser halten? Den Auftrag in Ost Texas das müssen wir abschreiben. Ich konnte die Vorauszahlung auf die Rohre nicht leisten. Es nicht auszuschließen, dass sie bald unsere Schweißgeräte beschlagnahmen. Herschel sah aus, als wäre er seekrank geworden. Und alles wegen den vermaledeiten Bohrlöchern drüben bei New Roads. Mir dreht's den Magen um, wenn ich nur dran denke. Am Vorabend unseres Treffens mit Lloyd Fincher und dessen Anwalt bezogen Rosita und ich ein Zimmer im Menger Hotel nahe dem Alamo und dem Riverwalk. Das Hotel war 1859 errichtet worden, das Foyer geschmückt von Einlegerarbeiten aus elfenbeinfarbenem und königsblauem Marmor, von Topfpalmen und schlanken weißen Säulen mit goldenen Zierleisten. Rund um das Atrium band sich eine Galerie, die dem Gast einen wundervollen Überblick über das Innere Machst du dir Sorgen wegen Morgen? fragte Rosita. Ich setze alles auf Fincher, auf einen Mann, der am Kasserin-Pass eine Menge G.I.s unter die Erde gebracht hat. Das ist Vergangenheit. Jetzt ist jetzt. Das versuche ich mir schon die ganze Zeit einzureden. Du hast alles getan, um Geld aufzutreiben und alles, was du getan hast, hast du für Hershel getan. Es ist bloß schade, dass er das nicht begreift. Ohne Herschels Schweißgeräte würden wir noch von der G.I. Bill leben. Komm, wir setzen uns in ein Restaurant am Fluss und essen was. Rosita hakte sich bei mir unter. Wir werden für immer zusammen bleiben, egal was geschieht. Du hast immer das Richtige getan, Worden. Das ist alles, was zählt. Wann immer ich jemanden brauchte, der bedingungslos hinter mir stand, auf Rosita Lovenstein war Verlass. Wir liefen unter den Zypressen und Weiden am Flussufer entlang, über kleine Fußgängerbrücken, vorbei an einer Gondel mit einer Schiffsladung Mariachi-Musikanten, die weiße Sombreros, Brokatjacken und Brokat-Hosen trugen. Da bemerkte ich, nur ein paar Meter entfernt, Herschel und Linda Gale an einem Tisch mit Lloyd Fincher und einer korpulenten wasserstoffblonden Frau in einem orangefarbenen Sommerkleid. Die Frau hatte talgfarbene Haut, überdeckt von einer tiefen Bräune, wie man sie bei Menschen sieht, die nackt Sonnen baden. Fincher erhob sich, in der Hand eine Flasche Corona, das Gesicht gerötet, als wäre er gerade erst eine Treppe hinaufgehetzt. Er trug ein mit Papageien und Blumen bedrucktes Hawaii-Hemd, das ihm über seine weiße Hose hing. In »Seid gegrüßt, Herr Whelton, seid gegrüßt, verehrte Dame«, sagte Fincher, »Sie müssen sich zu uns setzen.« Linda Gale drehte sich auf ihrem Stuhl zur Seite und lächelte uns an. Sie hatte ihr Haar zu einem dunkleren Ton gefärbt und ihre Locken fielen ihr in den Nacken, so wie die jungen Mädchen sie vor dem Bürgerkrieg getragen hatten. »Ich werde in einem Kinofilm mitspielen«, sagte sie. »Das sind ja tolle Neuigkeiten«, meinte Rosita. »Ich habe meine Textzeilen durchgezählt. Es sind hundert und zwei. Das macht man als Schauspielerin so, man zählt seine Textzeilen. Aber ich freue mich einfach, dass ich dabei bin.« Fincher blieb stehen, bis Rosita und ich Platz genommen hatten. »Ja, Linda Gale wollte uns gerade von ihren Erlebnissen in Hollywood erzählen. Wie hieß die Filmgesellschaft nochmal? »Castle Productions«, sagte sie. »Stimmt, stimmt«, murmelte Fincher mit unkonzentriertem Blick und setzte sich wankend hin. »Wie eine Burg mit Burgraben und Zugbrücke und so.« Er sah ins Leere, ein kleiner Lichtfunke in den Augen und ein leichtes Lächeln auf den Lippen. »Kennen Sie das Unternehmen?« fragte Linda Gale. »Kaum. Was die Welt des Films angeht, Arm um die Schulter seiner Freundin gelegt oder seiner Achsel war ein dunkler Schweißfleck zu sehen. Unsere Unterhaltung langweilte ihn inzwischen. Er wedelte mit der freien Hand in der Luft herum. »Ich habe mich nie bei euch Männern entschuldigt, dass wir euch damals in den Ardenn sitzen gelassen haben,« meinte er. »Das heißt, ich dachte sogar, ein paar von euch hätten vielleicht die gemacht. Aber das heißt, Sie haben Hörschel und mich für Deserteure gehalten? »Nein, nur, dass die Wälder damals voller Deserteure waren.« Fincher kämpfte mit einem Schluck auf. Sein Blick ruhte wohlwollend auf Linda Gale. »Carse Braxton meint Sie?« »Ja, Sir, so heißt die Filmgesellschaft. Das haben Sie ganz richtig verstanden.« Fincher drückte seine Freundin an sich, ehe er erneut Linda Gale ansah. »Haben die auch Rollen für Leute wie uns? Können Sie sich mal erkundigen? Das macht sicher mehr Spaß, als sich mit den ganzen Eseln hier abzugeben. Man kann nie wissen, wie die Würfel fallen, was?« Dann lachte er in sich hinein und ich hatte keine Ahnung aus welchem Grund. Am nächsten Morgen unterzeichneten Hörschel und ich die Ich versuchte, die Ereignisse des vergangenen Abends zu vergessen. Ich sagte mir, dass Finchers rüpelhaftes Benehmen lediglich ein Spiegel seiner Gattung war und nicht zwangsläufig darauf hindeutete, dass er unlauteren Geschäften nachging. Doch ein Detail wollte mir nicht aus dem Kopf gehen. Der Name der Filmgesellschaft, bei der Linda Gale unterschrieben hatte, hatte ihn offensichtlich hellhörig gemacht, während er danach tief in den Sümpfen Louisianas ritt Roy Weiser hart auf einem cremefarbenen 1,60m großen Wallach an unserer Pipeline-Trasse entlang, stieg ab, lüpfte seinen Stetson und wischte sich einen Moskito aus dem Haar. Wusste ich's doch, dass Sie und Payne den Karren aus dem Dreck ziehen würden, sagte er und schüttelte mir die Hand. Gott, ist das schön, Sie wiederzusehen. Sie sind ein ganzer Kerl, Holland. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Er erzählte mir, er habe durch Zufall erfahren, dass wir eine Pipeline durch das Acha-Falaya-Basin zu einer Raffinerie in Texas verlegten, woraufhin ihm ein Freund aus Morgan City das Pferd samt Anhänger und einen Pick-up geborgt habe. Ich hätte ihm gerne geglaubt. Vor mir stand ein stattlicher Mann mit klarem Blick, der allem anschein nach human eingestellt war und in Anbetracht seines Reichtums erstaunlich egalitäre Ansichten vertrat. Warum bin ich ein ganzer Kerl? sagte ich zu Weisard. Weil sie sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Sie haben sich selbstständig neues Kapital besorgt und jetzt sind sie wieder im Spiel. Bewundernswert. Woher wissen sie das? Kommen sie, wir fahren rüber zum Highway. Ich brauche ihren Rat Sie dachten doch nicht im Ernst ein Plapper Maul wie Lloyd Fincher könnte irgendetwas vertraulich behandeln? Wachen sie auf mein Freund. Wozu brauchen sie meinen Rat? Er blickte zur Seite und atmete hörbar aus. Es ist eine persönliche Angelegenheit. Persönlicher geht's nicht mehr. Ein spirituelles Problem, wenn man so will. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Dann fahren Sie doch zur Hölle. Wie war das? Verstehen Sie kein Englisch? Ich will nur sicher gehen, dass ich richtig gehört habe, nicht dass ich ihn umsonst die Fresse poliere. Er lächelte, deutete auf meine Brust und tippte mit dem Finger in die Luft. Das habe ich gemeint. Sie haben Schneid, Kumpel. Mit Weiserhards Pickup fuhren wir zu einem baufälligen Rasthaus, das etwas abseits der Straße in einem Wäldchen aus Virginia Eichen und Elliott Kiefern stand, nicht weit entfernt von einem gigantischen Sumpfgebiet. Angeschlossen an die Raststätte war ein Motel mit sechs Zimmern, das bereits die Neon-Lichtschläuche unter den Dachtraufen eingeschaltet hatte. Ein schimmernd violetter linken Continental mit Weißwandreifen und Speichenrädern stand vor dem letzten Zimmer an der Zufahrt. Ihr vermietet werden? Ich schaue mir halt gerne an, was das Volk so treibt. Das Rasthaus war beinahe leer. Wir setzten uns an einen Tisch vor dem Fenster Ventilator und orderten einen Teller Blutwurst und zwei Flaschen Dr. Nutt. Weißer blickte der Kellnerin hinterher, die unsere Bestellung aufgenommen hatte. Also ist das hier wirklich ein Freudenhaus? Sagt man jedenfalls. Welch Ironie. Wissen Sie, wozu ich Ihren Rat brauche? Ich habe keinen Dunst. Ich habe mich auf eine sexuelle Beziehung mit der Frau eines anderen Mannes eingelassen. Ich bin nicht stolz darauf. Ich hatte immer mal die eine oder andere Liebelei, aber nie mit einer verheirateten Frau. Was wollen Sie Wind geglättet wurde? Ich hätte mich einfach gefragt, was Sie von mir halten. Was liegt Ihnen an meiner Meinung? Ich weiß, was Sie im Krieg geleistet haben. Sie waren am Omaha Beach und in den Ardennen. Haben Sie die eine Geschichte gehört, dass ich einen Japsen Schulflieger abgeschossen habe, statt meinen Squadron leader zu decken? Ich wandte den Blick ab. Ich hatte schon vier Abschüsse. Mit dem Schulflieger waren es fünf und ich war ein Flieger-Ass. Ich habe nur die aufgehende Sonne auf seinem Rumpf gesehen, sonst nichts. Ich dachte, es wäre eine Zero. Dass ich falsch lag, habe ich erst bemerkt, als ich schon abgetaucht war. Aber ich habe sie trotzdem abgeknallt und als sie in Flammen aufgegangen ist, habe ich das Gesicht des Piloten der japanische Rekrut. Wer weiß, vielleicht hätte er später einen Kamikaze-Angriff in die Flanke eines amerikanischen Schlachtschiffs geflogen. So denkt nicht jeder. Sie sind ein guter Holland. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mann und was die andere Sache betrifft, mein Rat wäre, schleunigst auszusteigen. Was für eine andere Sache nochmal? Raten Sie. Ach, meine Eheprobleme. Ich weiß nicht. Sie ist ein bemerkenswertes Mädchen. Ich bin hier fertig, er strahlte. Hab ich sie schon wieder dran gekriegt? Mit ihnen ist immer lustig. Ich war schon immer der Ansicht, dass wir die Seele eines anderen Menschen nie zweifelsfrei erfassen können. Ich wusste nicht, ob Roy Weiserhard von seinem Gewissen oder von seinem Ego gepeinigt wurde. Vielleicht ein wenig von beidem. Ich ging zur Theke und zahlte die Rechnung. Als ich zum Tisch zurückkehrte, starrte Weiserhard aus dem Fenster auf das vom Regen gekräuselte Sumpfwasser. Wissen Sie, warum ich mich in dem Loch hier einquartiert habe? fragte er. Nein, Sie sind ein Mann voller Geheimnisse. Auf meinem Zimmer gibt's kein Telefon. Kein Mensch weiß, wer ich bin. Bei Sonnen Untergang gehe ich Forellenbarsche angeln und bei Sonnen Aufgang auch. Gleich da drüben bei dem Grüppchen aus überfluteten Tupelo-Bäumen habe ich einen Achtpfinder aus dem Wasser gezogen. Ich muss zurück zur Pipeline. Die werden sie kriegen. Wer sind die? Suchen sie sich's aus. Warum sollte sich irgendwer von mir bedroht fühlen? Weil sie über Wasser gehen können. Kerle wie sie machen immer Ärger. Sie sind kein Mannschaftsspieler. Die werden sie und Pine zerquetschen. Die werden ihre Familie in den Ruin treiben. Die werden sie gegeneinander aufhetzen, ihnen ihr Haus wegnehmen und ihren Namen in den Dreck ziehen. Die können einen Mann zu einer Bremsschwelle verarbeiten, ohne dabei auch nur ins Schwitzen zu geraten. Mein Großvater hat John Wesley Harden aus dem Sattel gehauen, ihm einen Tritt ins Gesicht verpasst Freundin an Bord. Da war ich 16. Was sagen Sie jetzt? Ich bekam keine Antwort auf meine Frage. Entweder hatte Wisehart wegen des klimpernden Regens auf den Ventilatorflügeln nicht jedes Wort verstanden, oder die ländliche brutale Welt meiner Jugend beeindruckte ihn nicht besonders. Es war Sonntagabend, als ich in Houston einen Anruf erhielt, der mich an eine Bibelzeile erinnerte. Manche sind von Geburt an anders beschaffen. Ich hörte die Stimme nicht zum ersten Mal. Es war eine Stimme voller Rost, und die Worte rührten von einem Ort, wo sich Menschlichkeit und Mitleid nie heimisch machen konnten. Wetten, dass Sie keine Ahnung haben, wer hier spricht? Das Cajun Tanzlokal bei Apollusas. Sie und ihre Kumpanen sind uns auf den Parkplatz gefolgt. Ein gutes »Kennen Sie das Bloody Bucket?« »Nein.« »Dann beschreibe ich Ihnen den Weg.« »Ich glaube, Sie sollten hier lieber nicht mehr anrufen.« »Was sagt Ihre Frau zu ihrem neuen Klavier?« »Wie hieß das Stück nochmal, das sie vor ca. fünf Minuten gespielt hat? Claire de Lune?« An der Ecke unter einer Straßenlaterne am Ende der Promenade stand eine Telefonzelle. Ich meinte darin, den Umriss eines fragte der Anrufer. »Sagen Sie mir, wo Sie sind.« Ich nahm meinen Regenmantel aus dem Flurschrank und ging ins Obergeschoss. Als ich die Treppe wieder herunterkam, hatte ich den Mantel übergezogen. Rosita spielte noch immer Klavier. »Wohin willst du?« fragte sie. Irgendein Kerl will mit mir über ein Geschäft reden. Bin gleich wieder zurück. Geografisch gesehen betrug die Entfernung zwischen unserem Viertel in den Heights und dem Bloody Bucket gerade mal zwei Meilen, aber die kulturelle Kluft hätte nicht größer sein können. Das Bloody Bucket war eine Kaschemme, die sich eines besonders rabiaten Klientels rühmte. Die weiblichen Gäste waren entweder Masochistinnen oder Huren, die ihre besten Tage hinter sich hatten, und kaum einer der Biertrinker war Anrufer saß in einer Nische am Eingang der Damentoilette, die Hände auf dem Tisch gefaltet, Zentimeter neben einem Aschenbecher mit einer qualmenden Zigarette. Ich ließ mich gegenüber nieder. Wie heißen Sie? Harlan McVeigh. Ich bin Privatdetektiv. Macht es Ihnen Freude, in anderer Leute Fenster zu schauen, Mr. McVeigh? Wenn es die Umstände erfordern? Er nahm einen Zug von seiner Tag. Wir besitzen eine zehn Zentimeter dicke Akte über Sie und Ihr Umfeld. Ich bin bereit, Ihnen Einblick zu gewähren. Ich bin ebenfalls bereit, Ihnen Informationen über den Mann zu geben, der mich beauftragt hat, Ihnen und Ihren Nächsten hinterher zu schnüffeln. Das hier ist nur ein Vorgeschmack. Erreichte mir die obere Hälfte einer in der Mitte in zwei gerissenen, vergrößerten Schwarz-Weiß-Fotografie. Bei der Lady würde jeder seine christliche Erziehung vergessen. Sollten wir uns auf ein Geschäft einigen können, zeige ich Ihnen, wer unter ihr liegt. Glauben Sie mir, es ist nicht Ihr Ehemann. Die Aufnahme zeigte Linda Gales in den nackengeworfenen Kopf, ihren im Orgasmus weit geöffneten Mund und ihre nackten Brüste straff wie Zuckermelonen. Ich schob das Bild wieder über den Tisch. Was wollen Anteil an dem Offshore-Bohrloch, das Sie und Ihre Kollegen südlich von Lake Charles bohren? Mehr nicht? Ich habe mich mein ganzes Leben lang nach den Krümeln der Bonzen gebückt. Wird Zeit, dass ich auch mal was vom Hauptgang abbekomme. Ich kann Ihnen sagen, was Sie von der Sache haben werden, Mr. McVeigh. Mit etwas Glück bleiben Sie gerade so am Leben. Sollten Sie Herschel Pine dieses Foto zeigen, bringt er sie wahrscheinlich um, und wenn er es nicht macht, kann es gut sein, dass ich das übernehme. McVeigh hob die Zigarette auf, kniff die Augen zusammen und nahm einen weiteren Zug, ließ den Rauch aus der Nase und drückte die Kippe aus. Sie und ich, wir haben eine gemeinsame Geschichte, Sie wissen es nur nicht, aber ich weiß, dass Bonnie Parker und Clyde Barrow und Raymond Hamilton und dessen Freundin 1934 bei Ihnen zu Besuch waren. Ich habe als Wachmann im Knast von Easton gearbeitet, als sich Bonnie und Clyde durch die Tore geballert und einen meiner Kollegen getötet haben, einen Freund von mir. Deshalb habe ich großen Wert darauf gelegt, mich mit Raymond zu unterhalten, bevor er dran glauben musste. Ich habe den Burschen an seine Sünden erinnert und ihm erklärt, was ihn erwartet, wenn er auf dem elektrischen Stuhl Platz nehmen darf, und ich habe zugesehen, wie er den Kolben reitet. Sie wissen doch, was die Knackis damit meinen, dass einer den Kolben reitet. Übrigens weiß ich auch alles über ihre Frau. Er steckte sich die nächste Zigarette an und wartete auf meine Reaktion. Ich hatte schon öfter mit dem Bodensatz der weißen Gesellschaft zu tun, Mr. McFay, aber ich glaube, Sie brechen alle Rekorde. Mein Gegenüber lächelte, während der Barkeeper mit einem kreisrunden Tablett herüberkam und ihm eine Flasche Pearl servierte. McFay füllte sein Glas und salzte den Schaum, trank einen Schluck, wischte sich über den Mund und leckte das Salz von der Hautfalte zwischen Daumen und Zeigefinger. Ich hätte hier noch ein paar andere Sachen, die Sie interessieren dürften. Ihr Daddy hat seine Sippe doch 33 sitzen gelassen, oder? Ein elektrischer Standventilator blies über die Sitznischen hinweg. Dennoch spürte ich, wie die Raumtemperatur anstieg und im Regenmantel intensivierte sich meine Körperhitze. Ich fasste mir an den Nacken, meine Haut schien zu brennen. Warm hier drin, sagte ich, zerrte den Mantel von meinem rechten Arm und ließ ihn auf die Bank glatten. Meine Hand ruhte auf einem harten Klumpen in der Tasche. Wie war das? Könnten Sie das bitte wiederholen? Ihr Vater hat sich in die große weite Welt aufgemacht und ist nie nach Hause zurückgekehrt. McFay zog eine Fotografie im Format 20 mal 25 Zentimeter von einem Stapel und schob sie vor mich. Daneben legte er eine Stiftlampe. Schauen Sie sich's an und sagen Sie mir, was Sie sehen. Auf der Fotografie war eine Ausschachtung rund um einen Ruheabschnitt zu sehen, der anderthalb Meter tief in der Erde lag. Das ist ein Glockenloch, sagte ich. Bei einem Leck in der Pipeline muss man das Rohr ausbuddeln und direkt an der Verbindungsstille wieder zusammenschweißen. Stimmt doch, oder? Ja, die Grube um die Rohrverbindung hat die Form einer Glocke, daher der Name. Was hat das mit meinem Vater zu tun? McFay legte eine zweite Fotografie auf Erkennen Sie einen der Kerle wieder? Er kippte sein Glas nach hinten und leerte es. Salz ran über den Rand. Na, kommen Sie schon, Kumpel, was sehen Sie? Auf der Aufnahme gruben vier Männer in dem Glockenloch, alle vier gleichermaßen dürr, die Bäuche flach wie eine Falthilfe für Oberhemden, ihre Kleidung zu groß für ihre schmächtigen Körper. Sie sahen aus wie einer trug eine Ballonmütze und schaute in die Kamera mit irritiertem Blick, als wäre er dort fehl am Platz. Das ist mein Vater. Dachte ich mir doch, dass sie das interessiert. Woher haben sie das Foto? Aus den Akten eines Unternehmens. Die Furchen in Macphays Gesicht erinnerten an Verwerfungen in einer Pfanne voller Sand und in seinen Augen lag eine Dunkelheit, wie ich sie nur bei wenigen Männern gesehen hatte. Knapp hinter seinen Lippen schimmerte ein Eckzahn. Das letzte Foto sollte ich Ihnen wohl ersparen, aber ich zeig's Ihnen trotzdem. Hier, in der Grube gab's eine Explosion, die die Kerle schnurstracks zur Hölle gepustet hat. Man sieht noch den Rauch, der von den Überresten ihrer Klamotten aufsteigt. Meine linke Hand krampfte sich um den Rand der Fotografie. In der rechten hielt ich die Stiftlampe. In meinen Fingern spürte ich ein Zittern, das ich kaum noch kontrollieren konnte. Wenn ich das richtig verstanden habe, sagte McVeigh, dann kann ein Glockenloch nur aus einem Grund in die Luft gehen, wenn irgendein Typ an der Pumpstation die Absperramatur offen gelassen hat. Liege ich Schrift geschossen, nach der Explosion hat man sie im Aktenschrank vergraben. Eine Fahrlässigkeitsklage hätten Sie wahrscheinlich aus der Portokasse regeln können, aber der Besitzer des Unternehmens ist ein echter Raftzahn. Sie müssen mir den Namen des Unternehmens nennen, Mr. McVeigh. Ich muss gar nicht, solange wir uns nicht handelseinig sind. Ich schob mich aus der Sitznische und legte mir den Mantel über den Unterarm. Ich setzte den Hut auf. An der Theke tranken drei Motorradfahrer, die nackten Arme geschwollen von Knorpel und überwuchert von Haaren. Irgendwer spielte an einem Flipper, rammte immer wieder die Handballen gegen die Ecken. Wie lange haben Sie an unserem Fenster gestanden? Gar nicht. Ich war vorne auf der Veranda. Erst wollte ich an der Tür klingeln, aber dann dachte ich mir, ich rufe lieber an. Verstehe, also sind Sie doch kein Voyeur. Er legte die Fotos in die Akte und schloss die Mappe. Ich kann Ihnen das Leben leichter machen, aber es ist Ihre Entscheidung. Ich schätze, Sie wurden von Ihrem Auftraggeber gefeuert, Mr. McFay, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie im Moment größere Schwierigkeiten haben, eine neue Beschäftigung zu finden. Er blickte mich von unten her an, seine Mundwinkel kräuselten sich. Interessiert es Sie denn gar nicht, mit wem sich Miss Linda Gale amüsiert hat? Ich ging hinaus, in die plötzliche Kälte des Windes und den Duft des Regens, unter das Wetter leuchten, das oben durch die Wolken wanderte. Dann zog ich den Regenmantel über und postierte mich im Eingang eines schnäuzte sich in ein Taschentuch. Nachdem er sich in beide Richtungen umgeblickt und das Tuch wieder eingesteckt hatte, lief er zu einer dunklen Tankstelle an der Ecke, wo er sein Auto abgestellt hatte. Er bemerkte mich erst, als ich einen halben Meter hinter ihm war. Ich stieß ihn in seinen Wagen. Wissen Sie, was das ist? fragte ich. Er starrte auf meine Hand. Eine Luger. Ja. Was wissen Sie noch über meine Frau? Dass sie eine Rote ist. Wollen Sie dazu vielleicht noch irgendetwas sagen? Nein. Glauben Sie, ich wäre imstande, sie zu töten? McVeigh brach den Blickkontakt ab und sah ins Leere. Als ich ihm den Griff der Luger auf den Nasenrücken drosch, stieß er einen erstickten Laut aus. Vielleicht sollte es ein Wort werden, aber wahrscheinlich nicht. Er beugte sich von über und hielt sich mit beiden Händen die Nase. Blut tropfte auf sein Hemd. Sagen Sie mir jetzt, für wen Sie arbeiten? Nein, Sir, erwiderte er. Ist auch egal. Ich weiß es sowieso schon und sollten Sie meiner Frau oder mir noch einmal zu nahe kommen, zerschieße ich Ihnen das Gesicht. Ich packte ihn an der Krawatte und schleifte ihn auf den Asphalt, nahm das Foto, auf dem mein Vater mit seiner Ballonmütze zu sehen war, aus der Akte und warf den Rest in einen Gulli. Dann ging ich neben McFay in die Hocke. Alles okay mit Ihnen? Wie sieht's denn aus? Haben Sie zugeschaut, wie Raymond Hamilton auf dem elektrischen Stuhl gestorben ist? Ja, Sir, bloß um ihn leiden als sie durchlöchert wurde. Er sollte wissen, dass die beiden gelitten haben wie die Tiere. Ich ging und ließ ihn blutend auf dem Asphalt legen. Ich weiß nicht, ob sich manche Menschen bewusst für das Böse entscheiden oder ob sie schlicht ohne Gewissen zur Welt kommen. Hanen McFay kannte die Antwort vermutlich, aber wahrscheinlich würde er sie niemals mit uns anderen teilen. Am Montagmorgen hätte ich wieder an der Pipeline sein müssen. Doch ich rief Hörscherl an, um mich von ihm vertreten zu lassen und machte mich unmittelbar nach dem Frühstück auf den Weg zu Roy Weiserhards Adresse in River Oaks. In einer Villenstraße passierte ich auch Ich fragte mich, ob Linda Gelber ihren neuen Nachbarn angeklopft hatte, um sich vorzustellen, ob sie ihnen vielleicht einen selbstgebackenen Pie vorbeigebracht hatte, oder ein paar Wildblumen, die sie auf einem leerstehenden Grundstück gepflückt hatte. Ihr sonniges Gemüt, diese provinzielle Unschuld, die Tür an Tür mit ihrem mangelnden Gespür für Hörschels Bewunderung walte, ließ mich bedauern, wenn auch nur für einen Moment, dass hinter den Kulissen bereits Schmerz und Enttäuschung auf sie warteten. Roy Wisehart und seine Gattin bewohnten ein Anwesen, dessen Architektur selbst im Vergleich zum übrigen River Oaks derart massive und majestätische Maßstäbe aufwies, dass sich der Betrachter geradezu darin verlor. Kanellierte Säulen erhoben sich bis ins zweite Obergeschoss. Weiße Wandfarbe leuchtete wie ein Symbol kapitalistischer Reinheit in einem lauschigen Garten aus mächtigen Eichen. Als ich auf der luftigen Veranda die Glocke läutete, fühlte ich mich, als stünde ich vor der Pforte einer klassischen Welt, die ich, hatte ich sie erst einmal betreten, womöglich nie wieder verlassen wollte. Roy Wisehart zog die Tür auf, mit einem herzhaften Lächeln auf den Lippen, als hätte ich ihn ertappt, wie er einen Witz Sie rein, kommen Sie rein, es ist zum Brüllen. Während er Richtung Frühstücksraum ging, sprach er über die Schulter weiter. Drei Minuten früher und sie hätten Whorehouse Hane noch erwischt. Ich meine McFay, den Typen, der sie abkassieren wollte. Vor lauter Lachen musste er sich setzen. Whorehouse, das ist ein Spitzname, wissen Sie warum? Weil er eine Geschlechtskrankheit hatte, die hat sein Gesicht befallen, daher hat er diese Furchen in der Haut. Ratten Sie mal, unter welchen Umständen er sich die Krankheit zugezogen hatte. Das entscheidende Wörtchen ist unter. Danke, ich verzichte. Er behauptet, Sie hätten ihm die Nase gebrochen. Das bezweifle ich. Wenn Sie es nicht faustdick hinter den Ohren haben, Holland, Gott bin ich froh, dass Sie vorbeigekommen sind. Durch die Terrassentür sah ich blühende Blumen im Schatten von Virginia eichen, Töpfe mit taubenetzten Hongkong-Orchideen auf der geziegelten Veranda und einen Swimmingpool, der so blau und kühl wirkte wie ein Römerbad. Auf dem Frühstückstisch waren Warmhalteschalen mit Schinken und Speck angerichtet, mit Brötchen, Red-Eye-Sauce und Ruhe-Ei. Greifen Sie zu, sagte Weisard. Ich habe schon gefrühstückt. Woher kennen Sie McFay? McFay hat für meinen Vater geschnüffelt, bis vor ein paar Jahren, als mein Vater ihn rausgeschmissen hat. Haben Sie ihm wirklich eine Luga auf die Nase gekloppt? Sieht so aus, mein Erinnerungsvermögen ist manchmal etwas lückenhaft. Wieso hatte McFay sie eben angerufen? Er wollte mir Informationen verkaufen, außerdem haben sie ihm einen Mordschrecken eingejagt. Information worüber? Hm, über sie, über ihre Frau, was er halt so an Gemeinheiten ausbuddeln kann. McFay ist ein Aasfresser, den nimmt keiner ernst. Ich schon, erwiderte ich. Weisard beugte sich auf dem Stuhl zur Seite und versetzte mir einen Hieb auf den Arm. Ach, setzen Sie sich, trinken Sie wenigstens einen Kaffee mit mir. Sie sind hier ein wahrer Lichtblick. Der Großteil meiner Bekannten verfügt über die Geisteskraft eines Betonklotzes. Er faltete einen Speckstreifen in ein Brötchen und bis hinein. Seine Augen leuchteten auf, als würde er einen Gedanken in seinem Hinterkopf inspizieren. Sie dachten doch nicht etwa, dass Harlen für mich arbeitet. Sie waren der Erste, der Interesse an unseren Schweißgeräten gezeigt hat. Und Sie dachten, ich lasse mich in der Öffentlichkeit von einem Hohlkopf wie McVeigh vertreten? Ich glaube, McVeigh hat es auf Herschel Pine abgesehen. Inwiefern? Ich wandte den Blick nicht von Weisards Augen ab. Vielleicht wird er versuchen, Linda Gates und Herschels Ehe zu ruinieren. Soweit ich weiß, geht's Linda Gale fabelhaft. Sie hat eine Rolle in einem Western bekommen, der in New Mexico gedreht wird. Der Regisseur meint, sie ist ein Naturtalent. Woher wissen Sie das alles? Ich bin Mitbesitzer der Filmgesellschaft, bei der Linda Gale unterschrieben hat. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass ich im Filmgeschäft tätig bin, oder? Ja, hatten Sie. Kennen Sie Linda Gale näher? Weisard hatte rosige Wangen. Er lächelte mit den Augen, wie man es von Frauen kennt. Worauf wollen Sie hinaus, mein Freund? Da bin ich mir noch nicht sicher. Lassen Sie McVeigh bloß nicht an sich rankommen. Der Mann ist immer für einen Lacher gut, aber unter der Oberfläche ist er trotzdem ein böser Mensch. Im Ölgeschäft wimmelt es von räudigen Spürhunden wie McVeigh. Schön haben Sie es hier, meinte ich, da könnte man glatt zum Bolschewisten werden. Ich hätte noch Badesachen da, die Ihnen passen sollten. Wie wär's? Der Wind trug den Herbst herbei, rotes und gelbes Eichenlaub flatterte auf das seidig schimmernde Wasser des Pools und selbst die Sonne, deren Spiegelung knapp unter der Oberfläche schwebte, wie ein wabernder gelber Ballon schien gebannt von dem Einladenden nass. Warum nicht? antwortete ich. Zehn Minuten später trieb ich mitten im Pool auf einer Luftmatratze mit dem Gesicht nach unten, die schlaffen Arme im Wasser, die wärmende Sonne auf dem Rücken. Über mir raschelten die Eichen mit ihren Ästen und ein undeutliches Gefühl strich durch meine Lenden, eine Art schläfrige Sinnlichkeit. Mit großem Reichtum konnte man sich eine gewisse Abgeschiedenheit erkaufen und beides zusammengenommen garantierte geheimen Zugang zu allen verbotenen Genüssen, die diese Welt zu bieten hatte. War der Ort, der mir gerade so viel Freude bereitete, nicht das beste Beispiel für die Befriedigung unterdrückter Sehnsüchte und die Feier des eigenen Selbst? Weisard machte einen Satz vom Sprungbrett und sank bis zum Grund des Pools, geschmeidig und elegant, mit der Körperspannung eines Delfins. Als er Zentimeter vor meinem Gesicht wieder auftauchte, duftete sein Atem nach dem Pfefferminz, das auf seiner Zunge zerschmolz. Als hätte man ein Stück der Antike hierher verfrachtet, was? sagte er. Das gibt man nicht so leicht auf. Es ist eine Verlockung, fast wie die Schenkel einer Frau. Was wollen Sie mir damit sagen? Wir sind dabei, ein Imperium zu erschaffen, nur besitzen wir keine christlichen Tugenden, sondern heidnische. Hat man sich das einmal eingestanden, werden Sie überrascht sein, wie viele Gewissenskonflikte sich auf einmal in Wohlgefallen auflösen. Ich habe keine Gewissenskonflikte, sie werden welche haben. Ich fragte mich, ob er auf die Affäre anspielte, die er mit der Frau eines anderen Mannes unterhielt, und ich fragte mich, ob diese Frau Linda Gale Pine hieß. Weisard stieß sich von meiner Luftmatratze ab, tauchte zum Grund des Pools und erschien erst knapp zwei Minuten später wieder an der Oberfläche. Er schnappte nach Luft, die Augen weit aufgerissen, wie ein Mann, dem eine unsichtbare Schlinge den Atem abschnürte. Verstehen Sie jetzt? Ich bin mehr Fisch als Säugetier. Sie dürfen sich nicht in irgendwelchen Regeln verheddern Holland. Sie müssen die Kriegsbeute nehmen, wie sie ist. Die Welt ist ein wundervoller, exotischer Puff. Für einen Kerl, der sich drauf einlassen will, könnte es nichts Schöneres geben. Und was Linda Gale Pine angeht, ich weiß, was Sie denken. Vergessen Sie es. Ich mag ein Arschloch sein, aber einen Mann wie Sie würde ich nicht belügen. Ich war 29 Jahre alt, er etwa 35, doch sein Körper war biegsam wie der eines Halbwüchsigen und er hatte das attraktive, vergeistigte Profil eines griechischen Gottes. Was sehen Sie mich so an? sagte er. Ich dachte mir gerade, dass Sie aus einem vergangenen Zeitalter stammen könnten, Roy. Das war das erste Mal, dass Sie mich mit meinem Vornamen angesprochen haben. Wissen Sie, wieso ich wirklich mit Ihnen ins Geschäft kommen will? Nein, das weiß ich nicht. Sie brauchen jemanden, der Sie vor sich selbst beschützt. Sie sind hier das Relikt aus vergangenen Zeiten, Holland. Wie heißt noch mal diese großartige französische Ballade, das Roland's Lied? Das passt zu Ihnen. Sie können machen, was Sie wollen, aber in Gedanken hören Sie immer den Klang der Hörner vor Eishart in meine Seele blicken? Waren wir uns ähnlicher, als ich es wahr haben wollte? Als ich am folgenden Morgen nach Lake Charles fuhr, nahm ich Rosita mit. Ich wollte sie nicht allein zu Hause lassen, während Gestalten wie Harlen McFay umher streunten und möglicherweise auf Rache sann. Bevor ich aufbrach, schnappte ich mir die Morgenzeitung von der Wiese und schob sie in die Manteltasche, ohne einen Blick auf die Titelseite geworfen zu haben. Wir trafen Herschel am Motel am Südrand der Stadt, draußen beim See. Ich hab uns ein Boot besorgt, fahren wir raus zur Bohrinsel, sagte er. Die Karle können einfach nicht zuhören. Das müssen sie mir genauer erklären. Der trottelige Schichtführer hatte die Absperrvorrichtung nicht dran. Er glaubt, bis zum Förderhorizont wären es mindestens noch mal 600 Meter, wenn da unten überhaupt Öl ist. Aha. Was sagt der Geologe? Das Gleiche. Die sehen alle ziemlich schwarz für die Bohrung. Ich hab ihnen gesagt, wenn sie die Ventile nicht anbringen, brennt hier heute nach der Himmel. Also ist das Zeug wirklich da unten? Ich kann es riechen. Ich versuchte nicht, an unsere beiden Fehlbohrungen bei New Roads zu denken, eine unmittelbare Konsequenz aus Herschels Überzeugung auf einer gigantischen Lagerstätte zu stehen. Ach, kommen Sie schon, Weldon, wir brauchen jetzt einen Diplomaten. Wenn die Jungs die Ventile nicht anbringen, werden alle Mann auf der Arbeitsbühne geröstet. Als wir an Bord der Bohrinsel kletterten, presste der Wind die Kleidung der Männer an ihre Körper, als stünden die Bohrarbeiter auf dem Deck eines Flugzeugträgers. Ich musste schreien, um mich dem Geologen verständlich zu machen. Mr. Pine meint, wir sollten lieber die Absperrvorrichtung anbringen. Pine ist ein interessanter Kerl, brüllte der Geologe zurück. Wir stiegen eine Leiter hinauf in die sogenannte Hundehütte, in Begleitung des Geologen, des Bohrmeisters, des Schichtführers und zweier Herren, die Mehrheitseigner der Bohrinsel waren. Obwohl ich Rosita als meine Ehefrau vorgestellt hatte, blickten die Männer sie immerfort aus dem Augenwinkel an, als müssten sie sich erst wieder vergegenwärtigen, wer sie war und was sie hier zu suchen hatte. Durch die Fenster konnte ich die langgezogene, graugrüne, in Nebelschwaden gehüllte Küste Louisianas erkennen, ein Streifen aus Barriereinseln und Schöpfung. Niemand hatte Verständnis für Herschels Sichtweise, die darauf hinaus lief, dass er mehr vom Ölbohren verstehen wollte als alle anderen. Der Bohrmeister nahm mich beiseite. Mr. Pine wird hier langsam zu einer echten Nervensäge. Normalerweise hat Herschel einen guten Instinkt, sagte ich, und verdrängte die Gedanken an New Rhodes. Religion ist was für die Kirche und Instinkte sind was für die Pferderennbahn. Hier wird in Dollar und Cent abgerechnet, Mr. Holland. Ich spürte Rosita neben mir, spürte ihren Arm durch meine Ellbogenbeuge gleiten und ihre Hüfte an meiner. Wie sieht's bisher mit den Betriebskosten aus? fragte sie den Bohrmeister. Bestens, bisher flutscht hier alles wie Vaseline. Ich versuchte dem Mann mit einem Blick zu verdeutlichen, was sich von seinem Vergleich hielt. Er bekam es nicht mit. Was wäre kostspieliger? fragte Rosita. Jetzt eine Vorsichtsmaßnahme zu treffen oder später ein paar Dutzend Klagen auf sich zu ziehen? Ob sie's glauben oder nicht, Lady, aber wir haben alle Eventualitäten bedacht. Hätten sie Lust, sich vor einer Jury aus den Familien ihrer Angestellten zu rechtfertigen? Der Blick des Bohrmeisters zuckte zur Seite und fixierte Rositas Augen. Männer, rief er in den Raum, darf ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Die Absperrvorrichtung wurde angebracht. Die Bohrinseln jener Tage waren primitive Konstruktionen ohne Kombüsen und Wohnquartiere, wie man sie heutzutage vorfinden würde. Zu Abend aßen wir an Bord eines Krabbenkutters, der am Unterbau der Insel ankerte und Wir drei schliefen auf dem Kutter in schmalen Kojen in einer kleinen Kajüte. Bei Tagesanbruch war es kühl und das dunkle Orange der Morgensonne wollte nicht recht zu den schwarzen Wolken passen, die ihr Licht umgaben wie der Rauch eines Magma Feuers unter dem Golf. Meterhohe Wellen schlugen gegen den Holzrumpf des Kutters wie ein Metronom, ein monotoner Rhythmus, der einem nach und nach die Knochen gefror. Doch Herschel ließ sich durch nichts entmutigen. Er rasierte sich mit kaltem Wasser, trocknete sich das Gesicht am Hemd und sah mich mit flackerndem Blick an. Los, gehen wir rauf in die Hundehütte. Ich glaube, wir sollten uns lieber raushalten, erwiderte ich. Wenn der Wind nachlässt, sollten wir zurück zum Ufer. Vertrauen Sie mir einfach begaben uns zum Frühstück in die Kombüse, deprimiert von unseren Aussichten und gelangweilt von der Bordroutine. Auch Rosita wollte schnellstens zurück an Land. Ich frage mich, was so in der Welt vor sich geht, meinte sie. Da erinnerte ich mich an die Morgenzeitung, die ich von der Wiese aufgehoben und in die Manteltasche gesteckt hatte. Ich drehte die Zeitung herum und studierte den Artikel am unteren Rand der Titelseite. Herschel war schon zur Hundehütte hinaufgeklettert. »Weldon?« sagte Rosita. »Ja?« »Du bist ganz weiß im Gesicht.« »Erinnerst du dich an den Mann, mit dem ich mich Sonntagabend getroffen habe?« »Was ist mit ihm?« »Er wurde totgefahren. Fahrerflucht. Das tut mir sehr leid. « »Muss es nicht. Er war ein Erpresser.« »Er hat versucht, dich zu erpressen?« »Das eigentliche Thema waren Herschel und Linda Gale. Wahrscheinlich geht Linda Gale fremd. Außerdem hatte er zwei Fotos meines Vaters dabei. Auf dem einen war Vater zu sehen, kurz bevor er durch eine Explosion in einem Glockenloch getötet wurde. Auf dem anderen seine Leiche, direkt nach der Explosion. Ich muss herausfinden, warum mein nie geschrieben hat, wieso er uns nie gesagt hat, wo er ist. Aber Linda Gales und Herschels Eheprobleme lässt du dabei aus dem Spiel. Verstanden, General Lovenstein. Brauchst du eine Ohrfeige? Als ich aus dem Bullauge blickte, beobachtete ich eine sinnwidrige Abfolge zweier eigenartiger Phänomene. Der Wind flaute ab, und statt zu brechen, glitten die Wellen durch die Stützpfeiler der Bohrinsel hindurch wie gekräuselte grüne Seide. Dann erzitterte die Wasseroberfläche, warf Falten wie die Haut eines Lebewesens. Unglaublich, sagte ich. Was? fragte Rosita. Das musst du dir anschauen. Sowas sieht man nicht alle Tage. Wir kletterten die Leiter hinauf zum Deck der Bohrinsel. Aus dem Bohrlochkopf sickerte ein Geruch ähnlich dem gestang fauliger Eier. Gerade traten der Bohrmeister, der Bohrarbeiter mit dem Bauchumfang eines Bierfasses, tanzte neben dem Bohrlochkopf und stieß immer wieder fröhlich den Unterleib gegen die Luft, den Schutzhelm schief auf dem Kopf. Eine Vibration wanderte durch meine Schuhsohlen. Die Leitungen am Bohrlochkopf fingen an, riesige Tropfen zu schwitzen, leuchtend und feucht wie ein Eimer Silbermünzen aus dem Laderaum einer gesunkenen Galeone. Jedes einzelne Verbindungsstück war kalt wie ein Eiswürfelbehälter aus der Tiefkühltruhe. Der Schichtführer tunkte ein Brett in einen Terpentinkanister, entzündete es und hielt das brennende Ende an eine Abfackelleitung. Augenblicklich loderten Flammen auf und schossen dreißig Meter hoch in den Himmel. Die geleitete Eruption von Öl und Erdgas, von Salzwasser und Sand durch den Bohrlochkopf erzeugte einen Druck, ein strukturelles gegeneinander, als wollte man einen Ozean durch den Hals einer Bierflasche pressen. Vor dem Himmel schien sich die molekulare Zusammensetzung des Stahlgerüsts zu versteifen. Irgendwo in der Takelung fiel ein Hammer herunter und polterte durch die Streben, laut wie das Glockengeläut einer Kathedrale, doch niemand achtete darauf, nicht mal als der Hammer vom Dach der Hundehütte abprallte. Wahoo, rief Hörsche und sprang auf dem Deck in die Luft. Wahoo, Herr im Himmel Welden, wir sind reich! Wieder brüllte er Wahoo und Hörschel hatte noch mehr zu bieten. Jetzt stellte er sich auf die Hände und lief kopfüber auf dem Deck herum. Ist das nicht der glücklichste Mensch, den du je gesehen hast? fragte Rosita. Zweifellos, antwortete ich. Die Wochen nach Kompletierung der Bohrung waren ein Fest. Versicherungsunternehmen und gaben den Startschuss für eine neue Pipeline in Victoria, Texas und eine weitere in Lottie, Louisiana. Linda Gale und Hörschel strichen ihr bescheidenes Heim in River Oaks und sie stellte einen Antrag auf Mitgliedschaft im River Oaks Country Club. Rosita und ich fuhren zu Großvater auf die Ranch und pflanzten nördlich des Hauses eine Reihe von Pappeln, die vor dem Wind schützen sollten, kauften meiner Mutter einen Wagen und engagierten einen Mann, der ihr das Fahren beibringen würde. Großvaters neunzigsten Geburtstag feierten wir mit einer dreistöckigen Torte mit weißer Glasur und pinkfarbenen Kerzen. Unter den Freunden, die zum Fest erschienen, waren alte Männer, die als Viehtreiber auf dem Good Night Loving Trail und dem Chishome Trail unterwegs gewesen waren und Zwillinge, die sich Seite an Seite mit Fighting Joe Wheeler den Kettle Hill hinaufgekämpft hatten. Direkt nach Großvaters Geburtstagsfeier saßen wir bei Sonnenuntergang zu zweit auf der Veranda, während sich unsere frisch gepflanzten Pappeln in ihrem grünen Kleid gegen den Wind stemmten, wo die Unterseite der Regenwolken glühte wie ein Schmiedeofen. Großvater trank seinen Kaffee aus der Untertasse. Ich erzählte ihm, was ich von McFay über das Schicksal meines Vaters erfahren hatte. Nach langer Zeit erwiderte Großvater »War er das auf den Fotos? Bist du dir sicher? Ja, Sir, sagte ich. Und wie geht's dir damit? Ich würde mir gerne die Leute vorknöpfen, die den Unfall verursacht haben, und die, die ihn vertuscht haben. Das meine ich nicht. Fühlst du dich von ihm verraten? Verraten ist vielleicht nicht das richtige Wort. Er konnte nicht mal PR- Gespräch anrufen, um euch zu sagen, dass es ihm gut geht und dass er schon auf dem Weg nach Hause ist? Das soll kein Verrat sein? Ja, Sir, ich hatte mich auch gefragt, warum er das nicht gemacht hat. Vielleicht hatte er keine Gelegenheit dazu. Er hatte keinen Grund, sich nicht bei dir zu melden. Er hatte keinen Gräuel auf dich und deine Mutter, sondern auf mich. Wie hieß die Firma, für die er damals gearbeitet hat? Das weiß ich nicht, und der Privatdetektiv wurde einen Tag nach unserem Treffen bei einem Unfall mit Fahrerflucht getötet. Was irgendwem prächtig in die Karten spielt, was? Kann man so sagen. Ich weiß, was du jetzt denkst, aber das kannst du dir gleich wieder aus dem Kopf schlagen. Was denke ich denn? Dasselbe wie damals, als du die Kugel durch die Heckscheibe von Clyde Barrows geklautem Wagen gejagt hast. Darüber wusste Macfair übrigens auch Bescheid. Er hat früher als Wachmann im Gefängnis von Easton gearbeitet. Warum sagst du das nicht gleich, ranzen Arsch? Komm, schlepp das Telefon hier raus und bring mir mein Adressbuch. Könntest du das bitte lassen? Es ist ein scheußlicher Spitzname. Ich denk drüber nach. Ich ging ins Großvater das schwarze Notizbuch, das ihm half, mit seinem schrumpfenden Heer alter Freunde Kontakt zu halten. Danach ging ich raus in den Gemüsegarten und fing an, das Unkraut aus den Pflanzen reinzuhacken. Am Erdrand schmolz die Sonne in ihrer eigenen Hitze. Als ich zur Veranda zurückkehrte, hatte Großvater seine Brille aufgesetzt und blickte auf ein ausgerissenes Blatt Papier mit ein paar Notizen. Einer meiner Freunde kannte McVeigh, als er in East Him war, sagte er. McVeigh soll ein hartherziger Hirte gewesen sein, der Clyde Barrow das Leben zur Hölle gemacht hat, wo er nur konnte. Gut möglich, dass Barrow in East Him vergewaltigt wurde, vielleicht mehrfach, und ein Ex-Ranger hat mir erzählt, dass McVeigh danach für die Coronado Oil Company gearbeitet hat. Coronado gehört den Weisarts. Tja, später hat McVeigh dann für seinen Rausschmiss gesorgt, indem er seine Spesen großzügig aufgerundet hat. Wie lang ist das her? Zwei oder drei Jahre. Das passt zu dem, was Roy Weisart mir erzählt hat. Mein Freund meinte, dass McVeigh dauernd mit seinem guten Draht zu den besseren Kreisen geprahlt hat. Wieder blickte Großvater auf die Seite, die er aus dem Heatsbuch ausgerissen hatte. Er hat kleinere Aufträge für Clara Weisart erledigt. Das ist doch Roy Weisarts Frau. Ja, Sir. Ich spürte, wie sich meine Gesichtsmuskeln verkrampften. Großvater nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. Du fühlst dich von deinem Freund Roy Weisart aufs Glatteis geführt. So ungefähr. Das ändert nichts an deinem Charakter, Weldon. Weisart sollte sich schämen, mal wert, ihnen vor die Füße zu spucken. Das paar kann sich nicht mit den Hollins messen, an keinem Tag der Woche und sonntags gleich gar nicht. Und ich sag dir noch was, schon als du klein warst, wusste ich, dass du unser Goldjunge wirst. Ich ging ins Haus und holte das Pfirsicheis, das Rosita am Nachmittag mitgebracht hatte. Ich nahm zwei Schalen und zwei Löffel mit und dann verspeisten Großvater und ich die ganze Packung bis hinunter zum Boden im Licht der Verandalaterne und unter Sternen, die über uns vom Himmel fehlen. Linda Gale hatte die Einladungen zu ihrer Gartenparty eigenhändig durch die Briefschlitze ihrer Nachbarn geschoben. Erst die eine Straßenseite hinauf, dann die andere hinunter. Unter den Nachbarn waren viele Leute, die sie noch nie getroffen hatte. Für diese hatte sie ein paar persönliche Worte an den unteren Rand der Karte geschrieben. Wir sollten uns endlich kennenlernen. Und um abwechslungsreicher zu formulieren, hatte sie teils noch eine andere Bemerkung hinzugefügt. Wir haben so viel Gutes von ihnen gehört. Wenn sie mögen, bring sie doch die Kinder mit. Sie mietete Gartenmöbel und spannte Gelanden zwischen der Dachtrauff ihres Hauses und den überhängenden Ästen der Virginia Eichen auf dem Nachbargrundstück. Sie engagierte einen Partyservice, errichtete eine Bar unter der Gaslaterne am hinteren Zaun und kümmerte sich darum, dass die beiden Barkeeper im weißen Sakko mit roter Fliege und schwarzer Hose mit rasiermesserscharfen Bügelfalten erschienen. Denn genau so waren die Barkeeper auf der Gartenparty gekleidet gewesen, die Linda Gale in den Hollywood Hills besucht hatte. Am Morgen des Fests erhielten Herschel und sie ein Schreiben vom River Oaks Country Club, das sie über die Ablehnung ihres Mitgliedsantrags informierte. Linda Gale warf den Brief vor Herschel auf den Esstisch. Was hast du in das Formular eingetragen? Unser Einkommen vom letzten Jahr, das hat sie am meisten interessiert, glaube ich. Hat wohl nicht gereicht, was? Und was ist mit der ganzen Ausrüstung, die dir gehört? Oder mit der Ölquelle, die du gerade erst entdeckt hast? Das reicht auch nicht. Das sind Snobbs, Schatz, wir sind Arbeiter. Ich bin Schauspielerin und muss in drei Tagen wieder am Drehort sein. Du bist Gründer und Geschäftsführer eines landesweiten Unternehmens. Wie können die es wagen, uns Rosita und ich vor? In der Nähe parkte kein einziger Wagen und in der Einfahrt stand nur Herschels schwarzer Cadillac. Wir gingen um das Haus herum in den Garten, wo Linda Gail damit beschäftigt war, die Stühle umzustellen, das Gesicht verkniffen vor Wut. Das gibt eine Katastrophe, flüsterte Rosita. Und was für eine, antwortete ich. Red du mit ihr, ich bin gleich zurück. Was hast du vor? Wahrscheinlich wird's ein Schuss in den Ofen. Ich ging ins Haus und wählte Roy Wisehart's private Telefonnummer. Hallo? sagte er. Wir beide müssen etwas klären. Holland? Mir ist zu Ohren gekommen, dass Harlan McVeigh für ihre Frau gearbeitet hat. Was haben sie denn immer mit McVeigh? Verlassen sie sich doch auf ihre Menschen Kenntnis Partner. Was soll meine Frau mit so einem Gesellen zu schaffen haben? Sagen sie es mir. Meinetwegen. Wenn's ihnen dann besser geht, erkundige ich mich später bei Clara. Vielleicht wurde McVeigh mal von einer Firma im Besitz ihrer Familie beschäftigt. Haben sie eine Einladung zu Linda Gales Garten Party am heutigen Abend erhalten? Hat sie uns denn eine geschickt? Wenn ja, habe ich sie nie zu mich daran, am Samstag Nachmittag nie wieder ans Telefon zu gehen. Ich erklärte ihm, wo das Haus zu finden war. Dann sagte ich, sie haben noch einen Haufen Freunde in der Gegend. Die haben sicher auch alle Lust, hier vorbeizukommen. Ist das ihr ernst? Sie genießen mein vollstes Vertrauen. Sie kriegen das hin. Zeigen Sie mal, was Sie können. Weisard legte auf. Um 18.05. rollte sein Rolls-Royce in die Einfahrt der Pines. Seine Frau saß nicht mit im Wagen. Danach trafen vier Paare aus der Nachbarschaft ein, dann noch andere überwiegend in bescheidenen Autos. Innerhalb der nächsten Stunde machte ich die Bekanntschaft eines Profigolfers, eines Buchhalters, eines Börsenmaklers, eines Privatsekretärs, eines Rinderzüchters, eines Pfarrers der Episkopalkirche, eines weiblichen Tennisstars und eines Privatpiloten, der ein Amphibienflugzeug flog und eine Augenklappe trug. Alle Gäste wirkten hoch erfreut, ins Heim einer Hollywood-Schauspielerin eingeladen zu sein, die mit Roy Weishardt befreundet war. Linda Gale war außer sich vor Glück und Weishardt prostete mir quer durch den Garten mit einem Champagnerglas zu. Ob ich wollte oder nicht, ich empfand eine tiefe innere Verbundenheit und Wärme gegenüber Roy Weishardt. Ich überquerte das St. Augustin Gras und legte Weishardt die Hand auf den Arm. Ich spürte die Körperwärme, die unter seinem sportlichen Hemd gefangen war. Vielen Dank für die Hilfe, sagte ich. Keine Ursache, meinte er. Herschel ist mein engster Freund. Das hatte ich mir fast schon gedacht. Ich finde es schön, wenn unseren Gesichtern lagen höchstens 15 Zentimeter. Bis heute glaube ich, dass ich nie in intelligentere und scharfsichtigere Augen geblickt und nie wieder einen Mann kennengelernt habe, der sich wie er noch der kleinsten Zwischentöne bewusst war. Ja, sagte Weishardt, das hätte was. Er ließ die Eiswürfel in seinem Scotch mit Soda klappern und beobachtete, wie Linda Gale ein riesiges Tablett mit Omelette Suprice von der Küche zum Serviertisch trug. Sieht das Dessert nicht unheimlich verlockend aus? So sah nicht. Ich bekomme jetzt schon Hunger. Am Montag Vormittag rief mich Roy Weiser zu Hause an. Sagen Sie mir, was ich machen soll und ich mach's, sagte er, aber kommen Sie mir später nicht wieder mit Ihren verdammten Anschuldigungen. Wie bitte? Schreiben Sie ruhig mit, wenn's Ihnen weiterhilft. Linda Gale hatte sich ein pinkfarbenes Kostüm angezogen, einen schmal geschnittenen Mantel und einen Rock, der sich eng um ihre Hüften schmiegte, dazu einen pinkfarbenen Pillbox-Hut mit einer schwarzen Feder im Band, Lacklederschuhe mit Fesselriemchen und weiße Handschuhe, die ihr bis zu den Ellbogen reichten, ähnlich den von Clara Weiser hat. Sie hatte sich in ihren frisch gewachsenen schwarzen Cadillac gesetzt und war zum River Oaks Country Club gefahren, wo sie schnurstracks ins Büro des Managers marschiert war und gefragt hatte, Was glauben Sie, mit wem Sie es hier zu tun haben, Sie Hurensohn? Zwei Sicherheitsmänner hatten vor der Tür gewartet, während Linda Gale versichert wurde, dass ihr Mitgliedsantrag erneut geprüft werde, dass man dabei jede erdenkliche Sorgfalt walten lassen werde und dass man sie durch die Ablehnung, die natürlich nicht auf falschen Vorurteilen basiert hatte, keinesfalls beleidigen wollte. Hier liegt wohl ein Missverständnis vor, erwiderte Linda Gale. Ich bin nicht gekommen, um mit Ihnen zu verhandeln. Sie haben deutlich gemacht, was Sie von uns halten. Es wäre nur schön, wenn Sie etwas genauer werden könnten. Sind wir Ihnen nicht kultiviert genug? Hätte ich meinen Wagen gründlich erwachsen lassen müssen? Sollten wir an unserer Ausdrucksweise arbeiten? Was genau gibt Ihnen das Recht, die Nase so hoch in der Luft zu tragen? Der Manager, der mit einem vorgetäuschten britischen Akzent sprach, der je nach Situation kam und ging, verlor allmählich die Beherrschung. Offen gesagt richtet sich die Mitgliedschaft in unserem Club vorrangig nach den Einkommensverhältnissen Mrs. Pine. Der Großteil unserer Mitglieder sind Millionäre. Sie sind keine Millionäre. Da haben Sie ganz recht. Ich bin ja bloß ein Filmstar und kein Tankstellen Kettenbesitzer. Linda Gale erhob sich von ihrem Stuhl. Sie haben vielleicht noch nie von Castle Productions gehört, aber das wird sich ändern. Wir werden Sie verklagen, Sie und Ihren nachgeahmten Akzent und Ihren Saftladen von einem Country Club wegen übler Nachrede und Beschmutzung meines Namens und meines guten Rufs als Schauspielerin. Wussten Sie eigentlich, dass Sie Schuppen auf dem Kragen haben? Sie schritt über die Auslegware im Flur zum Eingang, ihre kleine Handtasche vor den Bauch gepresst wie ein Familienwappen. Damit hätte die Angelegenheit erledigt sein sollen. Ein, zwei Anrufe glich sie einer Artilleriegranate und gegen das Gesetz der Schwerkraft war nichts auszurichten. Was sich diesmal folgendermaßen äußerte. Linda Gale stieg in ihren Cadillac und setzte diesen rückwärts gegen den Kühlergrill eines Oldsmobil. Statt ihren Wagen zu verlassen und den Schaden zu begutachten, schaltete sie das Hydramatikgetriebe in den niedrigen Gang und fuhr los, riss die Stoßstange von dem Oldsmobil und donnerte schließlich seitlich in ein Buick am Ende der Park Reihe. Also hat sie einen Unfall auf dem Parkplatz gebaut, sagte ich zu Weisard. Ihre Versicherungsprämien werden hochgehen, da hatte Herschel schon schlimmere Probleme. Sie müssen mich ausreden lassen, entgegnete Weisard. Linda Gale hat einen Kopf geohrfeigt und das macht man nicht, nicht in Houston. Das lässt die Sache natürlich in einem anderen Licht erscheinen. Soll ich allein aufs Revier fahren oder wollen Sie mitkommen? Als ich in der Nebenstelle am Rand von River Oaks eintraf, saß Roy Weisard schon mit einem uniformierten Polizeibeamten in einer kleinen Kammer. Die Kleine hat Chancen auf eine Filmkarriere. Wissen Sie, was das mit so einem Mädchen anstellt? Geben Sie sich einen Ruck gar nicht. Der Polizist stand auf. Er trug eine himmelblaue Uniform mit schwarzen Klappen über den Brusttaschen. Aknenarben verunstalteten seinen kräftigen Nacken. Meine Frau ist in der Northside Church of Christ, sagte er. Weisard nickte er fürchtig. Die könnten da noch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß, welches Gotteshaus Sie meinen. Sind anständige Leute da? antwortete Weisard. Wenn Sie standen Weisard und ich und Linda Gale auf dem Bürgersteig, gegenüber einer riesenhaften Highschool mit einer von Virginia Eichen beschatteten Wiese. Linda Gales Gesicht wirkte wie glasiert, als wäre sie gerade aus einem Fleischkühlraum in ein warmes Zimmer getreten. Ihr Cadillac war abgeschleppt worden. Weisard legte die Handflächen mit gespreizten Fingern aneinander, drehte sich zu Linda Gale und hob die Augenbrauen. Kann ich sie vielleicht noch nach Hause fahren? Das wäre sehr freundlich von ihnen, antwortete sie. Ich komme sowieso bei ihnen vorbei, wandte ich mich an Linda Gale. Auf dem Weg in die Heights? fragte Weisard. Ich bin noch mit einem Freund in River Oaks verabredet, log ich. Tja, wenn das kein aufregender Vormittag war, sagte Weisard. Ich hoffe, bei ihnen ringt sich alles wieder ein. Linda Gale, rufen Sie mich an, wenn ich noch irgendwie behilflich sein kann. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Ich hielt ihr die Beifahrertür meines Wagens auf. Linda Gale bemühte sich stur gerade auszuschauen, statt Weisards Rolls Royce mit ihrem Blick zu Als ich in Ihre Einfahrt einbog, hörte ich ein tiefes Einatmen, als stünde sie vor der Rückkehr in ein unerträgliches Alltagsleben. Haben Sie mir noch etwas zu sagen, Linda Gale? fragte ich. Ich danke Ihnen. Das meine ich nicht. Aha, was meinten Sie denn dann? Gibt es Probleme zwischen Ihnen und Hörscher? Das geht Sie gar nichts an. Er liebt sie. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was mich eigentlich stört. Wahrscheinlich wollte ich es nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Unser Haus. Es sieht aus wie die öffentliche Toilette am West Venice Beach. Da war ich erst letzte Woche und jetzt bin ich wieder hier. Hörscher hat mir erzählt, dass sie ihn gezwungen haben, im Freibad Slipper zu tragen. Sie drehte sich zu mir um und sah mich an, als wäre sie aus einem Traum erwacht. Was haben Sie da gesagt? Wissen Sie eigentlich, wie er seine Zehen verloren hat? Hörscher und ich sind bei Temperaturen um den Gefrierpunkt durch knietiefen Schnee gestapft. Er hat Rosita auf den Armen getragen. Die Erfrierungen haben seinen rechten Fuß so stark anschwellen lassen, dass er den Stiefel nicht mehr aufschnüren konnte. Hörscher erzählt Ihnen, dass ich ihn gebeten habe, im Freibad Slipper zu tragen? Das hat ihn verletzt, Linda Gale. Ich wollte nicht, dass er von den Kindern angestarrt wird. Ich wollte die Kinder nicht vor seinen Augen zurechtweisen müssen. Ich habe versucht, eine unangenehme Situation zu vermeiden, die ihm sicher peinlich gewesen wäre. Aber das ist Ihnen wohl nie in den Sinn gekommen. Haben Sie ihm das auch so erklärt? Was hätte das gebracht, mit Hörscher zu reden, ist Zeitverschwendung. Mit Ihnen auch werden, besonders mit Ihnen. Was ist denn so falsch daran, dass ich ein besseres Leben führen will? Ich will nie wieder zurück in das Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Hörscher ist ein guter Mann. Ich nie passiert. Machen Sie es gut. Danke, dass Sie Roy angerufen haben. Ich hätte ihr beinahe erzählt, dass Rositas Familie von den Nazis ausgerottet worden war, dass ich sie unter einem Leichenberg hervorgezogen hatte und dass Rosita trotz alledem nicht dachte, die Welt wäre ihr irgendetwas schuldig. Doch ich droch nach der Gerbsäure verbrannten Laubs. Heute Nachmittag besuche ich Dalton Weishard in seinem Büro, sagte ich. Danach sollte ich wieder rüber nach Louisiana. Du meinst Roy Weishards Vater? Er soll ein echter Charakterkopf sein. Was soll das werden, Welden? Der Detektiv, der mir das Foto meines toten Vaters gezeigt hat, hat früher für ihn gearbeitet. Irgendwer muss Mr. Weishard zur Rechenschaft ziehen. Ich komme mit. Lieber nicht. Versuch doch mich davon abzuhalten. Dalton Weishard besaß ein Bürogebäude im Zentrum von Houston, regelte seine Geschäfte aber vorwiegend von der Veranda des Rice Hotel aus, umsorgt von einem persönlichen Barkeeper, der ihm und seinen Freunden Mint Juleps mischte, während sie Entscheidungen über die Zukunft unzähliger Menschen fällten, vermutlich von Hunderttausenden. Weishard hatte ein unscheinbares Gesicht, schlicht wie eine Schüssel Haferbrei, eine schartige Knollennase, lange Zähne und eine vorstehende Unterlippe, als hätte er darin etwas Kautabak versteckt. Er trug eine Kakihose, ein Langarm-Jeans-Hemd und breite Hosenträger, und er hatte einen Bauch, der mich an einen Klumpen Brotteig denken ließ. Weishard holte ein dunkelblaues Taschentuch hervor und schnäuzte sich. Sie kannte? Weldon Avery Holland, antwortete ich, das ist Miss Rosita, meine Frau. Sie müssen entschuldigen, dass ich nicht aufstehe, dieser Tage bin ich ein halbes Fossil. Sein Blick war an Rosita hänggeblieben, er wischte sich mit dem Handrücken über die Nase. Worum geht's? Um einen Privatdetektiv namens Harlen McFay. Er ist bei einem Unfall mit Fahrerflucht im nördlichen Houston ums Leben gekommen. Von unten drang der Verkehrslahm herauf. An einer Kreuzung stieß ein Polizist in die Pfeife. Ja, ich erinnere mich an McFay, meinte Weiserhardt, ein Spürhund, der für jeden geschnüffelt hat, der ihm einen Knochen hingeworfen hat. Los, setzen Sie sich. Warum fragen Sie mich nach McFay? Mein Vater ist 1934 am Grund eines Glockenlochs in Ost-Texas umgekommen. McFay besaß eine Fotografie seiner Leiche. Das Unternehmen, das meinen Vater beschäftigte, hat seinen Tod vertuscht. Mein Sohn schickt sie zu mir, damit ich ihnen helfe, Informationen über ihren Vater aufzutreiben. Das leuchtet mir nicht ein. McFay hat für sie gearbeitet, Sir, jedenfalls bis vor zwei Jahren. Er hat auch für ihre Schwiegertochter gearbeitet, für Roy's Frau. Weiser trieb sich den Nacken und griff zu dem Julep-Glas, das neben ihm auf dem Boden stand. Auch was zu trinken? Nein, danke, sagte ich. Ist auch gesünder. Roy's Frau ist eine ganz andere Baustelle und mehr habe ich zu dem Thema nicht zu sagen. Hat eines ihrer Unternehmen 34 eine Pipeline durch Ost-Texas verlegt, Mr. Weiser hat? Ja, wahrscheinlich. Sie denken, meine Leute hatten mit dem Tod ihres Daddies zu tun? Dieser Frage würde ich gern auf Unter den übrigen Anwesenden war Stille eingekehrt. Ein schwarzer Kellner im weißen Smoking hatte ein Tablett mit dem nächsten Julep gebracht und stand seitdem regungslos neben Weiser Harts Sessel. Stell's hin, sagte Weiser Ja, Sir, antwortete der Kellner. Und jetzt geh wieder rüber zur Bar. Ja, Sir. Weiser wandte sich wieder an mich. Wie haben Sie eigentlich meinen Sohn kennengelernt? Er wollte meine Jetzt erinnere ich mich an Ihren Namen. Sie sind der Bursche mit den Schweißgeräten. Es heißt, Ihre Schweißnähte werden nie undicht. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Erfolg, mein Junge. Aber jetzt müssen Sie sich wieder verabschieden. Nichts für ungut, aber ich habe noch einen Riesenhaufen Arbeit, einen Riesenhundehaufen Arbeit. Irgendwer hat McFay auf uns losgelassen. Wenn Sie es nicht waren, wer dann? Über der Veranda wählte sich die Markise im Wind. Weishard beobachtete eine Taube, die aus dem Sonnenlicht in den Schatten segelte. Dann richteten sich seine Augen auf Rosita und sein Mundwinkel kräuselte sich zu einem Grinsen. Was sind Sie? fragte er. Wie bitte? erwiderte sie. Sie sind entweder Europäerin oder Britin. A oder B. Ich bin in Madrid aufgewachsen, daher könnte man sagen, ich bin Spanierin, aber ein Teil meiner Familie kam aus Deutschland. Sie sind eine attraktive Frau. Ihr Mann kann sich glücklich schätzen. So, jetzt muss mich wer hinter meinem Schreibtisch installieren, damit ich ein bisschen was erledigen kann. Über die Jahre habe ich gelernt, dass man das eigene Alter sowohl als Schwert als auch als Schild nutzen kann. Dorton Weisard hatte beides gemastert. Als wir zum Wagen gingen, hakte Rosita sich bei mir unter. Lass den Mann lieber in Frieden, er wird bald wieder von mir hören. Aber wieso? Weil er ein Lügner ist, vom Haaransatz bis runter zu den Schuhsohlen. Du unterschätzt ihn. Du meinst, weil er meinen Vater auf dem Gewissen haben könnte? Seine Verlogenheit gehört wahrscheinlich noch zu seinen größten Tugenden. Wenn er könnte, würde er mich zu einem Lampenschirm verarbeiten lassen. Man könnte die Feierlichkeiten, die in Garth McQueen's Hotel am unteren Ende der South Main Street stattfanden, leicht als großspurig und geschmacklos abtun. Doch in gewisser Weise waren sie ein Spiegel unserer Zeit. Unter ihrer Maßlosigkeit verbarg sich eine Art trügerischer Unschuld, wie man sie mit der Geburtsstunde einer Nation assoziieren könnte, vielleicht auch mit ihrem Niedergang, mit einer Götterdämmerung oder einer Vision der Welt vor dem Bürgerkrieg, wie Margaret Mitchell sie beschrieben hat. Die Party schwappte vom Poolbereich in die Erdgeschosszimmer und Aufenthaltsräume des Hotels, selbst auf den Balkons tummelten sich Feiernde. Filmstars aus Hollywood, Countrymusiker, Kongressabgeordnete und Rinderzüchter mit Scheunendreck an den Stiefeln, aber auch gewöhnliche Leute, denen Garth McQueen in seiner berühmten Lounge eine Einladung überreicht hatte, begegneten einander auf Augenhöhe, als wären sie alle Teile von etwas Größerem, das über den Einzelnen hinausging. Am Abendhimmel hingen scharlachrote Dunststreifen, gleich einer überirdischen Flagge. Rosita, Lloyd Fincher und ich standen in der dicht gedrängten Menschenmenge am Pool. Ich beobachtete, wie drei Meter weiter ein Mann im karierten Sakko mit schriller Krawatte einen Drink von einem Tablett nahm und einer Frau in einem silbernen trägerlosen Abendkleid reichte, das einen guten Teil ihrer Brüste offenlegte und ihren restlichen Körper umschloss wie eine zweite Haut aus Blech. McQueen sitzt da drüben an dem Tisch auf dem Podest. Schauen Sie doch mal, wer ihm Gesellschaft leistet, sagte Fincher. Ist das nicht Linda Gale? meinte Rosita. Ja, für Linda Gale geht's steil nach oben, sagte Fincher, als hätte sie Rollschuhe mit Düsenantrieb unter den Füßen. Die kleine ist die reinste Rakete. Und wo ist Herschel? fragte Rosita. In Louisiana. Linda Gales Anwesenheit McQueen und Jack Valentine saß. Mir bereitete Sorgen, dass Roy Wisehart neben Linda Gale saß und seine Hand auf ihre Stuhllehne gelegt hatte. In meinem Magen regte sich ein Unwohlsein, das nicht mehr verschwinden wollte. Wohin willst du? fragte Rosita. Ich gehe nur ein bisschen plaudern. Mit wem? Bin mir noch nicht sicher. Warten Sie Welden, rief Fincher. Ich ignorierte Könnte Roy Wisehart in eine unangenehme Situation bringen, belehrte er mich rasch eines Besseren. Er passte mich vor dem Tisch ab und klemmte mir den Arm um die Schultern. Hat Fincher sie also doch noch her geschleppt? Woher wissen sie das? Ich habe ihm gesagt, er soll sie und Rosita mitbringen, aber er dachte nicht, dass sie mitmachen. Sie und Fincher kennen sich persönlich? Wer kennt ihn nicht? Der Mann ist eine Bank. Ist Linda Gale in ihrer Begleitung hier? Nein, sie gehört zu diesem Valentine, immer diese schmalzlockigen Italiener. Und wie hat es sie dann an Linda Gales Tisch verschlagen? Garth hat mich dazu gebeten. Jetzt kriegen sie sich mal wieder ein, okay? Kommen sie mit, Garth hat schon viel von ihnen gehört. Ich will nicht aufdringlich sein. Da wäre er aber enttäuscht. Betrachten sie es als Gefallen für mich. Garth ist kein schlechter und dann bräuchte ich auch noch einen Rat von ihm. Ob Weisart nun die Wahrheit sagte oder nicht, ich habe nie wieder einen Menschen kennengelernt, der es so gut verstand, anderen seinen Willen aufzunötigen. Ich trat auf das Podest und schüttelte McQueen die Hand. McQueen war ein massiger Mann mit zerklüfteten, aber attraktiven Gesichtszügen, keinem Gramm Fett am Körper und einer Stimme wie eine stumpfe Säge, die sich durch ein sprödes Brett frisst. Journalisten vergötterten ihn, weil er häufig in seiner Lounge Raufereien anzettelte und sich auf eigene Kosten zur Witzfigur machte. Alles in allem schien er mir ein angenehmer Kerl zu sein, wobei ich den Verdacht hegte, dass er sich wie so viele Männer einfacher Herkunft angewöhnt hatte, möglichst wenig zu sagen und darauf zu zählen, dass ihm seine Schweigsamkeit als Zeichen großer Weisheit ausgelegt wurde. Sie sind auch im Filmgeschäft? fragte er mich. Nein, ich bin Miteigentümer eines Pipeline-Unternehmens. Oh, sagte er, als wäre er sich unsicher, wie er fortfahren sollte. Ich habe kürzlich Jack Warner kennengelernt. Ach ja? Er hat mir eine witzige Geschichte erzählt. Sie kennen doch William Faulkner? Ich habe zwei oder drei seiner Bücher gelesen, antwortete ich. Warner hat Faulkner und Clark Gable zur Entenjagd mitgenommen. Als Gable Faulkner vorgestellt wurde, sagte er, schön, Sie kennenzulernen, Mr. Faulkner. Was machen Sie beruflich? Und Faulkner antwortete, ich bin Schriftsteller. Und Sie, Mr. Gable? McQueen wartete ab, offensichtlich unsicher, wie seine Anekdote ankommen würde. Weishard und ich lachten, sonst lachte niemand. Vermutlich wusste Linda Gale durchaus, wer William Faulkner war, doch ihr starrer Blick konzentrierte sich ganz auf mich. Wo ist Rosita? fragte sie. Sie ist mit Lloyd Fincher irgendwo dahinten verschwunden. Ich schätze, ich sollte sie suchen gehen. War mir eine Freude, kennenzulernen, Mr. McQueen. Ich hätte den Tisch verlassen sollen, aber ich konnte nicht. Ganz gleich, was Linda Gale anstellte, für mich war sie kein böser Mensch. Ich war überzeugt, dass sie in Weishard vernarrt war und Weishard in sie, egal, was sie oder er behaupteten. Kommt Herschel auch noch vorbei? fragte ich. Herschel ist nicht in der Stadt, antwortete Linda Gale. Wussten sie das nicht? Ich dachte, er kommt vielleicht heute zurück, aber dann können Rosita und ich sie gerne nach Hause bringen. Ich bin mit Mr. Valentine gekommen, trotzdem danke für das Angebot. Valentine stand vom Tisch auf und wirbte die Schulter nach hinten. Ich muss mal für kleine Jungs, Sie vielleicht auch Kumpel? fragte er mich. Ich wollte Ihnen sowieso noch der Linda Gates Filmkarriere ins Rollen gebracht hatte. Wir schlenderten durch den Ballsaal. Wussten Sie, dass Roy Weiss hat hier eine Fickbude unterhält? Nein, das war mir nicht bewusst. In einem der Penthauses. Er hurt herum und gezahlt wird mit dem Geld seiner Frau. Ich griff mir meinen Drink und ging auf die Toilette. Sekunden später trat auch Valentine ein. Er stellte seinen Becher auf die Oberkante des benachbarten Pessoirs öffnete seinen Hosenschlitz und erleichterte sich seufzend. Nicht, dass Sie jetzt denken, ich hätte was gegen Weiss hat, meinte er. Wir sind alle nur Menschen. Hat man das mal akzeptiert, kann man Kapital daraus schlagen. Ich fürchte, ich kann nicht ganz folgen. Zum Beispiel in der Gale. Sie steht auf der Terrasse eines Gemischtwarenladens in irgendeinem hinterwäldlerischen Drecksloch, guckt wie ein Unschuldslamm in die Gegend und redet wie ein kleines Südstaatenmädchen und plötzlich wird sie vom Blitz getroffen. Da hat sie wohl richtig Glück gehabt. Er betrachtete mich von der Seite, die Hand um seinen Phallus gewölbt. Mit Glück hatte das nicht das Geringste zu tun, Holland. Zwischen den Zeilen zu lesen ist nicht meine Stärke, sagte ich. Was sollte das gerade heißen? Dass es kein simples Glück war? Das ist wohl eine Frage der Definition von Glück. Linda Gale stand vor dem Laden, ich stand vor dem Laden, ich habe ein paar Fotos geknipst und schon ist die Kleine durchgestartet. Irgendwer hat sie gezielt auf Linda Gale angesetzt? Was ändert das jetzt noch? Das Mädchen hat Talent, außerdem sieht sie die Dinge realistisch, sie weiß, dass man auch mal Zugeständnisse machen muss. Das meinte ich damit, dass wir alle nur Menschen sind. Ich habe sie noch am selben Abend rangenommen, ein paar Stunden nach den Fotos. Wie war das? Sie haben schon richtig gehört, in einem Motel in Borgelusa. Auch dieses Weib ist eine Granate im Bett. Meine Faust traf ihn mitten auf den Mund und schleuderte ihn zu Boden. Valentines Kopf prallte gegen den Ich spülte mir am Waschbecken die Hände und verließ die Toilette. Eine Woche später war ich wieder bei unserer Pipeline in Louisiana, unten bei Grand Isle, im tiefsten Bayou-Land. Beim Bau einer Pipeline kommt es regelmäßig zu einem einzigartigen Phänomen, das mich schon immer neugierig gemacht und ins Grübeln gebracht hat. Nicht nur über die Molekularstruktur von Stahl, sondern über die gesamte physische Zusammensetzung des Universums. Es wirft die Frage auf, ob Atome womöglich mehr Gemeinsamkeiten mit lebendem Gewebe haben, als mit lebloser Materie. Beim Schweißen der Rohrverbindungen liegen die Rohre auf Kanthölzern etwa einen Meter über dem Boden. Die Schweißer arbeiten sich Stück für Stück voran und erschaffen mit ihren Heftnähten und Schweißlagen eine lange, schlangenartige Tag und die ganze Nacht hindurch auf ihren Stützen ruht, direkt neben dem Graben, den die Grabenfräse ausgehoben hat. Tagsüber saugt das Schwarze, in eine schwere Schutzschicht aus Teerpappe eingewickelte Rohr die Hitze auf, nachts kühlt es ab, und um ca. 8.30 Uhr, wenn sich der Tag allmählich wieder erwärmt, macht das Rohr einen Satz nach vorne, wie eine Schlange, die sich ihrer Haut dann allerdings oft weniger spektakulär. Doch die Illusionskunst des Stahls reicht noch weiter. Das fertig verschweißte Rohr wird mit einem Rohrleger, der es in die Luft hieft und in den Graben hinab lässt, in die Erde verfrachtet, und wenn das Rohr über den Graben geschwungen wird, biegt es sich durch wie weiches Lakritz, um Sekunden später unten in der Erde wieder in dieselbe Starrheit zu sie vermutlich kaum von der Gensuppe unterschied, der wir alle entstammen, fragte ich mich, ob die Gesetze der Physik wirklich halten konnten, was sie versprachen. Doch Spekulationen über die Natur der Schöpfung sind das Privileg der Gelehrten. Wir anderen müssen uns mit unseren Mitmenschen befassen und uns einen Weg durch die Schlingen und Fallgruben bahnen, die wir einander bereiten. Sollte ich jemals daran gezweifelt haben, würde ich die Lektion bald aufs Neue lernen. An jenem Morgen war es so kalt, dass man eine Segeltuchjacke und Handschuhe überziehen musste. Der Nebel weihte von der Bucht herüber und legte sich Meter hoch auf den Boden, dick und weiß wie frisch gepflückte Baumwolle. Die einzelnen Rohre auf den gestapelten Kanthölzern glitzerten vor Tautropfen groß wie fünfzig Centstücke. Ein Plymouth hielt an unserer Trasse, zwei Männer stiegen aus und gingen auf mich zu, durch den Dunst, der sich um ihre Knie bauschte. Ich erkannte sofort, dass es sich um Gesetzeshüter handelte, wusste aber nicht, welcher Organisation sie angehörten. Der eine war klein, der andere groß. Der Kleine hatte Übergewicht, trug eine Windjacke und einen Regenhut und hatte zu mir gelaufen und hatten dabei mehrere Arbeiter passiert, ohne sich nach mir zu erkundigen. Kennen wir uns? Erwiderte ich. Die beiden klappten ihre Dienstmarken auf und nannten ihre Namen, die ich aber nicht verstand. Sie sind vom FBI? sagte ich. Wir dachten, sie könnten uns vielleicht weiterhelfen, antwortete der Große, der ein mageres Gesicht mit eingefallenen Wangen hatte, als fehlte ein Teil des Knochens und eine vernarbte Augenbraue, als hätte man ihm einen Faden durch die Haut gezogen. Er trug hellbraune polierte Schuhe, nun voller Schlammtropfen. Ihre Ehefrau hat einen Antrag auf Aufnahme in die Vereinigten Staaten gestellt. Der Antrag enthält meineidige Aussagen. Die vorgelegte Heiratsurkunde ist nicht rechtmäßig. Soll das heißen, sie ist illegal im Die Urkunde wurde von einem Pater unterzeichnet. Die Ehrschließung wurde im Pariser Hotel de Ville registriert. Die Einwanderungsbehörde sagt, dass ihr ehrwürdiger Pater wegen Sauferei aus dem Priesteramt verstoßen wurde, meinte der Große, und das ist nicht ihr einziges Problem. Sie hatten keine Heiratserlaubnis von ihrem befehlshabenden Offizier eingeholt. Da sollten Sie sich an Major Lloyd Fincher wenden. Er wohnt in San Antonio. Ich kann Ihnen seine Nummer geben. Aber wieso haben Sie ein Problem mit meiner Frau? Sie hat nie erwähnt, dass sie Mitglied der Kommunistischen Partei ist? Nein, weil sie kein Mitglied ist. Ihre ganze Familie war Parteimitglied. Sie ist verwandt mit Rosa Luxemburg und röter als die rote rosa wird's nicht mehr. Was reden Sie da für einen Schwachsinn? Achten Sie mal lieber auf Ihren Tonfall, meinte der Große. Ihr Kriegsdienst wird gerade einer neuerlichen Überprüfung unterzogen. Es gibt Spekulationen, sie könnten desertiert sein. Ich spürte, wie sich meine rechte Hand an meiner Seite öffnete und schloss. Ich dachte an Tigerpanzer, die durch einen mittelalterlichen Wald brachen, an Baumstämme, die abknickten wie Streichhölzer. Ich will wissen, auf welcher Grundlage diese Anschuldigungen gegen mich und meine Frau erhoben werden. Der Einzige, der ihre Flucht aus dem Ardenner Wald bezeugen konnte, war Sergeant Herschel Pine. Ist es nicht treulich, dass ausgerechnet Sie beide in den Staaten zu Geschäftspartnern geworden sind? Aber natürlich ist es Zufall, dass Pine gerade Sie in sein Schweißunternehmen geholt hat, obwohl Sie einen Abschluss in Geschichte und keinerlei Erfahrung mit Technik haben? Ich glaube, ich sollte mich langsam wieder an die Arbeit machen, sagte ich. Vorne im Schweiß-Lkw gibt es vielleicht noch Kaffee. Bedienen sie sich. Ich ging. Gehört Rosita hier drüben zu einer Zelle? rief er mit dem Regenhut. Zu einer was? Sind Sie schwerhörig? Wenn Sie den Namen meiner Frau noch einmal in ihren verlogenen Mund nehmen, soll das eine Drohung sein? Ich näherte mich den beiden Männern. Meine Handflächen kribbelten. Da sah ich Herschel am Rand des Grabens entlang spazieren, eine Schaufel quer über den Schultern, die Unterarme über den Stiel gehängt. Lächelnd blickte er in das Sonnenlicht, das sich allmählich auf die Baumwipfel legte. Ich räusperte Frau angeht, brauchen sie sich nicht zurück zu halten. Sie machen uns keine Angst. In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Rosita und ich lagen in unserem Doppelbett im Motel, sie in meinen Armen die Augen geschlossen. Am Brustkorb spürte ich ihre gleichmäßigen Atemzüge. Das Licht der Neonschrift an der Außenwand drang als schimmernde Röte durch die Jalousie, während ich der fernen Brandung und dem tröpfelnden Regen in den Kamelienbüschen vor dem Fenster lauschte. Ich hatte Rosita nicht von meiner Begegnung mit dem FBI erzählt. Schließlich nickte ich ein, nur um kurz darauf wieder hoch zu schrecken, wie immer, wenn man von einer läutenden Türglocke träumt oder vom Krachen einer Splittermine, die durch einen falschen Schritt ausgelöst wird. Ich setzte mich auf die Bettkante und fixierte den rötlichen Lichtfleck auf der Jalousie. Was ist? fragte Rosita. Ich berichtete ihr von den FBI Agenten, von ihren Behauptungen und Beschuldigungen. Wollen Sie mit mir sprechen? sagte Rosita. Die wollen uns schikanieren und nichts wird sie von ihrem Weishard hat ein paar Anrufe getätigt. Das ist sein übliches Vorgehen. Großvater hatte mich vor ihm gewarnt. Was hatte gesagt? Dass Männer wie Weishard sich nicht um Politik scheren, dass sie einfach nur niederträchtig sind. Rosita setzte sich neben mich und legte die Hand auf die Innenseite meines Oberschenkels. No pass heran. Ganz genau, mein Mädchen. Sie nahm meine Hand. Was denkst du, was sie als nächstes tun? Vielleicht verschwinden sie einfach wieder. Das glaubst du doch selbst nicht. Sie werden versuchen, uns auseinander zu bringen. Sie werden unsere Namen beschmutzen. So viel Aufwand, nur weil wir den alten Mann auf dem Balkon beleidigt haben? Tyrannen müssen ab und zu ein Exempel statuieren. Es hätte genauso schimmernd der Neonschrift zeichnete sich die Silhouette ihres Körpers ab. Du bist die schönste Frau der Welt, sagte ich. Findest du? Die schöne Helena wäre vielleicht nah dran gewesen, aber ich glaube, die hättest du auch noch in die Tasche gesteckt. Sie kniete sich hinter mir auf die Matratze, drückte meinen Kopf an ihre Brüste, küßte mein Haar und strich mir mit den Fingern über die Wangen. Ach Weldon. Ihre Stimme hatte sich gewandelt, im Nacken spürte ich ihre Tränen. Was ist mit dir? Ich verdiene keinen Mann wie dich. Das darfst du nicht sagen, niemals und unter keinen Umständen. Mein Leben ist erfüllt von deiner Güte. Wenn du in mir bist, erfüllst du mich mit Licht. Hast du das eben gehört? fragte ich. Draußen? Nein? Dann war es nur der Wind. Bestimmt, sagte Rosita, und wenn es doch etwas anderes war, kümmert es uns auch nicht. Wir schliefen miteinander wie Freunde und Seelenverwandte, nicht wie Mann und Frau oder Geliebter und Geliebte. Rosita wies mir den Weg, sie war mein Gewissen und die Quelle meiner Kraft. Sie war meine Ruth, meine Esther, meine jüdische Kriegerkönigin aus dem Alten Testament. Wenn sie mich liebte, roch sie nach dem Meer, ihre Haut war zugleich warm und kühl, und ihr duftiges Haar erinnerte an die Aromen der Nachtblüher. Ihre langen Beine pressten sich heiß und kräftig an meine Schenkel, ihr Mund lag feucht an meinem Ohr. Dann erreichten wir den einen Augenblick, der einem beinahe das Herz zerfetzt, der keine Erfahrung auf Erden gleicht, und ich fühlte mich frei von allen Sorgen, als glitte ich durch eine sternenhelle Galaxie, die sich bis ins Unendliche weitete. Ich war entschlossen, niemals irgendjemandem zu gestatten, meiner Ehefrau Leid zuzufügen, dieser jüdischen Heldin, die meiner Auffassung nach vom Hause Isai abstammen musste. Um vier Uhr morgens hörte ich, wie in der Einfahrt ein Blecheimer umkippte. Ich spähte am Rand der Jalousie durch das Fenster und sah einen Mann, der einen Regenmantel mit Kapuze trug. Er stand anderthalb Meter neben meinem Wagen und blickte mir direkt in die Augen. Ich streifte mir meine Kaki-Hose und meine halbhohen Stiefel über und trat vor die Tür, meine Luger in der rechten Hand. Die Einfahrt war verwaist, die Nacht, abgesehen vom Tropfen des Wassers in den Bäumen absolut still. Der Mann an meinem Wagen war verschwunden. Es war Freitag. Ich hatte zu Hause gearbeitet und wollte erst in frühestens einer Woche auf unsere Baustelle in Louisiana zurückkehren. Auf dem Heimweg hielt ich an einem Drugstore in der Nachbarschaft, um mir eine Schachtel Aspirin zu besorgen. Ich setzte mich an die Soda-Bar, trank einen Kirschmilchshake und lauschte Hank Williams aus der Jukebox. Die Tür des Drugstores stand offen, ein kühler Windstrich durch das Innere und ließ die Comichefte im Zeitschriftenständer rascheln. Ein paar starsinnige Jungs, die partout nicht mit der Jahreszeit gehen wollten, spielten in einem Park auf der gegenüberliegenden Straßenseite Baseball. Ich beobachtete, wie ein verwahrloster Mann mit Hut und dunkler Drahtgestellbrille auf dem Fahrrad am Fenster vorbeifuhr den Bürgersteig entlang. Mir fiel auf, dass er Gartenhandschuhe aus Segeltuch trug. Kurz darauf stoppte er und sah mich direkt an, ausdruckslos wie ein Totenkopf. Er hatte einen kleinen, nach unten gebogenen Mund, seine Haut war runzlig wie eine Dörpflaume. Dann warf er ein in braunes Papier gewickeltes und mit Bindfaden verschnürtes Paket durch das offene Fenster meines Wagens. Als ich den Drugstore verließ, hatte der Mann bereits die Straßenecke umrundet und war hinter dem Baseballplatz verschwunden, wie ein Saathür, der seinen Schabernack in der Welt der Unschuldigen treibt und sich sogleich ins nächste Tal aufmacht, um sich dort weiter zu vergnügen. Ich schob mich hinter Steuer und nahm das Paket vom Beifahrersitz. Ein flaches Paket, gefaltet worden, der Faden mit einer Schere abgeschnitten und zu einem Kreuzknoten gebunden. Ich klappte mein Taschenmesser auf, kappte den Faden und schälte das Papier vorsichtig herunter. Es waren keine Drähte zu sehen, keine Kapseln mit Sprenggelatine, keinerlei verdächtige Vorrichtungen. Ich fand nur eine quadratische Blechdose. Am unteren Rand des Deckels prangte ein kleines Hakenkreuz. Es war einer dieser Augenblicke im Leben, in denen man selbst ohne einen einzigen handfesten Beweis ahnt, dass man sich in Gesellschaft des wahrhaftig Bösen befindet. Eines Bösen, das nicht von Dämonen hervorgebracht wird und keinem Höllenschlund entspringt. Das Böse wohnt in der Brust unserer Mitmenschen und schlüpft in viele Verkleidungen, während es doch immer dasselbe Ziel verfolgt, den Unschuldigen ihren Glauben an die Menschheit zu rauben und das Licht und das Glück zu zerstören, nachdem wir alle streben. Sollte ich mir den Film ansehen, würde ich dem Wunsch schändlicher Männer nachgeben. Sollte ich ihn vernichten, würde ich mir jede Chance nehmen, ans Licht zu bringen, wer mir die Rolle zugespielt hatte. Ich fuhr zu einem Fotografiegeschäft im Besitz eines Freundes der Familie, der als Mitglied des Militärischen Nachrichtendienst OSS in den letzten Tagen des Italienfeldzugs mit dem Fallschirm in der Po-Ebene gelandet war. Kannst du den Film mal in den Projektor legen? fragte ich ihn. Natürlich, sagte er, aber ich wüsste gerne wieso. Ein Unbekannter hat ihn mir auf den Beifahrersitz geworfen. Ich habe keine Ahnung, was drauf ist. Mein Freund tippte mit dem Fingernagel auf das Blechbehältnis. Die Dinger kenne ich. Genau solche Dosen hatten die Kriegsfotografen der Wehrmacht dabei, teils auch Kerle, die für Josef Goebbels gearbeitet haben. Einige davon haben in den Lagern gedreht und die Aufnahmen hinterher manipuliert. Die unmanipulierten Aufnahmen will man sich erst recht nicht anschauen. Ich bin in ein Lager geraten, als die SS gerade erst abgerückt war. Ich habe keine Angst vor Wochenschau Aufnahmen ob manipuliert oder nicht. Er legte die Filmrolle in einen Projektor im Hinterzimmer, den er auf eine kleine Leinwand an der Mauer ausrichtete. Sein Daumen ruhte auf dem Schalter. Sollte ich aus irgendeinem Grund lieber das Zimmer verlassen? Nicht, dass ich wüsste. Er legte den Schalter um. Es war ein Schwarz-Weiß-Film, der ein geräumiges Zimmer mit drei Betten zeigte. Anfangs wurde die Kameralinse zum Teil von einem Mann verdeckt, sein Kopf ähnelte einer weißen Bowlingkugel, von seinem massigen Nacken standen die Haare ab wie die Borsten eines Ebers. Er trug Hosenträger und Schaftstiefel, trank aus einem Bierkrug und verspeiste eine Wurst, das schweineartige Gesicht zu einem Grinsen verzerrt. Im Licht der Glühbirne unter saßen zwei nackte junge Frauen dicht nebeneinander, die Gesichter von der Kamera abgewandt. Die eine hatte der anderen den Arm um die Hüfte gelegt. Ein SS Standartenführer ging an der Kamera vorüber, die Schultern durchgedrückt, eine Zigarette in der erhobenen Hand, rauchend wie ein europäischer Gentleman. Die beiden Frauen wurden in getrennte Betten gebracht. Dort schlug der Mann mit dem Bierkrug der thematisch demütigte und bestieg. Ich glaube, keiner von uns beiden hat es nötig, sich diesen Müll anzusehen, sagte mein Freund. Dann schaue ich allein weiter, erwiderte ich. Schalt's aus, wenn du genug hast, wir müssen den Karl finden, der dir das Ding in den Wagen geworfen hat. Ich schwieg, während mein Freund zur Tür ging. Da sahen wir, wie eine weitere Frau auf der Leinwand erschien. Sie trug ein Kleid, das ihr fast bis zu den Knöchern reichte, eine spanische Bluse, eine Perlenkette um den Hals und eine weiße Rose im Haar. Ich spürte einen Schmerz, als hätte man mir einen Eissplitter ins Herz gestoßen. Ich schalte den Projektor jetzt ab, welden, meinte mein Freund. Lass es. Tu dir das nicht an, Kumpel. die Tür hinter sich. Ich ertrug es, kaum auf die Leinwand zu blicken. Rosita zog sich unmittelbar vor der Kamera aus. Dann setzten sie und der Standartenführer sämtliche Fantasien in Szene, die sich ein perverser Frauenhasser und Sexsüchtiger in seiner ganzen Verdorbenheit ausmalen konnte. Der Film dauerte neunzehn Minuten. Als der SS-Mann sich von Rosita erhob, reinigte sie seinen Körper mit Handtuch und Waschschüssel, während er sich vor dem Spiegel die Haare kämmte. Ich nahm die Filmrolle aus dem Projektor und legte sie in die Blechdose, setzte mich auf einen Holzstuhl und starrte zu Boden. Das Pfeifen eines Zuges gellte durch meinen Kopf. Als ich die Augen schloss, sah ich ein Schneefeld in gleißendem Mondlicht und einen Urwald, dunkel und grün und rein, duftend nach gewaltigen Bäumen, die sich bis in die Wolken reckten. So hatte vielleicht die Erde geduftet, ehe der erste Mensch sie mit seinem Kot befleckt hatte. Ich stand auf und klemmte mir die Filmdose unter den Arm. Mit der Zielstrebigkeit eines Betrunkenen, der am Rand eines Abgrunds entlang schlingert, ging ich zum Wagen. Ich hörte, verschwammen wie Unterwasser Geräusche, die man im Swimmingpool hört, wenn man sich mit dem Fuß im Abfluss verhakt hat und glaubt, jeden Moment zu ertränken. Der Arzt hatte Linda Gell gesagt, mithilfe der Beruhigungsmittel könne sie die Nacht durchschlafen, ohne zu träumen und am Morgen erfrischt und ausgeruht aufstehen. Noch vor Sonnenaufgang hatte sie einen grauenvoller Traum geweckt, Tentakel hatten sie umschlungen und in ihren Körperöffnungen gegraben, hatten sich um ihre Brust und ihr Gesicht gewickelt und das Licht aus ihren Augen gepresst. Schuld an alledem war Jack Valentine. Nachdem er sie auf der Terrasse des Gemischtwarenladens gefilmt hatte, hatte er sie zuerst zum Abendessen und dann in einen Privatclub in Bogalusa ausgeführt. Dort hatte Linda Gell den ersten Wodka Collins ihres Lebens getrunken, Sie hatte sich gleich drei davon genehmigt. Oder waren es fünf? Ihre Kehle war kalt gewesen, ihre Haut warm, ihre Brust warzen hart. An das, was später im Motel geschehen war, konnte sich Linda Gell heute kaum noch erinnern. Das redete sie sich zumindest ein. Mitten in der Nacht war sie aufgestanden und ins Bad gegangen. Sie hatte begriffen, dass etwas furchtbares geschehen war, dass es sie an einen Ort verschlagen hatte, wo sie sich nicht zurecht fand, dass sie Kratzspuren an den Schultern hatte und einen Schmerz im Inneren, als würde dort eine Glasscherbe stecken. Ihr Magen drehte sich um, ihre Oberschenkel schlotterten und im Spiegel sah sie einen blutleeren weißen Ballon, den sie kaum als ihr Gesicht erkannte. Beim Frühstück erklärte sie Valentine, dass sie zwei erwachsene Menschen seien, die einen Fehler gemacht und jetzt entsprechend mit der Angelegenheit umzugehen hätten. So regelte man das als Erwachsener doch. Während Linda Geld sprach, über einen Teller mit Eiern und fettem Speck hinweg, dessen Anblick ihr Übelkeit verursachte, sah Valentine aus dem Fenster des Cafés ein heiteres Blitzen in den blaugrünen Augen, die sie an die Augen eines Freibeuters erinnert hatten, der die spanischen Gewässer an der Küste Südamerikas besegelte. Sie finden das also belustigend? sagte sie. Ich gehe jetzt lieber. Sie müssen mich nicht in Ihren Dokumentarfilm aufnehmen. Ich werde die letzten vierundzwanzig Stunden aus meinem Gedächtnis streichen und mein Leben neu beginnen, ohne das alles hier. Leben sie wohl, Mr. Valentine. Als sie aufstehen wollte, griff er sie am Handgelenk, den Blick weiterhin aus dem Fenster gerichtet. Sie gehen nach Hollywood, die Welt wird ihnen zu Füßen liegen. Das ist ihr Schicksal, Miss Linda. Sie haben alles, was man dazu braucht. Können Sie sich vorstellen, was der durchschnittliche Dorftrottel dafür geben würde, ein zuckersüßes Mädchen wie sie im Negligé zu sehen? Nachdem sie nach Houston zurückgekehrt war, rief Linda Gale zu allererst Roy Weisard an. Jack Valentine behauptet, die Leute bei Castle hätten irgendwelche Hintergedanken gehabt, als sie mir den Vertrag gegeben haben. Valentine ist ein mickriger Laufbursche und ausgemachter Idiot, der nur eine Stufe über einem Zuhälter steht. Man dürfte ihn überhaupt nicht in ihre Nähe lassen. Aber warum sollte er sich solche sein. Valentine hat früher die Hundescheiße von W.C. Fields Rasen gekratzt. Nebenan hat Anthony Quinn gewohnt. Und als Valentine dann beide Gärten säubern durfte, dachte er, er hätte den Jackpot geknackt. Und den Kerl nehmen sie für voll? Wo sind sie im Moment? Zu Hause. Ihr Mund war schlagartig ausgetrocknet. Ich bin gerade erst zurück in der Stadt. Sind sie allein? Ja, sie versuchte ihr klopfendes Herz zu bremsen und den Schluckreiz in ihrer Kehle zu unterdrücken. Sicher, dass mit ihnen alles in Ordnung ist? fragte Weiserhardt. Am Wochenende kommt Herschel zurück. Bis dahin halte ich schon durch. Sie klingen aber nicht besonders toll. Soll ich kurz vorbeikommen? Ich will Ihnen keine Umstände machen. Bleiben Sie wo Sie sind. Ihre Finger zitterten, als sie den Hörer auf die Gabel legte. Kurz darauf stand Weiserhardt vor der Tür, im weißen Anzug purpurfarbenen Seidenhemd mit offenem Kragen und polierten Lederslippern. In der einen Hand hielt er eine Flasche alkoholfreien Champagner, in der anderen eine 78er Schellackplatte. Seine Wangen waren rosig wie Äpfel, seine Haut strahlte, sein feuchtes Haar war frisch geschnitten und säuberlich gekämmt. Haben Sie ein Abspiel Gerät im Haus? fragte er. Ja, gleich dort drüben, antwortete Linda Gale und deutete auf das walnuss holzverkleidete Kombinationsgerät aus Radio- und Plattenspieler, das Hörschel und sie gerade erst gekauft hatten. Weiserhardt öffnete den Deckel der Anlage und ließ die 78er aus der Papierhülle auf die sie, dass Roy Weiserhardt und sie in diesem Augenblick die einzigen beiden Menschen auf Erden waren. Das ist Bunny Berrigan, sagte er. Wie heißt das Lied? I can't get started with you. Haben Sie irgendwo Gläser? Roy, sagte sie. Er betrachtete sie warmherzig. Mögen Sie kein Champagner? Ich bin schwach. Ich will alles richtig machen, aber meistens bekomme ich es nicht hin. Sie sind stärker und tapfer als ich. Sie sind ein edler Mensch und viel talentierter als sie glauben. Sie dürfen sich nicht schlecht machen. Sein rechter Arm legte sich um ihre Hüfte, seine linke hob ihre Hand empor, ihre Körper berührten sich kaum. Ich wünschte, ich hätte eine Frau wie sie geheiratet, sagte er. Dafür ist es zu spät, aber das heißt nicht, dass wir keine Freunde sein können. Im Filmgeschäft tummeln sich unzählige schlechte Menschen, noch viel üblere Gestalten als Jack Valentine, Leute, die ohne jeden Grund grausam und skrupellos sind. Und wissen sie, warum sie so sind? Nein, weil sie kein eigenes Talent besitzen. Deshalb müssen sie sich am Talent anderer bereichern. Sie haben sich ihren Erfolg nicht verdient und das wissen sie genau. Sie haben ständig Angst, irgendjemand könnte ihnen auf die Schlüche kommen. Lindagel spürte, wie sich seine Finger auf ihrem Rücken spreizten. Leicht wie eine Feder strich sein Atem über ihre Wange. Ich fürchte, ich habe mein ganzes Glück im Südpazifik aufgebraucht. Aber ich mache mir deswegen keine Gedanken. Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Was wir in der Zwischenzeit tun, ist Lagen. Er ließ ihre Hand los und umfasste Linda Gale mit beiden Armen Wange an Wange. Linda Gales Schläfen pulsierten. Ich bin kein Casanova, sagte er. Ich kümmere mich um meine Frau, auch wenn ich sie nicht liebe. Genauso versuche ich, anderen Menschen keinen Kummer zu bereiten. Ich habe nicht immer das Richtige getan. Sie bereiten mir keinen Kummer, sagte sie. Mir nicht. Sein Arm schmiegte sich noch fester um ihren Rücken. Ich wünschte, wir hätten uns früher kennengelernt. Wie meinen Sie das? Sie verwirren mich. Ich verstehe das nicht. Sind Sie hergekommen, nur um mir zu sagen, dass Sie nicht hier sein sollten? Weisard wich von ihr zurück, hob die Nadel von der Schallplatte und schob diese wieder in die Hülle. Dann nahm mir die Champagnerflasche vom Couchtisch. Trinken Sie doch ein Glas mit mir. Alles, was Sie wollen. Können Sie Weldon gut leiden? fragte er. Manchmal schon, aber ich glaube, er kann mich nicht leiden. Weldon geht es bald an den Kragen. Wenn es soweit ist, wird er seine Freunde brauchen. Soll das heißen, ich gehöre nicht zu seinen Freunden? Sind Sie nur wegen Weldon Holland hier? Ich wollte Ihnen klar machen, dass Sie in einem Piranja Schwarm mitschwimmen. Ich will die Last auf ihren Schultern nicht noch vergrößern. Er ließ den Korken der Champagnerflasche knallen und schenkte zwei Gläser ein. Die Schlafzimmertür stand offen und dahinter sah Linda Gale die rosa und Blautöne, die man genauso gut in einem Kinderzimmer hätte finden können. Rufen Sie mich an, wenn es Probleme gibt, mit Valentine oder wem auch immer, meinte Weisart. Sie wollen schon gehen? Er berührte ihr Haar und ihre Wange. Sie sind eine schöne Frau, sagte Weisart. Bleiben Sie wie Sie sind, Linda Gale. Seien Sie sich selbst treu. Er stellte das Glas ab, öffnete die Haustür und drehte sich noch einmal um. Ich kann es kaum erwarten, ihren ersten Film zu sehen. Behutsam drückte er die Tür zu, ließ das Schloss leise zuschnappen, als wollte er es vermeiden, die feierliche Stille in einer Kirche zu stören. Linda Gale fragte sich, ob sie sich jemals so dumm vorgekommen war, wie in diesem Moment. Jetzt stand er wieder vor ihrer Tür, diesmal ohne Einladung oder vorherigen Anruf. Als Linda Gale öffnete, traute sie ihren Augen kaum. Seine eigentliche Kleidung hielt Roy in der Hand, er trug nur eine Boxhose und ein durchnässtes, vom Schweiß verdunkelte Sporthemd. Ist bei Ihnen Platz für einen Wandersmann in der Fremde? fragte er. Sie sehen aus, als wären Sie unter einen Güllewagen geraten. Herschel ist auf Reisen. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz hinterm Haus mit dem Gartenschlauch abrause? Und ob ich etwas dagegen hätte? Ab unter die Dusche mit Ihnen, sagte sie, und geben Sie mir Ihre Kleidung, Ihre ganze Kleidung. Als er zögerte, packte Linda Gale ihn am Sporthemd und zog ihn ins Haus. Während das Duschwasser auf die Badezimmer Fliesen hämmerte, setzte sie sich auf einen Stuhl und versuchte nachzudenken. In drei Tagen würde Herschel heimkehren. Linda Gale hatte bereits beschlossen, reinen Tisch zu machen und ihren Fehltritt mit Jack Valentine zu gestehen. Wieder und wieder war sie mit Jack im Bett gelandet war. Vielleicht würde sie sogar beichten, dass sie sich zu Roy Weisard hingezogen gefühlt hatte, Schlimmen war es nicht gekommen, doch Angst und Schuldgefühle machten sie trotzdem krank. Sie würde Herschel versprechen, ihm nie wieder untreu zu werden, nicht mal in Gedanken. Sie würde eine gute Ehefrau sein, die ihrem Mann überall hin folgte, selbst wenn sie dafür ihre Karriere aufgeben müsste. Als Roy Weisard das Badezimmer verließ, trug er eine frische Hose und ein Polohemd. Setzen Sie sich hin, sagte Linda Gale. Was soll das werden? fragte er. Sie ging zum Medizinschrank, holte Fläschchen mit Jod und Wasserstoff Peroxid und machte sich daran, die Schäden zu reparieren, die Roy im Ring davongetragen hatte. Jeder Cut wurde mit Desinfektionsmittel ausgebrannt und mit Jod bestrichen. Autsch! er knifft die Augen zusammen. Tut's weh? fragte sie. Ja. Gut so. Sie haben eine ganz schön raue Seite, meinte er. Wenn Sie wüssten! Sie strich ihm über den Hinterkopf. Er erhob sich, nahm ihr die Jodflasche und das Handtuch aus den Händen und legte beides auf den Stuhl. Er schlang seine Arme um ihre Hüften und küss ihren Mund. Dann vergrub er das Gesicht in ihrem Haar, presste ihren Körper an den Seinen, streichelte ihren Rücken, ihre Seiten, küsste ihren Hals. Am Unterleib spürte sie seine anschwellende Männlichkeit. Roy, fing sie an. Ich liebe dich, sagte er. Er schob ihre Arme um seinen Nacken, spreizte seine Finger auf ihrem Gesäß, drückte sie an sich und hob sie in die Luft. Du hast die wunderbarste Figur der Welt. Deine Haut ist wie Seide, bitte entschuldige mein schlechtes Benehmen, aber ich muss pausenlos an dich denken. Es ist schon gut, hörte sie sich sagen. Er öffnete die obersten Knöpfe ihres Kleids und biss sie in die Schulter. Können wir ins Schlafzimmer »Zieh dich aus«, er zögerte und ihr fiel auf, dass er zur Kommode blickte, auf die gerahmte Fotografie von Herschel und ihr. »Du musst dich nicht schuldig fühlen«, meinte sie. »Ich trage die Verantwortung für alles, was hier geschieht, nicht du. Du kennst ja nicht mal die ganze Geschichte. Die ganze Geschichte wovon? Das spielt jetzt keine Rolle mehr«, sagte sie. Sie löschte das Licht, schlug die Tagesdecken zurück und warf die Kissen auf den Boden, alle bis auf eines. Mit dem Rücken zu Roy hängte sie ihr Kleid über einen Stuhl und zog ihre Unterwäsche aus. Als sie sich umdrehte, glätteten sich Roy's Gesichtszüge wie warmes, sich verformendes Wachs. Sie drückte ihn auf die Matratze und spreizte die Knie, sie hörte, wie jemand auf dem Sprungbrett des Nachbarn auf- und abfederte, sich abstieß und der Länge nach auf das Wasser des Pools prallte. Ich habe nur eine Bitte, sagte sie. Alles, antwortete er. Du darfst später nicht schlecht über mich reden. Ich weiß, wie ihr Männer voreinander prallt. Das darfst du mir nicht antun. Das würde ich dir niemals antun. Und wenn es vorbei ist, will ich, dass du mich im Arm hältst und küsst. Ich will dich nicht nur auf diese eine Weise erleben. Alles, was du willst, Linda Gale. Sie formte sich zu einer schützenden Höhle und beugte sich über ihn und küsste ihn und steckte ihm die Zunge in den Mund. Du bist die wundervollste Frau, mit der ich je zusammen war, sagte er. Linda Gale griff nach unten und schob ihn in sich hinein. Sie verlagerte ihr Gewicht vor und zurück, spannte ihren Bauch an und ließ ihren Leib rotieren, bis sie sah, wie Roy's Blick verschwamm. Sie spürte eine nie dagewesene Macht. Es war wie damals, als sie zum ersten Mal in die Wellen Santa Monicas geschritten war. Das Wasser war über ihre Oberschenkel geglitten, die Gischt hatte die Spitzen ihrer Brüste benetzt, die Möwen waren über ihr gekreist, wie um ihr Tribut zu zollen, und die sonnengebräunten Jungs am Muscle Beach hatten ihre Eisenhandeln beiseite gelegt, um sich an ihrem Anblick zu weiden. Als Roy und sie gemeinsam den Höhepunkt erreichten, erschlaffte ihr gesamter Körper, ihr Kopf legte sich weit in den Nacken, aus es geschah wieder und wieder, zum ersten Mal in ihrem Leben, als würde in ihr ein ganzes Volk gezeugt, als würde sich ihre dunkle Silhouette just in diesem Augenblick vor der schmelzenden Sonne abzeichnen, die im Meer versank, während die Palmen vor dem lodernden Himmel zu schwarzen Scherenschnitten erstarrten, und ihre Nägel gruben sich in seine Arme, zu zweit an einem Sandstrand kein anderes menschliches Wesen weit und breit. Hinterher lagen sie nebeneinander, beide nackt und schweißnaß. Während Roy einnickte, streichelte Linda Gale ihm mit den Fingerspitzen die Stirn und starrte gedankenverloren an die Decke. Sie küsste seine Schulter, genoss die Wärme seiner Haut, ihren leichten Salzgeschmack. Eine große, beruhigende Erschöpfung schien sich über sie zu legen, und all das Chaos und all die Wut zum Verstummen zu bringen, die in ihrem Inneren wohnten. Rosita war in der Küche und machte Sandwiches, trennte die Brotkrusten auf einem Schneidebrett ab. Nachdem sie einen kurzen Blick auf mich und die Filmdose in meiner rechten Hand geworfen hatte, setzte sie ihre Arbeit fort. Wo warst du so lange? Irgendwer hat mir eine Filmrolle in den Wagen geworfen, sagte ich. Deshalb bin ich zum Fotografiegeschäft eines Freundes gefahren und habe mir den Film angesehen. Und dieser Freund hat kein Telefon? Ich hatte ihn gebeten, das Zimmer zu verlassen, während der Film lief. Oh, müssen ja sehr interessante Aufnahmen gewesen sein. Ich legte die Dose auf das Abtropfbrett. Auf dem Deckel ist ein Hakenkreuz. Ich will das Ding nicht in meiner Nähe haben. Hast du so eine Filmdose schon mal gesehen? Nein, nicht, soweit ich mich erinnern kann. Du kommst in dem Film vor, Rosita. Wie schön. Die Messerklinge fuhr an den Rändern der Brotscheiben entlang. Und jetzt schafft mir das Ding bitte aus den Augen. Du hattest keinen Grund, deine Vergangenheit vor mir zu verbergen. Kein Mensch hat eine Vorstellung davon, was in den Lagern geschehen ist, sagte sie. Du könntest nicht mal annähernd begreifen, was sie uns angetan haben und was wir einander angetan haben. Warum hast du mir nie von dem Film erzählt? Weil er irrelevant ist im Vergleich zu anderen Dingen, die damals passiert sind. Du hast mir erzählt, du hättest einem SS-Standartenführer ins Gesicht gespuckt, als er dich zur Geliebten nehmen wollte. Ja, weil ich genau das getan habe. Darauf erwiderte ich die schlimmsten Worte, die mir je über die Lippen gekommen sind. Auf dem Film tust du etwas völlig anderes. Rosita legte das Schlachtermesser beiseite und wich einen Schritt zurück, als müsste sie sich von Gedanken losmachen, die sie sich nie zugetraut hatte. Was glaubst du, was du auf dem Film gesehen hast? Was ich glaube, gesehen zu haben? Sag's mir! Sie stieß mich vor die Brust. Darüber werde ich nicht mit dir sprechen. Du hast zugeschaut, wie er mich fickt. Aber was hast du sonst noch gesehen? Achte gefälligst auf deine Wortwahl! Wieder schlug sie mich gegen das Brustbein, nur noch heftiger, sodass ich nach hinten stolperte. Sag's mir! Ich will nur verstehen, wie es dazu gekommen ist. Du warst gut gekleidet, du hattest Perlen, um den als eine weiße Rose im Haar. Du kannst nicht fassen, was du da gesehen hast. Aber ich wurde vor aller Augen benutzt und gedemütigt. ich was glaubst du wie es mir damit geht? Diesmal beite sie die Faust, bevor sie zuschlug. Ich werde ihn nie von meinem Körper abwaschen können. Ich habe das ganze Band gesehen. Du hast dich benommen wie seine Geliebte, weil er mir versprochen hatte, meine Familie zu verschonen. Sie kratzte nach meinem Gesicht, trat mir gegen die Schienbeine, wollte mir sagte ich. Einmal sind wir unter so schweren Artilleriebeschuss geraten, dass ich meinen besten Freund getötet hätte, um zu entkommen. Es tut mir leid, dass ich dir weh getan habe. Wir müssen herausfinden, wer mir den Film in den Wagen geworfen hat. Lass mich loswerden, lass mich los, oder ich bring dich um. Ich lass dich los, aber bitte schlag mich nicht mehr. Roy Weisert hat gesagt, irgendwer würde unsere Namen in Handgelenken. Die kommen nicht gegen uns an. Ich weiß nicht, wozu du in diesem Lager gezwungen wurdest, aber es hat nichts mit dem Menschen zu tun, der du bist. Was damals geschehen ist, ist nur noch eine Erinnerung, die nach und nach verblasst. Es hat keine reale Bedeutung. Es beweist nur, dass du gewillt warst, die schlimmste Folter zu retten, schlimmer als der Tod. Ich konnte sie kaum bändigen. Rosita besaß den Leib und die Kraft einer Frau, die ihr Leben lang harte körperliche Arbeit geleistet hatte. Kämpf nicht gegen mich, Rosita, sagte ich, nichts und niemand kann uns auseinander bringen. Ich werde die Männer finden, die dafür verantwortlich sind. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und was dann? Dann werden sie einen Du bist kein gewalttätiger Mensch, sagte sie. Du darfst nie einer werden. Du kennst mich nicht. Ich ließ ihre Handgelenke los. Den Gefallen darfst du ihnen nicht tun. Die werden dir jemanden in den Weg stellen, den sie für verzichtbar halten. Die zerstören die Seele anderer Menschen. Das ist ihre Art, die Dinge zu regeln. Das sind Feiglinge. Alles Feiglinge. Mein Großvater hat es mit Pancho Vieh aufgenommen. Da können diese Burschen nun wirklich nicht mithalten. Ich legte ihr die Hände auf die Schultern. Ich wollte Rosita zum Lächeln bringen. Du kennst nicht mal ihre Namen, erwiderte sie. Denkst du, bei Saint-Lô war es anders, oder in den Ardennen? Die Männer, die dir den Film in den Wagen gelegt haben, sind viel schlimmer. Außerdem sind sie deine Landsleute. Ihre Macht ist größer als die der Nazis, weil du nicht ahnst, dass sie unter uns sind. Mag sein, meinte ich. Trotzdem gehen wir beide jetzt was essen. Und danach haben wir eine Verabredung im ersten Stock. Und niemand, wirklich niemand, wird dir jemals wieder leid zufügen. Ich ging in die Küche, nahm die Filmdose vom Abtropfbrett, verpackte sie in Aluminiumfolie und Isolierband und holte mir eine Schaufel aus dem Werkzeugschrank auf der Veranda hinter dem Haus. Was machst du da? fragte Rosita. Das Ding vergraben, antwortete ich. Vielleicht wird es für immer unter der Erde liegen bleiben, aber sollte ich die Männer finden, die dahinter stecken, werde ich und es ist nicht bildlich gesprochen. Ich wollte Dalton aufsuchen und ihn fragen, ob er gesehen hatte, wie meine Frau erniedrigt worden war, ob er sich den Film angeschaut hatte, den er oder seine Handlanger von einem britischen oder amerikanischen Geheimdienst beschafft hatten. Ich wollte ihn fragen, wie man sich so fühlte als Feigling und Rufmörder. Ich wollte ihn öffentlich demütigen und ihm verdeutlichen, dass mich allein sein Alter davon abhielt, ihm körperliche Schmerzen zuzufügen. Andernfalls hätte ich ihn vermutlich ausgepeitscht. Zornige Phasendrescherei dröhnte durch meine Gedanken, aufgestaute Wut wühlte in meiner Brust wie ein ganzer Satz Küchenmesser. Mit Reichtum konnte man sich Kontrolle und Transzendenz erkaufen und Unnahbarkeit. Dalton Weisard hatte sich in Rauch aufgelöst. Ich versuchte, ihn über Roy zu fassen zu bekommen. Roy's Frau legte erneut auf, statt mit mir zu sprechen, und seine Sekretärin informierte mich, dass Roy den Sunset Limited nach Los Angeles genommen habe. Stimmt, jetzt erinnere ich mich, das hatte er erwähnt, meinte ich. Könnten Sie ihm etwas ausrichten? Er sitzt noch im Zug. Wohnt er wieder in seinem üblichen Hotel? Netter Versuch, entgegnete die Sekretärin. Eine Woche verging. Ich arbeitete von unserem Innenstadtbüro aus, um unsere Projekte in Louisiana kümmerte sich Hörscher. Eines Tages erhielt ich einen unerwarteten Anruf. Jack Valentine hier, sagte die Stimme. Ich muss Sie sprechen. Wieso rufen Sie mich an? Wir stehen auf derselben Seite, Holland. Wir können uns gegenseitig helfen. Das eine ist so falsch wie das andere, sagte ich. Warten Sie erst mal ab, was ich Ihnen zu sagen habe. Die Fotze steckt ganz tief mit drin. Wie war das? Ich rede von Linda Gale Pine. Kommen Sie mal runter von Ihrem Hohen Ross, okay? Die wollen Ihnen das Fleisch von den Knochen schmoren, Holland. Ich weiß wer und wie. Wollen Sie jetzt reden oder nicht? Valentine nannte den Namen einer Bowlingbahn. Ich entdeckte ihn in der Lounge. Er trug einen Fedora, ein braunes Hemd, eine silbern-rot gestreifte Krawatte und eine modische, an der Hüfte hochsitzende, an den Knöcheln schmal geschnittener Hose. Er trank ein Bier an der Bar. Gleich hinter dem Eingang schepperte ein Flipper, vom Walnussboden der Bahnen halte das Donnern umstürzender Holzpins herüber. Ich ließ mich auf dem benachbarten Hocker nieder. Hier halten Sie also Ihre Geschäftstermine ab? Es gibt Leute, die haben elektronische Ohren, sie verstehen doch, entgegnete er. Hatten Sie schon mal ein Klicken im Telefonhörer? Sie meinen, irgendwer zapft mein Telefon an? Was denken Sie denn? Dass ich Ihnen nicht traue? Ich wurde gefeuert, wegen Linda Gale. Wie das? Es lief über Roy Weishard. So ein Pech aber auch. Ich will meinen alten Job zurück. Sie sind auch mit Roy befreundet. Ich kann Ihnen seine Nummer geben. Helfen Sie mir, meinen Job zurückzukriegen, dann gebe ich Ihnen alles, was Sie wollen. Was soll ich denn wollen? Ich kenne diese Leute und ihre Geheimnisse. Ich weiß, wer wen erpresst, wer wen aufs Kreuz legt. Sollten? Sie sind doch hier in der Gegend aufgewachsen, oder? Wenn ein Nigger aus der Reihe tanzt, bekommt er erst mal einen Warnschuss. Beim zweiten Mal peitscht man ihm die Haut vom Rücken und wenn es ein drittes Mal gibt, baumelt er vom nächsten Ast. In Hollywood macht man es genauso. Was habe ich mit Hollywood am Hut? Er schüttelte den Kopf, als würde er sich mit einem minder Bemittelten unterhalten. Sie durften doch einer kleinen Privatverführung der Schauspielkunst ihrer Frau beiwohnen. Das war nur ein Vorgeschmack Holland. Sie wissen von dem Nazifilm? So was spricht sich herum. Valentine grinste mich an. Ich nahm seine Bierflasche und kippte ihren Inhalt auf seinen Hosenschlitz. Ich rate Ihnen dringend sich von mir fernzuhalten, Mr. wo es anschwoll und sich in flackernde Lichtblitze hinter meinen Augenlidern verwandelte. Ein Crescendo, das meine Ohren knacken ließ. Zum Geburtstag schenkte ich Rosita ein Ford Cabriolet Baujahr 1946. Eine kirschrote Sonderanfertigung mit Weißwandreifen und blendend weißem Verdeck. Rosita war vollkommen vernarrt in ihren Wagen und nutzte jede erdenkliche Gelegenheit, um damit herumzukurfen. An nahm sie einen Ausflug zur South Main Street, um die Bibliothek der Rice University zu besuchen. Auf dem Heimweg hielt sie bei Bill Williams Drive-In Restaurant direkt gegenüber der Universität auf der anderen Seite der Allee. Kurz bevor sie von der South Main Street abhog, entdeckte sie im Rückspiegel einen Streifenwagen des Houston Police Department. Der Streifenwagen rollte hinter ihr auf den Parkplatz und blieb einen Karton panierte Hähnchenteile, eine Portion Pommes Frites und einen Krautsalat zum Mitnehmen. Schon in einer Woche war Thanksgiving. Irgendwo jenseits der Allee probte ein Spielmannszug. Die Basstrommel donnerte durch die Hecken und Virginia Eichen auf dem Universitätsgelände. Der Himmel war makellos blau, das Sonnenlicht glitzerte auf den Ästen der Bäume wie ein Hauch Goldstaub. Die Markise über Rositas Kopf flatterte in der milden Brise. In der Jukebox lief Glenn Minners in the Mood. Der Lautsprecher am selbernen Stützpfeiler des Vordachs trug die Musik ins Freie. Rosita ließ die Scheinwerfer aufblitzen, um die Bedienung auf sich aufmerksam zu machen und orderte eine Flasche Lone Star für die Wartezeit auf ihr Hühnchen. Als Rosita das Bier ausgetrunken hatte, stellte sie die Flasche auf das Metalltablett, das die Bedienung am Seitenfenster platziert hatte. Der Polizist stieg aus, ging zum Münztelefon an der Außenwand des Restaurants und tätigte einen Anruf. Seine Augen schienen Rosita im Schutz der Sonnenbrille zu beobachten, der Hörer verschwand fast in seiner Hand. Mit den Lippen zog eine Zigarette aus einer Packung Pal Sekunden später sah sie den Streifenwagen im Rückspiegel. Sie verließ die Allee, durchquerte ein Wohngebiet und gelangte in den Hermann Park. Der Streifenwagen folgte ihr. Es war ein schattiger Park mit zahlreichen Kiefern und Virginia Eichen, eine künstliche Landschaft aus kleinen Tälern und Hügeln und Naturkundepfaden. Im Moment seltsam verwaist. Rosita wusste, dass es ein Fehler gewesen war, die South Main Street zu verlassen. Wieder blickte sie in den Rückspiegel. Zwischen dem Streifenwagen und der Stuhlstange ihres Cabrios lagen keine zehn Meter mehr. Sie steuerte vom Asphalt auf die Wiese und stieg aus. Auch der Streifenwagen hielt an. Der Fahrer stellte den Motor ab, schnippte die Zigarette aus dem Fenster und öffnete die Tür. »Steigen Sie wieder ein«, sagte er. Er hatte die Ärmel hochgekrempelt, auf seine nackten Armen kräuselte sich dunkles Haar, tiefe Furchen durchzogen seine Stirn, als wäre er ein Mann, der seine Launen und Leidenschaften an der kurzen Leine hielt. Sein Blick wanderte an Rositas Körper hinauf und hinab, erschien ihre Freizeithose, ihre Kunstseidenbluse und das über der Stirn verknotete Tuch in ihrem Haar zur Kenntnis zu nehmen, als hätte er etwas Außerirdisches Abnormales vor sich. Steigen Sie ein, sagte er, bleiben Sie im Wagen und legen Sie die Hände auf das Lenkrad. Erst beantworten Sie meine Frage. Er schloss die Tür des Streifenwagens und ging auf sie zu. In seiner Sonnenbrille entdeckte Rosita ihr Spiegelbild. Eingesperrt, klein, bedeutungslos. Entweder steigen Sie wieder Was soll das? Er trat näher an sie heran. Sein Körper schob sich vor die Sonne. Legen Sie die Hände auf den Kotflügel. Vielleicht ist das eine Verwechslung? Seine Hände schmiegten sich um ihre Schultern. Er drehte sie zur Seite. Stützen Sie sich auf den Wagen. Nein! Seine Rechte glitt ihre Wirbelsäule hinab, presste sich flach gegen ihre Bluse, drückte Was? Tun Sie was ich sage, spreizen Sie die Beine. Sicher nicht, so lasse ich mich nicht behandeln. Daumen und Zeigefinger seiner linken Hand schlossen sich um ihr Schlüsselbein. Tragen Sie eine Waffe bei sich? Nein, Sie tun mir weh. Stützen Sie sich auf den Wagen. Der Schmerz kroch von ihrer Schulter ins Genick, ließ ihre linke Seite erschlaffen und trieb ihr die Tränen in die Augen. Lassen Sie mich los, sagte Rosita. Das muss eine Verwechslung sein. Ich habe keine Gesetze gebrochen. Sie haben einen illegalen Spurwechsel getätigt. Sie haben eine rote Ampel überfahren. Sie riechen nach Alkohol. Rosita rückte die Füße auseinander. Ihre Hände lagen mittlerweile am Kotflügel. Die linke des Streifen Polizisten lockerte sich, doch sein Daumen ruhte weiter auf ihrem Nacken und knetete ihre Haut. Dann schupper ihr die Rechte zwischen die Oberschenkel. Sie Schwein, sagte Rosita und fuhr herum. Wieder packte er sie an den Schultern und schubste sie gegen den Wagen, so kräftig, dass ihre Zähne aufeinander schlugen. Was ist ihre Taschen freiwillig leer oder soll ich nachhelfen? Sie haben kein Recht, mich so zu behandeln. Das ist ihre letzte Chance. Rosita stülpte ihre Tasche nach außen. Ihr Gesicht brannte vor Zorn und Scham. Schon besser, sagte der Polizist. Führerschein und Zulassungspapiere bitte. Mit zitternden Fingern holte Rosita ihr Portemonnaie aus der Handtasche, zog den Führerschein hervor und händigte ihn aus. Danke und jetzt die Zulassungspapiere. Sie beugte sich über den Fahrersitz, um das Handschuhfach zu öffnen. Immer langsam, sagte der Polizist, lehnte sich auf Rosita und griff über sie hinweg. Am Po spürte sie seinen Unterleib. Nicht, dass ich hier noch eine böse Überraschung erlebe. Er ließ das Handschuhfach aufschnappen und fegte dessen Inhalt auf den Boden. Heben Sie es auf! Was soll ich aufheben? Sind Sie taub? Sprechen Sie kein Englisch? Sein Atem strich über ihren Nacken. Damit kommen Sie nie im Leben durch. Der Polizist wich vom Fahrersitz zurück und trat auf die andere Seite des Cabriolets. Er öffnete die Tür, fasste Rosita am Handgelenk und zerrte sie einhändig auf die Wiese. Der Ruck verdrehte ihr den Arm. Wie war das? Sie drohen einem Polizeibeamten. Ich habe nichts dergleichen getan. Oh doch, werte Lady, Sie haben es doch darauf angelegt, als Sie in den Park eingebogen sind. Das ist nicht wahr. Reden Sie nur weiter. Der Polizist drehte Rosita auf den Bauch, stemmte ihr das Knie ins Kreuz und legte ihr Handschellen an. Er schob die Stahlbügel weit in den Schließmechanismus, quetschte ihr die Haut. Dann zog er sie wieder auf die Beine. Seine Finger bohrten sich tief in ihren Oberarm. Rosita wehrte sich. Sie versuchte nach seinen Schienbeinen zu treten. Er schlang die Arme um ihren Körper und hob sie in die Luft, sein Mund an ihrer Wange, dicht an ihrem Ohr, sein steifer Phallus an ihrem Gesäß. Du bist ja eine wahre Furie, sagte er, aber wenn wir miteinander fertig sind, merkst du dir vielleicht, dass Alkohol am Steuer keine gute Idee ist. Auf der Polizeiwache leistete mir mein Zorn keine guten Dienste. Man hatte Rosita in die Ausnüchterungszelle gesteckt. Die Vorwürfe lauteten auf Fahren unter Alkoholeinfluss, Widerstand gegen die Festnahme und Bedrohung eines Polizeibeamten. Es war keine Kaution festgesetzt worden. Es gab keine Möglichkeit Rosita freizubekommen und unterhalten durften wir uns nur durch die Gitterstäbe ganze fünf Minuten lang. Soll sie bis morgen früh da drin bleiben? wandte ich mich unglaublich an den diensthabenden Sergeant. Es muss Anklage erhoben werden, so funktioniert das nun mal. Ihre Frau stammt aus Übersee? Wie kommen Sie darauf? Da drüben wird so etwas vielleicht anders gehandhabt? Worauf wollen Sie hinaus? glaubt man, vor gewissen Dingen gefeit zu sein, bis eines Tages die Augenbinde abgestreift wird und man erkennen muss, wie rau es am unteren Ende der Nahrungskette zugeht. Mein Atem klang mir in den Ohren, meine Haut war wie abgestorben. Ich hatte mich noch nie derart unfähig gefühlt, eine Situation zu bewältigen. Wie heißt der Beamte, der die Festnahme durchgeführt hat? Slaggley zum Flur, zu einem Aufenthaltsraum mit Coca-Cola-Automat und einem Tisch, um den mehrere Cops saßen. Slaggley ist ein harter Hund, aber die Leute, die er sich krallt, haben es meistens nicht anders verdient, sagte der Sergeant. Tun Sie sich den Gefallen und nehmen Sie sich einen Anwalt. Legen Sie sich nicht mit dem Falschen an. Vielen Dank, sagte ich. Der Sergeant schwieg. Er blickte nicht mal mehr von seinem Papierkram auf, während ich zur Tür des Aufenthaltsraums ging. Es war kein großes Rätsel, welcher der Männer meine Frau ins Gefängnis geworfen hatte. Er verspeiste gerade ein Sandwich, die langen Beine ausgebreitet, die Finger überzogen von Fett und Krümeln, und er war der Einzige, der sofort Blickkontakt aufnahm. Officer Slaggley, fragte ich. Er stellte das Kauen ein und legte das Sandwich beiseite. Womit kann ich dienen? Wie kommen Sie dazu Lügen, über meine Frau in die Welt zu setzen? Wer sagt, irgendwas davon gelogen ist? Ich. Sie haben hier keinen Zutritt. Gleich den Gang runter sitzt der städtische Justiziar. Ich war schon tausendmal hier. Ich warf ein Fünf-Cent-Stück in den Getränkeautomaten und nahm eine Coke aus dem Fach, klemmte den Hals in den Öffner, hebelte den Kronkorken herunter und stellte die Flasche vor Slaggley. Will noch irgendwer eine? fragte ich in die Runde. Die übrigen Polizisten sahen mich ausdruckslos an. Es hat schon seinen Grund, dass ihre Frau im Knast sitzt, meinte Slaggley, und sie machen ihr das Leben nicht gerade leichter. Ich habe sie aus einem Leichenhaufen in einem Nazi-Todeslager gezerrt. Sie hat einem SS-Standartenführer ins Gesicht gespuckt. Ihnen hätte sie bestimmt auch liebend gern ins Gesicht gespuckt, aber sie wollte mir den Ärger ersparen. Was denken sie eigentlich, wen sie hier vor sich haben? Einen käuflichen Kopf. Raus hier, aber ein bisschen plötzlich. Ich nickte. Vor Slaggley stand ein Glas Tomatensoße auf dem Tisch. Darin steckte ein Steakmesser. Ich betrachtete seine Kehle, seine heimtückischen Augen, die Ignoranz und Feindseligkeit und Furcht, die in seinem Gesicht nisteten wie eine Krankheit. Sie haben sich an ihr vergangen, oder? Das hat sie ihnen erzählt? Musste sie nicht. Es steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Ich werde aller Welt klar machen, was für einer sie sind, Freundchen. Sie wären die erste Küchenschabe, die das grelle Sonnenlicht verträgt. Auf dem Weg in den Flur hörte ich, wie Slaggles Stuhl über den Boden schrammte, aber er folgte mir nicht, und ich wusste, dass ich ihn wahrscheinlich nie wiedersehen würde. Seinesgleichen tendierte dazu, rasch in der Versenkung zu verschwinden. Er würde als bloße Fußnote in einem Drehbuch auftauchen, das ein anderer in dem festen Willen verfasst hatte, unser Leben zu zerstören. Ich wünschte, Großvater wäre bei mir gewesen. Ich wünschte, er hätte mir sagen können, was nun zu tun war. Ich sehnte mich nach der moralischen Klarheit und den brachialen Handlungsoptionen, die ihm zu Gebote gestanden hatten, als er sich 1881 mit John Wesley Hardin angelegt hatte. Doch der Anbruch der Moderne war gleich bedeutend mit dem Siegeszug der Bürokraten, Feiglinge und Tyrannen. Und so würde ich mein jüdisches Mädchen aus dem Buch der Könige erst am nächsten Morgen wieder sehen, wenn man sie dem Richter vorführen würde, in Handschellen, an eine Kette gefesselt, mit wirrem Haar und besudelter Kleidung, nach einer Nacht auf dem Zellenboden zwischen Spucke, Zigarettenstummeln und dem Dreckwasser einer überlaufenden Toilette. Die Kaution betrug 3000 Dollar. Rositas Cabrio mussten wir vom Abschlepphof holen. Der Stahlhaken des Abschleppwagens hatte die Stoßstange verbogen und den Kotflügel zerkratzt. Zuhause ging Rosita sofort unter die Dusche, während ich ihre schmutzige Kleidung in die Waschmaschine stopfte und alle Fenster aufriss, um den Sonnenschein und den Wind und den Geruch des brennenden Laubes hereinzulassen. Irgendetwas musste ich dem Schatten entgegensetzen, der sich auf unser Leben zu senken schien. Unser Anwalt Tom Bremer, ein alter Freund der Familie, fand heraus, dass Slagely während der Weltwirtschaftskrise beim privaten Sicherheitsdienst eines kalifornischen Obstproduzenten gearbeitet hatte und an der Erschießung eines Mannes beteiligt gewesen war, der Mitglieder für die Gewerkschaft rekrutiert hatte. Wie hat er den Hals aus der Schlinge gezogen? fragte ich Tom. Die Akten sind abhandengekommen, im Krieg hat er dann als Wärter im Marinegefängnis gearbeitet, er hat zwei Scheidungen hinter sich, die Schwarzen verschwinden von der Straße, sobald er auftaucht, und er war bei der Sitte in Garveston, eine Zeugin, eine Fahrradfahrerin will gesehen haben, wie Mrs. Holland nach Slakley getreten hat, nachdem er sie misshandelt hatte. Ich versuche, die Anklagepunkte zu reduzieren, erwiderte er, vielmehr wird nicht zu machen sein. Als ich aufgelegt hatte, kam Rosita aus der Dusche, ein Handtuch um den Körper gewickelt. Wie geht es dir? fragte ich mit einem erzwungenen Lächeln. Gut. Wir saßen nebeneinander auf der Bettkante. Durch das Fenster sahen wir die Baumwipfel, die sich über den Nachbardächern wiegten, und ein Flugzeug, das ein Reklamebanner für Boma Schäf über den Himmel schleppte. Vielleicht bleibt uns nichts anderes übrig, als eine Geldstrafe zu zahlen und das Kapitel abzuhaken, sagte ich. Weißt du, wo er mich angefasst hat? Soll ich dir erklären, was er mir mit seinem Penis angetan hat? Wir werden ihn drankriegen, Rosita, ihn und denjenigen, der ihn angeheuert hat. Aber vorher müssen wir die rechtlichen Probleme aus der Welt schaffen. Sie entzog mir ihre Hand. Indem wir nachgeben? So willst du unsere Probleme aus der Welt schaffen? Ich will nur realistisch bleiben. Große Worte helfen jetzt nicht weiter. Bei den Anklagepunkten könntest du ein ganzes Jahr im Gefängnis sitzen. Du verstehst nicht, wie sehr du mich damit verletzt. Unten läutete es. Unser Haus besaß eine alte Türglocke mit Drehknopf, eingebaut in den Zwanziger Jahren. Ich weiß nicht, wieso ich in diesem Moment daran denken musste. Vielleicht assoziierte ich die Glocke mit vergangenen Zeiten, als sich noch in einer texanischen Kleinstadt Zeitungen ausgeliefert und kein Bewusstsein davon gehabt hatte, wie viel Böses wir Menschen einander antun können. Wieder läutete es. Ich lief die Treppe hinunter und öffnete. Niemand stand vor der Tür. Ich sah, wie ein Junge auf seinem Dienstfahrrad davonstrampelte, den Lackschirm seiner Mütze tief in die Stirn gezogen, mit aufgeplusterter Kniehose, als wäre er ein Mitglied der Kavallerie. rauf und ging wieder hoch, mit der Pappe auf meinen Oberschenkel trommelnd. Was ist das? fragte Rosita. Es ist für dich. Der Absender ist eine Bluebird Record Company. Rositas Blick nach zu schließen, konnte sie nichts damit anfangen. Sie legte das Handtuch ab, das sie bisher getragen hatte, und zog sich an, mit dem Rücken zu mir. Soll ich es aufmachen? fragte ich. Nein, ich mach das schon. Ich habe Slakley gestern noch zur Rede gestellt. Wenn es nach mir ginge, würde ich ihn erschießen. Slakley ist nur ein kleines Rädchen im Getriebe. Ich mach uns was zu essen. Ich ging ins Erdgeschoss, um Sandwiches und Salat vorzubereiten. Ich gab die Hoffnung nicht auf, Rosita würde sich aus eigenem Antrieb zu mir gesellen, würde Tomaten und Gurken schneiden und Brotkanten absäbeln und gleichzeitig lächeln und reden, so oft ich sie auch warnte, sich nicht zu verletzen, wie immer eben. Zwanzig Minuten verging. Ich nahm eine Eiswürfelschale aus der Tiefkühltruhe und brach das Eis im Spülbecken heraus. Ich schenkte zwei Gläser Sonnentee ein, schob Minzzweige zwischen die Eiswürfel und kleppte Zitronenspalten auf den Rand der Gläser. Vom Obergeschoss drang kein Laut herunter. Essen ist fertig, rief ich. Keine Antwort. Ich trocknete mir die Hände am Geschirrtuch und schaute aus dem Fenster. In den Bäumen glitzerte die Sonne wie Pailletten. Ich blickte über unseren Garten hinweg auf die ungepflasterte Einfahrt nebenan, ohne dass mir ein Sound die Sicht versperrt 1934. Vor mir stand wieder der gestohlene Wagen, den Clyde Barrow und Bonnie Parker gefahren hatten. Es fällt mir mehr als schwer zu erklären, wieso mich dieser eine Augenblick an den Tag denken ließ, als die Barrow Gang in unser Leben getreten war. Vielleicht, weil ich die Gangster nie begriffen hatte? Oder weil ich nie begriffen hatte, was sie verkörperten? Manche taten sie als Psychopathen und Mörder ab. Großvater glaubte, J. Edgar Hoover hätte sie aus politischen Gründen zu Staatsfeinden stilisiert. Andere betrachteten sie als Produkte ihrer Zeit. Ich glaubte wohl, sie seien alles zugleich. Aber warum kamen sie mir ausgerechnet jetzt in den Sinn? Die Antwort war nicht weiter kompliziert. Etwas viel Böseres, als eine Bande von Kleinstadt-Bank-Röbern, die kaum des Wesens und Schreibens mächtig noch dazu bedienten sich diese Menschen der geltenden Gesetze, um uns zu schädigen. Rosita saß auf dem Bett, nur mit Rock- und Büstenalter bekleidet. Die Versandtasche lag auf dem Boden. Rosita hatte sie mit der Schere neben sich geöffnet. Auf ihren Knien ruhte eine 25 auf 30 Zentimeter große schwarz-weiße Hochglanzfotografie. Als Rosita sich umdrehte und in meine Richtung blickte, sah ich ihre nassen Augen. Mit der linken Hand nahm sie das Foto, hielt es hoch und wartete ab. Was ist das? Das siehst du dann schon? Bereits als meine Finger den Rand der Fotografie berührten, wusste ich, was sich darauf befand. Jedenfalls glaubte ich, zu wissen. Ich sah Linda Gale, wie sie rittlings auf ihrem Geliebten saß, mit nackten Brüsten und im Augenblick des Orgasmus erschlafften Gesichtszügen. Dieselbe Aufnahme hatte Harlan McFay mir gezeigt, nur dass die untere Hälfte seines Exemplars abgerissen gewesen war. Das ist eine Fotomontage, sagte ich. Also bist du das nicht, sondern irgendein anderer, der Linda Gale nagelt? So nennt ihr das doch. Ja, das ist mein Gesicht. Ich schätze, irgendwer hat mich aus größerer Entfernung fotografiert und die dem Granatsplitter, den du bei Saint-Loh abbekommen hast. Dann müssen sie mich am Strand oder am Swimmingpool abgelichtet haben. Geh den nicht auf den Leim, Rosita. Ich war viel zu nachsichtig, sagte sie. Wie meinst du das? Linda Gale ist nicht Eva, die vom Apfel ist. Sie ist die Schlange im Garten Eden. Aber sie ist zu dumm, um es zu kapieren. Ihr Egoismus, ihre Eitelkeit und ihr Ehrgeiz sind der Kern unserer Probleme. Sie ist manipulativ, eine Verräterin. Ich hasse sie. Das bist nicht du, Rosita. Sei ruhig! Du glaubst doch wohl nicht, dass nur ich dieses Foto in der Post finde. Ich starrte sie an. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie Herschel eine Versandtasche öffnete, ganz ähnlich der Versandtasche auf unserem Schlafzimmerboden und ein 25 auf 30 Zentimeter großes Hochglanzfoto herauszog. Ich ging nach unten und rief in unserem Büro in Baton Rouge an. Nach langem Läuten meldete sich die atemlos schnaufende Sekretärin, eine ältere Dame, die ihren Abschluss am Millsaps College in Mississippi gemacht hatte. Tut mir leid, ich war gerade draußen eine Lieferung entgegen ihm, sagte sie. Wo ist Herschel? Mr. Pine ist gestern spätnachmittags nach Houston aufgebrochen. Eigentlich wollte er erst heute fahren, aber er meinte, hier sei alles in trockenen Tüchern, von daher könne er auch schon einen Tag früher fahren. War alles in Ordnung mit ihm, Miss Leblanc? Er wirkte recht fröhlich. Gibt es ein Problem? Nein, haben eben eine Lieferung entgegengenommen? Ja, einen herrlichen Blumenstrauß von Mrs. Pine. Gab es in letzter Zeit noch eine Schallplatte bestellt. Ist ein Paket angekommen, in dem sich eine Schallplatte befinden könnte? Nein, nichts derartiges. Ohne mich bewusst dazu entschlossen zu haben, ließ ich den Hörer auf die Gabel senken. Ich telefonierte mit unserem Büro in der Innenstadt. Dort war Hörschel noch nicht angekommen. Ich fragte die Sekretärin, ob außergewöhnliche Lieferungen eingetroffen seien, Pakete, die eine Wie geht's so? fragte ich. Mir geht's fantastisch, außer dass ich verschlafen habe. Ist doch gut so, Sie können den Schlaf gebrauchen. Gerade habe ich mit Linda Gale telefoniert. Das werden Sie nicht glauben, sie hat einen Fünf-Jahres-Vertrag bei Warner Brothers bekommen. Sie soll eine Hauptrolle in einem Film über die französische Untergrundbewegung übernehmen. Meine kleine Linda Gale wird ein Hollywood-Star. zusammen die Stadt unsicher machen. Hier gibt's im Moment ein paar Probleme, Hösche, sagte ich. Ich erzählte ihm, was Rosita zugestoßen war. Wie heißt der Cop? fragte Hösche. Der Cop ist unwichtig. Wir müssen seine Auftraggeber drankriegen. Aber in der Zwischenzeit sollten wir den Kerl einen Kopf kürzer machen. Das wollen die doch nur. Sie denken, der Bastard arbeitet für Dalton Weisard? Ich würde darauf wetten. Das tut mir alles so leid werden, wenn ich doch nur bei Ihnen gewesen wäre. Ich rufe später nochmal an. Sagen Sie Rosita, dass wir alle hinter ihr stehen. Das würde Linda Gale ihr sicher auch so sagen. Ich richte es ihr aus, Hösche, und sie und Linda Gale passen bitte gut auf sich auf. Danach ging ich wieder ins Obergeschoss. Rosita hatte sich vollständig angekleidet, aber kein Make-up aufgelegt. Du siehst nicht gut aus, sagte sie. Ich setzte mich auf einen Stuhl am Fenster und berichtete ihr von meinem Gespräch mit Hörschel. Ihr habt keine Ahnung, was hier vor sich geht, oder? Nicht im geringsten. Wer auch immer das Foto geschickt hat, warum haben sie nicht auch eins an Hörschel geschickt. Das weißt du doch, oder? fragte ich. Sie wollten noch ein paar Messer im Messerblock stecken lassen. Du sollst in dem Wissen leben, dass sie jederzeit in der Lage sind, Hörschels Ehe zu zerstören. Und du sollst dich mitschuldig machen. Du sollst dich an dem Betrug beteiligen. Irgendwann werde ich die Verantwortlichen zu fassen kriegen. Und wenn es soweit ist, werde ich keine Skopel haben. Sie werden bekommen, was sie verdient haben. Red nicht wieder vom Töten. Tu mir den Gefallen. Was denkst du, was ich im Krieg getan habe? Der Krieg ist vorbei. Er geht nie vorbei. Man tritt seinen Dienst an und kämpft für den Rest seines Lebens. Ich werde dafür sorgen, dass diese Menschen mir an die Stirn, als wollte sie überprüfen, ob ich unter Fieber litt. So darfst du nicht denken. Niemals. Du darfst dich nicht komprometieren, nur weil dieser Abschaum es so will. Hast du das verstanden worden? Rosita Lovenstein war in die bedingungslose Offensive übergegangen, ein Gemütszustand, in dem man sie lieber nicht herausfordern sollte, wie ich inzwischen wusste. Also legte ich die Arme um sie und verschränkte sie hinter ihrem Rücken. Ich sog den Duft ihres Haares ein, die Hitze ihrer Haut und blickte ihr in die Augen. Am Ende gewinnen immer die, die einen geraden Weg durchs Leben nehmen. Sie vergrub ihr Gesicht an meinem Hals, ihre Finger massierten meine Arme, ihre nackten Füße balancierten auf meinen Schuhen. Ich schwor mir, mir Auf eigene Faust würde ich nie in Dalton Weishards Nähe gelangen, so viel war klar. Aber vielleicht, dachte ich, führte ein anderer Weg in sein engstes Umfeld. Vielleicht hatte er eine Feindin, die nur zu gerne mithelfen würde, die Außenmauern seiner Festung zu untergraben. Als Rosita ein Nickerchen hielt, fuhr ich ans andere Ende von River Oaks, wo Roy und Clara Weishard eine Harrington gewesen, ihre Familie war Anfang des Jahrhunderts durch Reis und Baumwolle zu Geld gekommen und hatte ihr Vermögen während des Ersten Weltkriegs verdoppelt, indem sie im Auftrag der Regierung Bohnen angebaut und den Gewinn in die Nachfrage nach Sprengstoff investiert hatte. Nachdem ich in der Einfahrt gepackt hatte, ging ich über den Rasen auf die Veranda zu, auf die massive, drei Etagen hohe Säulen Front der Villa. Ich entdeckte sie im Garten neben dem Haus, auf den Knien beim Unkraut jäten. Sie trug Segeltuch Handschuhe, Jeanshose und Strohhut und eine graue Arbeitsjacke mit großen Taschen für Gartenwerkzeug. Wie geht's Ihnen, Miss Clara? fragte ich und lüftete den Hut. Roy ist in Los Angeles, Mr. Holland, erwiderte sie. Das Sonnenlicht tat Clara Weisharts äußerem keinen Gefallen. Risse zogen sich durch die Schminke auf ihren Wangen, an ihren Augenwinkeln schimmerten Falten durch, wie die Schnurrhaare einer Katze. Mir wurde klar, dass sie mindestens zehn Jahre älter war als ihr Gatte. Kann ich sie sprechen? fragte ich. Sie versenkte ihre Pflanzkelle in der Erde. Worüber? Meine Frau wurde festgenommen und fälschlich angeklagt. Der Beamte, der die Verhaftung vorgenommen hat, hat sie sexuell belästigt. Eines ihrer Augen war kleiner als das andere, von einem intensiven Blau und geformt wie ein Dreieck. Und was bringt sie dazu, mir davon zu erzählen? Ich glaube, Dalton Weishart will uns schaden. Ich gehe davon aus, dass er sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht hat. Dafür will ich ihn zur Rechenschaft ziehen. Sie stand auf und klopfte sich die Knie ab. Kommen Sie mit! Ich folgte ihr in den Garten hinter dem Haus. Der Swimmingpool war abgelassen worden, Kiefernadeln und Eichenlaub hafteten am Boden und an den Seiten Wänden wie Schalentiere. Im kühlen Schatten roch es nach Benzin und Unkraut Vernichtungsmittel und nach der modrigen Plane, die irgendjemand achtlos vor das Poolhaus geworfen hatte. Der Garten wirkte vernachlässigt und gezeichnet vom Einbruch des Winters, oder besser gesagt, von der Vergänglichkeit des Lebens und unserer Unfähigkeit, damit umzugehen. Auf der niedrigen Ziegelmauer eines erhöhten Blumenbeets war ein altes Grammophon mit Handkurbel und geschwungenem Schaltrichter aufgebaut worden. Auf dem Drehteller lag eine Schallplatte. Setzen Sie sich, sagte Clara. Der Stuhl war hart und kalt, der Glastisch ebenso, als ich die Hand darauf legte. Clara nahm Gegenüber Platz und betrachtete mich mit ihrem wässrigen Dreiecksauge. Ohne den Blick von mir abzuwenden, nahm sie einen Schluck aus einer Kaffeetasse, die nach Alkohol stank. Warum sollte ich mir anhören, was Sie über Dalton Weishards Charakterschwächen zu sagen haben? Ich bin nicht ihre Vertraute. Das verlange ich auch nicht von Ihnen. Ich glaube, er hat einer unschuldigen Leid angetan. Darum bin ich hier. Ich will mit ihm reden. Er soll mir in die Augen sehen und behaupten, er habe keinen Unmenschen damit beauftragt, meine Frau sexuell zu nötigen und ins Gefängnis zu werfen. Dalton spielt den onkelhaften Weizenfarmer, weil die Journalie tatsächlich blöd genug ist, über ihn zu schreiben. Er kauft sich Baseball und Football Profiklubs und verprasst dafür Millionen. Er gibt ungeheuerliche Summen aus, um ein Wahlvolk zu steuern, dem man meiner Meinung nach das Wahlrecht entziehen müsste. Dalton ist ein tüppelhafter Idiot und entsprechend sollte man auch mit ihm umgehen. Denken Sie, er wäre imstande einen Beamten des Houston Police Department zu bestechen, um meiner Frau wehzutun? Sie können einem leid tun. Ach ja? Ob er imstande wäre, ihrer Frau wehzutun? Es gibt nichts, wozu er nicht imstande wäre. Früher hat er seinen eigenen Sohn gezwungen, ihn zu schlagen. Ich hab mich wohl verhört. Wenn Roy an den Erwartungen seines Vaters scheiterte, legte Dalton sich quer übers Bett und zwang Roy ihn mit dem Rasierriemen zu verprügeln. Er wollte seinem Sohn demonstrieren, wie viel Schmerz er ihm verursachte. Sie wollen wissen, wozu Dalton imstande wäre? Zu allem. Verstehe. Ich wusste nichts Besseres zu sagen. Das bezweifle ich. Sie sind in eine Welt geraten, die ihnen absolut fremd ist. Sie erinnern mich an den Einäugigen, der im Königreich der Blinden zum Herrscher gekrönt wurde. Sie sind nicht tatsächlich in einem solchen Königreich aufgewachsen? In einem Land der Blinden, dessen Oberschicht den Scharfsinn von Zyklopen besitzt? Was für ein entsetzliches Gefühl es sein muss, sich plötzlich in einer Sphäre wieder zu finden, wo man nie weiß, ob man die Vordertür oder die Hintertür nehmen soll. So etwas habe ich noch nicht Sie haben Mrs. Pine in unser Leben gebracht. Ich weiß von den Neigungen meines Gatten. Er besitzt den Geschlechtstrieb eines Halbwüchsigen. Wenn er er sich verausgabt hat, kehrt er jedes Mal reumütig nach Hause zurück und plappert über Tennis und seine Münzsammlung wie ein kleiner Junge. Und kurz darauf treibt er es mit dem Zimmermädchen. Ja, das Zimmermädchen wäre der nächste logische Schritt, eine Stufe unterhalb der Frau ihres Kompagnons. Ich finde allein zum Wagen, sagte ich. Machen Sie sich nicht die Mühe, bitte entschuldigen Sie die Störung Ihrer Privatsphäre. Sie wollten am Tisch der Großen mitspielen, sagte sie. Es ist soweit, genießen Sie es. Ein Schauspieler, den ich vor meinem Gatten kannte, meinte einmal, es sei eine göttliche und liebliche ach so liebliche Kloake. Kurz darauf brachte er sich um. Sie werden vielleicht nicht darin ersaufen, Mr. Holland, aber ihre Freunde vermutlich schon. Als ich ging, hörte ich, wie Clara das Grammophon einschaltete. Ich drehte mich um, die Luft war weiter abgekühlt, in der Sonne strahlten die Blätter eines in den Garten verpflanzten Rotahons wie Flammen. Ist das nicht Bunny Berrigan? sagte ich. Ja, I can't get started with you. Roy hat mir die Schallplatte zu unserer zweiten Verabredung mitgebracht. Ach, hin und wieder werde ich wohl doch noch sentimental. An diesem Abend schrieb ich in mein Notizbuch Lieber Gott, ich danke dir für meine liebe Frau. Danke für das wundervolle Leben, das du uns geschenkt hast. Segne all die, die auf dem Acker des Herrn arbeiten und spielen. Damit verabschiedet sich Welton Avery Holland für den heutigen Tag. Amen. Ich kehrte nach Louisiana zurück, zu unserer Pipeline weit unten in den Sumpfgebieten bei Grand Isle und nahm Rosita mit auf die Reise. Wir standen auf einer Bohrplattform am südlichsten Ausläufer des Bundesstaats und blickten auf das Schiefer grün des Golfs. Ein kalter Wind blies, ein Geruch nach Salz und einer leckenden Ölquelle. Der Winter kam näher, über uns wölbte sich ein schwarzer Himmel voller Gewitterwolken, ohne einen einzigen Pelikan oder eine einzige Möwe. In der Ferne sah ich die brennenden Gasfackeln dreier Bohrtürme und Blitze, die am südlichen Horizont ins Wasser einschlugen, lautlos wie Goldraht. Hinter mir lag das weitläufigste und eindrucksvollste Niederschlagsgebiet Nordamerikas. Ich fragte mich, wie lange es noch Bestand haben würde. Nicht weit von uns befand sich einer der Kanäle, die unser Unternehmen vom Golf aus in die Süßwassersümpfe und Märsche geschnitten hatte. Die schädlichen Folgen hatten sich nicht unmittelbar gezeigt, aber es war nicht zu leugnen, dass sie immer deutlicher zutage traten. Da kommt Hörsche, sagte Rosita. Er lief die Trasse entlang auf unsere Plattform zu, mit einem Schlapphut auf dem Kopf, in Kaki-Hose, marineblauem Korthemd und seiner alten Feldjacke. Ich hatte keine Ahnung, was ihn hierher nach Grand Isle verschlagen hatte, und meine Verwirrung entging ihm nicht. Ich musste mal raus aus Houston. Schätze, große Städte liegen mir einfach nicht, sagte er. Warum fahren wir nicht drüber ins Café und essen, was geschmort ist. Hörschel war ein schlechter Schauspieler. Während des Mittagessens schien er höchstens die Hälfte dessen mitzubekommen, was Rosita und ich sagten. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, meinte er. Meinem Vater geht's nicht so gut. Ich dachte, ich fahre vielleicht für ein paar Tage zu ihm auf die Farm. Das ist gar kein Problem, Hörschel, meinte ich. In unseren beiden Büros geht alles und Drossel machen und Pekernüsse schälen und einen Pie backen. Schon komisch, wie sich die alten Leute immer in die Vergangenheit zurückziehen, als wenn sie dann noch mal jung sein könnten. Ich fürchte, das könnte sein letztes Weihnachten sein. Ich nickte, wie um Mitgefühl zu signalisieren, doch tatsächlich glaubte ich, dass Hörschel nicht von seinem Vater sprach, sondern von sich selbst. Dann stellte ich ihm eine Frage, auf die ich besser verzichtet hätte. Wie geht's Linda Gay? Hörschel sah mich an wie ein Mann, der unter einer luftleeren Glasglocke gefangen ist. Hat sie angerufen? Nein, nein, sagte ich. Ich dachte nur, sie fängt bald mit ihrem neuen Film an, über die Resistanz, nicht wahr? Da hat sie mir nicht viel drüber erzählt. Ich weiß auch nur, was in der Zeitung stand. Rosita legte Messer und Gabel beiseite. Schön, dass sie hier sind, Hörschel. Ihre Worte perlten an ihm ab wie Schneeflocken an Fensterglas. Am Abend mietete Hörschel sich ein Zimmer in unserem Motel, das weit hinten an der zweispurigen Straße lag, umgeben von Zypressen und Eichen, von deren Ästen das Louisianermoos hängen. Mondlicht strahlte die Wolken an, der Bambus am überfluteten Straßenrand klapperte laut wie Besenstiele. Es war ein unvergleichlich gespenstischer Landstrich und einer der schönsten, die ich je gesehen habe. Ich klopfte bei Hörschel. Ist offen, drang es von innen heraus. Als sich die Tür öffnete, nahm Hörschel gerade seine Kleidung aus dem Koffer und breitete sie auf dem Bett aus. Er stand mit dem Rücken zu mir und drehte sich nicht mal um. Auf seinen säuberlich gefalteten Hemden lag ein 1911er Colt, die 45er Selbstladepistole der Army. Seit wann tragen sie eine Waffe bei sich? fragte ich. Seit kurzem. Wieso? Man kann nie wissen. Was kann man nie wissen? Wann man eine braucht? Sind Sie hier, weil Sie über irgendetwas reden wollen, Hörschel? Linda Gale will ein Haus in Santa Monica bauen. Ich habe ihr gesagt, dass wir nicht genug Geld dafür haben. Sie hat gesagt, unser Haus in River Oak sieht aus wie eine Tankstelle und dass sie unsere hochnäsigen Nachbarn nicht leiden kann. Sie hat gesagt, unsere Nachbarn sind zu dumm, um zu kapieren, was so ein Vertrag mit Warner Brothers bedeutet. Da könnte sie recht haben, Glauben sie wirklich? Jedes Stück Land, das sie dort kaufen wird im Wert steigen, so viel ist sicher. Ja, aber ich glaube, sie will das Haus nur für sich allein. Sie will nicht, dass ich auch dorthin komme. Ich blamiere sie nur. Ich konnte ihm nicht in die Augen sehen. Sie blamieren niemanden. Sie waren am Kasserin Pass und bei Salano und am Omaha Beach und bei Salano und in den Ardennen. Sie dürfen sich nicht so runter machen, Hirsch. Sie war gerade erst zurück aus Los Angeles. Zum Abendessen hatte ich Rosita Holland befreundet sind. Was haben sie geantwortet? Dass er ein verdammter Lügner ist, wenn er Rosita als Kommunistin hinstellt. Ich meine, das stimmt doch, Rosita war nie Kommunistin. Würden sie Rosita dann weniger schätzen? Ich weiß es nicht. Das ist keine gute Antwort. Rositas Verwandte waren vielleicht Kommunisten, aber deswegen muss sie doch keine sein. Und wenn ich ihnen sagen würde, dass sie eine ist, dann wäre sie nicht mehr unsere Rosita. Warum reden sie so ein seltsames Zeug Walden? Weil sie meine Frau ist, weil einige Menschen darauf aus sind, ihr zu schaden und weil meine Freunde entweder hinter ihr stehen oder nicht, ganz egal, was für politische Ansichten sie mal hatte. Hörschel setzte sich in Socken und Unterhemd auf die Bettkante. Heute habe ich was Merkwürdiges erlebt. Was meinen sie? Ich habe mir eines unserer Schweißgeräte angeschaut und im Rahmen ein Hakenkreuz gesehen. Als würden uns die Crowds sagen wollen, dass sie immer noch in unserer Nähe sind und dass sie nie vergessen werden. Was sollen sie nicht vergessen? Dass wir unser Geld mit ihrer Erfindung verdient haben, dass wir ihnen was schuldig sind, vielleicht dass wir damals gar nicht Mann, sagte Hörschel. Manchmal muss man den Dingen ihren Lauf lassen. Ist nicht leicht, das einzusehen, aber so ist es leider. Ich sah, wie sich sein Gesicht verdüsterte und seine Selbstbeherrschung ins Wanken geriet. Und wenn es ihre Frau wäre, was wäre dann? Lassen sie meine Frau aus dem Spiel. Hatte mir schon gedacht, dass sie so was sagen würden? Hörschels Unterkiefer arbeitete. Ich mache mir Sorgen um sie Partner. Müssen sie nicht. Mit dem Handballen schob er die Schublade zu mit voller Wucht. Passen sie auf, dass sie ihre Wut nicht an den Falschen auslassen, sagte ich. Als ich Linda Gale geheiratet habe, war ich noch Jungfrau. Ich wollte immer nur sie. Sie wollen wissen, warum ich meine 45er dabei habe, weil ich darüber nachdenke, mich für meine beschissene Dummheit zu erschießen. Ich glaube, sie denken über etwas ganz anderes nach. So wurde ich halt erzogen. Wenn sich ein Dachs unter deinem Zaun durchgräbt, musst du dich drum kümmern. Ich wollte kein Wort mehr hören. Herschel hatte davon gesprochen, seinen Vater auf der Farm zu besuchen. Ich hatte seine Familie nie kennengelernt, doch ihr Wertesystem war mir wie sie repräsentierte, ohne auch nur einen Fuß aus dem Motel zu setzen. Ich schaltete für ihn das Licht aus und verließ das Zimmer. Drei Stunden nach unserer Rückkehr nach Houston sah ich, wie ein Streifenwagen in unserer Einfahrt rollte, mit einem uniformierten Polizeibeamten hinterm Steuer und einer Frau mittleren Alters auf dem Beifahrersitz. Die Frau stieg aus und ging über unseren Rasen zur ihr dunkles Kostüm war sichtlich zu eng. Die Frau schien eine unterdrückte Verbitterung auszustrahlen, eine bestimmte Spielart davon, die keinen realen Ursprung besitzt, vermutlich pathologischer Natur ist und überwiegend Funktionäre im Dienst perverse Abstraktion auszeichnet, die andere für sie geschaffen haben. Treffen wir auf solche Menschen, unterstellen wir meist, der Grund ihrer Unzufriedenheit stehe in keinem Zusammenhang mit uns selbst, weshalb wir ihnen nicht mit der gebotenen Vorsicht begegnen. Ich sollte diese Regel bestätigen. Die Frau nannte ihren Namen Limanien und sagte, sie sei als Bewährungshelferin vom Gericht beauftragt worden, eine Empfehlung hinsichtlich der Anschuldigungen gegen Rosita auszusprechen. Eine Empfehlung? Wozu? fragte ich sie durch die Fliegengittertür. Ich habe erwiderte sie. Deshalb bin ich hierher gekommen. Darf ich eintreten? Ich drückte die Tür auf. Setzen Sie sich. Ist Mrs. Holland zu Hause? Sie ist zum Laden gefahren. Ich habe ihnen auch einen Brief geschrieben. Sie sollten mich anrufen. Sie waren nicht in der Stadt und hatten noch keine Zeit, die Post durchzugehen. Sie waren nicht in der Stadt? Sie ließ sich auf einem Sessel Louisiana. Ich bin immer zwei Wochen dort, zwei Wochen hier. Ihr Blick richtete sich auf einen Punkt auf halber Strecke zwischen mir und ihrer Sitzgelegenheit. Soll das heißen, Sie und Ihre Frau waren gemeinsam im Bundesstaat Louisiana? Ganz richtig. Bitte nehmen Sie es mir nicht übel, aber mir ist nicht ganz klar, was Sie hier wollen. Das merkt man. Die Frau blickte sich im Zimmer auf die sie sich keinen Reim machen konnte. Ich erstelle einen Hintergrundbericht über Ihre Frau. Man wird sie entweder wegen fahrlässiger Körperverletzung oder wegen eines tätlichen Angriffs anklagen. Das eine wäre ein geringfügiges Delikt, das andere eine Straftat. Der Unterschied ist Ihnen bekannt? Ich glaube schon. Sie glauben? Diesmal erwiderte ich nichts. Wissen Sie, wie der Strafmaß im Fall eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten lautet? Meine Frau hat niemanden angegriffen, sagte ich. Und während sie auf Kaution draußen ist, verlässt sie einfach so den Bundesstaat? Ich wusste nicht, dass ihre Freilassung bestimmten Auflagen unterliegt. Der Staatsanwalt kennt unseren Anwalt. Ein einziger Anruf und wir hätten Bescheid gewusst. Sie hat den Bundesstaat verlassen. Was gibt es daran nicht zu verstehen? Ich war mir unsicher, was sie mit daran meinte, aber eines war klar, ich hatte einen schlimmen Fehler begangen. In Miss Lemünions Augen sah ich eine Wut, die nichts mit dem eigentlichen Streitpunkt zu tun hatte. Rosita und ich waren ein persönlicher Affront gegen sie und das System, das ihr Anerkennung und Autorität einbrachte. Ich dachte an die Krankenschwester, die 1934 mit dem Psychiater in unser Haus gekommen war, um meine Mutter mitzunehmen. Und ich dachte an das Todeslager, wo ich Rosita gefunden hatte. Betrieben wurden die Lager, in denen ganze Familien durch den Schornstein gejagt oder zu Seifenstücken verarbeitet wurden, von Perversen und Monstern. Doch diese hätten keine Macht gehabt, hätten anderswo nicht gesichtslose Verwaltungsangestellte an Schreibmaschinen gesessen und ihr tun unbürokratisch legitimiert. Es war mein Fehler, Miss Lemünion, sagte ich. Was glauben Sie, was das Wort Kaution bedeutet? Ich verstehe die Frage nicht. Glauben Sie, bedeutet, dass man tun und lassen kann, was man will? Jede Antwort, die ich geben konnte, wäre falsch gewesen. Das war mir bewusst. Mir war auch bewusst, dass es zu spät war, die Situation noch zum Guten zu wenden. Wollen Sie unseren Anwalt sprechen? Vielleicht kann er die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, dass Mrs. Holland keine Absicht hatte, zum Flüchtling zu werden. Sie ist Ausländerin? Mit Aufenthaltsgenehmigung, ja. Ihre Akte wurde mit einem Vermerk versehen. Ein Vermerk? Sie hat die Aufmerksamkeit des FBI auf sich gezogen. Wo waren Sie in Louisiana? Unten an der Küste. Sie waren aus geschäftlichen Zeigen Sie mir den Brief, den ich Ihnen geschickt habe. Tut mir leid, aber ich kann nicht ganz folgen. Sie meinten, Sie hätten meinen Brief noch nicht geöffnet. Ich will ihn sehen. Er sollte bei Ihrer Post liegen. Stimmt. Ich fand den Brief in einem Stapel ungeöffneter Umschläge auf dem Esstisch und zeigte ihn ihr. Daraufhin legte sie eine Visitenkarte auf den Couchtisch. Ihre Frau hat morgen um 8 Uhr 30 in meinem Büro zu erscheinen. Wir werden pünktlich sein. Miss Lemunion erhob sich vom Sessel. Sie klopfte sich den Rock ab und richtete sich die Kostümjacke. Machen Sie sich nur keine falschen Vorstellungen. Wie bitte? Möglicherweise wird Mrs. Holland das Gebäude nicht wieder verlassen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Linda Gale traf Roy in der Lounge des Shamrock. Nach einem Drink ging er nach oben ins Penthouse. Zwanzig Minuten später folgte sie ihm. Vom Balkon aus sah sie das nächtliche Schimmern des Swimming Pools und jenseits der South Main Street die Bohrtürme, die rund um die Uhr Öl förderten, gleichmäßig und beruhigend wie ein menschlicher Herzschlag. Roy dimmte das Licht, entkleidete Linda Gale Gefällt dir das Hotel? Natürlich gefällt es mir, antwortete sie. Sein Mund legte sich auf ihren. Der Whisky mit Soda, den er getrunken hatte, hatte seine Lippen ausgekühlt. Er versuchte ihr, die Zunge in den Mund zu schieben. Sie drehte sich auf dem Kopfkissen zur Seite. Roy. Was ist? Nichts. Was ist mit dir? fragte er. Sie schüttelte den Kopf und lächelte. Du kennst mich doch. Manchmal bin ich ein bisschen seltsam. Er zog sich aus und schlüpfte unter das Laken, schmiegte seinen Körper um die Rundung ihres Hinterteils. Seine Hände glitten über ihre Hüften. Hast du mir irgendetwas zu sagen? Nein, ich habe einfach meine Launen. Ich weiß, es ist albern. Wenn es Probleme gibt, würde ich dir gerne helfen. Irgendwann sterben wir doch sowieso alle und nichts hat mir eine Bedeutung. Also warum noch darüber reden? Aber heute wird noch nicht gestorben. Warum nicht die Party genießen, bis es soweit ist? Du hast ja recht, sagte sie. Sie ließ es mit geschlossenen Augen über sich ergehen, mit abgestumpften Sinnen, das Gesicht schräg abgewandt von Roy's verkrampftem Unterkiefer. Minuten später spürte sie, wie er sich von ihr erhob und das Bett von seinem Gewicht entlastete. Ohne die Augen zu öffnen, rollte sie sich zur Wand und zog das Laken bis zur Schulter. Sie hörte, wie der Mixer brausend zum Leben erwachte, ein schrilles Knirschen, aufdringlich wie ein Zahnarztbohrer. Roy setzte sich zu ihr. Ich hab dir ein Orangen Frappé gemacht. Sehr so nett schlecht im Bett. Das hört jedes Mädchen gerne. Ich frage mich nur, ob ich etwas Falsches gesagt oder getan habe. Sie tastete nach seinen Fingern und drückte seine Hand, sah ihn aber nicht an. Du hast alles richtig gemacht. Aber woran liegt es dann? Es ist nur so ein komisches Gefühl, als würde alles auseinander fallen, wie wenn auf einmal alle Vögel von einem Baum davon fliegen, weil die Sonne untergeht. Sie hörte, wie Roy das Glas abstellte. Als er sie an der Schulter berührte, war seine Hand eisig kalt. Soll ich den Hotelarzt kommen lassen? fragte er. Ich bin nicht krank. Ich stehe nur ein bisschen neben mir. In fünf Tagen beginnt der Dreh in Mexiko. Ich dachte, du drehst einen Film über die Resistance. Ja, aber mit Rückblenden über den Spanischen Bürgerkrieg. Die männliche Hauptrolle basiert auf André Malraux. Ich komme da nicht mit, Linda Gale. Ich verstehe kein Wort. Ich trete in Szenen auf, die im Spanischen Bürgerkrieg spiel. Ich bin die Geliebte eines Piloten, der für die Republik kämpft. Roy drehte sie auf den Rücken, wodurch Linda Gale gezwungen war, ihm tiefes Mitleid. Ich habe gehört, bei Warner Brothers sind alle überglücklich, dich an Bord zu haben. Auf der Zugfahrt habe ich ein paar Zeitungsleuten erzählt, ich würde Weldon Hollands Frau nicht kennen. Nein, ich habe mich anders ausgedrückt. Ich habe gesagt, dass ich keinen Umgang mit ihr pflege. Ich habe gesagt, ich würde sie melden, wenn ich wüsste, dass und ich glaube, genau das wollten sie, damit sie mich hinterher behandeln können wie Dreck. Sag mir, wie die Männer hießen. Linda Gale richtete sich auf, das Laken vor dem Körper zusammen gerafft. Ich muss duschen, dreh dich bitte um. Hat Jack Valentine damit zu tun? Valentine erzählt herum, er wäre wegen dir gefeuert worden. Das stimmt nicht. Ich weiß, trotzdem hätte man Jack Valentine schon lange eine Lektion erteilen müssen. Ich muss ins Badezimmer. Schaust du bitte weg? Du bist doch mein Mädchen, Linda Gale. Du musst doch nicht so schüchtern tun. Warum bist du heute so? Herschel ist klar, dass ich ihn betrüge. Ich weiß einfach nicht, wie es jetzt weiter geht. Deshalb bin ich so. Du hast keine Ahnung, aus was für einer Welt wir stammen. Also ich sehe das so. Letztlich setzt man sich immer selbst die Hörner auf. Sie stand auf, das Laken um den Körper gewickelt und machte sich auf den Weg ins Badezimmer. Wenn jemand sein Ehegelübde bricht, dann hat das schon seinem Grund, sagte Roy. Das ist alles nicht deine Schuld. Es ist auch nicht meine oder die deines Ehemanns. Es ist, wie es ist. Komm zurück ins Bett. Linda Gale stand in der Mitte des Zimmers, in das Laken gehüllt, das bisschen unter zum Boden häng. Das hellbraun des dicken weichen Teppichs unter ihren nackten Füßen, die glitzernden Gläser und Flaschen hinter der Bar. Hauchdünne, durchscheinende Vorhänge mit leichtem rosa Stich filterten das Licht, das durch die Balkontüren hereinfiel, gewährten den Hotelgästen aber gleichzeitig freien Blick nach außen, befanden sie sich doch in so luftiger Höhe, dass keine Gefahr für ihre Privatsphäre bestand. Ich soll zurück ins Bett kommen? fragte sie. Darum geht's dir also? Um eine zweite, gelungenere Runde? Ich könnte dich fünfmal am Tag lieben, Linda Gale. Es ist eine Ehre, das Bett mit einer Frau wie dir zu teilen. Eine Ehre? Das glaube ich kaum, erwiderte sie. Ich glaube, wir sind alle billig zu haben. Sie ging zur Balkontür. Siebzehn Stockwerke tiefer lag der Swimmingpool, ein blaues Becken in Form eines vierblättrigen Kleeblatts. Das lag mit einer Hand an die Brust gepresst, drückte sie mit der anderen die Messingklinke herunter. Was machst du da? fragte Roy. Nichts, antwortete sie. Gar nichts. Linda Gale trat auf den Balkon und ließ das Laken zu Boden gleiten. Sie streckte die Arme zur Seite und stellte sich auf die Zehenspitzen, den Kopf in den Nacken gelegt, die Augen geschlossen. Sie spürte, wie der Wind durch ihr Haar fuhr, wie ihre Brustwarzen hart wurden, wie sich die Poren ihrer Haut in der warmen Luft weiteten. Jenseits des Boulevards ratterten die Bohrtürme in einem Rhythmus auf und ab, der dem Lärmen eines kopulierenden Paars auf einer geräuschvollen Matratzenfeder ähnelte. Linda Gale stieg auf den Schemel vor der Schutzmauer, dann auf einen Tisch, elegant wie eine Dame, die eine Wendeltreppe emporschritt, und nach einer letzten Kraftanstrengung stand sie oben auf der Mauer, unter dem Abendstern, der ihr verschwörerisch zuzwinkerte. Einen flüchtigen Moment lang glaubte Linda Gale, den erschrockenen Aufschrei einer großen Menschenmasse zu hören, ein lautes Gebrüll, das ihr versichern sollte, dass sie geliebt werde. Sie lehnte sich nach vorne, in die Süße, nach Blüten und Chlorduftende Nachtluft, und die Verheißung eines ewigen Sommers versiegelte ihre Augen, besänftigte ihr Herz, seibte ihre Stirn. In diesem Augenblick spürte sie, wie Roy sie mit beiden Händen packte und von der Mauer zog und ins Zimmer trug, wie ein kleines Kind. Wie gefalle ich dir jetzt, Roy? fragte sie. Bin ich immer noch dein süßes Mädchen, deine Zuckerschnitte aus Burgelusa, Louisiana? Sag schon, Roy, sag schon! Unser Anwalt, Rosita und ich erschienen um 8.30 Uhr im Rathausbüro der Bewährungshelferin, einen Tag, nachdem diese uns mitgeteilt hatte, dass Rosita wegen eines Verstoßes gegen die Kautionsauflagen erneut in Haft genommen werden könnte. Zur Begrüßung meinte Miss Lemunian, sie müsse sich mit ihrem Vorgesetzten beraten und ließ uns fast eine halbe Stunde in ihrem Fensterlosenbüro warten. Tom Bremer, unser Anwalt, erklärte uns, Rositas vorübergehende Ausreise aus dem Bundesstaat habe tatsächlich gegen keine einzige Auflage verstoßen. Ihr wurden lediglich geringfügige Delikte vorgeworfen, die der Staatsanwalt zu Straftaten aufbohren könnte, wenn er denn wollte, aber am Ende waren es bloß geringfügige Delikte. Im Prinzip hatten wir nichts zu befürchten, doch Tom fügte hinzu, Unglücklicherweise können die Jungs den Tatbestand des Widerstands zur Straftat erheben, und bis wir bewiesen haben, dass du im Recht bist, hast du Wochen oder Monate hinter Gittern verbracht. Also was sollen wir machen? fragte ich. Soll ich mal ganz ehrlich sein? sagte Tom. Mit seiner Ansteckfliege und seinem Seersucker Anzug sah er aus wie ein Sozialkunde Lehrer von der Highschool. Ich bitte darum, antwortete Vaters, hätte man die Sache vielleicht auch so geregelt. Heutzutage nicht. Du hast Dalton Weishard herausgefordert und jetzt hast du die Konsequenzen zu tragen. Wir bekennen uns schuldig und hoffen auf eine milde Strafe und dass Weishard sich irgendwo die Beulenpest einfängt. Nein, Weldon, keine Widerrede, es hätte noch viel schlimmer kommen können. Das kaufe ich dir nicht ab. Es heißt doch immer Justitia sei blind. Weißt du wieso? Weil sie wirklich blind ist. Die Bürotür öffnete sich, Misslemonien trat ein und setzte sich stocksteif hinter ihren Schreibtisch. Sie können gehen. Das war schon? fragte ich. War es nicht, entgegnete sie. In drei Wochen haben sie einen Gerichtstermin und ich möchte sie noch auf eine weitere Entwicklung hinweisen. Die Einwanderungsbehörde zeigt neuerdings reges Interesse an ihrem Aufenthaltsort und Verhalten Mrs. Holland und unser Büro leistet ihr jede Unterstützung. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Ich denke schon, antwortete Rosita. Aber sind sie sich auch sicher, erwiderte Misslemonien. Ich werde ihnen nie wieder wissentlich Probleme bereiten, sagte Rosita. Ich denke, wir sind hier fertig. Tom stand auf. Danke für ihre Zeit. Darauf eine spröde, farblose Hitzeenne, wie man sie von Leuten kennt, die persönliche Demütigungen als natürlichen Teil ihres Alltags erlebt haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als einen solchen Menschen zum Feind zu haben. Auf dem Weg aus dem Gebäude spürte ich, dass etwas Wichtiges ungesagt geblieben war. Ich brachte Rosita zum Wagen, ging zurück ins Rathaus und tippte an das Milchglas von Miss Lemoniens Bürotür. Herein, sagte sie. Ich will mich kurz fassen, meinte ich. Ich halte sie für eine gute Menschenkennerin. Officer Slakley hat meine Frau missbraucht. Slakley ist armseligster weißer Abschaum, ein Lügner und Feigling. Was er meiner Ehefrau angetan hat, hat er auch schon anderen Frauen angetan. Lassen sie sich nicht von ihm instrumentalisieren. Lange Zeit sah Miss Lemoniens mich schweigend an. Zum ersten Mal bemerkte ich die fehlende Nagelhaut an ihren Fingernägeln und die nikotin-gelben Verfärbungen an den Innenseiten der Finger ihrer rechten Hand. Ihr Mund zuckte lautlos, dann drang ein trockenes Knacken aus ihrer Kehle und endlich arbeiteten sich die Worte nach oben, gepresst und zerfasert und kaum zu verstehen. Wie können sie es wagen, in diesem Ton mit mir zu sprechen? Da meine Mutter nicht mehr in der Lage war, angemessen für Großvater zu sorgen, nahmen wir ihn zu uns nach Houston und quartierten ihn in einem der hinteren Zimmer ein, mit Blick auf die Promenade und den Baseballplatz und die Bäume und Picknick Pavillons des Parks. Großvater vertrug die Stadt nicht. Die Sirenen der Verkehrslärm, das Dröhnen der Flugzeuge, das Gezänk der Nachbarn und das Klopfen der Hausierer an unserer Tür erfüllten für ihn den Tatbestand des Diebstahls. Ich rechnete damit, dass er wie so viele ältere Herrschaften Vergeltung üben würde, indem er seinen Mitmenschen das Leben schwer machte, doch das erwies sich als lebenswürdiger Mensch. Statt sich in aller Öffentlichkeit von seinen Sünden reinzuwaschen, wie es so viele andere eifrig vormachten, verbuchte er seine jungen Jahre als muntere Zeiten. Ich mochte Großvater sehr, und es war mir eine Freude, ihn in unser Haus aufzunehmen. Ich wollte ihn nicht mit unseren Sorgen belasten, doch Großvater hatte einen guten Blick für die Gemütslager anderer. Lange konnte ich ihn nicht zum Narren halten. Hab euch reden gehört, sagte er, als ich die Steppdecke über ihn breitete und den elektrischen Ventilator einschaltete. Diese Ölmänner sind immer noch hinter euch her, was? Ja, Sir. Nun, erzähl schon. Ist eine lange und trostlose Geschichte, Großvater. Wir werden es einfach irgendwie durchstehen müssen. Erzähl's mir trotzdem. Ist ja nicht so, dass mein Terminkalender überquillt. Also erzählte ich ihm davon. Allmächtiger Ranz, als nächstes versuchen sie's wahrscheinlich mit Milzbrand, sonst haben sie alles durch. Sollen sie doch, egal was sie uns antun, wir werden's ihnen mit gleicher Münze zurückzahlen. Wenn das immer so einfach wäre. Vertraust du diesem Roy Weisard? Er hat Mum, das steht fest. Mum hatte John Wesley Harden auch, außerdem war er ein Haufen Scheiße. Roy ist nicht wie sein Vater. Ich glaube, in ihm stecken mehrere Persönlichkeiten. Und ich wette, eine davon ist eine Korallenschlange. Ich schwieg. Draußen war dunkler Himmel, während die Deckenlampe das Zimmer hell anstrahlte. Wie er so auf dem Kopfkissen lag, wirkten Großvaters Gesichtszüge weich und rosig und in seinem kräftigen Haar verhedderten sich grau und weiß. Selbst mit über neunzig war er ein starker stattlicher Mann, der nie ganz auszurechnen war. Lass dich nicht einwickeln, was du denkst, noch bevor du's gedacht hast, Walden. Weishard hat's dir angetan, ihr wart beide im Krieg, er hat Mut bewiesen wie du, aber wenn es hart auf hart kommt, wird er sich an seine eigenen Leute halten, und zwar nicht aus Liebe, am Ende geht's immer ums Geld. Dein Revolver ragt unter dem Kopfkissen hervor. Ich hab letzte Nacht ein paar von Pancho Villas Burschen vor dem Fenster gesehen, wär doch schade, wenn die mich kalt erwischen. Nach einem kurzen Blick über die Schulter sah ich wieder Großvater an. Tja, lässt dich in letzter Zeit gerne aufs Glatteis führen, was? sagte er und sein Brustkorb wurde von stummem Gelächter geschüttelt. In den Tagen vor ihrer Ankunft am Drehort in Mexiko hatte Linda Gale sich nach Kräften bemüht zu vergessen, was sich auf dem Penthouse Balkon des Shamrock Hotel abgespielt hatte, siebzehn Stockwerke hoch im Himmel. Sie sagte sich, dass sie es nicht wirklich getan hätte. Sie hatte bloß zu viel getrunken. Wenn etwas nicht geschehen war, dann sollte es auch nicht sein und konnte daher niemals wahr werden. Eigentümlicherweise war es nicht das Schicksal, dass sie sich beinahe auferlegt hätte, was sie an dieser Vorstellung verstörte. Es war vielmehr die groteske und unziemliche Erinnerung, die sie hinterlassen hätte. Linda Gale beschloss nicht mehr darüber nachzugrübeln, was hätte sein können. Sie war in Mexiko. Sie befand sich in der Gegenwart. Irgendwie würde sie schon einen Ausweg aus ihren Problem finden. Wenn man ein Jahr zurück dachte, wer hätte geahnt, wo sie heute stehen würde. Der Drehort war der schönste Landstrich, den Linda Gale je gesehen hatte, gekennzeichnet von einer Diskrepanz zwischen Topografie und Jahreszeit, die in ihr die Überzeugung weckte, vor einem bemerkenswerten Wandel in ihrem Leben zu stehen. Das Filmset sollte eine Landepiste der Republikaner im Andalusien des Jahres 1936 darstellen, samt Doppeldeckern mit am Rumpf montierten Wickers Maschinengewehren. Doch in Linda Gales Augen entstammte das gewaltige, fruchtbare Tal mit seinem Vieh, seinen hochgewachsenen Palmen, deren Stämme glatt wie Elefantenhaut waren, seinen verklumpten Bananenstauden und vor blutroten Pfirsichen berstenden Obstgärten nicht der Neuzeit. Die Berge, die warme und stickige Luft und der große Süßwassersee, auf dem nicht weit von hier Indianer ein Schilfboten fischten, machten sie glauben, sie befände sich an einem sagenumwobenen Ort, der vom Zusammenfluss von Tigris und Euphrat hierher versetzt worden war. Sollte dies wahr sein, oder auch nur vorstellbar, könnte es bedeuten, dass der Menschheit eine zweite Chance gewährt wurde, und wenn die Menschheit eine zweite Chance erhielt, warum dann nicht auch sie selbst? Roy Weishard war aus heiterem Himmel am Set aufgetaucht. Er saß am Steuer eines britischen Lasters, trug einen australischen Tropenhut, Kaki-Shorts und eine Jagdjacke mit Stoffschlaufen für Patronen, und auf der Ablage hinter seinem Kopf wurde ein Gewehr mit Zielfernrohr durchgerüttelt. Vor dem Flugzeughangar stieg er auf die Bremse, direkt neben Linda Gale. Während eine Staubwolke über sie, die Crew und die übrigen Darsteller hinwegwehte, versuchte sie ihre Wut über Roy's Auftritt, der alle Anwesenden auf ihre Kosten verärgerte, zu überspielen. Sie warf einen Blick auf Jerry Fallon, den Regisseur, einen Mann mit dem sehnigen Körperbau einer Echse und ebenso rauer Haut. Fallon nahm die Sonnenbrille ab, ließ sie am Bügel von den Lippen baumeln und starrte Linda Gale und Roy an. Seine Nasenlöcher blähten sich. Was machst du hier, Roy? flüsterte Linda Gale. Wollte nur mal schauen, was sie so treiben, sagte Roy und kletterte vom Sitz des Lasters. Ich bin hier seit neuestem Co-Produzent. Hat Jerry das nicht erwähnt? Nein. Ich muss doch ein Auge Krieg und eine davon gehört mir. Später fliege ich eine Runde. Linda Gates Gesicht glühte, sie stug die Augen nieder. Wir müssen reden. Über den kleinen Zwischenfall neulich, sie dürfen den Schatten in ihrem Herzen nicht zu neuem Leben verhelfen. Roy, ich bin hier bei der Arbeit. Zeit fürs Mittagessen, Leute, rief Roy. Du hast noch nichts dagegen, Jerry. Und ob du kommen Sie Linda Gale, ich habe uns einen Picknick Korb gepackt. Machen Sie sich keine Gedanken über Jerry. Jerry war mein Wingman im Südpazifik. Ist zwar ein Aussie, aber ansonsten ein feiner Kerl. Oder etwa nicht, du heimtückischer Inselbewohner? Wir machen Pause, Leute, und um ein Uhr geht's weiter, verkündete Jerry. Linda Gale? Ja, sagte sie. Von der nächsten Szene erwarte Wirklich? hackte Jerry nach. Wieso musste Roy ihr das zumuten? Er fuhr sie zu einem aus Lehmziegeln errichteten Ranch Haus am Fuß des Vulkans. Die Bugin Willeen reckten sich bis zum Dach, die Gitterbögen über den Gehwegen waren durchrangt von frisch erblühtem Blauregen. Wem gehört das Haus? fragte sie. Einem Landbesitzer, der aber nicht hier wohnt. Hab's von ihm funktioniert das hier draußen nicht. Nein, das ist der gerechte Lohn deiner Arbeit. Das glaube ich dir nicht. Wo du auch auftauchst, immer scheint alles von dir inszeniert zu sein. Du bist überall und nirgendwo. Weißt du, wen ich schon mit zehn Jahren beim Vornamen genannt habe? Etliche berühmte Schauspielerinnen. Ich muss dir mal erzählen, mit wem mein Vater so alles im Bett war. Was, wenn ich dir sagen würde, dass ich die Sache zwischen uns beenden will? Das würde mich ins Markt treffen. Aber solltest du dich so entscheiden, würde ich es respektieren. Hast du dich so entschieden, Linda Gale? Eine große Trockenheit stieg ihr in die Kehle. Ich sollte... Wie soll ich das verstehen? fragte er. Was ist das für eine Aussage? Was bedeutet das schon? Du hast eine Entscheidung getroffen. Wir beide. Die Sonne verschwand hinter den Wolken. Linda Gale sah, wie der Wind den Staub aus den Feldern fegte, in einer Plantage Pfirsiche zu Boden schleuderte und die geparkten Doppeldecker an ihren Ankerleinen zerren ließ. Ich bin in einer fundamentalistischen Pfingstgemeinde aufgewachsen, sagte sie. Herschel auch. Du hast keine Ahnung, was das aus einem Menschen macht. Vielleicht habe ich einfach nicht deine Kraft. Vielleicht bin ich bloß ein schwaches Mädchen, das es nicht aushält, wenn es sich selbst nicht leiden kann. Wenn du heute deiner Wege gehst, du wirst trotzdem immer mein Mädchen bleiben. Eine Frau wie dich trifft man nur einmal im Leben. Jeder Tag mit ihr ist ein Geschenk. Bis einen das Geschenk eines Tages verlässt. Ich würde es nicht ertragen, dich zu verlieren, Linda Gale, aber ich kann deine Gefühle nicht lenken. Sag mir einfach, was du willst. Linda Gale dachte, sie würde gleich in Tränen ausbrechen. Aber das tat sie nicht. Zehn Minuten später lag sie mit Roy im Bett, sein Kopf in ihrem Busen vergraben, während sich in ihrem Inneren eine Welle von einer solchen Heftigkeit aufschaukelte, dass ihr Stöhnen aus dem Mund einer anderen zu dringen schien. An diesem Abend kam Jerry Fallon zu ihrem Wohnwagen, einem neuen Modell der Marke Airstream, das eigens für Linda Gale aus Guadalajara zum Drehort gebracht worden war. Jerry trug eine Tennis Hose, ein blaues Polohemd und eine weiße Mütze und hatte zwei Flaschen Champagne mitgebracht. Wo steckt dein jugendlicher Liebhaber, fragte er. Sprichst du von Roy? Ich will doch hoffen, dass du nur einen davon hast. Man muss ja nicht gleich übertreiben. Roy musste nach Mexico City. Morgen kommt er zurück. Wie nett, dass er mich auf dem Laufenden hält. Lust auf ein Starkbier? Nein, danke, erwiderte Linda Gale. Ich bewundere deine Enthaltsamkeit. Du wirst noch ganz groß rauskommen, Schätzchen, das weißt du doch. Warum hast du Roy vorhin als Schwuchtel beschimpft? Das stand noch aus unserer Zeit im Cockpit. Ich habe ihn dauernd als Schwuchtel beschimpft, weil er das genaue Gegenteil war. Er ist den Frauen hinterher gelaufen? Roy ist ein legendärer Herzensbrecher und heute Mittag bist du vor den Augen von hundert Menschen zu ihm in den Wagen gestiegen. Weißt du, was noch? Lindagales Gesicht war heiß wie ein elektrisches Bügeleisen. Ihre Schläfen pulsierten. Roy und ich sind befreundet. Schluss mit den Unterstellungen, ja? Als du von der Hacienda zurückkamst, sahst du aus, als hättest du deinen Schlüpfer vergessen. Wie kannst du nur so mit mir reden? Dein Mann hat vor einer Viertelstunde angerufen. Morgen früh taucht er hier auf. Sobald es Hörsche kommt hierher? Hat er jedenfalls gesagt. Weiß er von Roy und dir? Linda Gale ließ sich auf einen Stuhl sinken. Ihre Ohren klingelten, ihr Magen rummurte. Jerry leerte das Champagne, die Flasche hochkant an die Lippen gesetzt, bis der letzte Schaum in seine Kehle geflossen war. Er stellte die Flasche ab und sah Linda Gale gerade heraus ins Gesicht. Ich kann einfach nicht mit ansehen, wie du dein eigenes Nest beschmutzt. Du hast alles, was man braucht, Schätzchen. Du hast es nicht nötig, den falschen Kerl auf dir rumkrabbeln zu lassen. Servier ihn ab, solange du kannst. Verschwinde hier! Vielleicht hatte sie irgendetwas nach ihm geschleudert. Blinder Gale konnte sich nicht erinnern. Als sie zu Bett ging, warf Blühbirnen einer Kinofassade. In der ersten Szene, die Jerry an diesem Morgen drehte, tauchte eine Heinkel aus dem verschwommenen Gelb der Sonne auf, brauste knapp über dem Boden heran und bombardierte und behagte die Landepiste, während präparierte Sprengladungen Geysire aus Erde und Steinen in den Himmel spritzen ließen. Ohrenbetäubende Explosionen ertönten, Nachbeben pulsierten durch die Erde unter Lindagelds Schuhen, aus riesigen Plantagenheizern wandten sich zähe schwarze Rauchschwaden empor, tränkten die Luft mit Ruß und verbreiteten einen Ölgestank, der Lindageld an die Raffinerien von Baton Rouge erinnerte. Ein kleiner Panzer ratterte über die Landepiste, an seiner Funkantenne flatterte die Flagge der Phalangisten. Nachdem der Fahrer ausgestiegen war, wies Jerry einen Techniker an, mit einer vollautomatischen Waffe auf den Geschützturm zu feuern, um den Lärm der von den Stahlplatten abprallenden scharfen Munition aufzunehmen. Lindageld bemerkte, wie sie unwillkürlich einen Schritt zurück trat und verschränkte, während die Kugeln heulend in die Ferne stoben und ein deutscher Jagdflieger mit blitzenden Bordwaffen im Tiefflug über sie hinweg raste. So etwas hatte Rosita Holland am eigenen Leib erlebt. Lindageld blickte sich um und fragte sich, ob irgendein Mitglied der Besetzung oder der Crew die Furcht witterte, die in ihren Körper eingefallen war. Jerry legte ihr den Arm um die Schultern. »Bereit?« fragte er. »Wofür?« erwiderte sie hochgeschreckt aus ihren Tagträumen. »Du wirst gleich mit ansehen müssen, wie verwundete Republikaner von den Faschisten hingerichtet werden. Das erlebt man nicht alle Tage. Du eilst herbei, um ihnen Einhalt zu gebieten. Du bist der Engel Andalusiens. Die armen Schweine wünschen sich nichts sehnlicher, als den Saum deines Gewandes zu berühren und Erlösung zu finden. Du weißt doch, wie Scarlet O'Hara über die Gleise läuft, um sie herum tausend verwundete Südstaatler, die um Wasser betteln. Das bist du, Schätzchen!« Linda Gale fühlte sich, als würde sich eine Drahtschlaufe um ihre Schläfen zusammenziehen. Jerry trat vor sie, fasste sie an den Schultern und blickte ihr fest in die Augen. »In dir sind viele Frauen zu Hause, Linda Gale, deshalb wirst es zu einer großartigen Schauspielerin bringen. Nichts und niemand darf dir auf deinem Weg in die Quere kommen. Gib den Frauen eine Stimme. Sie zählen auf dich. Du bist eine starke Frau, du bist eine gottverdammte Amazone. Wenn du willst, reißt du einem Faschistenoffizier den Kopf runter und spuckst hinein. Hast du das verstanden? Ja, dann zeig's mir, enttäusch mich nicht. Bestimmt nicht, Jerry. Das hört man gern, Liebste. Er drückte sie an sich. Leer sie, das fürchten. Die Kameras liefen an und Linda Gale hastete zu einem Schutzwall, der von Soldaten überrannt wurde, mit aufgepflanzten Bayonetten und Troddelmützen auf dem Kopf, eingerollte Decken vor die Brust gebunden. Auf Helmen ausgerüstet, die Hände hilflos erhoben, um die Bayonette abzuwehren, die dennoch in ihre Leiber gestoßen wurden. Hinter einer Mauer aus Sandsäcken rauchte noch der Lauf eines außer Gefecht gesetzten Maschinengewehrs. Einige der Verwundeten waren bloß junge Burschen, Minderjährige, die mit entsetztem Gesicht ihres Schicksals harten. Irgendwie war die Szenerie, die Linda Gale umgab, zur Realität geworden. Die Schreie der Sterbenden, der Gestank des Kordits und der brennenden Fahrzeuge, der rohe Blutgeruch waren keine Fiktion mehr, kein Erzeugnis Hollywoods, sondern Teil einer tatsächlich im Jahr 1936 ausgetragenen Schlacht, in deren Mittelpunkt Linda Gale geraten war, an der sie nun teilnahm, an der Seite ihrer von Armut, Hunger und Unterdrückung gezeichneten Kameraden. Sie hatte Besitz von diesem Augenblick ergriffen. Mehr noch, sie hatte sich diesen Augenblick verdient und würde sich nie wieder von seinem Leid und Schmerz freimachen. Sie stellte sich schützend vor den Körper eines gefallenen Jungen, sie stieß mit bloßen Händen Bayonette fort, sie flehte einen Faschistenoffizier an, Gnade walten zu lassen, und schrie ihm ins Gesicht, als er keine zeigte. Sie war die verschmierten Blut- und Speichelspuren auf ihren Händen, ihrem Gesicht und in ihrem Haar waren keine Schminke mehr. Der offenkundige Schrecken im Gesicht der anderen Schauspieler war nicht mehr vorgetäuscht. Sie trommelte mit den Fäusten auf die Brust eines Offiziers, sie kratzte nach seinen Augäpfeln und fluchte und rief Worte, die nicht im Drehbuch standen. Sie riss sich beinahe mit den Fingernägeln die Haut von den Armen, als sie einen toten Jungen aus ihrem Dorf wiedererkannte, der ihrer Familie früher Ziegenmilch verkauft hatte. Schauspieler in der Rolle der Faschisten wichen ängstlich blinzeln zurück, aus Furcht Linda Gale könnte ihnen die Augen ausstechen. Schnitt! halte Jerrys laute Stimme herüber. Die Welt schien zum Stillstand zu kommen. Die Menschen in Linda Gales Umgebung wie eingefroren im Einzelbild eines Filmstreifens, ihre Münder noch zum Sprechen geöffnet. Als Linda Gale etwas sagen wollte, blieb ihre Kehle stumm. Sie beobachtete, wie Jerry mit ausgestreckten Armen auf sie zulief. Er riss sie hoch und wirbelte sie durch die Luft. Scheiße, das war ein verdammter Geniestreich, rief er und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. Wie hast du das gemacht? Ernest Hemingway ist ein Witz dagegen. Gott, du bist ein wahres Wunder. Die Verwundeten und Toten erhoben sich von der Erde, als wäre Linda Gales Zeugin einer säkularen Wiederauferstehung. Alle Schauspieler und Crewmitglieder ließen sie hoch leben und freuten sich für sie, wie sie sich auch über einen eigenen Erfolg gefreut hätten. und sie empfand ein Glück, das alles Bisherige in den Schatten stellte. Zum Mittagszeit traf Hörschel ein, an Bord eines zerbeuten Taxis, das er sich in einer gut dreißig Meilen entfernten Küstenstadt genommen hatte. Er trug ein Sakko und eine unpassende Stoffhose. Als Gepäck hatte er einen Segeltuch Koffer dabei, außerdem hatte er eine Pappröhre mitgebracht, wie sie von Architekten zum Transport von Bauplänen benutzt wurde. In dem Zelt Pavillon, der zur Verpflegung von Schauspielern und Crew diente, aß Linda Gale mit ihm zu Mittag unter flatterndem, vom Wind geblähtem Segeltuch. Die anderen registrierten offenbar weder Hörschel selbst noch die inneren Konflikte, in die er seine Frau stürzte, oder ließen sich zumindest nichts anmerken. Hoffentlich macht's dir nichts aus, dass ich dich hier so überfalle, sagte Hörschel. Der Regisseur hat doch nichts dagegen, wenn ich bei dir im Wohnwagen übernachte. Linda Gale wich seinen Blick aus. Das geht sicher in Ordnung. Ich habe doch einen Bekannten in Baton Rouge, der Architekt ist. Er hat ein paar Skizzen angefertigt. Was für Skizzen? Von dem Haus, das du in Santa Monica bauen willst. Stimmt irgendwas nicht? Nein, nein, wie gesagt, ganz wie du willst. Hörschels rotblondes Haar war frisch geschnitten, sein Gesicht glatt rasiert, sein Blick klar und ohne jede Arglist. Da drüben stehen ja ein Panzer und ein Haufen Doppeldecker rum. Wo habt ihr das Zeug bloß her? Wird alles von einer Firma angeliefert, antwortete Linda Gale und versuchte ihre Gereiztheit zurückzudrängen. Hörschel konnte doch nichts dafür, dass er nichts vom Film verstand. Also wieso diese Wut auf ihn? Tut mir leid, dass hier gerade so ein Trubel ist. Vorhin habe ich mitbekommen, wie ein paar Leute von deinem Auftritt heute Morgen geschwärmt haben. Bei der Szene hat Jerry mir sehr geholfen. Es ging darum, wie die Faschisten verwundete Republikaner töten. gedriftet war. Er starrte aus der Zelttür. Ist das nicht Roy Weishard da drüben? fragte er. Ja, er ist Co-Produzent des Films. Das wusste ich nicht. Er ist urplötzlich auf der Bildfläche erschienen, hat mich auch überrascht. Der Knabe tanzt auch auf allen Hochzeiten was? sagte Hörschel, biss von seinem Hamburger ab und blickte auf den Tisch und verschleierte damit den Doppelsinn seiner Bemerkung, falls er einen beabsichtigt hatte. Jetzt steigt Weishard in einen Doppeldeckert. Der Kerl ist wirklich eine Nummer für sich. Linda Gale warf einen Blick auf die Uhr. In 23 Minuten musste sie wieder am Set sein. Noch zehn Minuten mit Hörschel und sie wäre mit den Kräften am Ende. Heute Nachmittag steht eine schwierige Szene an. Ich kann jetzt nicht über diese ganzen Themen diskutieren. Was denn für Themen? Ich wollte dir bloß die Skizzen zeigen. Nicht jetzt, nicht hier und nicht jetzt. Aber wir müssen uns überlegen, wo wir wohnen sollen. Unser Mietvertrag mit Jack Valentine wurde gekündigt. Jack Valentine setzt uns auf die Straße? Knapp daneben. Er ist tot, wurde vor zwei Tagen in Los Angeles totgeschlagen. Linda Gale glotzte ihn dümmlich an. Er stand in allen Zeitungen. Irgendwer hat ihn mit einem Bleirohr erledigt, unten in der schwarzen Gegend. Der Makler hat gesagt, wir müssen entweder das Haus kaufen oder abhauen. Hat vielleicht auch sein Gutes. Ich muss mich ein paar Minuten hinlegen. Vielleicht nehme ich ein Beruhigungsmittel. Vielleicht auch nicht. Ich bin vollkommen durcheinander. Es ist nicht deine Schuld, Herschel, aber du sollst wissen, wie es mir geht. Ich ertrage das nicht mehr. Ich komme mit. Nein, iss nur in Ruhe auf. Gibt's hier einen Arzt? Mein Gott, Herschel, bleib einfach sitzen und lass mich ein paar Minuten in Frieden. Ja, ich bitte dich darum und fang jetzt nicht an zu diskutieren. Du diskutierst ständig über Dinge, von denen du nichts verstehst. Linda wie ein Doppeldecker von der staubigen Piste abhob und im offenen Cockpit saß Roy Weiser hart. Das Gesicht mit der Fliegerbrille drehte sich zu ihr. Roy grinste und als er an ihr vorüberflog, deutete er winkend in die Höhe, als wollte er ihr signalisieren, dass sein Ziel irgendwo jenseits des Himmels liege. Linda Gay ging weiter zu ihrem Wohnwagen und überlegte dabei, wie Roy sich über Jack Valentine geäußert hatte. Irgendjemand sollte ihm eine Lektion erteilen. Das hatte er doch gesagt. Ja, das waren seine Worte gewesen. Sie hörte einen stotternden Motor, wie von einer verstopften Treibstoffleitung. Die Augen mit der Hand von der Sonne abgeschirmt, schaute sie hinauf in die Richtung des Geräuschs und sah Roy aus dem Westen Herankommen über braunen Hügeln, die an Tonplastiken von Frauenbrüsten erinnerten. Er flog kopfüber und als er über Linda Gell hinweg donnerte und fast ihren Wohnwagen touchierte, ließ er die Arme in die Tiefe baumeln, sein volles Gewicht in das lederne Sicherheitsgeschirr gestützt, während sein Schatten und der des Doppeldeckers durch ein grünes Maisfeld flimmerten wie ein Abbild der gefiederten Schlange. Linda Gell drehte sich um. Hinter ihr stand Herschel, der mit resigniertem Blick zusah, wie der Doppeldecker über der Hügelkette verschwand. »Ich bin nicht hergekommen, um dir Schwierigkeiten zu machen,« sagte er. »Ich hab dich einfach vermisst, Linda Gell.« Großvater saß aufrecht im Bett mit seiner Brille auf der Nase und der aufgeschlagenen King-James-Bibel auf dem Bauch, als er das Haus knarren hörte und spürte, wie der Luftdruck in seinem Zimmer absackte. Irgendjemand hatte die Haustür geöffnet und wieder geschlossen. »Bist du Schwelden?« fragte Großvater. In seiner Tür erschien ein hochgewachsener Mann, der einen perlgrauen Stetson mit schmaler Krempe, einen Sharkskin Anzug und ein schwarzes Hemd mit rotem Blumendruck trug. Der Mann hatte große Hände und über den Rücken seiner Rechten zog sich eine Kette tätowierter blauer Sterne. Er rauchte eine Zigarette. »Howdy!« Großvater nickte. »Wo ist der Aschenbecher?« fragte der hochgewachsene Mann. »Hab keinen!« erwiderte Großvater. »Sie sind der ehemalige Texas Ranger, was?« Großvater sagte nichts. »Hätte nicht gedacht, dass Sie so ein fleißiger Bibelleser sind.« »Ich bin immer auf der Suche nach Schlupflöchern.« Die Zigarette war fast bis zu den Fingern des Besuchers heruntergebrannt. »Den muss ich mir merken. Wo steckt denn Ihr Enkelsohn?« »Der kommt und geht. Könnten Sie mir bitte erklären, was zum Henker Sie in unserem Haus zu suchen haben? »Ich bin Detektiv Hubert Timmons Lakeley, Houston City anreingegangen oder haben Sie sich das Anklopfen gespart und sind einfach so rein?« »Ich habe angeklopft und gedacht, ich hätte einen hereingehört.« »Sie haben Rosita am Herman Park verhaftet, oder?« So wie ich das sehe, hatte sie sich die Festnahme redlich verdient. Großvater stemmte sich auf dem Kissen hoch, mit einer Hand im Rücken abgestützt. »Was treibt ein alter Knacker wie Sie so ganz alleine?« fragte er. »Ich höre Radio.« »Sie haben Radio gehört.« Der Detektiv knipste das Radiogerät aus. »Wann kommen die anderen heim?« »Wer?« Ihr Enkelsohn und seine Frau. »Was wollen Sie von meinem Enkelsohn?« »Ich will ihm und seinem Frauchen unter die Arme greifen.« Slakley schnupperte in der Luft und zwickte sich ins Nasenloch. »Oh, was riecht da so?« »Ein Topf Tomaten und Paprika, den ich bei mittlerer Hitze köcheln lasse.« »Also, wenn Sie mich fragen, kommt's von Ihnen? Die kümmern sich nicht ordentlich um Sie. Man müsste sie mal waschen. Soll ich sie baden? Komm Sie, ich setze sie in die Wanne.« Durch die Virginia-Eichen und Pekanus-Bäume im seitlichen Garten konnte Großvater die erleuchteten Fenster des Nachbarhauses erkennen. Er hörte die Musik, die auf dem Radio seines Nachbarn lief, und das Laub, das durch den Garten raschelte und gegen die Fliegengitter prallte. So ein alter Mann ist schon eine unappetitliche Angelegenheit, sagte Slakley. Dauernd sind die Bettlagen gelb und überall, wo er rumliegt, hinterlässt er seinen Mief. Wie viel? fragte Großvater. Wie viel was? Wie viel Geld wollen Sie? Ich hätte eher an Aktienoptionen gedacht. Wissen Sie was? Ich gehe jetzt einen Waschlappen holen und wische einmal über sie drüber. Wurden Sie schon mal angeschossen? Ein paar Kerle haben es versucht. Ich habe sechs Männer getötet. Ich wünschte, es hätte sich anders ergeben, aber Sie haben mir nur wenig Alternativen gelassen. Ist es Ihnen schon mal ähnlich ergangen? Sollte ich da irgendeine Botschaft raushören? Wenn Sie so wollen, wie es aussieht, muss ich Ihnen in spätestens zwei Sekunden den Schädel wegpusten. Raus aus den Federn, alter Mann. Ich bringe Sie jetzt ins Badezimmer. Ich fürchte, Sie haben sich eingeschissen. Großvater zog das Laken zurück, um seinen Unterarm und seine Hand freizulegen. Den habe ich 1880 auf herkömmliche Munition umrüsten lassen. Mit dem Ding habe ich einen von Bill Dortens Spieß gesehen, von einem Windrad geholt, ist geradewegs in die Viehtränke geplumpst. Großvater hob den Lauf des Revolvers, bis dieser auf Slakelys Gesicht zielte. Mit dem Daumen spannte er den Hahn. Sieht mir nach einer Antiquität aus, sagte Slakely. Können Sie von dort drüben in die Kammern sehen? Wenn ja, wird Ihnen das eingeritzte X an der Spitze der Patronen auffallen. So ein Ding ist ungefähr so schmerzhaft wie Wunde geben. Ihr Schädel und Ihre Gehirnmasse werden hinten an der Wand kleben. Jetzt mal langsam. Unwillkürlich wich Slakely einen Schritt zurück und fast hätte er abwehrend die Hände gehoben. An Ihrer Stelle würde ich hektische Bewegungen vermeiden, sagte Großvater. Ich will nur reden. Ich will keinen Ärger machen. Unsinn! Sie sind hier, um unschuldigen Menschen das Leben zu verleiten. Sie sind wie ein Hund, der sich in den Hühnerstall schleicht und die Eier ausschlabbert. Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Wo ist Ihre Waffe? Ich habe keine bei mir. Slakely schlug das Sakko zurück. Aus seinem angespannten Gesicht war jede Farbe gewichen und an seiner Kehle war ein zuckender Pulsschlag zu erkennen wie eine verletzte Motte. Alles klar, jetzt legen Sie schon die alte Cowboy-Knarre weg. Wo ist die unregistrierte Waffe, die Sie im Haus deponieren wollten, nachdem Sie mich umgenietet haben? Ich habe keine dabei, so einer bin ich nicht. Hoch mit den Hosenbeinen! Slakely zerrte eines seiner Hosenbeine nach oben, das Gesicht seitlich abgewandt, im Profil glänzten seine Stirn und seine Wange feucht. Mit der linken Hand abschnallen und auf den Boden fallen lassen, sagte Großvater. Slakely beugte sich vor und löste den Riemen des kleinen Pistolenholsters an seinem rechten Knöchel. In dem Halfter steckte ein 32er Revolver mit abgefeiltem Korn und mit schwarzem Klebeband umwickelten Griffschalen. Einen Schritt zurücktreten, sagte Großvater. Wie Sie wünschen. Meine Stippvisite bei Ihnen entspricht allen Vorschriften. Sie sollten jetzt nicht... Wie oft haben Sie ich noch nie nötig? Ich habe noch niemanden erschossen, nicht als Polizeibeamter. Sie lügen mich doch an, Augen zu! Sie sind weißer Abschaum, wie er im Buche steht. Keine Achtung vor Respekts Personen, aber voller Stolz auf die eigene Blödheit und Ignoranz. Wären da nicht die Neger, über die ihr euch erheben könnt. Die meisten von euch würden sich einhändig abknallen. Aber genug geredet. Wollen sie noch irgendwas loswerden oder soll ich sie gleich erschießen? Wären Rosita und ich ein paar Sekunden später zur Haustür hereingekommen, hätte Großvater wahrscheinlich abgedrückt. Ich wünschte, Großvater hätte ihn erschossen. Der Tod eines Mannes wie Slakley bringt nichts als Vorteile mit sich, mal abgesehen davon, dass seine Leiche eine Beleidigung der Erde darstellt, die sie aufnehmen muss. Nehmen Sie dem Mann die Knarre weg, sagte Slakley. Was machen Sie in unserem Haus? fragte ich. Ich hatte ihrem Großvater angeboten, ihn ins Bad zu bringen. Da hat er den Revolver gezückt. Der Mann gehört in die Irrenanstalt. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich bin hierher gekommen, um Ihre Probleme aus dem Weg zu räumen. Ich bin kein ich. Großvater ließ den Revolver auf den Oberschenkel sinken und löste den Hahn. Der Bursche macht mir einen arg nervösen Eindruck, Weldon. Sieht aus, als bekäme er Probleme, sobald es Mann gegen Mann geht. Vielleicht sollte er lieber dabei bleiben, Frauen, Köppel, Kinder und dergleichen zu mal trätieren. Ich hob Slakleys Knöchelholster samt Revolver vom Boden auf und reichte es ihm. Raus aus meinem Haus. Sie sollten sich mit mir unterhalten, Mr. Holland. Ich kann mir schon denken, was sie zu sagen haben. Das glaube ich kaum. Rosita stand in der Tür, die Augen so konzentriert auf Slakleys Hinterkopf fixiert, dass er die Hitze ihres Blickes zu spüren schien. Er drehte sich zu ihr und musterte sie. So sieht man sich wieder. Sagen sie, was sie zu sagen haben, erwiderte sie. Ich habe ihren Mann am Schlafittchen. Das wollte ich sie nur wissen lassen. Außerdem kann ich den Senior wegen Bedrohung eines Polizeibeamten mit einer Schusswaffe verhaften lassen. Oder ich könnte die ganze Geschichte vergessen und dafür sorgen, dass die Vorwürfe gegen sie irgendwo versanden. Schaff ihn hier raus werden, sagte Rosita. Sie haben die Lady gehört, Junge, meinte ich. Mir soll's recht sein. Ich hab's versucht. Irgendwann werden sie drei schon kapieren, dass wir alle nur kleine Nummern sind. Selbst sie, der große Kriegsheld. Slakley ging durch den Flur ins Wohnzimmer. Das Veranderlicht brannte, Palpenmotten kollidierten mit den Fliegengittern. Draußen blies der Wind, die Virginia-Eichen und Pekanus-Bäume im Garten hingen voller Schatten, die unentwegt die Form wechselten, und auf der Wiese und in der Einfahrt kreiselte das Laub. Nur noch wenige Meter, dann würde Slakley durch die Tür treten. In ein paar Sekunden würde er verschwinden. Wir könnten uns wieder unserem Alltag widmen und am folgenden Morgen würde ich unseren Anwalt anrufen und klären, wie wir gegen Slakleys eindringen in unser Heim Protest einlegen könnten. Da drehte Slakley sich um, wie ein Mann, der unfähig ist, einen Würfeltisch hinter sich zu lassen, einen halbleeren Drink im Saloon oder eine Szene, die offenbart hat, was für ein erbärmlicher Mensch er ist. Wir können die Angelegenheit auch anders regeln, sagte er. Wie anders? Zehntausend Dollar in Bar oder Aktien, mehr will ich nicht. Ich riskiere hier einiges, um sein. Keine Drohung. Ich sage Ihnen nur, was auf Sie zukommt. Sie haben die Würde meiner Frau verletzt. Sie sind in mein Haus eingedrungen. Sie haben versucht, meinen Großvater zu erniedrigen. Und Sie denken, Sie kommen damit durch, nur weil Sie vom Houston Police Department sind? Slakley stieß die Luft aus den Nasenlöchern. Dann suhen Sie sich doch in Ihrer Scheiße. Sie werden sich noch wünschen, Sie hätten nie von mir gehört. Das glaube ich gern, erwiderte ich. Er trat ins Freie und ließ die Fliegengittertür hinter sich zuschlagen. Ich sah, wie Rosita in die Küche ging, zum Herd, den Deckel vom Metalltopf nahm und sich Stoffhandschuhe überzog, um die Einmachgläser zu befüllen. Das wollte Großvater machen, sagte ich. Er verbrennt sich doch nur. Lass ihn, sonst regt er sich wieder auf. Ich gehe ihn holen. Ich ging wieder ins hintere Zimmer, um Großvater aus dem Bett zu helfen. Als Slakley durch die Fliegengittertür trat und in die Küche ging, fiel sein Schatten auf Rosita. Ich durchschaue Sie, Mrs. Holland, sagte er. Wortlos starrte sie ihn an. Sie wissen doch, was unmöglich aus der Hand geben und sie sind zu dumm, um zu begreifen, was sie sich und ihm damit antun. Warum schüchtern sie wehrlose Leute ein? Warum zwingen sie ihnen ihren Willen auf, um die Angst zu verbergen, die ihr Leben beherrscht? Deshalb ist mein Mitleid mit ihnen größer als mein Hass. Ich setzte Großvater in seinen Lesesessel, näherte mich der Küchentür und sah dabei, wie sich Slakelys rechte Hand, die mit der Kette aus tätowierten blauen Sternen zur Faust verkrampfte. Ein einziger Hieb eines Mannes seiner Masse konnte Rositas Gesichtsknochen zertrümmern oder sie sogar töten, das war offensichtlich. Doch es wäre ein Irrtum gewesen, daraus zu schließen, ich müsste meine Frau beschützen. Rosita Lovenstein Holland benötigte keinen Schutz, ganz im Gegensatz zu ihren Feinden. Die Krauts hätten dich zu einem Stück Seife einschmelzen sollen, sagte Slakely. Slakely bemerkte mich und warf einen Blick über die Schulter zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für sein eigenes Wohlergehen. Die köchernen Paprika und Tomaten auf dem Herd waren zu einer Art Ketchup eingedickt. Blasen stiegen an die Oberfläche und zerplatzten wie fette Pusteln. Rosita packte den Topf Slakelys Gesicht. Die Masse legte sich auf Slakelys Augen, Nase und Mund wie ein nasses rotes Tuch, das um den Kopf einer Schaufensterpuppe gewickelt wird. Mit einem Schrei presste er sich die Handballen in die Augenhöhlen, krachte erst gegen den Türpfosten und kämpfte sich dann blindlings durch das Wohnzimmer und die Stufen hinunter in den Garten. Doch Rosita wollte mehr. Sie verfolgte ihn und kippte ihm auch noch den Rest auf Kopf und Nacken, ehe sie den Topf hoch in die Luft warf und zusah, wie er auf die Wiese prallte. Voila, sagte sie, falls sie sich waschen wollen, drüben beim Hydranten ist ein Gartenschlauch. Vielen Dank für den netten Besuch. Ich organisierte eine Betreuerin für Großvater, ging ins Obergeschoss, packte eine Tasche für Rosita und fuhr mit ihr nach Galveston, bevor Hubert Timmons Lakeley in Begleitung seiner Kollegen zurückkehren konnte. Direkt gegenüber der Ufermauer, die nach dem großen Hurricane von 1900 errichtet worden war, mietete ich ein Motelzimmer. Ich hatte Rosita noch nicht verraten, dass ich sie dort zurücklassen und nach Houston zurückkehren musste. Rosita war ein tapferer und liebevoller und ehrenhafter Mensch, eine Frau, die alles Gute in sich vereinte und nichts von all dem verdient hatte, was ihr angetan worden war. Rosita im Motel zurückzulassen, zählte zu den schwersten Prüfungen meines Lebens, doch ich musste die Behörden von ihrer Fährte abbringen und einen Weg finden, die Macht zu neutralisieren, die wir Slakeley über uns gegeben hatten. Du gehst? fragte Rosita. Das Taxi ist schon unterwegs. Ich will nicht leben wie ein Flüchtling Weldon. Wir haben nichts Falsches getan. Die werden dich nicht noch mal in die Finger kriegen. Ich rufe beim Staatsanwalt an. Ich fahre noch heute Abend aufs Revier und reiche Beschwerde ein. Und um Großvater muss man sich auch noch kümmern. Du hast den Wagen hier, aber wenn du irgendwo hin willst, nimm dir ein Taxi. Sprich mit niemandem. Ich habe uns als Mr. und Mrs. Mallory angemeldet. Doch nicht wegen Thomas Mallory? Wieso nicht? Sie lächelte, zum ersten Mal seit unserer Abfahrt aus Houston. Durch die Gardinen sah ich den Pier, der sich vom Strand in die Brandung streckte, durch Wellen, die an seinen Stützpfeilern barsten. Dort, wo während der Sommersaison fröhlich gefeiert wurde, waren die Fahrgeschäfte und Imbissstände geschlossen, die Fenster der langen Reihe der Fischrestaurants dunkel. Komm, sagte Rosita, leg dich noch zu mir, bevor du fährst. Vor dem Motel schwenkten die Scheinwerfer des Taxis vom Boulevard in die Einfahrt. Ich ging hinaus, gab dem Fahrer drei Dollar und schickte ihn wieder fort. Als ich ins Zimmer zurückkehrte, hatte Rosita bereits das Licht gelöscht, die Kleider abgelegt und sich auf dem Laken ausgestreckt, ein Knie vor die Brust gezogen, den Rücken gegen die Kissen gestützt. Du siehst aus wie ein Gemälde auf dem Rumpf einer fliegenden Festung, meinte ich. Vielleicht bin ich das ja auch. Ich zog mich aus und legte mich zu ihr, schob die Finger in ihr dichtes, kräftiges Haar und küsste ihre Lippen. Ich konnte mir nicht vorstellen, und diese Überzeugung ist mir bis heute geblieben, dass es in der Geschichte der Welt jemals eine Frau gegeben hatte, die liebte wie Rosita Lovenstein. Ihre Art zu lieben war vollkommen allumfassend und unerbittlich, und selbst wenn ich längst Deren Haar zugleich schwarz und kastanienbraun war, beide Farben untrennbar miteinander verbunden und doch in stetem Wandel begriffen, je nach Licht. Ich habe nie eine andere Frau kennengelernt, deren Augen leuchteten wie Sherry in Kristallglas. Ich notiere diese Bemerkungen im vollen Bewusstsein, dass es sich um intime Dinge handelt, die womöglich gegen den guten Geschmack verstoßen und dem Leser Doch sie spiegeln meine Gefühle für Rosita wieder. Rosita musste sich nie um Sitzamkeit bemühen, die Sitzamkeit war ein Grundstein ihres Wesens. Wenn Rosita sich nackt auf dem Bett ausstreckte, wenn sie mit beinahe tierhafter Lust liebte oder in einer alltäglichen Situation aus dem Nichts einen sinnlichen Moment schuf, brachte sie schlicht zum Ausdruck, was in ihr war. Sie kam stets mindestens dreimal zum Höhepunkt und jedes Mal begann sie im nächsten Moment mit so großer Inbrunst und Intensität von Neuem, dass ich dachte, mein Herz würde aussetzen. Ich wühlte mein Gesicht in ihren verschwitzten Nacken und ihr feuchtes Haar, ein Gefühl in den Lenden, einen Schmerz und Rhythmus, die mir ewig erschienen, gleich dem festen Wissen, dass die eigene Liebe zu einem anderen Menschen nie enden wird. So war es, mit Rosita Lovenstein zu schlafen. Zu zweit ließen wir die Welt ziehen und schwebten fort zu einem Königreich unter dem Meer, wo wir für immer ungestört bleiben würden. Um drei Uhr morgens bis Rosita mich sanft ins Urläppchen ließ mich los und bettete sich auf ihr Kissen. Bald haben wir das alles hinter uns, sagte ich. Ganz bestimmt nicht Welden. Die sind wie die Faschisten, sie foltern aus Leidenschaft und Morden aus Gleichgültigkeit. Aber jetzt haben sie sich mit den Falschen angelegt. Mit den Hollands? Mit wem sonst? Du bist auch eine Holland. Kein so schlechtes Gefühl, was? Du willst immer noch nicht glauben, dass manche Menschen kein Licht in sich tragen. Und das wissen sie. Sie kennen dich, sie wissen, dass du dich nie ändern wirst, dass du die Fesseln des Gewissens nie ablegen wirst. Du grübelst zu viel Mädchen. Rosita drückte meinen Arm und drehte sich zur Wand, das Laken über die Schulter gezogen. Ich duschte, zog mich an und bestellte mir wieder ein Taxi. Als der Fahrer Gas gab und ich durch das Rückfenster auf den dunklen Vergnügungspier und das weite, schiefergrüne Wogen und weilendes mondhellen Golfs blickte, wurde mein Herz von einem unerklärlichen Gefühl gepackt. Vielleicht glaubte ich, der Frühling und Sommer unseres Lebens seien uns entglitten, als hätte sich ein Dieb auf den Pier geschlichen und das Riesenrad ausgeschaltet, bevor wir eine Chance hatten, den grausamen Verschleiß umzukehren, den die Zeit uns allen auferlegt. Oder war der Ursprung dieser Vorahnung eines Wandels anderswo zu finden? Im Jahr 1942 hatten U-Boote der Nazis unter dem Golf im Rudel auf der Lauer gelegen, still und leise, immer auf der Ausschau nach Öltankern, die vom Eustener Schiffskanal und von den Raffinerien von Baton Rouge herüber fuhren. Vier U-Boote waren von Wasserbomben versenkt worden und dümpelten vermutlich seitdem am Grund vor sich hin, noch immer bemannt von einigen Crewmitgliedern, in deren Uniformen und leeren Augenhöhlen der Seetang hing. Ich fragte mich, ob sich ihr Zeitalter wieder heranwälzen sollte, als würden sich die Streitwagen des Pharao die Gestade des Roten Meeres hinauf quälen, da er nicht zulassen konnte, dass die auserwählten Gottes seinen Speerspitzen entkamen. Meinen Besuch beim Houston Police Department hatte ich bereits absolviert, und als ich gerade ein Telefonat mit einem Assistenten des Staatsanwalts in Austin beendete, steckte Roy Wisehart den Kopf durch meine Bürotür. Kann ich Sie zum Mittagessen einladen, Lieutenant? Ein andermal, antwortete ich. Ohne Aufforderung trat Roy ein und schloss die Tür. Er trug ein taubenlaues Sakko, ein Polohemd, eine gebügelte graue Stoffhose und Ochsenblut rote Quastenslipper und sah mich mit frischem, gerötetem Gesicht an, als käme er direkt aus seinem Boxstudio. Eine immerwährende Aura der Jugendlichkeit umgab ihn, als würde seine innere Mixtur von einem Schuss Dorian Grey zusammengehalten. Sind Sie mir irgendwie böse? sagte er und zog sich einen Stuhl heran. Nein, wieso fragen Sie? Weil Sie so ein Gesicht ziehen, erwiderte er. Ich erzählte ihm von Slateleys Besuch und Rositas Tat. Roy lauschte mit aufgeräumter Miene jede Strähne an ihrem Platz, ohne ein einziges Mal zu blinzeln oder den Blick abschweifen zu lassen. Soll ich der Sache nachgehen? fragte er. Um was genau zu tun? Was weiß ich? Wie sagt Jerry Fallon immer, da hilft nur ein kleiner Blitzkrieg. Gegen ihre Probleme sind meine eigenen banal. Was macht Ihnen denn Probleme? Als Roy durch den Türrahmen in das seitliche Büro spähte, wo meine Sekretärin arbeitete, stand ich auf und schloss die Tür. Was liegt an, Roy? fragte ich mit kaum verholener Ungeduld. Ich bin doch Co-Produzent bei Linda Gates Film. Ihr Ehemann ist unten am Set in Mexiko aufgetaucht. Ich fürchte, er hat einen falschen Eindruck bekommen. In Bezug auf Ich glaube, es sind Gerüchte im Umlauf über mich und Linda Gale. Unwahre Gerüchte? Das ist Ansichtssache, würde ich sagen. Ein Filmset ist kein Ort wie jeder andere. Ich kann nicht behaupten, dass ich immer auf dem Pfad der Tugend geblieben wäre. Wie soll ich eine Waffe bei mir tragen? Ich hätte gute Lust, ihn die Zähne in die Kehle zu prügeln. Das wäre aber eine sehr unvernünftige Herangehensweise, Weldon. Ich will keinen Ärger mit Ihrem Partner und ich will ihn sicher nicht verletzen. Und deshalb zerstören Sie seine Ehe? Roy stützte den Unterarm auf den Schreibtisch Rand und blickte wehmütig aus dem Fenster. Als Sie ein Junge waren, haben Sie da viel Zeit mit Ihrem Vater verbracht? Nein, mit meinem Großvater. Mein Vater ist am Grund eines Glockenlochs umgekommen. Ich glaube, die Zeit, die man mit seiner Vaterfigur verbringt, prägt einen jungen Burschen wie nichts anderes. Nicht wahr? Was denken Sie, was Herschel Pine für eine Kindheit hatte? Haben Sie eine Vorstellung davon, was für eine öffentliche Schule er besucht hat oder wie seine medizinische Versorgung aussah? Wissen Sie was? Ich beneide Burschen wie Hörsche, auf einer Baumwoll Plantage aufzuwachsen, auf Eichhörnchenjagd zu gehen, Barbecues zu feiern, große Feste mit frittiertem Fisch für alle, Tanzabende im Freien. Hat das nicht etwas beinah Erhabenes, diese Unkompliziertheit? Mir wurde klar, dass ich vor einem Mann saß, der offenbar sein gesamtes Leben in einer Seifenblase verbracht und nie Entbehrungen erfahren hatte und daher keinerlei Bewusstsein von der Mühsal besaß, die ein Mensch mit Hörschels Herkunft ertragen musste. Will Linda Gale ihren Mann verlassen? fragte ich. Ich weiß es nicht, wirklich nicht, aber das geht sowieso nur die beiden was an. Wieso sollten wir darüber diskutieren? Wieso? Vielleicht Kasserinpass durchgeschlagen hat, bei der Invasion Italiens und Frankreichs bis rüber in den Ardenner Wald, nur damit er Linda Gale wiedersehen kann? Verstehe. Ja, Hörschel scheint ein feiner Kerl zu sein. Deshalb wollte ich Sie ja um Hilfe bitten. Kommen Sie mit, dann spendiere ich Ihnen ein paar Rohr Austern und ein Bier. Ich will Ihnen sagen, was ich von Ihrem Vater halte, Roy, meinte ich, es gibt keinen größeren Feigling als den, der einen Dritten benutzt, um andere zu schädigen. Nichts anderes hat Ihr Vater getan. Meine Frau und ich müssen uns jeden Morgen fragen, wen er als nächstes in unser Leben beordern wird. Im Moment ist es Hubert Timmins Slakely, morgen irgendein anderer. Erst nachdem er mich lange schweigend angesehen hatte, antwortete Roy. Mein Vater Ausnahme. Sein Unternehmen trägt die Verantwortung am Tod meines Vaters. Die Klage könnte er aus der Portokasse begleichen. Ich habe nicht vor, ihren Vater zu verklagen. Ich will ihn hinter Gitter bringen. Roy kniff sich mit Daumen und Zeigefinger in die Augen. Hier im schönen Texas? Wo leben sie eigentlich, Weldon? In den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie besitzen doch immer noch die Förderrechte für die Grundstücke bei New Roads Louisiana. Da haben wir zwei Fehlbohrungen hingelegt, hätten uns fast in den Ruin getrieben. Aber noch gehören ihnen die Förderrechte. Und wenn? Behalten sie sie ruhig noch eine Weile. Reden sie jetzt für mich mit Herschel? Nein, sie können sich nicht immer auf ihre Wasserträger verlassen, Partner. Sie leben im Luxus werden. Aber das sehen sie nicht. Andere beneiden sie um das, was sie für selbst verständlich halten. Sie sind ein ehrenhafter Mann. Sie werden von ihrer Frau geliebt. Sie sind der Kapitän ihrer Seele. Doch mit der Zeit wird man ihnen all das nehmen. Das ist es, was sie nicht begreifen können. Die wollen nicht ihren Besitz. Die wollen ihre Seele. Wie sollen Morgens werden sie aufwachen und in den Spiegel blicken und sich fragen, wo der kleine Knabe in seinem weißen Erstkommunionsanzug hin ist. Man sieht sich. Buster Brown. Ich folgte ihm auf die Straße. Kaltes, sprödes Sonnenlicht schien. In der Luft lag eine Ahnung des Winters und der immer früheren Abenddämmerung. Laub wirbelte aus der Gasse neben Eddie Perts Pfandleihe. Die nicht, erwiderte Roy. Zurück im Büro scheiterte ich an dem Versuch, unsere Unterhaltung logisch nachzuvollziehen. Roy hatte meinen engsten Freund zum Gehörnten gemacht, gebärdete sich mir gegenüber aber als Opfer. Er schien sich aufrichtig um ein Wohl zu sorgen, verschanzte sich aber weiterhin in einer Welt des Reichtums und der Macht, die drohte, meine Frau zu vernichten, um mich zu treffen. Und schließlich, die aus Roy's Sicht vielleicht größte Tragik, war er ein tapferer, aber von Schuldgefühlen geplagter Mann, hatte sein Ehrgeiz doch womöglich ein Menschenleben gekostet. Am Samstagvormittag klingelte das Telefon. Die Telefonistin meinte, Linda Gail Pine wolle mich sprechen. Linda Gails Worte waren kaum zu verstehen. Wir haben hier ein fürchterliches Gewitter, hören Sie mich? Gerade so, sagte ich. Wo sind Sie? In Santa Monica. Der Himmel ist ganz schwarz und die Blitze schlagen in die Felsen über dem Strand ein. So einen Himmel habe ich hier noch nie gesehen. Was wollen Sie Linda Gail? Sie müssen mit Herschel reden. Er fühlt sich auf wie ein Verrückter. Das fällt Ihnen jetzt erst auf? Wenn Sie mir Moralpredigten halten wollen, zahlen Sie Roy war bei Ihnen? Ich musste Rosita in ein Versteck bringen. Sie hat einem Polizeibeamten einen Topf brühend heiße Tomaten und Paprika ins Gesicht geschleudert. Wenn Sie mit Roy herumtoteln wollen, ist das Ihre Sache, Linda Gail. Aber hören Sie auf, mein Leben mit Ihren Problemen zu belasten. Ich rufe doch nicht meinetwegen an. Ich mache mir Sorgen um Sie Gott, Sie drauf ist? Ja, falls wir dasselbe Foto meinen. Ich kenne es schon. Das ist eine Fälschung, zumindest teilweise. Trotz der dröhnenden Donnerschläge im Hintergrund war Linda Gails Atem durch die Leitung zu hören. Sie meinen das Foto, auf dem ich nackt zu sehen bin? In der Tat. Ich erwartete eine giftige Beschimpfung, mit der Linda Gail sich wie so oft den Mantel der Empörung überwerfen würde, eine ihrer großen Stärken. Doch hin und wieder kam eine Facette ihres Charakters zum Vorschein, die mich überraschte. Ich bin so wütend auf mich, sagte sie. Das ist alles meine Schuld, Weldon. Es ist nicht Roy's oder Hershel's oder ihre. Wussten Sie, Jack Valentine tot ist? Ich habe gelesen, dass er in South Central Los Angeles erschlagen wurde. Ja, nachdem Roy gemeint hatte, dass ihm irgendwer eine Lektion erteilen sollte. Das war wahrscheinlich nur so dahingesagt. Ein heftiges Rauschen fuhr in die Leitung. Weldon? fragte Linda Gale mit beinahe wehleidiger Stimme. Ja? Jetzt schlagen die Blitze schon ins Wasser ein. Das habe ich noch nie erlebt. Das Meer sieht aus wie ein Ozean aus Rohöl und elektrischem Strom und von den Wellen steigt grüner Dampf auf. Es sieht aus wie das Ende der Welt. Das ist nur eine optische Täuschung. Glauben Sie an Karma? Gäbe es Karma oder irgendetwas in der Art, hätten die meisten hohen Herren dieser Welt Lepra. Das ist kein Scherz, erwiderte sie. Finden Sie, ich bin ein schlimmer Mensch? Ich suchte nach den richtigen Worten, aber was sollte ich darauf schon erwidern? Nein, finde ich nicht. Ich habe Angst, sagte Linda Gale, um uns alle. Roy hat gesagt, wir sind alle Wandersleute in der Fremde, wie die Pilger, die auf ihrem verschlungenen Weg nach Canterbury versuchen, den schwarzen Tod zu umgehen. Er hat gesagt, das einzig Wirkliche in unserem Leben ist der Tod. Roy ist ein Nihilist. Sagen Sie es noch mal. Was? Dass ich kein schlimmer Mensch bin. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Linda Gale. Ich finde, Sie sind eine beeindruckende Frau, die sich überhaupt nicht bewusst ist, wie viele gute Seiten sie an sich hat. Passen Sie auf, dass Herschel nicht noch schlimmer verletzt wird, als ohnehin schon. Im nächsten Augenblick war die Leitung tot. Ich machte mich auf den Herschel mit freiem Oberkörper, wie er eine Schaufel tief in die Erde stieß, die Stiefelsohle auf das Blatt gestemmt. Auf seinem geröteten, schweißnassen und staub überzogenen Rücken verhärtete sich die Muskelatur. Sein Hemd und seine Lederjacke hingen über der Lehne eines Holzstuhls. Er hatte die Blumen aus den Beeten gerissen, die Rosenstöcke und Klettertrompeten von den Spalieren Holz zertrümmert. Jetzt ließ er den Spaten ins Gras fallen und begann mit einer Breithacke ganze Soden von St. Augustine Gras aus dem Boden zu brechen und damit das Wurzelwerk zu zerstören. Immer tiefer trieb er die Hacke in den sandigen Untergrund zwischen die Steine in die metallene Leitung des Rasensprengers. Herschel führte Krieg gegen die Umgebung, die Linda Gale so kostbar gewesen war, dass sie dafür sogar ihre Ehe auf Spiel gesetzt hatte. Was wird hier angepflanzt, Farmer? sagte ich. Herschel sah mich von unten herauf an wie eine primitive Kreatur, die emsig vor ihrer Höhle schuftete, mit einem schiefen Grinsen im Gesicht und verschwimmenden Augen, wie man sie gewöhnlich von Gelbsüchtigen kennt. Das Gras hatte die Knie seiner Segeltuchhose grünlich gefärbt. Ich lege einen Gemüsegarten an. Im Dezember? Ich weiß, irgendwie ist es mit mir durchgegangen und ich habe Linda Gales Rosen runtergerissen. Dabei liebt sie ihre Rosen über alles. Das tut mir wirklich leid. Sie haben sich aber einen kalten Tag ausgesucht, um ihren Gemüsegarten zu buddeln. Ja, bin spät dran dieses Jahr, deshalb muss ich mich heranhalten. Können wir reden? Weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ich will Ihnen erklären, was in letzter Zeit alles los war. Legen Sie die Hacke weg und kommen Sie ins Haus. Ist doch schön hier draußen. Die Haut seiner Brust, Schultern und Oberarme war glatt und unbeharrt. Seine Brustwarzen waren klein wie zehn Cent Stücke. Obwohl die Temperatur bestimmt unter zehn Grad lag, sickerte der Schweiß aus seinem Haar und rann über seine Wangen. Hatten Sie ein Foto in der Post? fragte ich. Und was für eins? Bin ich darauf zu sehen? Sieht jedenfalls sehr nach Ihnen aus. Das ist eine Fälschung. Ich weiß doch, wie meine Frau aussieht. Ja, es ist Linda Gale. Linda Gale und ich, aber die Bilder wurden separat aufgenommen und die Negative in der Dunkelkammer manipuliert. Der Kopf der Hacke ruhte zu Höschels Füßen, die Handfläche stützte er auf den abgerundeten Griff. Er blickte auf die Rosenblätter und die im Gras verstreuten Fetzen der Klettertrompeter, sein Gesicht ausdruckslos, als wären seine inneren Motoren vollständig stillgelegt worden. Vergessen Sie mein ganzes Gerede, Höschel. Glauben Sie wirklich, ich würde unsere Freundschaft verraten? Schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie glauben, ich würde ein Verhältnis mit Ihrer Frau eingehen und dann hierher kommen und Ihnen ins Gesicht lügen? Nein, Sir, das würden Sie sagen, Gale hat ein Verhältnis, aber nicht mit Jack Valentine, sondern mit diesem verdammten Roy Weishard, oder? Das geht mich nichts an, sagte ich. Herschel betrachtete mich mit in den Nacken gelegtem Kopf. Ich sah die körnigen Linien um seine Augen und roch die feuchte Erde auf seiner Haut. Er redet mit ihnen, als wären sie sein wiedergefundener Bruder einem Einbrecher die Schlüssel zu ihrem Haus geben? Mit den Zweien wird es kein gutes Ende nehmen, aber wenn sie es so wollen, müssen sie die Entscheidung respektieren. Ich wollte nie ein anderes Mädchen als Linda Gale. Es gab so vieles, was ich hätte sagen können, aber nichts davon hätte gefurchtet. Herschel war ein Mensch, der mit überfluteten Decks und aus allen rohren feuernden vernichten. Helfen sie ihm nicht noch dabei, Hersch, das ist alles, was ich zu sagen habe. Bleiben sie noch, rief er. Wir haben die Tiger überlebt, wir haben Rosita aus dem Todeslager gerettet, und jetzt soll uns ein Jusner Ölmagnat den Garaus machen? Auf Herschels Gesicht hafteten Spuren aus getrocknetem Schweiß und Dreck. Vielleicht hätte ich bloß öfter zu Hause sein müssen. Vielleicht wäre dann alles anders. Wenn man vom Bus überfahren wird, fragt man hinterher doch auch nicht nach dem Warum und Wieso. Man wurde vom Bus überfahren, der Rest ist Nebensache. Mein Versuch eines Scherzes war vergebens. Herschel fing an zu heulen, mit herabhängendem Kopf und zitternden Schultern. Nach langem Abwarten sagte ich wieder etwas. Vielleicht brauche ich bald Ihre Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals eine Diskussion über die vorsätzliche kaltblütige Ermordung eines menschlichen Wesens führen würde. Einen Tag zuvor, als ich das Houston Police Department in der Hoffnung aufgesucht hatte, mich mit dem Chief an einen Tisch zu setzen und ihm zu erklären, wieso Rosita einem seiner Detektives fast das Gesicht herunter gebrannt hatte, war ich von einem Captain informiert worden, dass ich meine Frau entweder aufs Revier bringen oder mich der Beihilfe schuldig machen könne. Ich glaubte ihm nicht. Erst das Gespräch mit dem Assistenten des Staatsanwalts hatte echten Aufschluss über die Strategie gebracht, die man gegen meine wunderschöne, unerschrockene und liebevolle Ehefrau anwenden wollte. Ihr Fall wurde an das Gesundheitsamt verwiesen, Mr. Holland, hatte der Assistent gesagt. Könnten Sie das bitte wiederholen? Sie hatten sich nach dem Stand des Verfahrens erkundigt. Ich habe mich informiert und festgestellt, dass der Fall ihrer Frau nicht mehr unter unsere Zuständigkeit fällt, übrigens auch nicht unter die des Bezirksstaatsanwalts in Houston. Wenn das kein erstaunlicher Zufall ist. Angesichts der Schwere der Vorwürfe gegen Mrs. Holland könnten Sie ruhig ein bisschen dankbar sein, Sir. Arschlöcher, hatte ich gesagt. Nach meinem Besuch bei Herschel machte ich an einem Münztelefon Halt, um zu hören, wie es Rosita im Motel in Galveston ging. Kommst du wieder her? fragte sie, wenn es dunkel ist. Du klingst irgendwie merkwürdig. Ich komme gerade von Herschel. Er hält sich nicht sonderlich gut. Irgendwer hat ihm das fingierte Foto von Linda »Aber deswegen müssen wir doch nicht darüber reden.« Die Luft in der Telefonzelle ließ sich nur noch schwer atmen. Durch die zerkratzten, mutwillig beschädigten Plexiglasfenster drang schmutziges, hässliches Sonnenlicht, verseucht vom Gestank der Diesellaster und schrottreifen Pkw, die den Wayside Drive entlang fuhren. Die wollen uns gegeneinander aufhetzen, Rosita. Eine Pause. »Wann kommst du wieder nach Gerveston?« »Wenn es dunkel ist,« sagte ich noch einmal. Rosita und ich wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land, zu Menschen, die im Schutz der Schatten dachten und handelten und nur bei Nacht reisten. Wo waren wir falsch abgebogen? Was war das für eine seltsame neue Identität? Ich ging zum Mexikaner, besorgte Abendessen für Großvater und fuhr zurück zu unserem Haus in den »Wie sehr ich Großvater ins Herz geschlossen hatte. In den düstersten Momenten meines Lebens, ob ich am Omaha Beach ans Ufer wartete oder zusammengeballt wie ein Embryo im Schützenloch kauerte, während deutsche 88 Millimeter Geschosse auf uns herab regneten, immer dachte ich an Großvater und sprach seinen Namen im Stillen vor mich Schürzenjäger, der John Wesley Harden aus dem Sattel gehauen und ihm als Zugabe ins Gesicht gestampft hatte. Ein Mann, der an jedem Abend seines Lebens in Enzyklopädien schmökerte, ein Revolverheld, der die Mordlust fürchtete, ein Freund von Profikillern mit Dienstabzeichen an der Brust, die ihn als Kollegen betrachteten und doch nicht begriffen. Ich deckte den Küchentisch für uns zwei und packte unser Abendessen aus. Du hast doch an das Konfekt gedacht, sagte Großvater. Ja, Sir, hab einen ganzen Batzen davon besorgt. Und nachher geht's wieder nach Gaveston? Klar. Er biss in einen Taco. Während die Schale zwischen seinen Zähnen krachte, fixierte das verwaschene Blau seiner Augen weiterhin mein Gesicht. Hörst du bitte auf mich so anzustarren? Was treibt dich umranst? fragte er. Es sind nicht nur Rositas Probleme, was? Vorhin hatte ich eine Unterhaltung mit Herschel Pine. Es ging um den Mord an einem oder zwei Menschen. Die Wintersonnenwände nahte. Hinter den Virginia Eichen im Garten war das Abendrot zu einem violetten Schimmern zerflossen. Im Nachbarhaus blinkte Weihnachts Beleuchtung. Ich mied Großvaters Blick. Kenn ich die Leute? fragte er. Unser erster Kandidat wäre Dalton Weishardt und wenn wir schon dabei sind, könnte man auch noch Hubert Timmons Lakeley dazunehmen. Großvater legte seinen Taco auf den Teller und wischte sich mit dem Daumen den Mundwinkel ab. Von wem hast du das? Von mir? Was meinst du? Wer hat dir beigebracht, dass es in Ordnung ist, einen alten Mann umzulegen oder einen, die man nur aus dem Hinterhalt erwischt? Rositas Fall wurde ans Gesundheitsamt verwiesen. Du kannst dir doch denken, wieso? Tut nichts zur Sache. Großvater hob den Zeigefinger. Im Krieg hast du deutsche Soldaten getötet, weil es sein musste, nicht, weil du es so wolltest. Lass bloß nicht zu, dass dich diese wertlosen Kreaturen nach ihrem Bild formen. Du hättest Slakley doch fast selber über den Haufen geschossen. Ja, ich hatte Lust drauf, aber ich hab's nicht getan. Ich wünschte, du hättest ihm eine Kugel zwischen die Zähne gesetzt. Alle die, die du getötet hast, stehen später an deinem Sterbebett. Wusstest du das? Ich hab sie schon gesehen. Sie sind da draußen. Rosita wegnehmen, Großvater. Er blickte ins Leere, eine tiefe Trauer in den Augen. Auf der nächtlichen Fahrt hinunter nach Gervesten Island wurde ich von Bildern behelligt, die keinem Bezug zu meiner gegenwärtigen Lage aufzuweisen schienen. Der Mond stand am Himmel, die Wolken strahlten wie Silberzeug, auf den Sanddünen am Straßenrand wug stachliges Salzgras. Als sich eine abgeschiedene Tankstelle passierte, glaubte ich, an den Zapfsäulen ein kastenförmiges, weinrot lackiertes Auto zu erkennen, mit Weißwandreifen und verkromten Speichenrädern, die Kotflügel und das Dach glänzend schwarz. Ich war mir so gut wie sicher, dass es sich um einen 1932er Chevrolet Confederate handelte, um jenes Modell, das Clyde Barrow und Bonnie Parker gefahren hatten, kurz bevor sie in Arcadia Louisiana von den Kugeln der Schnellfeuerwaffen in Stücke gerissen worden waren, und ich glaubte, einen Mann mit Ballonmütze zu sehen, der gerade den Tank des Wagens befüllte. Seit meiner Begegnung mit Bonnie und Clyde waren fast 14 Jahre vergangen. Hatte ich Halluzinationen schon in meinem Alter? Oder wollte ich insgeheim von ihren Geistern verfolgt werden? Bewunderte ich die Gangster für ihren nonchalanten Umgang mit dem Gesetz und ihrer Gleichgültigkeit gegenüber den Leben, die sie nahmen? Nein, das nicht. Nicht sie faszinierten mich. Bonnie Parker faszinierte mich. Irgendjemand hatte Großvater vom fahrenden Wagen aus angespuckt, und ich hatte immer gebetet, dass es nicht Bonnie gewesen war. Clyde wäre es zuzutrauen gewesen, oder Raymond Hamilton, oder Mary mit ihrem gespaltenen Kinn, ihrem säuerlichen irischen Mund und ihren herabhängenden Mundwinkeln. Aber Miss Bonnie, sagte ich mir, hätte das nicht getan. Der Staat hatte das Duo verachtet. Die vier Gesetzeshüter, die Jagd auf Bonnie und Clyde gemacht hatten, hatten nie beabsichtigt, die beiden am Leben zu lassen, als sie sie auf einer abgelegenen Asphaltstraße durch einen Kiefernwald mit einem lahmgelegten Laster in die Falle gelockt hatten. In der Zeit nach ihrem Tod hatte mich am meisten gestört, dass die Zeitungen mit keinem Wort erwähnten, wieso Bonnie und Clyde sich damals den Weg ins Gefängnis von Eastham freigeschossen hatten, um ein Versprechen zu halten und einen Freund zu befreien, obwohl sie selbst dabei nichts zu gewinnen und alles zu verlieren hatten. Wie viele rechtschaffende Bürger wären bereit, so etwas auf sich zu nehmen. Rositas Aussichten verdüsterten sich zunehmend. Ihre Aufenthaltserlaubnis wurde in Zweifel gezogen, ihr Vater war in der linksgerichteten Regierung der Spanischen Republik tätig gewesen. Sie war eine Verwandte der Roten Rosa Luxemburg und sie hatte einen frisch beförderten Detektiv attackiert. Ich bezweifelte keine Sekunde, dass man ihren Fall ans Gesundheitsamt verwiesen hatte, um sie unter Umgehung des Gerichtswegs in eine psychiatrische Anstalt einliefern zu lassen. Wo konnte man unter diesen Umständen noch Hilfe suchen? In dieser Nacht ließ Großvater sich von Snowball unserem Hausmädchen zu einem Münztelefon fahren, um mich im Motel anzurufen. Dein ehemaliger befehlshabender Offizier hat uns besucht, sagte er. Er hat mir eine Justener Nummer gegeben, unter der er zu erreichen ist. Lloyd Fincher war bei dir? Ja, genau der. Was wollte er? Es hat mit Garth McQueen zu tun, hat Fincher gesagt. Der Mann will dir helfen. Was hältst du von Fincher? Scheint mir ein Frauenheld zu sein. Er hatte eine Frau dabei? Die gute sah aus wie ein Yorkscher Schwein, das man gerade für die Tierausstellung auf dem Jahrmarkt champoniert hat. Rund um pink und duftend wie eine frische Rose. Ich wollte keinen Kontakt zu Lloyd Fincher. Aber da ich nicht viel zu verlieren hatte, fuhr ich die Allee hinunter und kontaktierte ihn vom Münztelefon im Jack Tar Restaurant. Durch die vorderen Fenster sah ich, wie die Wellen auf den Strand krachten und ihr Sog den Sand ins Meer spülte. Mein Großvater hat gesagt, sie wollen mich sprechen. Sind Sie Holland? Wer sollte ich sonst sein? dachte ich. Ja, Sir, was kann ich für Sie tun? Nicht übers Telefon. Sie verstehen schon. Ich verstehe gar nichts. Sagen Sie mir, wo Sie sind. Dann komme ich zu Ihnen. Ich bin unten an der Küste. Da treiben Sie sich also rum? Zehn Meilen nördlich von Gaveston ist eine Pure Tankstelle an der Ostseite des Highways. In einer Stunde treffen ziemliches Arschloch, was? An eben dieser Pure Tankstelle hatte ich den 1932er Chevrolet Confederate zu sehen geglaubt. Ein Zufall? Ich wusste es nicht. Als ich in die Parkbucht einbog, war die Tankstelle bereits dunkel, doch das Diner hatte geöffnet. Davor stand nur ein einziger Wagen, ein Cadillac aus Vorkriegszeiten, dessen Kotflügel unten zu orangefarbener Spitzenborte korrodiert waren. Es war ein lieblos eingerichtetes Lokal. Die Speisekarte war mit Kreide an einer Tafel über dem Herd angeschrieben. Die Luft roch nach Fett und Desinfektionsmittel. In einer Holzsitznische im hinteren Bereich entdeckte ich Fincher und dessen Freundin, die Großvater treffend beschrieben hatte. Eine rosige, rundliche, gut gelaunte und in Parfum gebadete Dame, die sich das dunkelroter Haar mit einem pinkfarbenen Tuch zusammengebunden hatte. Als Fincher uns vorstellte, nannte er sie Norma, den Nachnamen sparte er sich. Auf dem Tisch standen zwei weiße Kaffeebecher und ein Teller mit frittierten Zwiebeln. Fincher bemerkte meinen flüchtigen Blick aus dem Fenster auf den Cadillac. Den hab ich mir erst vor kurzem zugelegt, sagte er, will ihn restaurieren. Verstehe. Mir McQueen auch, als er sein verfluchtes Hotel hochgezogen hat. Er hat sich heillos verschuldet, nur um sich selbst ein Denkmal zu setzen und den zerlumpen Knirps hinter sich zu lassen, der früher auf den Ölfeldern Wasser schleppen musste. Und jetzt, jetzt steht er vor dem Ruin. Sie sind hier runtergefahren, um mir von Garth McQueen zu erzählen? Das Hotelgeschäft ist nicht Garths Welt. Garth muss nach Öl bohren. Ich dachte, sie beide könnten sich vielleicht zusammentun. Mag sein, dass die Tage der freischaffenden Ölsucher gezählt sind, aber es gibt immer noch keinen besseren als Garth McQueen. Ich habe schon einen Partner und im Moment habe ich wirklich anderes im Kopf. Waren Sie schon mal in Garths Pool baden? fragte Norma. Der sieht aus wie ein riesiges vierblättriges Kleeblatt. Als wir dort waren, haben wir einen Gangster gesehen. Wie hieß der gleich? Frankie irgendwas. Lloyd kannte ihn. Frankie Carbo, wach Fincher ein. Es ist spät, Major, sagte ich. Damals am Kasserinpass habe ich einen Fehler begangen, der viele Männer das Leben gekostet hat. Deshalb streue ich hier und da eine gute Tat ein, um es irgendwie wieder gut zu machen. Fincher schob einen Messingschlüssel über den Tisch. Im Sumpfland südöstlich von Beaumont habe ich eine Hütte für die Entenjagd. Sie gehört Ihnen, ganz egal, wozu Sie sie brauchen. Verstanden, Weldon? Können Sie mir sagen, wer es auf meine Frau und mich abgesehen hat? Fincher kratzte sich an den Augen. Wenn ich das wüsste, es ist wie in der Army, ganz oben gibt irgendwer den Aber was habe ich den Leuten getan? Fincher beugte sich vor. Das wollen Sie wirklich wissen? Hätte ich sonst gefragt? Mit Ihnen persönlich hat das nichts zu tun. Die müssen sich bloß irgendwie davon ablenken, dass sie eines Tages sterben werden und dass ihr ganzer Reichtum jenseits des Grabes wertlos ist. Alles ist käuflich, nur der Sensen Mann nicht. Das macht die Kalle Rasen vor Wut. Norma wandte sich nach links und betrachtete Fincher von der Seite, als sähe sie ihn zum ersten Mal. Da sich Linda Gales Filmpartner in Mexiko mit der Ruhe angesteckt hatte, musste die Produktion in den Vereinigten Staaten für beinahe zwei Wochen auf Eis gelegt werden. Linda Gale stand vor dem Panoramafenster ihres Hauses in Santa Monica und starrte auf die sonnengebräunten jungen Männer, die am Muscle Beach Gewichte stemmten. Viele davon hatten wasserstoffgebleichtes Haar und trugen Badehosen, die kaum über Stringtangas hinausgingen. Wie viele von ihnen wohl untreu waren. Untreu wie sie. Jerry Fallon nippte derweil an der voll ausgestatteten Hausbar an einem Wodka Collins. Unten an der Ziegelmauer, die Linda Gales winzigen Garten und Rasenfleck umschloss, leuchteten die Blüten der Bougain Villain in der kühlen, sonnenhellen Luft wie Bluttropfen. Du willst zurück nach Houston? fragte Jerry. Hättest du was dagegen? erwiderte Linda Gale. Er angelte eine Kirsche aus dem Eis in seinem Glas, biss sie am Stängel ab und schluckte sie mit einem lauten Schlürfen herunter. Aber natürlich, Schätzchen. Du denkst wohl, ich will aus dem Wanderzirkus du hast doch einige Gemeinsamkeiten mit den ganzen Mädchen, die wir in euren Kleinstädten ausgraben, in diesen besseren Ameisenhaufen, die ihr Amerikaner so sehr liebt. Eine Weile schlagt ihr euch prächtig, aber irgendwann entwickelt ihr ein Gewissen. Ihr blickt zurück auf euer früheres Leben und seht nichts als Naivität und Güte, während der Rest der Welt eure Heimat als kulturelles Pendant zu Buchenwald einschätzt. Deshalb seid ihr überhaupt erst abgehauen. Das solltet ihr euch immer mal wieder in Erinnerung rufen. Weißt du eigentlich, wie beleidigend das ist? Du hast dir einen Seitensprung gegönnt und dein treusorgender Gatter hat's rausgefunden. Was dachtet ihr denn, was hier vor sich geht? Wir leben im neuen Babylon am Meer. Dieses Knacken in den Frühlingsnächten, das ist kein Grillenzirpen, das sind dreißende Jungfernhäutchen. Und jetzt willst du deine Karriere wegschmeißen und nach Hause zurückkehren und deinen Hinterwäldler Freunden Bier servieren, während die ihren Niggerscherze zum Besten geben? Dieses Wort wurde in unserem Haus nie verwendet. Ich habe einfach Angst, dass du uns im Regen stehen lässt, Schätzchen. Ich sehe es in deinen Augen. Du willst beides auf einmal haben. Wieso stellte Jerry sie immerhin wie ein Kind? Was soll das heißen? Was meinst du damit? Dabei wusste sie es doch. Dein Liebhaber ist ein stattlicher Kriegsheld und millionenschwerer Filmproduzent. Aber du kannst dir nicht einerseits einen Liebhaber halten und andererseits das keusche Farmers Mädchen aus der Südstaaten einöde bleiben. Linda Gale setzte sich neben Jerry. Als er das Glas zu den Lippen führen wollte, nahm sie es ihm aus der Hand und stellte es auf die Theke. Du trinkst zu viel. Hoffentlich lässt du dich nie scheiden, denn wenn doch, werde ich dich wahrscheinlich heiraten und du wirst mir das Leben zur Hölle auf Erden machen. Jetzt bild dir mal nichts ein, was du mir damals am Set in Mexiko gesagt hast. War das dein Ernst? Was ich über dein Talent gesagt habe? Ja, gar keine Frage. Das sieht nun wirklich jeder, jeder außer dir. Lass es mich mal ein bisschen direkter ausdrücken, jeder Mann in dieser Stadt will dich ins Bett kriegen, weil du einfach wunderschön bist. Aber das ist nicht alles. Die wollen auch deine Begabung. Das gilt übrigens genauso für die Ladies, die auf Männlein wie Weiblein stehen. Alle sind sie wie die Motten, die um dein Windlicht herum schwirren. Und was bleibt dabei für dich übrig, Jerry? Für mich? Für mich bleibt wahrscheinlich nur eine Fußnote neben deinem Namen. Aber natürlich bist du eine große Verlockung. Würde gerne mal mein Glück bei dir versuchen. Warum hast du es dann nie versucht? Jerry stand von seinem Barhocker auf und legte ihr den Arm um Fenster. Siehst du die vielen Jungs mit ihren Handeln? Die sehnen sich alle nach Macht und Erfolg und haben doch nicht die geringste Chance. Die schlafen mit jedem, mit Männern und Frauen, um ihrem Ziel näher zu kommen oder wenigstens die Krumen unter dem Tisch aufklauben zu dürfen. Und wenn sie dann kapieren, dass sie reingelegt wurden, ist es in der Regel schon zu und säße selbst am Ruder. Ich verstehe dich nicht, sagte Linda Gale, doch ihre Wangen glühten. Hast du nie beim Vögeln die Augen zusammengekniffen, um dir irgendwie einzureden, du hättest noch alles unter Kontrolle? Hast du dir nie eingeredet, keiner könnte deiner sexuellen Macht widerstehen? Sobald du dir das einbildest, wirst du in Grund und Boden gerammelt und bückst dich dabei auch noch freundlich. Linda Gale ging ins Bad, schloss sich ein und setzte sich auf den Wannenrand, die Hand vor den Mund gepresst, um ihr schluchzen zu ersticken, ohne zu wissen, um wen sie eigentlich weinte. Während Linda Gales Nachtflug nach Houston geriet die Maschine in ein heftiges Gewitter, in einen genauso turbulenten und beängstigenden Sturm, wie sie ihn vor dem Strand von Santa Monica beobachtet hatte. Über die Sprechanlage meldete sich der Pilot, um eine außerplanmäßige Zwischenlandung in La Boque anzukündigen, wo alle Passagiere auf Kosten der Fluggesellschaft in einem Hotel untergebracht werden sollten, bis das Gewitter weitergezogen war. Drei Stunden später, als das kühle Licht der aufgehenden Sonne über den Horizont brach, rief Linda Gale zu Hause an. Ihr Mann ging nicht ans Telefon. Nach dem dritten vergeblichen Versuch wählte sie schließlich um 8.30 Uhr die Nummer des Houston am Büros. Die Sekretärin sagte, Herschel sei nicht dort erschienen. Im Büro in Baton Rouge war er auch nicht. Linda Gale wählte Roy Weiser hat's private Telefonnummer. Dem Himmel sei Dank, rief sie, als er den Hörer abhob. Linda Gale? Roy verfiel in John. Ich? Du bist der Einzige, auf den noch Verlass ist. Ruf doch Weldon an. Hab ich schon, hat nichts gebracht, außerdem ist Weldon ein alter Sauertopf. Du hättest dir nicht anrufen dürfen. Ich mach mir Sorgen um Herschel, was weiß ich, was er jetzt vorhat, er hat eine Pistole. Herschel ist ein erwachsener Mann, man sollte ihn nicht wie ein Kind behandeln. Ihr seid doch beide Kriegshelden, auf dich wird er hören. Ist dir nicht klar, wie unangebracht das wäre? Unangebracht? Es geht um das Leben eines Menschen. Stille. Sag mir, was ich machen soll. Fahr zu ihm, wenn er nicht zu Hause ist. Versuch rauszufinden, wo er ist. Du hast doch deine Mittel und Wege. Das weißt du doch selbst am besten. Ich muss dann mal ... Leg jetzt bloß nicht auf. Ich rufe wieder an. Es kümmert mich nicht, wer dran geht. Ich werde tun, was ich kann. Versprich es mir. Ich versprich's dir. Du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig mir das ist. Geht's denn weiter mit uns? Was soll weiter gehen? Na was schon. Was denkst du wohl? Und noch was. Wir müssen über den Film Erneut ein kurzer Moment der Stille. Bist du noch dran? Ruf an, wenn du bei Herschel warst. Hörst du mir nicht zu? Jack Warner erwartet uns in L.A. Mir doch egal, was Jack Warner will. Geh Herschel suchen. Ich kümmere mich drum, sagte Roy, aber ich kann meine Gefühle nicht einfach so ein- und ausschalten, Linda Gale. Es macht mich krank, dich Rüsen, erwiderte sie. Wo soll das sein? Tiefer, wie viele Leute willst du noch kaputt machen, bis du endlich begreifst, dass du nicht der einzige Mensch auf Erden bist? Die anderen bedeuten mir nichts, sagte er, aber du, du bedeutest mir sehr viel. Einige Stunden später, um zwei Uhr nachmittags, landete ihr Flugzeug in Houston. Linda Gale fuhr mit dem Taxi nach Hause und trat fassungslos auf den Bürgersteig. Ihre Blumenbeete waren verwüstet, die Rosenstöcke und Klettertrompeten von den Spalieren gerissen. Im Rasen neben dem Haus klafften Löcher, auf dem St. Augustine Gras häufte sich die Erde, als hätten Ameisen dort reinweise Hügel aufgeschichtet. Eine Plastiktüte, die aufbereiteten Kudung enthalten hatte, war mit der Spitze einer Breithacke in den Untergrund gespießt worden und knatterte nun im Wind. Soll ich Ihnen die Taschen reintragen, Ma'am? fragte der Taxifahrer. Was? Ihre Taschen. Soll ich sie ins Haus bringen? Stellen Sie sie auf die Veranda. Vors Haus oder hin das Haus, Ma'am? Vors Haus. Unser Haus hat nur eine Veranda und die ist vorne. Wird gemacht, Ma'am, sagte der Taxifahrer und mühte sich mit ihren beiden Reisetaschen zu dem schmalen Betonsims, der die einzelne Stufe vor dem Wohnzimmer umgab. Linda Gale nahm den Haustürschlüssel aus der Handtasche, schob ihn aber noch nicht ins Schloss. Ihr Cadillac stand in der überdachten Einfahrt. Am vorderen Fenster war eine Gardinenstange zerbrochen, in der Mitte hingen die Vorhänge durch. Alles in Ordnung bei Ihnen, Ma'am? fragte der Taxifahrer. Ja, danke, sagte sie. Wieso? Sie wirken so ein bisschen unruhig, Ma'am. Ist wer im Haus, der Ihnen Angst macht? Ich meine nur, ob ich die Cops rufen soll. Nein, sehr aufmerksam von Ihnen, aber ich bin bloß etwas müde, war eine lange Reise. Sie sind doch ein Filmstar, oder? Ihr Foto war in der Houston Post. Wie nett, dass Sie das sagen. Ähm, könnten Sie mir ein Autogramm geben, wer für meine Tochter. Es wäre mir eine Ehre. Wie heißt das Mädchen? antwortete Linda Gale und holte ein Blatt Briefpapier und ihren lädierten Füllfederhalter aus der Handtasche. Als das Taxi abgefahren war, entriegelte sie die Haustür und blickte sich im Wohnzimmer um. Bis auf die Gardine war alles, wie es sein sollte. Sie lief durch die Küche, durchs Esszimmer und weiter in den Wintergarten. Alles sauber, unbeschädigt und aufgeräumt. Als nächstes ging sie ins Schlafzimmer. Die Vorhänge waren zugezogen, doch als sie das Licht anknipste, konnte sie nichts Auffälliges erkennen. Der Raum war, wie sie ihn hinterlassen hatte, ein Reich aus rüschen besetztem Rion und gepolsterten Steppdecken, aus Pink, Silber und zartem Blau. Da sah sie das Hochzeitsfoto, es zeigte Herschel und sie vor der Kirche, der Assemblies of God in Cottonport, Louisiana, sie im weißen Kostüm mit Anstecksträußchen an der Schulter, er in Uniform, mit neuen Tressen am Ärmel und Ehrenabzeichen auf der Brust, wie sie zu zweit in die Kamera lächelten und einander an den Händen hielten. Nun war Herschel aus dem Bild verschwunden. Die Fotografie war in der Mitte durchgeschnitten worden und Linda Gale stand allein im Rahmen mit knapp hinter den Knöcheln gekappten Händen. Die Fotos in ihrem gemeinsamen Erinnerungsalbum mit dem Samtumschlag und dem aufgeklebten Herz aus glänzendem Plastik waren auf dieselbe Weise umgestaltet worden. Auf jedem Bild war Linda Gale einzeln zurückgeblieben und manchmal lächelte sie einen Mann an, der nicht mehr da war. Sie öffnete die oberste Schublade ihrer Kommode, wo sie eine gerahmte Keramikplatte mit Herschels und ihrem Handabdruck aufbewahrte, seiner neben ihrem, das einzige Souvenir, das sie aus den Flitterwochen in Beloxi mitgebracht hatte. Die Platte war säuberlich in zwei Teile gebrochen worden, die raue Kante von allem Staub und allen Feinpartikeln gereinigt. Danach war Linda Gales Handabdruck wieder in den Rahmen eingesetzt worden, Herschels fehlte. Als Linda Gale die Schublade schloss, empfand sie ihren Verlust, ihre Verlassenheit in einer Dimension, die sie nicht für möglich gehalten hätte. Sie ging wieder ins Wohnzimmer, setzte sich in einen Sessel und wählte Roy Weishards Privatnummer. Eine Frau meldete sich. Könnte ich bitte Roy sprechen? sagte Linda Gale. Roy ist nebenan. Wer spricht da bitte? Hier ist Linda Gale, Mrs. Weishard. Ich muss mit Roy sprechen. Können Sie ihn bitten, mich zu Hause anzurufen? Worum geht's, wenn ich fragen darf? Wenn ich richtig informiert bin, erwartet Mr. Warner mich und Roy in Los Angeles. Ich weiß nicht, ob ich dort hinkommen kann. Warum rufen Sie dann nicht Mr. Warner an und sagen es ihm direkt? Aber selbstverständlich Linda Gale. Sie müssen unbedingt öfter zu Besuch kommen. Man hört doch so viel Gutes über sie. Wie geht es ihrem Gatten? Sie beide genießen jetzt bestimmt so richtig das Leben, wo sie doch im Moment so tolle Erfolge feiern. Bewundernswert, mit was für einer Gemütsruhe sie hier anrufen. Eine solche Dreistigkeit ist mir wirklich noch nie unter gekommen. Als Linda Gale aufgelegt hatte, brannte ihre Könnte. Ich machte mir Vorwürfe, weil ich mit ihm über einen möglichen Anschlag auf Dalton Weishard oder Hubert Slakely gesprochen hatte. Was ich über Weishard und Slakely gesagt hatte, war von Herzen gekommen, aber ob ich tatsächlich kaltblütig einen anderen Menschen erschießen würde, das gehörte ins Reich der Spekulation. Ich hatte Hörscher nicht zuletzt ins Vertrauen gezogen, um ihn von Lindagelds Untreue abzulenken. Trotzdem hatte ich das Gefühl, unverantwortlich gehandelt zu haben, und Großvater hatte mir nicht gerade den Rücken gestärkt, als er mich wegen meiner leichtfertigen Worte ins Gebet genommen hatte. Vielleicht hatte ich begonnen, die Welt wie durch einen Spiegel als ein dunkles Bild zu sehen. Ich musste mir ins Gedächtnis rufen, dass ich schon in jungen Jahren auch das Gute in Bonny Parker wahrgenommen hatte, ebenso Clydes nicht von der Hand zu weisenden Heldenmut. Selbst Lloyd Fincher hatte mir, als er von Rositas gefährlicher Lage erfahren hatte, einen Schlüssel und eine Wegbeschreibung zu seiner Entenjagdhütte im Südosten Baumons zugesteckt. Und meine immer zynischere Weltsicht war nicht mein einziges Problem. Ich hatte ein Unternehmen zu leiten. In meinen trübsten Momenten musste ich mir bewusst machen, was Rosita und ich, Herschel und Linda Gale erreicht hatten. Die Dixie Bell Pipeline Company war ein voller Erfolg. Wir hatten Aufträge in ganz Oklahoma und Texas und entlang des Golfs von Mexiko. In der Ölbranche wusste jeder, dass wir die besten Schweißarbeiten ausführten. Eine Pipeline, die wir in der Erde versenken, würde dort wahrscheinlich ein volles Jahrhundert liegen bleiben, ohne dass sich in den Nähten ein einziger Riss bildete. Und noch dazu besaßen wir das Patent auf die Geräte, die für die Haltbarkeit der Schweißnähte birgten. Ich will nicht versuchen, mich in die Gedankenwelt eines autoritären Antisemiten wie Dalton Weishard zu begeben, aber ich schätze, er betrachtete uns als Usurpatoren, als ein Ärgernis, das er gewöhnlich lange sich nun zu unseren Bedingungen mit uns auseinandersetzen mussten, nachdem ich Dalton darauf hingewiesen hatte, dass die Nachlässigkeit seines Unternehmens meinen Vater das Leben gekostet haben dürfte. Und zu allem Überfluss war ihm vermutlich der Gedanke ein Gräuel, sein Land könnte sich in eine Jeffersonsche Demokratie verwandeln. Rosita und ich verließen das Motel in Galveston und reisten zu einer unserer Baustellen in Louisiana vor den Toren von Morgan City. An die Details unseres Konflikts mit dem Gesetz verschwendete ich keinen Gedanken mehr. Meiner Überzeugung nach hatten Dalton Weishards Lakaien das Drehbuch verfasst, also was konnten Rosita und ich noch groß daran ändern? Kein Mensch kann dem Krebs oder dem Blitzschlag vorschreiben, wen er als nächstes trifft, und dasselbe gilt für korrupte Systeme. Für mich gab es nur noch ein einziges Grundprinzip, niemand durfte meine Frau noch einmal einsperren. Sollte ich dazu Dalton Weishardt oder Hubert Timmins Lately erschießen müssen, würde ich nicht zögern. Und in der Zwischenzeit musste sich irgendjemand um die Firma kümmern. In den Jahren unmittelbar nach Kriegsende gab es vermutlich genau zwei Portale, die ein Jünger des amerikanischen Traums durchqueren konnte, um sich unversehens inmitten eines nie geahnten Ausmaßes an Reichtum und Macht wieder zu finden, Hollywood und die Ölindustrie. Voraussetzungen musste man dazu kaum erfüllen, man musste nur fest an sein Glück glauben. Es war wie beim Beten, was hatte man schon zu verlieren. An diesem Abend begann ich La morte de Türe zu lesen und nicht zum ersten Mal. Ob man das Buch als erwachsener Mann oder als Knabe aufschlägt, immer erlebt man eine eindrucksvolle romantische Erzählung aus der Welt der Ritter. Das Klirren der Kettenhänden, das Krachen der zweihändigen Breitschwerter auf Rüstung und Schilden schallt nur so von den Seiten. Die Ironie der Geschichte liegt darin, dass Thomas Mallory, der Autor des Werks, ein professioneller Gangster bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegen das Gesetz verstieß und daran auch noch seine helle Freude hatte. Wie es scheint, nutzte er wirklich jede Minute für schwere Verbrechen, sofern er nicht gerade im Gefängnis saß, als Söldner an Frankreich kämpfte oder das größte Helden-Epos seit dem Rolandslied verfasste. Doch eigentlich spukte mir nicht Thomas Mallory im Kopf herum, sondern Bonnie Parker und Clyde Barrow, zwei mittellose ungebildete Banditen, die bei keinem Banküberfall mehr als zwei oder dreitausend Dollar erbeuten konnten. John Dillinger hatte sie einmal als dahergelaufene Tagediebe beschimpft, die die Zunft der Bankräuber in Verruf bringen. Gleich wo die Guthries umherziehenden Landarbeitern waren sie mit dem Staub gekommen und vom Wind verweht worden. Wieso weckten sie noch immer unsere Neugier und Faszination? Vielleicht weil wir sie insgeheim um ihre Freiheit beneideten oder weil sie in unserer aller Namen Revanche genommen hatten? Mit meinem Notizbuch in der Hand war ich eingenickt. Ich hörte, wie Rosita das Licht ausknipste und mein Buch behutsam auf dem Nachttisch deponierte. Dann legte sie sich zu mir und krümmte ihren Leib um meinen Rücken. Ihr Arm auf meiner Seite, ihr langsames Ein- und Ausatmen an meinem Nacken. Ich wachte erst auf, als hunderte schnatternder Gänse die frühsten Sonnenstrahlen begrüßten. Ich trat mit meiner Kaffeetasse vor die Tür, in einen dichten Nebel, als stünde ich mitten in einer Wolke. Nein, der Zauber dieser Atmosphäre ging noch darüber hinaus. Ich fühlte mich, als hätte ich Louisiana verlassen und befände mich auf Avalon, der mythischen Insel der Kelten, am Anbeginn der Zeit, als der Kathedrale zu stehen, die von den Stämmen des umliegenden Waldes gestützt wurde. Es war ein Vergnügen, diesen Gedanken nachzuhängen. Die Arthussage und die Suche nach dem Heiligen Gral sind unsere treuen Begleiter, sie stecken ab, wer wir sein wollen. Doch es ist nicht leicht, sich an Arthuss und Rolands Heldengeschichten zu klammern, spüren wir doch stets den Sog der Gezeiten einer Welt, in der die Mittelmäßigkeit aufs Podest gehoben wird und Mächte über unser Leben bestimmen, die uns auf ewig fremd und unerklärlich bleiben. Im Zimmer klingelte das Telefon. Es war Linda Gale. Roy Weiss hat mich angelogen. Er hat behauptet, er wäre bei unserem Haus gewesen, um nach Herschel zu schauen, aber Herschel wäre nicht da gewesen. Woher wollen Sie wissen, nirgendwo sonst. Und jetzt rufen Sie mich in Louisiana an, um mir zu erzählen, dass Sie von Roy angelogen wurden? Roy hat gesagt, dass Roy mit einem Polizisten telefoniert hat. Ich dachte, er hat vielleicht den Polizisten zu unserem Haus geschickt, weil es ihm selbst zu viel Mühe war. Vielleicht hatte er einfach kein gutes Gefühl dabei, meinte ich. Vielleicht hatte er Angst. Ich kann selbst nicht sagen, was Herschel alles zu zutrauen ist. Würden Sie mich bitte ausreden lassen? Ich habe mich mit unserem Nachbarn von gegenüber unterhalten. Das ist ein netter Mann. Einmal hat der Herschel gefragt, ob er ihn zum Angeln begleiten will. Er hat mir erzählt, dass die Cops wissen wollten, ob Herschel selbst mordgefährdet ist. Die Sorgen machen wir uns doch alle, Der Wirt meinte, dass Herschels Pick-up wirklich dort stand, aber dass er irgendwann abgeschleppt wurde. Er wusste nicht, wo Herschel hin ist, aber er hat gesagt, Herschel hatte viel getrunken. Bisher hatte ich im Stehen telefoniert. Jetzt setzte ich mich an den Schreibtisch. Am Ohr spürte ich die Wärme des Hörers. Ich sah, wie Rosita mich anblickte. Herschel ist verschwunden? Die beiden Cops, die bei uns vorbeigefahren sind, haben Zivil getragen, Detektives. Der eine hat unserem Nachbarn seine Visitenkarte dagelassen. Ich habe die Karte hier. Er heißt Hubert T. Slakely. Sagt Ihnen der Name irgendetwas? Draußen war es dunkel und kalt, als Herschel mit einer Flasche Jacks vor das Eishaus trat und sich an einen der Brettertische unter der Segeltuchplane setzte. Er trug seine ramponierte Lederjacke und eine Leinenmütze, doch keins von beidem schien die kühle Luft von seiner Haut fernhalten zu können. Eine Kälte, als würde sein Stoffwechsel streiken und sein Körper keine Wärme mehr produzieren, woran auch vier Gläser puren Whiskys wenig geändert hatten. Aber vielleicht, sagte er sich, lag es nur am Wetter. Den anderen Gästen war es im Freien zu frisch, sie saßen lieber drinnen am elektrischen Heizofen, spielten am Shuffleboard Tisch oder unterhielten sich über Harry Trumans Vorhaben, die Rassentrennung in der US Army aufzuheben. Herschel streute Salz in sein Bierglas, trank einen kleinen Schluck und lauschte dem Wind, der über ihm das Segeltuch blähte. Drei Straßen weiter stach das rot-gelbe Neonlicht der Säule mit dem Schriftzug des Alabama Theater vom Himmel ab. In der Gegend hier, dachte Herschel, lebte es sich doch wunderbar. Die meisten Häuser waren Backstein-Bungalows aus den Zwanziger Jahren, die Straßen lagen im Schatten alter Bäume und alle zwanzig Minuten fuhr ein Bus, der einen für fünf Cent in die Innenstadt brachte. Beim benachbarten Lebensmittelladen standen Obst und Gemüse in Kisten auf der Terrasse und die Kunden konnten ihre Einkäufe anschreiben lassen und erst zum Monatsende zahlen. Wieso mussten sie nach River Oaks umziehen, wo sie überhaupt nichts verloren hatten? Wieso musste Linda Gale die Welt von Hollywood entdecken? Wieso musste Roy Weishard in ihr Leben treten? Ein schwarzer schob einen Straßenbesen über den Boden, um Zigarettenstummel, Verpackungsreste und Zeitungsfetzen unter den Tischen hervorzukehren. Er hatte längliche, fast schlitzförmige Augen und trug einen spitzen Hut mit unter dem Kinn zusammengebundenen Ohrenklappen, der seinem Gesicht die Anmutung eines betrübten Footballs verlieh. »Woher kommst du?« fragte Herschel ihn. »Aus Mississippi, Sir«, antwortete der Mann. »Gefällt dir die Gegend hier?« »Ja, Sir, gefällt mir gut.« Herschel schüttelte eine Kämmel aus der Packung und steckte sie zwischen die Lippen. den Schwarzen, ohne sich die Zigarette anzuzünden. »Was sagst du dazu, dass der Präsident die Rassentrennung in den Streitkräften abschaffen will?« »Da mache ich mir keine Gedanken drüber, Sir.« »Du hast nichts dazu zu sagen? Gar nichts? Im Ernst? Du bist ein Farbiger und lebst in einer Gesellschaft mit Rassentrennung, aber du findest nichts dabei, wenn der Präsident damit Schluss machen will?« »Ist ja nicht so, dass ich das in der Hand hätte. »Willst du eine rauchen?« »Danke sehr, aber ich soll mir bei der Arbeit keine anstecken.« »Ist dir das so,« sagte Herrscher, »wenn einer für sein Land gekämpft hat, dann soll er auch die gleichen Rechte haben wie alle anderen.« Der Schwarze hob den Blick, sah sich für einen kurzen Moment nach den Männern im Eishaus um und schaute wieder zu Boden. »Ja, Sir, leuchtet mir ein.« »Wie heißt du?« »Lawrence.« »Mir hat mal eine farbige Waschfrau das Leben gerettet, war eine Juju-Frau. Sie hat mich in eine Gummidecke eingewickelt und hätte die Frau nicht zum Fenster eingeschaut und mich gesehen, könne ich jetzt nicht hier sitzen.« »Ich muss dann weitermachen, Sir. Kann ich dich was Persönliches fragen?« »Ja, Sir, gerne.« »Hat deine Frau schon mal was hinter deinem Rücken angefangen?« »Ich war noch nie verheiratet, aber ich habe drüber nachgedacht, habe in der Gemeinde eine Lady kennengelernt, mit der treffe ich mich ab und zu.« Herschel steckte sich die Zigarette an, Rauch stieg aus seinem Mund, weiß wie eine Baumwoll Kapsel. Worüber hatten sie sich gerade unterhalten? Das Gesprächsthema schien sich in Luft aufgelöst zu haben. Sein Kopf sagte allmählich nach unten, seine Konzentration verließ ihn. »Sorry, ich fühle mich als hätte ich Malaria, habe ich aber nicht. Sollte wohl langsam heimfahren.« »Sir, da drüben im Wagen sitzen zwei Männer, die beobachten sie schon die ganze Zeit. Vielleicht wäre es besser, sie setzen sich jetzt nicht ans Steuer. »Hm? Was für Männer?« »Da drüben tragen einen Anzug und einen Hut. Der eine trinkt hier manchmal einen. Ist ein böser weißer Mann.« Als er aufstand, musste Herschel sich mit den Fingerspitzen auf der Tischplatte abstützen. »Ich würde dir raten, die Lady aus seiner Kirche zu heiraten. Aus der wird sicher eine anständige Ehefrau. Ist das ihr Pick-up da drüben an der Straße? »Ganz genau. Reißt du mir mal deinen Arm?« »Sir, ich darf den Job nicht verlieren. Ich kann mich nicht in Sachen einmischen, die mich nichts angehen. »Kann ich verstehen,« sagte Herschel. »Pass auf dich auf, ja?« »Sie auch, Sir.« Vorbei an den gekühlten Getränken und der Eisrampe wanderte Herschel in die Dunkelheit. Überall schienen Kronkorken herumzuliegen, die unter seinen Füßen knirschten wie Glasscherben. An einem Hydranten parkte ein Zivilfahrzeug, ein Ford aus Vorkriegszeiten, die Motorhaube auf die West Alabama Street ausgerichtet, so dass die Insassen freie Sicht auf das Eishaus, die Brettertische unter der Plane und Herschels Wagen hatten. Er hörte ein Knarren, als sich die beiden Türen des Ford öffneten und die Schritte zweier Männer auf dem Asphalt. Er zog die Autoschlüssel aus der Tasche seiner Lederjacke, sperrte den Pick-up Raum. Als er sich umdrehte, blickte er in zwei Gesichter. Beide Männer trugen Anzug und einen Filzhut mit zerknitterter Krempe. Ich wollte nicht fahren, sagte Herschel, wollte nur ein Nickerchen halten. Einer der beiden Männer hatte Charlie Chaplin Füße, kurze dicke Beine und einen Brustkorb wie ein Bierfass. Der andere war größer, ein hagerer Kerl mit starrer Haltung, steif wie ein Kleiderbügel. Detective Hubert Slakley, Houston PD, sagte dieser. Sind Sie bewaffnet? Ich habe eine Waffe, aber die liegt zu Hause, von daher bin ich momentan nicht bewaffnet. Sie heißen Herschel Pine? Ja, Sir, das ist mein Name, aber ich wollte jetzt wirklich nicht mit dem Pickup rumfahren, falls Sie deswegen fragen. Uns wurde gemeldet, Sie hätten Selbstmordgedanken. Ach, ich wäre es doch gar nicht wert, mich zu erschießen. Ich lege mir doch nicht für teuer Geld eine Kugel zu und schieße damit einen wertlosen Menschen tot. Wenn Sie bitte die Hände an die Fahrzeugtür legen würden. Da bin ich jetzt zu müde für. Ich brauche jetzt ein Nickerchen. Stützen Sie sich auf das Fahrzeug, die Beine auseinander, sagte der Detective. Ich weiß nicht nur, wer Sie sind. Ich weiß auch, was Sie hier machen und wer sie geschickt hat. Herschels Kehle blockierte, als würde dort eine Fischgräte stecken. Hustend begann er von vorn. Ihr Name hat sich rumgesprochen. Sie haben Rosita Holland verhaftet. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Aus einer Ledertasche an seinem Gürtel zog Slakely ein paar Handschellen. Umdrehen bitte. Wäre mein Vater jetzt hier, würde Ihnen sagen, dass Sie ihn alle mal am Arsch lecken können. Oder er würde Sie gleich übers Knie legen. Ich gehe ganz sicher nicht in den Knast und falls irgendeiner denkt, er könnte mich einsperren, sollte er sich verdammt was? Mehr brachte Herschel nicht heraus. Der Totschläger, von einem Sträfling in Handarbeit angefertigt, verjüngte sich wie der Stiel eines Stopfpilzes. Die ging die Seite des Pickups und knallte mit dem Gesicht auf den Asphalt. Slakley beugte sich vor und schlug ihn auf Rücken und Schultern, als gelte es, Eisbrocken in einer Badewanne zu zerklopfen. Dann ging er dazu über, Herschel mit der Stiefelspitze zu traktieren, mit einer Hand am Wagen abgestützt, um mehr Kraft hinter seine Tritte zu bringen, während er jede erreichbare Körperregion anvisierte. »Captains«, sagte der Schwarze namens Lawrence, »der ist bloß besoffen, der hat das nicht so gemeint.« Slakley drehte sich um, »du hältst dich lieber raus, Sambo.« »Ja, Sir.« »Und erzähl bloß keinem, was hier los war, oder wir kommen zurück.« »Ja, Sir, weiß ich doch.« »Wie schön, dass wir uns einig sind.« Einige Sekunden, vielleicht auch Minutenlang, hörte Herschel nichts als den Wind in den Eichenästen und das behagliche Flirren und Flattern des Laubs auf dem Asphalt. Die Stimmen der beiden Kops klangen, als würden sie von den Wänden eines bodenlosen Brunnenschachts zurückgeworfen. »Bist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, was? Mann, Hubert.« »Er hat sich widersetzt. Er hat's nicht anders verdient. Alles im grünen Bereich. Soll ich das Revier informieren?« »Vielleicht hat er seine Lektion ja gelernt. Können Sie mich hören, Bein? Haben Sie heute was gelernt?« »Der Kerl ist am Ende, Hubert. Ich fürchte, bei dem ist nichts mehr im grünen Bereich. Könntest recht haben. Fass mal mit an, hoch mit ihm. Was soll das werden? Wir sollen doch die Straßen sauber halten. Unsanft landete Herschel im Kofferraum des Alten fort. Sein Kopf wurde vom Ersatzreifen eingequetscht, seine Knie von einem Werkzeugkasten, sein Gesicht war halb unter einer Plane, mit einer harten Farbkruste vergraben. Für einen Augenblick sah er noch, wie Slakley auf ihn herabstarrte, eine Hand auf die offene Klappe gelegt. Nicht, hatte Herschel das Wort laut ausgesprochen, oder nur gedacht, bitte nicht. Wenige Zentimeter vor seinem Gesicht, krachte die Klappe herunter und knipste im Nu den Sternenhimmel aus. Linda Gale nahm den Hörer ab. Herschel? Nein, hier ist Albert, antwortete eine Männerstimme. Ich arbeite hier im Hilfszentrum mit. Sie haben gerade was von einem Herschel gesagt. Ich rufe für einen Herschel an, für einen Herschel Pine. Die Nummer habe ich aus seiner Brieftasche. Was? Das Nein, ich habe ihren Ehemann gefunden. Er lag unter ein paar Pappkartons hinter unserem Hilfszentrum. Sieht aus, als hätte er eine tüchtige Abreibung bekommen. Zuerst dachte ich, er wäre vom Highway hier rüber gewandert. Ist es schlimm? Wie sieht er aus? Wie man nach einer Schlägerei eben aussieht. Können Penner aus, deswegen habe ich sie angerufen. Schätze, irgendwer hat ihn zusammengestiefelt und dann hier abgeladen. Linda Gale folgte der Wegbeschreibung zu einem dörflichen Stadtteil, der am zweispurigen Highway nach Gaveston lag, zu einer Siedlung mit staubigen Straßen, schmalen Armenhütten und ungestrichenen Holzrahmenhäusern mit Blechgiebeldächern, gepflegten Gärten und Terrassen, auf denen in Kaffeedosen gepflanzte Blumen standen. Linda Gale steuerte eine mit weißen Schindeln verkleidete, von Zedern und Kiefern umstandene Kirche an und parkte bei einem Ablaufgraben hinter dem Gebäude. Der Mann, der sich Herbert nannte, half ihr, Herschel zum Wagen zu bringen. Herbert trug einen ausgewaschenen, schlecht sitzenden Anzug, ungeputzte Lederschuhe und weiße Socken, und sein Haar sah aus wie über einen Stein gekippte Farbe. »Sie sind hier der Pastor?« fragte Linda Gale. »Ich bin nur ein Trinker, der wieder gesund werden will,« entgegnete er. »Einen schönen Wagen haben Sie da. Ich will Ihrer Kirche etwas spenden. Wenn Sie wollen, gerne. Es ist kein Muss. Darf ich Ihnen was sagen, Lady? Ja. Sie sollten jetzt nicht weinen. Ihrem Mann geht's bald wieder gut. Das glaube ich nicht, aber Sie waren wirklich sehr freundlich. Linda Gale öffnete die Handtasche und zog einen 50-Dollar-Schein heraus. Hier, ich bestehe darauf. Ma'am, wenn es irgendein ernstes Problem gibt, sollten Sie dann nicht die Polizei verständigen. Ich kann Sie doch nicht weinend nach Hause fahren lassen. Da bauen Sie am Ende noch einen Unfall. Soll ich nicht für Sie bei den Cops anrufen? Die wissen sicher, was zu ersten Weihnachtstags erhielt ich im Motor bei Morgan City einen Anruf. Ich hörte, wie die Person am anderen Ende der Leitung von der Telefonistin aufgefordert wurde, zwei Dollar in Münzen einzuwerfen. Weldon? fragte Linda Gale dann. Was ist passiert? Ich rechnete mit dem Schlimmsten. Sie erzählte mir alles, was sie über Herschels Abreibung wusste. Dann musste sie weitere Münzen nachwerfen. Mir war übel geworden. Quer durch den Raum blickte ich zu Rosita. Natürlich war Herschel nicht das eigentliche Ziel des Angriffs. Das eigentliche Ziel waren wir. Und sollte es so weiter gehen, gäbe es bald keinen Ausweg mehr. Was wollen sie jetzt machen? fragte ich. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn ins Bett gesteckt, sagte Linda Gale. Unser Arzt meint, Herschel hatte möglicherweise eine psychotische Episode. Hubert Slakley hat ihn zusammengeschlagen. Den Namen hat Herschel mir gesagt. Ich habe mit der Polizei telefoniert. Sie wollen zurückrufen. Wo ist Roy? Weiß ich nicht. Ich habe ihm eine Nachricht im Büro hinterlassen. Rosita und ich machen uns gleich auf den Weg nach Houston. Ich hatte die Augen vor der Realität verschlossen. Dalton Weishard will sich die Dixie Bell unter den Nagel reißen. Darum geht es schon die ganze Zeit. Es geht nicht nur um die Firma. Es geht um viel mehr. Ist Roy auch darin verwickelt? Wenn sie es nicht wissen, wer dann? Ich wollte ihr nicht wehtun. Doch im Umgang mit Menschen, die sich entschlossen haben, sich selbst und ihren Liebsten tagtäglich großes Leid zuzufügen, wird jedes als würde man durch Spinnweben laufen. Manchmal glaube ich, sie hassen mich, sagte Linda Gale, und das Schlimme ist, dass ich es wahrscheinlich sogar verdient habe, von ihnen verachtet zu werden. Diesen Eindruck haben sie von mir? Das wollte ich nicht. Ich blickte aus dem Fenster in das blaugoldene Tageslicht. Die Palmwedel vor dem Motel hoben sich in der Brise, die vom Golf vorüberwehte. Es war Weihnachten, ein Tag, an dem die restliche Welt ihren Frieden zu finden schien. Ich rufe sie später zu Hause an, um zu hören, wie es Herschel geht, meinte ich, aber bis dahin will ich ihnen noch etwas sagen, Dagell. Ich finde, sie sind ein guter Mensch. Haben sie das verstanden? Ich weiß nicht, ob sie noch etwas antwortete. Die Telefonistin bat um weitere Münzen, dann brach die Verbindung ab. Rosita und ich verließen das Motelzimmer und traten die lange Fahrt auf der zweispurigen Straße entlang des Old Spanish Trail an, durch das Bayou-Land nach Lake Charles und zur texanischen Grenze. Zur damaligen Zeit schien am Vormittag des ersten Weihnachtstags jedes Mal ein eigentümliches Phänomen Besitz vom amerikanischen Süden zu ergreifen, von seiner Natur wie von seiner Kultur, das mir bis heute rätselhaft geblieben ist. Es war stets mildes Wetter, der Himmel eher frühlingshaft als winterlich, die Wiesen blass grün, teils schon mit Klebe wachsen. Die Straßen waren weitgehend verwaist, nur ein paar Kinder amüsierten sich auf dem Bürgersteig mit ihren neuen Rollschuhen und Western Flyer Boller Wagen. Die Saturnalien des vorangegangenen Abends verklangen in der stillen Berechenbarkeit eines sonnenbeschienenen Morgens, in einem Schwebezustand, der uns Menschen erlaubte, für eine Weile aus dem üblichen Lauf der Zeit herauszutreten und uns in Sicherheit voreinander zu wiegen. In dieser Atmosphäre überquerten wir die hohe Brücke, die sich westlich von Lake Charles über den Calcasio River spannte und am anderen Ende in einen Komplex aus Chemiewerken eintauchte, wo noch vor ein paar Jahren nur Topelobäume, Zypressen und Weiden gewachsen waren, die bis mindestens Mitte November vom salzigen Boden bis zur Spitze in roten und goldenen Farben erstrahlten. Über dem gegenwärtigen Straßenabschnitt hing ein derart Übelkeit erregender Geruch, dass die Schadstoffe praktisch mit Händen zu greifen waren. Wir überschritten die Grenze von Texas und gelangten in eine Küstenregion, wo nach dem Krieg hunderte Schiffe der US-Marine eingemottet worden waren. Ich beobachtete, wie der Verkehr östlich von Beaumont stockte und zum Erliegen kam, wie üblich, wenn es einen Unfall gegeben hatte. An einem Café neben einem Obst stand, der im Winter Pekernüsse und Krokankonfekt fallbot, stoppte ich Wolken verlosch, ein Nebeneinander von Eindrücken wie ein Stillleben des Todes, das alle Dimensionen sprengte. Woher dieser Gedanke kam, wusste ich nicht. Hier kann man hervorragend mexikanisch essen, sagte ich zu Rosita. Sie blickte auf den Wandkalender. Vor Weihnachten unter dem Tisch legte sich ihr Fuß auf meinen. Du hast die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. Ihre Lippen hat einen voller Ärger über die Verkehrslage. Was ist denn da vorne los? Eine Straßensperre, antwortete der Mann hinter der Theke. Wieso das denn? Der Mann schüttelte den Kopf und schwieg. Aus mit der Sprache, was zum Henker geht davor? fragte der Fernfahrer. Ich dachte, dein Schwager ist Hilfssheriff. Der Mann beugte sich über den Tresen und senkte die Stimme. Er war ein echter Hühne, mit rabenschwarzem Haar, die Stirn gefurcht wie ein Waschbrett. Wir suchen nach ein paar Kommunisten, die ein Houstoner Kopf umlegen wollten. Kommunisten? Was in aller Welt wollen die hier? erwiderte der Fernfahrer. Ich blickte Rosita konzentriert in die Augen. Bin gleich bei Ihnen, rief uns der Mann hinter der Theke zu. In meiner antwortete ich. Wir machten Kehrt und fuhren eine Meile Richtung Staatsgrenze, bevor wir auf eine unbefestigte Straße nach Süden abzweigten und einem Bayou durch Kiefern, Tupelo-Bäume und von Palmetto-Palmen gesprengkeltes Weideland folgten. Ich roch salzige Luft, und hinter Wassereichen und Kaki-Bäumen glitzerte das Sonnenlicht auf dem Golf von Mexiko wie tausende bronzene Rasierklängen. Allmählich wanderte die Sonne über den Himmel, wechselte das Licht, huschte Wind durch die Algen, die um die Zypressenstämme wucherten wie grüne Spitzenborte, und dies war nicht der einzige Wandel der Umgebung. Die Luft war immer kühler, immer feuchter, im dunklen Unterholz regte sich der Gestank stagnierenden Wassers von Tierkot und Aas, und die Schatten der verstopften Kanonenrohre der stillgelegten Schiffsflotte streckten sich immer länger über den skelettierten 1832er Chevrolet Confederate. Er fuhr eine unbefestigte Piste entlang Richtung Wasser, mit vier Personen an Bord, vier unbeweglichen Silhouetten, als wären es Schaufensterpuppen, während seine Speichenräder den Straßenstaub aufwirbelten. Was wollten sie hier? Was wollten sie mir sagen? Alles in Ordnung mit dir, Welton? fragte Rosita. Die Sonne hat mich nur geblendet, antwortete ich. Steigst du kurz aus und öffnest das Tor, aber pass auf, wohin du trittst, an dem Viehgitter ist vielleicht eine Stange gebrochen. Ich sah zu, wie Rosita die Kette aushakte und das Tor aufschob. Sie blickte nach unten, wich mit tastenden Schritten zurück, bis sie wieder auf festem Boden stand und beugte sich zum Seitenfenster. Halt dich rechts! Nachdem ich das Viehgitter überquert hatte, schloss Rosita das Tor, verriegelte es und stieg wieder ein. Woher wusstest du, dass das Gitter eingebrochen ist? Ich glaube, Fincher hat es erwähnt. Du glaubst? Ich zuckte mit den Schultern. Das Haus, das Fincher als Jagdhütte bezeichnet hatte, sah eher nach der Heimstatt eines Siedlers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts aus, die seitdem vor sich hin gerottet hatte. Das Hauptgebäude war aus Gips und alten Ziegeln gemauert, mit Holz verkleidet und mit einer großzügigen überdachten Terrasse ausgestattet. Elektrischer Strom und fließend Wasser waren vorhanden, doch der Mörtel zwischen dem Backstein bröckelte, an den Rändern der Waschbecken hatten sich streifenförmige orangefarbene Krusten abgelagert, hart wie Metallspäne, und Ruß hatte den Kamin samt seiner Vorderseite geschwärzt. Telefon oder Funkgerät gab es nicht. Nach Eintritt der Dunkelheit fuhr ich zurück zur zweispurigen Straße und machte ein kleines Lebensmittel Geschäft ausfindig, wo ich Milch, Kaffee und Zucker, Aufschnitt und Brot, Eier und zwei Steaks, ein paar Packungen Kool-Aid und eine Packung Pfirsicheis kaufte. Daraus bereitete ich uns ein schönes Abendessen zu, und in der Wärme des Kamins schwand mein Gefühl der Bedrohung. Beim Polizeipräsenz zu erkennen gewesen. Es war der Abend des ersten Weihnachtstags. Über dem Golf strahlten die Sterne. Im Mondlicht hing das Moos lang und starr von den Zypressen. Der Gestank des brennenden Mülls hatte sich verzogen. Draußen im Wald und auf den Grundstücken rund um Finchers Besitz brannte kein einziges elektrisches Licht. Morgen würde ein neuer Tag beginnen, sagte ich mir. Wir hatten den schlimmsten Krieg der Menschheitsgeschichte überlebt. Auf die eine oder andere Weise würden wir auch aus diesen Tagen kurz vor Anbruch des Jahres 1948 als Sieger hervorgehen. In einem Schrank fanden wir Wolldecken, Laken und eine Steppdecke und betteten uns auf dem Boden vor dem Kamin zur Nacht. Ich schlief ohne zu träumen, Rositas Körper an meinen geschmickt. Als ich mitten in der Nacht Regentropfen auf das Dach Plätschern hörte, dachte ich daran, wie saftig das taubenbenetzte Gras vor Finchers Haus am nächsten Tag leuchten würde und vom Golf würde eine frische, kühle Brise herüberwehen und die Welt in ein großes Versprechen verwandeln. So ist die Wildnis Paradies genug. In Texas ist ein Menschenschlag zu Hause, dessen Bekanntschaft Sie vermutlich nie gemacht haben. Ich hoffe, dabei bleibt es auch. Entgegen der biblischen Mahnung sollt nicht an ihren Taten erkennen, vielmehr an ihrer Western-Tracht und ihrer unflätigen Redeweise, an ihrem Nativismus und ihrer Misogynie. Oft tragen sie lange Schnurrbärte und verzichten über Tage hinweg auf die Rasur. Die Aufkleber an ihren Fahrzeugen künden von ihrer politischen Einstellung und enthalten häufig auch eine Warnung an unvorsichtige Zeitgenossen. Manche von ihnen sind geschmeidig wie eine Kutscherpeitsche, andere besitzen die ungesunde Erscheinung eines Waschzubers voller Sauermilch. Tatsächlich sind sie allesamt wichtig Tour- und Schauspieler. Bis auf wenige Ausnahmen haben sie nie Wildpferde zugeritten, eine Rinderherde vor sich hergetrieben, ihren Arm bis zur Achselhöhle im Uterus einer Kuh versenkt, sich auf dem Jahrmarkt für volle acht Sekunden auf der Bullriding- Maschine gehalten, im Gewitterregen ein Dach ausgebessert, sich am Steigbügel durch ein trockenes Flussbett schleifen lassen oder sich im Keller zusammengekauert, während ein Tornado ihr Haus aus dem Fundament riss und ihr Vieh in den Himmel sog. Ihre Herrschaftssymbole sind Pick-ups und Schusswaffen. Sie fahren zu Salzlecken und Wildfarmen, um Tiere zu schießen und die Trophäen dann bersten vor Stolz an die Wand zu hängen, als stet sichtbare Bestätigung, dass sie über den Tod verfügen und daher nicht befürchten müssen, eines Tages selbst von ihm ereilt zu werden. Sie kamen bei Sonnenaufgang, vielleicht zwanzig Mann, mit Schrotflinten und Winchester Repetiergewehren, die von ihren Fahrzeugen durch einen weißen Bodennebel ausschwärmten, der sich um ihre Knie bauschte. Teils klemmten an ihren kunstvoll gearbeiteten Ledergürteln Dienstmarken, die sie als Hilfskräfte viele taktische Fehler ihnen unterliefen. Sie knallten mit den Türen ihrer Pickups, riefen einander Befehle zu, näherten sich der feindlichen Stellung gegen die blendende Sonne, sodass ihre verkromten Gürtelschnallen blitzten wie die überkreuzten Patronengurte der britischen Rotröcker, die unsere Vorfahren aus zweihundert Metern Entfernung aufs Korn genommen hatten. Ich war barfuß aus dem Haus gegangen, unvorbereitet, verblüfft und wütend über meine Dummheit, Lloyd Fincher vertraut zu haben. Erstarrt sah ich zu, wie sich die Männer näherten. Ich erinnere mich nicht, wie ich sie begrüßte, wahrscheinlich war es keine rationale Äußerung. Ich weiß noch, dass ich sie ebenso sehr hasste, wie ich die Waffen-SS gehasst hatte, wie ich jede Gruppe von Männern hasste, die Jagd auf Schwächere machte und dabei selbst stets in der Überzahl war. Ich weiß, dass ich mir mit meinen Worten, wie auch immer sie lauteten, einen Hage von Fausthieben einhandelte, der mich zu Boden schladerte. Ich weiß, dass ich ein paar Sekunden lang nur den wogenden Nebel, das feuchte Leder ihrer Cowboystiefel, den feuchten Stoff ihrer engen Jeans sah. Ich weiß, dass ich mich dann wieder ins Sonnenlicht stemmte und unterdessen versuchte, mein Klappmesser aus der Tasche zu befreien. Dabei verfolgte ich keinen komplexen Plan. Ich wollte ihre Eingeweide auf der Erde verteilen, ihre unrasierten Gesichter öffnen und mindestens einem meiner Feinde die Karot des Aufschlitzen, die daraufhin einen strahlend roten Blutstrom auf sein Hemd pumpen würde. Es kam anders. Sie rammten mich mit dem Gesicht nach unten in den Dreck, bogen meine Arme nach hinten, legten mir Handschellen an und banden mir gleichzeitig einen Stock zwischen die Kiefer. Meine Hebräerkriegerin aus dem Hause Isai wurde im Triumphmarsch von der Veranda geführt und in eine weiße Zwangsjacke eingeschnürt, in ein Kleidungsstück aus doppelt genähtem, segeltuchartigem Stoff, mit zahlreichen klimpernden Gurten und Schnallen, wie es ganz ähnlich die Hofnarren des Mittelalters getragen hatten. Ich dachte an meine Mutter, an den Tag, als sie aus unserem Haus in Houston verschleppt worden war. Ich dachte daran, Menschen zu töten, eine große Anzahl von Menschen. Vor meinem geistigen Auge spute sich ein Filmstreifen ab, auf dem ich Dinge tat, die ich mir niemals zugetraut hätte. Nachdem sie Herschel ein Sandwich und ein Glas Milch gebracht und ihm das Radio eingeschaltet hatte, zog Linda Gale ihre zarteste Strumpfhose, ein schwarzes Kostüm, Stöckelschuhe und lange weiße Handschuhe an, setzte sich einen violetten Pillbox Hut mit Schleier auf und fuhr mit ihrem Cadillac zu Roy Weisharts Villa. Vor dem Eingang standen zwei Wagen, die sie nicht zuordnen konnte. Die Säulen der Veranda strahlten im hellen Licht der Kutschen Lampen. Clara Weishart öffnete ihr die Tür. Ich muss zu Roy, Mrs. Weishart, sagte Linda Gale. Hatten sie in letzter Zeit nicht oft genug das Vergnügen? Herschel wurde großes Unrecht angetan. Ich werde Roy nur kurz in Anspruch nehmen. Herschel? Ach so, ja, tut mir leid, ich kann einfach keinen Namen behalten. Aber was hat Roy mit Herschel zu tun? Das wüsste ich auch gerne. Wie hübsch sie heute aussehen. Als wären sie in eine ganz neue Rolle geschlüpft. Es ist schon erstaunlich, wie Hollywood einen Menschen verändern kann. Kann ich jetzt endlich ihren gottverdammten Gatten sprechen, Mrs. Weishart? Sie haben mir aber ein schmutziges Mundwerk. Wenn sie mir dann auf die Terrasse folgen würden, Jerry ist zu Besuch, Jerry und ein weiterer Gentleman. Mich würde interessieren, was sie von ihm halten. Clara Weishart durchquerte das Speisezimmer und öffnete die Terrassentür. Gasfackern erleuchteten den Außenbereich, auf den Steinfliesen verteilte elektrische Heizkörper wärmten ihn. Auf dem Grillrost brutzelten zwei Steaks, beide an die fünf Zentimeter dick. Um einen runden Rotholztisch saßen und tranken Roy und Wo hatte sie ihn gesehen? Im Shamrock? Auf einer Party in Beverly Hills? Der dritte Mann nehmte sich locker auf seinem Stuhl zurück, die Beine lang ausgestreckt, einen Long Drink in der Hand, eine Zigarre zwischen die wurstigen Lippen geklemmt. Er hatte kurzgeschnittenes, grau miniertes Haar und lichtlose Augen schwarz wie Holzkohlen. Das ist Mr. Carbo, sagte Clara. Frankie Carbo? fragte Linda Gale. Ganz recht, freut mich, sie kennenzulernen, antwortete Carbo, ohne sich zu erheben. Er hatte eine nasale Sprechweise, vielleicht stammte er aus Brooklyn oder Rhode Island. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Ich habe sie bei einer Hoteleröffnung gesehen. Im Shamrock, stimmt, da war ich dabei. Linda Gale wollte nicht glauben, dass sie mit einem Mann plauderte, der als erhitzt vom Alkohol oder vom roten Glühen des Heizkörpers. Wollte er ihr irgendetwas signalisieren? Etwa, dass sie den Mund halten sollte? Drüben in L.A. macht man sich Sorgen um dich, sagte Jerry. Wir müssen den Zeitplan einhalten, Schätzchen. Die Filmindustrie vergibt alle Sünden, nur eine nicht. Man darf niemals das Geld anderer Leute verschwenden. Jetzt fallt doch nicht alle über Linda Gale hier, mischte Roy sich ein, in der Hand ein Julep Glas, voller Zerstoßen im vom Bourbon verdunkeltem Eis, verfeinert mit einem Minzzweig und in eine Stoffserviette eingeschlagen. Sein Gesicht wirkte aufgedunsen und fettig, als quälte er sich mit Hilfe starker Arzneimittel durch eine Krankheit und seine geschlossenen Knie neigten sich nicht zu Carbo, sondern in die entgegengesetzte Richtung. »Ich muss dir ein paar Fragen stellen, Roy«, sagte Linda Gale. Doch Roys Gespräch mit Jerry war noch nicht beendet. Wie immer war sein Kommentar vonnöten, um die Diskussion einzuordnen, den Gedankengang abzurunden, den Augenblick abzuschließen, als müsste er seine Unterschrift unter einen letzten Absatz setzen, der bis dahin frei in der Luft hängt. »Linda Gale ist ein nettes Mädchen, ihr habt sie doch alle nicht verdient«, sagte Roy und stand auf. »Setz dich, Linda Gale, kümmere dich nicht um die beiden.« »Zwei Polizisten haben Herschel beinah totgeprügelt«, sagte sie. »Dann haben sie ihn in den Kofferraum geworfen. Herschel hält es nicht aus, in engen Räumen eingesperrt zu sein. Als Baby wäre er fast an einer Gummidecke erstickt. Was für Polizisten? Einer der beiden hieß Slakley. Tut mir leid, da bitte setz dich. Nach einem kurzen Blick auf Clara sah Roy wieder Linda Gale an. »Sie sollten aufpassen, wie sie über die Polizei reden«, meinte Carbo. »Ein unvorsichtiges Wort und schon machen Gerüchte die Runde. In solchen Fällen informiert man seinen Anwalt und der regelt die Sache dann. Dazu wurden Anwälte doch erfunden. »Setz dich an den Heizkörper, Linda Gale«, sagte Roy. »Clara hat Eierpunsch gemacht.« »Ja, setzen Sie sich doch«, pflichtete Carbo ihm bei. »Ich habe gehört, Sie stehen bei Mr. Warner unter Vertrag? Benjamin hat gleich nebenan von Warner gewohnt. Benjamin hat in die Wüste Nevadas geschaut und ein Imperium erblickt. Wie nennt man solche Leute nochmal? Visionäre. Ich schätze, deswegen haben sie ihn erschossen. Vier Kugeln ins Gesicht. Eines seiner Augen ist auf dem Teppich gelandet. Linda Gales Knie wurden weich. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie Clara Weishard sich in aller Offenheit an ihrer Scham und ihrem Unbehagen weidete. »Ich sollte wohl langsam gehen«, sagte Linda Gale und wartete auf Roy's Reaktion. Ohne den Blick von ihrem Gesicht abzuwenden, trank er einen Schluck Julep. »Hast du's immer noch am liebsten, wenn's um den Knochen schön rot und saftig ist? Was? rief sie. Dein Stick, erwiderte Roy. Ich lege gleich noch eins auf den Grill. Ich bring dich zum Wagen, sagte Jerry. Danke, antwortete Linda Gale. Sie nahm seinen Arm. Die hohen Absätze ihrer Schuhe verhakten sich in den Kanten der Gehwegplatten, die Hitze einer Gasfackel fraß sich in ihre Wange. Einmal warf sie noch einen Blick auf Roy. Er wendete ein Steak auf dem Grill und beobachtete, wie das Fett auf den Kohlen verpuffte. Dann hob er die Augen und sah sie an. Grinsend richtete er den Zeigefinger auf Carbos Nacken und winkelte den Daumen an, Jerry hielt ihr die Fahrertür des Cadillacs auf. Clara Weishard hatte sich wieder ins Speisezimmer zurückgezogen und Carbo sprach mit Roy, der immer wieder durch das spitzenbewehrte Tor auf Linda Gay blickte. Was hat dieser Carbo hier zu suchen? fragte sie. An Frankie kommt keiner vorbei, der ins Boxgeschäft einsteigen will, sagte Jerry. Schon mal was von Sportwetten gehört? Hat das nicht irgendwie und ihr Geld waschen sie teilweise über die Filmindustrie? Die Filmvorführer und Bühnenarbeiter hat die Mafia schon in der Tasche. Denkst du etwa, Frankie wäre ein harter Kerl? Dann solltest du mal Charlie Luciano kennenlernen. Herschel wird vielleicht sterben und ich bin dafür verantwortlich. Hat Roy Jack Valentine umbringen lassen? Er kennt jedenfalls die richtigen Leute. Trotzdem bezweifle ich, dass Roy wegen einem wie Valentine so viel Aufwand betreiben würde. Aber im Ernst, wen interessiert das schon? Der eine lebt, der andere stirbt. Schaff deinen Mann nach Santa Monica und vergiss die Band in River Oaks. Glaub mir, bei Roy geht's keinen Deutsch schlimmer zu als in der Regierung. In Okinawa habe ich japanische Fischerboote unter Beschuss genommen, weil sie Funkgeräte an Bord hatten, Boote, sterben allein. Das hast du von Roy? Ja, weil er recht hat, sonst lag er in seinem Leben immer daneben, außer, als er sich in dich verguckt hat. Wie soll ich gegen diese Leute ankommen, Jerry? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du hast das Talent, die wollen es kaufen. Was folgern wir daraus? Du nimmst ihr Geld und lässt sie spüren, wie sehr du sie veracht ist. Sie haben es nicht anders verdient. Ich steige aus. Wo willst du aussteigen? Aus dem Film, sagte Linda Gale. Jerry wich einen Schritt zurück und drehte sie an den Schultern zur Seite, bis das Licht der Kutschenlampen auf ihr Gesicht fiel. Sieh mich an. Du hast mich schon richtig verstanden. Das darfst du nicht mal denken. Linda Gale wollte etwas erwidern, doch er »Du hast diese Worte nicht ausgesprochen. Niemand wirft einfach so Hunderttausende Dollar Studiogeld in die Müllverbrennung.« Linda Gale stieg in den Cadillac und startete den Motor. Jerry klammerte sich an den Türgriff und versuchte neben ihr herzulaufen, während er ununterbrochen gegen das Seitenfenster anredete. Er ließ erst los, als der Wagen gegen eine Pflanzvase am Tor prallte und über die Bordsteinkante auf die Straße häuperte. Eine Radkappe rollte über den Asphalt. Als ich aus dem Gefängnis auf die Straßen von Hustons Innenstadt entlassen wurde, wusste ich, wie es einem als Vagabund erging. Meine Jacke war fort, meine Kleidung verdreckt und zerrissen, mein Gesicht unrasiert. In meinem Haar klebte Blut. Eines meiner Augen war zu einem Schlitz zusammengeschwollen, meine Brieftasche war verschwunden und mein Wagen war zu einem Abschlepphof irgendwo bei Bormund gebracht worden. Unsere Feinde, wie sie auch heißen mochten, hatten ein Meisterstück an Elend vollbracht. Da keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen Rosita oder mich vorlagen, konnten wir auch nirgendwo Rechtsmittel einlegen. Rosita war in die Psychiatrie eines Bezirkskrankenhauses gesperrt worden, wo sie gegenwärtig als Nachsinnige zu sorgen und sollte jemand an Rositas Zustand zweifeln, waren genügend Belege aktenkundig. Ihr abnormes Verhalten, ihr Hang zu Abkapselung und Distanziertheit, ihre Verbindung zu kommunistischen Kreisen und die Tatsache, dass sie einem Polizeibeamten das Gesicht verbrüht hatte. War sie nicht in einem Vernichtungslager gewesen? Vielleicht war sie Opfer von Experimenten, die sie in den Wahnsinn getrieben hatten. Ich lief zum Büro und borgte mir bei meiner Sekretärin Geld für ein Taxi nach Hause in die Heights. Snowball, unser Hausmädchen und ihre Tochter waren ins hintere Zimmer eingezogen und hatten sich gut um Großvater gekümmert. Erst nachdem ich mich geduscht und rasiert, frische Kleidung angelegt und einen Eisbeutel auf meine geschwollenen niedergedrückt hatte, trat ich Großvater unter die Augen. »Wo ist Rosita?« fragte er. »Sie haben sie mitgenommen.« »Bitte?« Ich erzählte es ihm. »Dieser Fincher hat euch ans Messer geliefert?« »Sieht ganz danach aus. Ich glaube, mit mir geht's den Bach unter Großvater. »Rät nicht so. Das gefällt mir nicht.« Ich bin drauf und dran, Dalton Weishard anzurufen und ihm zu sagen, dass er unser Unternehmen zum Marktwert haben kann. »Die wollen nicht die Firma Ranz. Die wollen dich brechen. Spuck ihn ins Maul.« »Und Rosita?« Großvater nahm die Lesebrille ab und starrte auf die Wiese. Draußen war es hell und sonnig, als wollte das Wetter unsere Probleme verhöhnen. »Ich habe mein Leben von vorne bis hinten an die Wand gefahren«, sagte er. »Ich kann dir keine Ratschläge erteilen.« »Sollte bis auf die Bäume spritzen. Aber was habe ich jetzt davon? Keines meiner Kinder, auch deine Mutter nicht, konnte mir jemals verzeihen. Ich war ein brutaler Säufer.« »Kommst du zurecht, wenn ich eine Weile unterwegs bin?« Großvaters blassblaue, ungesund unterlaufene Augen sahen in die Ferne. »Ich wünschte, ich wäre jünger.« Mein Zorn und mein Gefühl der »Der Verdacht Lloyd Fincher könnte uns verraten haben, ließ sich nicht beweisen. Aber Finchers Verhalten hätte mich nicht überraschen sollen. Er hatte sein gesamtes Leben im Mittelmaß zugebracht. Ein Funktionär, dem nichts lieber war, als ein öffentliches Schuldeingeständnis, um dann rasch weiterzuziehen und anderswo die nächste Katastrophe heraufbeschwören zu können. Finchers Variante der Korruption war ein unverzichtbares Organ des Systems, dem er diente. Er war die Drüse, die verhinderte, dass die Infektion bis zum Gehirn des Ungeheuers vordrang und Dr. Frankensteins Kreatur zerstörte. Ich rief Boone Larsen, einen befreundeten Detektiv, an. Dieser befasste sich bereits genauer mit Hubert Timmons Slakley. Vom Überfall auf Herschel oder von der Attacke der selbsternannten Ordnungshüter auf Finchers Jagdhütter, sagte ich Boone nichts. Wenn man Lust hätte, unter vier Augen mit Slakley zu plaudern, wo wäre er anzutreffen? Zum Beispiel in seinem Apartment? Und sonst? Was spricht gegen sein Apartment? Er könnte Freunde oder Verwandte zu Besuch haben, und man will doch nicht stören. Hast du dir das auch gut überlegt, Weldon? Ich frage mich einfach, was ein Mann wie Slakley so in Du weißt doch, dass er früher bei der Sitte in Gerviston gearbeitet hat? Ja. Ich glaube, manchmal packt ihn die Sehnsucht nach den alten Zeiten. Ich stieg auf den Dachboden und öffnete die alte Armeekiste, in der ich viele Erinnerungen an meine Kindheitstage aufbewahrte. Verschiedene Taschenmesser, mein offizielles Pfadfinderhandbuch, meine Pfeilspitzensammlung, meinen Baseballhandschuh, drei Musketenkugeln, die ich mir aus einer abgestorbenen Pappe geschnitzt hatte, und einen Tomahawk mit einem kleinen Pfeifenkopf hinter dem Blatt und einem durch den Schaft gebohrten Luftkanal, sodass man ihn zum Rauchen benutzen konnte. Sobald es dunkel war, fuhr ich los. Zwanzig Meilen vor der Stadt besaß Slakely einen Wohnwagen aus glänzendem Blech, gleich neben einem Bayou, das sich in den San Jacinto River und mich dem Wohnwagen zu Fuß näherte, mit Handschuhen an den Händen, einem im Nacken zusammengeknoteten Halstuch vor Nase, Wangen und Mund und einem unförmigen, tief in die Stirn gezogenen Fedora auf dem Kopf, den Tomahawk locker in der rechten Hand. Vom Rand der Bäume aus sah ich den Wohnwagen, einen Pick-up und dahinter einen Geräteschuppen, ein Ölfass mit brennendem Abfall, das zuckende Funken in den Nebelspie, eine leuchtende Lampe an einem Pfosten über einem Bootshaus und schließlich die dunkle Silhouette eines alten Wasserturms. Durch mein kompaktes Fernglas konnte ich erkennen, dass Lately im Wohnwagen am Tisch saß und eine Flasche Pearl trank. Er unterhielt sich mit einem jungen Mädchen, das runde Schultern und schmale Hüften hatte und ein mit pinkfarbenen Herzen bedrucktes Unterkleid trug. Sie hockte mit ausdruckslosem Gesicht vor ihm. Als Lately den Finger hob, um einen Satz zu unterstreichen, blinzelte sie. Ich ging zum Geräteschuppen. Mit Fußtritten verteilte ich einen Stapel Zeitung auf dem Boden, übergoss das Papier mit einer Dose Farbverdünner, brach ein Streichholz aus dem Briefchen und entzündete es. Die Flammen erklommen die Wand und legten sich um ein zerschlagenes Fenster, wo der Luftzug das Feuer durch die Glasreste hinaus in die Kälte sog. Zurück in der Dunkelheit des Weides wartete ich ab. Ich sagte mir, dass ich keinen konkreten Plan verfolgte. Immerhin hatte ich die Luger zu Hause gelassen. Hätte ich mit Vorsatz gehandelt, hätte ich sie doch sicher am Mann getragen. Auf der Pistole war keine Seriennummer zu finden, niemand könnte die Besitzkette nachvollziehen und ob man einen Pfeifentomahawk als tödliche Waffe bezeichnen konnte, darüber ließ sie streiten. Man konnte ihn dazu verwenden, Fleisch zu schneiden oder Pimikan herzustellen oder auch als Friedenspfeife. Ich hatte mich für den größtmöglichen Spielraum und gegen jede Festlegung entschieden. Wenn man die Würfel wirft, wirft mir erschien das alles recht vernünftig. Schon nach kurzer Zeit erregte das Feuer Slakelys Aufmerksamkeit. Er kam aus der Seitentür des Wohnwagens ohne Hut, noch damit beschäftigt, sich den Regenmantel überzustreifen. Die Funken sprühten vom Ölfass bis hinüber zum Schuppen, weshalb Slakely sicherlich dachte, sie hätten den Brand ausgelöst. Er drehte den Gartenschlauch auf und löschte erst die Flammen innerhalb des Schuppens, bevor er das Ölfass flutete. Danach stellte er den Hahn wieder ab und ging in den Schuppen, um den Schaden zu begutachten. Slakely beugte sich vor, auf der Suche nach dem Brandherd, ohne sich bewusst zu sein, dass ich unmittelbar hinter ihm war. Er trat gegen die leere Farb für Dünner Dose. Dann entdeckte er mich. Trotz des schwachen Nichts sah ich, wie sich sein Mund öffnete und das Blut aus seinem Gesicht sagte. Wer sind Sie? fragte er. Ich starrte ihn an, ohne etwas zu erwidern, als verstieße nicht meine, sondern seine Anwesenheit gegen die Regeln. Sein Blick senkte sich auf den Tomahawk in meiner Hand. Vielleicht wissen Sie das nicht, aber ich bin Detective beim Houston Police Department. Geht's um das Mädchen? Die Kleine ist von zu Hause weggelaufen, ich wollte ihr helfen. Darum geht's doch, um das Mädchen. Das Regenwasser ließ Slakeleys Wangen schimmern, zerfranste Haare hafteten an seiner Kopfhaut, über streifenförmigen Schwielen, wo Rosita ihn verbrüht hatte. Ich beobachtete, wie er sich die Lippen befeuchtete und schluckte. Links an seinem Gürtel hing ein Holster mit einem kleinen vernickelten Revolver. Vielleicht ist ihn wohler, wenn wir das Mädchen herholen, sie wird ihn schon sagen, dass alles bestens ist. Hey, hören Sie mir überhaupt zu? Sind Sie taub? Hat man Ihnen den Kehlkopf rausgenommen? Ha, da kommt Floreyer. Es war ein armseliger Trick, der ihm aber vermutlich schon gute Dienste geleistet hatte. Tücke, Manipulation, Hinterlist, Grausamkeit und Angst, das war die Summe dessen, wer und was Slakley war. Damals schickten wir seinesgleichen oft als Abgesandte in schwarze Stadtviertel und wunderten uns später über den Hass der Schwarzen. Während sich meine Finger in den Hartholzgriff des Tomahawks gruben, hielt ich Slakley weiter mit dem Blick fest. Ich sah es schon kommen. Es? Es ist der eine Augenblick, in dem ein Feigling nicht mehr weiß, wohin mit seiner Angst, also wirft er sie in die Ewigkeit und überquert eine Grenze, hinter die es kein Zurück mehr gibt. Slakleys rechte Hand langte nach dem Revolver Griff. Mein erster Schlag traf ihn seitlich am Gesicht, riss einen riesigen Hautlappen vom Fleisch und ließ eines seiner Augen hervorquellen wie eine Murmel. Erneut schlug ich zu, diesmal irgendwo in seinen Nacken, dann auf seinen Kopf. Er beugte sich von über fast bis zum Boden, als hätte er bestialische Magenschmerzen. Die Sicht auf seine rechte Hand war mir versperrt, ich konnte also nicht erkennen, ob er den Revolver noch zu fassen bekommen hatte. Ich wusste nur, dass ich immer weiter zuschlug, dass der Axtkopf aufstieg und niederging, als hätte er einen eigenen Willen. Und ich wusste, dass wie Großvater es geschildert hatte, quer durch den Schuppen überall hin. Man sollte sich von niemandem einreden lassen, unser affenartiger Vorfahr würde sich nicht bester Gesundheit erfreuen, er wartet nur auf den rechten Moment für seine Wiederkehr. Als ich innehielt, herrschte Stille, lediglich gestört, vom klirrenden Rollen eines Kiefernzapfens auf dem Blechdach des Schuppens, von einem Signalhorn draußen auf dem Fluss, vom Kreischen einer Eule zwischen den Bäumen. Rückwärts schob ich mich ins Freie, nicht in der Lage, den Blick von meinem Werk abzuwenden. Blut tropfte vom Tomahawk auf die Erde. Ich drehte mich um und sah das junge Mädchen aus dem Wohnwagen vor mir. Sie starrte mich an, zitternd vor Kälte und zu verängstigt, um etwas zu sagen. Hab keine Angst, Flora, meinte ich. Woher wissen Sie, wie ich heiße? Er hat mir deinen Namen verraten, als er mich dazu bringen wollte, ihm den Rücken zuzukehren. Dir wird nichts passieren. Ist er tot? Ich bin mir nicht sicher, ist auch egal, es ist vorbei. Flora hatte eine Knollennase, Sommersprossen und kurzgeschnittenes kastanienbraunes Haar an den Enden Ich verrate niemandem was, sagte sie. Versprochen. Hat er dir wehgetan? Als Flora die Wange gegen das Licht des Wohnwagens neigte, sah ich die Striemen auf ihrer Haut. Und sonst? Was sonst? Was hat er dir sonst noch getan? Sie atmete schnaufend durch die Nase, die Lippen fest aufeinander gepresst. Ich hob Slakelys Revolver vom Boden des Schuppens auf und warf ihn durch das zerschlagene Fenster in den Schlamm. Dann zog ich seinen Geldbeutel aus seiner Gesäßtasche. Er enthielt etwa 60 Dollar. Ob Slakely tot war oder noch am Leben konnte ich nicht erkennen. Seine Augen waren geschlossen, sein Mund stand offen. An seinen Lippen klebte ein Stück Zahn. Ich nahm 20 Dollar aus meiner eigenen Brieftasche und gab sie samt Slakelys Geld dem Mädchen. Ich nehme jetzt das Halstuch ab. Das mache ich, weil ich nicht will, dass du dich vor mir fürchtest. Dieser Mann hat ein paar Menschen schweres Unrecht zugefügt. Menschen, die ich liebe, unter anderem meiner Frau. Kann sein, dass ich wegen diesem Mann meine Frau verlieren werde. Außerdem hat er versucht, seine Waffe zu ziehen und hätte er gekonnt, hätte er mich bestimmt getötet. Du kannst entweder hier bleiben oder mit mir zurück nach Houston fahren. Wenn du willst, setze ich dich beim Bahnhof ab oder bei den Bussen. Das würden sie tun? Ich schleuderte den Tomahawk fort. Er überschlug sich in der Luft und landete am Flussufer im Sumpf. Hast du einen Mantel dabei? Hat er mir weggenommen? Dann zieh die hierüber. Ich leg dir meine Jacke um die Schultern. In deiner Zukunft wartet so viel Schönes auf dich. Da würde ich drauf wetten. Ich wette, du bist eine tolle junge Frau. Das Schlechte liegt hinter dir. Das Gute kommt noch auf dich zu. So einfach ist das. Viermal versuchte ich, Rosita im Bezirkskrankenhaus zu besuchen. Man sagte mir, sie dürfe keinen Besuch Empfang. Sie befinde sich in einer Behandlungs- und Erholungsphase, bei gleichzeitiger Neueinstufung vor einer eventuellen Entlassung oder Verlegung. Einen Moment lang erwachte in mir eine frische Hoffnung, als würde jeden Moment ein schrecklicher Fehler korrigiert, als würde ich jeden Moment feststellen, dass unser Leben doch nicht von Verschwörern gelenkt wurde und das Problem tatsächlich allein in meiner Wahrnehmung lag. Da warf die Schwester einen neuerlichen Blick auf das Klemmbrett in ihrer Hand und zog die Stirn kraus. Tut mir leid, ich hab mich vertan, die endgültige Diagnose liegt vor, aber bisher wurde keine Entscheidung über die Behandlung gefällt. Sie müssen ein andermal wiederkommen, Ihre Frau ist bei uns in guten Händen. Jetzt hören Sie mal Sir, fiel sie mir ins Wort, Sie sollten jetzt lieber gehen. Als ich durch ein Glasfenster in einen Korridor spähte, meinte ich Rosita zu sehen, wie sie von zwei weißgewandeten Männern durch eine mit dicken Polstern wattierte Pforte geschafft wurde. Sie trug einen Kittel, der im Rücken locker zusammengebunden war, und Pantoffeln aus einer Art Pappe. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Abgesperrt. Ich schlug mit den Fäusten dagegen und wurde von zwei Polizisten in Uniform zum Eingang eskortiert. Was geschah mit Rosita? Ich ertrug es kaum darüber nachzudenken. Zwei Tage verging, ohne dass die Zeitungen meinen Überfall auf Hubert Slakley erwähnt hätten. Mein Anwalt war keine Hilfe mehr. Ich fragte mich, ob mir gerade eine Lektion über das Wesen der Macht erteilt wurde. Wer nicht nachgibt, wird zerquetscht. Slakley auseinander zu nehmen, war eine schwache Form der Wiedergutmachung. Meine Attacke auf ihn hatte Ähnlichkeit mit dem Erhängen der Menschenfeinde in Nürnberg. Sie hatten sich ihren Tod redlich verdient, aber sie waren bloß die Werkzeuge, nicht die Gestalter. Die Dirigenten der Nazi-Herrschaft gingen Stiften, manche verübten Selbstmord, doch wusste ich nicht, was für ein Mensch unter seiner Haut lebte. Ich schätze, ich wollte etwas in ihm sehen, das Roy Weishard schlicht nicht bieten konnte. Vielleicht lag das Problem also bei mir und nicht bei ihm. Es war Mittwoch, als ich morgens meine Schuhe aufpolierte, Anzug und Krawatte anlegte und mich zu Roy's Büro in der Nähe des Rice Hotel begab. Wie üblich schienen ihn die Ränkespiele und Widersprüche, die offenkundig über sein Leben weiteten kaum zu tangieren. Sein Gesicht leuchtete vor Gesundheit, jede einzelne Strähne saß perfekt, derselbe kräftiger Handschlag, derselbe klare Blick. Hat Linda Gale ihn von ihrer Begegnung mit Frankie Carbo erzählt? Ich glaube, das hat sie ein wenig verunsichert. Nein, davon weiß ich nichts. Linda Gale erstattet mir nicht eigenen Onkel Geschäfte macht. Wie bitte? Cody Holland ist doch ihr Onkel, oder? Der Mann, der ihnen das Startkapital für ihr Pipeline Unternehmen geliehen hat? Ja, mein Nacken kribbelte. Ihr Onkel veranstaltet Boxkämpfe. Wer im Boxgeschäft mitmischen will, braucht grünes Licht von Frankie Carbo. Kommen Sie, wir fahren auf einer Partie Handball in den Club. Was haben Sie da über meinen Onkel gesagt? Das sollte keine Beleidigung sein. Ihr Onkel ist ein kluger Geschäftsmann. Zeigen Sie mir einen einzigen Menschen, der keine Geldscheine anfasst, nur weil sie mit Keimen verseucht sind. Übrigens können Sie mir vielleicht weiterhelfen. Linda Gale redet davon, aus dem Film auszusteigen. Jack Warner liegt gerade mit der Grippe im Bett und die Produktion will er sowieso für einige Geld sprechen. Wenn sie aufhört, verliert das Studio ein Vermögen. Ich ließ mich auf einen lederbezogenen Stuhl am Fenster sinken, musterte Roy von unten herauf und fragte mich, was ich eigentlich erwartet hatte. Roy's Sorgen galten ausschließlich ihm selbst. In seiner Vorstellungswelt war die Erde ein drehbarer Blechglobus, den er kreisen lassen und beobachten und anhalten konnte, wie es ihm abzuschreiben, verblüffte er mich mit einem Satz, der mich wieder milde stimmte und veranlasste, mein vernichtendes Urteil zu revidieren. Wie geht's Hörsche? fragte er. Schlecht, antwortete ich. Ich wünschte, ich könnte das alles ungeschehen machen. In einer Sache haben sie mich nämlich immer missverstanden, Weldon. Ich verstehe sie generell nicht, kein bisschen. Sie sind wie Proteus, der gerne mit ihnen tauschen. Sie haben sich ihren Erfolg selbst erarbeitet, sie haben den Mumm, sich mit jedem Gassenschläger auf eine Bierglas Schlacht einzulassen und für einen Freund würden sie durchs Feuer gehen. Ich glaube, sie sind der einzige wirklich ehrenwerte Mann, den ich je gekannt habe. Sie müssen Rosita aus dem staatlichen Gewahrsam befreien, nicht nur aus der Psychiatrie, sie haben die nötigen Kontakte. Im Gegenzug können ihre Bekannten mein Pipeline Unternehmen haben. Sie können haben, was sie wollen. Sie überschätzen meinen Einfluss. Erzählen sie mir keine Märchen. Sie kennen Leute, die nur ihre Diners Club Karte vorzeigen müssen, um Guatemala aufzukaufen. Ja, aber diese Leute hören nicht auf mich, sondern auf meinen Vater. Wenn man so will, bin ich wie sie. Ich bin ein Mann, der mit einem Touristenvisum durchs eigene Land reist. Ohne den Namen meines Vaters und das Geld meiner Frau wäre ich ein Nichts. Das können sie ihrem Seelsorger erzählen. Sie immer mit ihrem Misstrauen Welden. Haben sie gelesen, was über diesen Slakley in der Zeitung stand? Über diesen Cop, der uns allen so viel Ärger gemacht hat? Nein, habe ich nicht, antwortete ich und sah Roy mit möglichst leerem Blick an. Habe es in der Post gefunden. Roy schlug die Morgenzeitung auf, die auf seinem Tisch lag. Irgendwer hat ihn mit einer Axt zerhackt. Wenn es einer verdient hatte, dann der, was? Hier, wollen sie es durchlesen? Kein Bedarf. Nein? Obwohl der Kerl die Vorwürfe gegen Rosita erst ins Rollen gebracht hat? Ich hoffe, er findet ein schönes schattiges Plätzchen. Hm, ihre sachliche Haltung imponiert mir, Weldon. Zu schade, dass der Mistkerl überlebt hat. Wie war das? Das Arschloch ist noch mal durchgekommen. Die Zeitung schreibt, dass es wahrscheinlich ein Raubüberfall war. Keine Verdächtigen. Roy hockte sich mit einem Oberschenkel auf die Tischecke und blickte auf mich herab. Stille Wasser sind tief. Wovon reden Sie? Von mir? Ich wusste von Anfang an, dass Sie es faustdick hinter den Ohren haben. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wissen Sie, wovon ich ungefähr jede dritte Nacht träume? Von damals, als ich abgetaucht bin, um mir meinen fünften Abschuss zu holen. Dann melden Sie sich doch im Marine Hospital und sprechen Sie mit dem Psychiater. Treten Sie einer Kirchengemeinde bei oder gründen Sie eine neue Religion? Wieso erzählen Sie mir immer wieder dieselbe alte Geschichte? Weil Sie ein reicher Mann sind, Weldon. Sie sind reich, weil ihre Albträume um die Untaten anderer kreisen, nicht um ihre eigenen. Sie führen ein Leben ohne Reue. Wer kann das schon von sich behaupten? Unser Leben schien uns aus den Händen zu gleiten, wie ein Filmstreifen, der von der Spule auf den Fußboden rutschte. Ich ging in Großvaters Zimmer und schloss die Tür hinter mir. Aus der Küche war zu hören, wie Snowball das Mittagessen zubereitete. »Bist aber früh zurück,« sagte Großvater. Er saß im Schaukelstuhl am Fenster und rauchte seine Pfeife im Flanellhemd mit Stiefeln und Stetzen, das Fenster weit hoch geschoben, obwohl draußen kühles Wetter herrschte und die Wärme so aus dem Zimmer entwich. Die Nachbarin, eine junge, kräftige Frau mit großem Brüsten und Oberarmen wie Schinkenkeulen hängte gerade die Wäsche auf. Ich schob das Fenster herunter. »Wie wär's, wenn du dir mal eine Herzensdame in deinem Alter suchst?« »Wer will denn bitte eine neunzig jährige Herzensdame?« Ich setzte mich auf Großvaters Bett. Er machte sein Bett jeden Morgen selbst. Die Steppdecke saß immer straff, das Kissen war stets in Form gebracht und am rechten Platz. Draußen lag helles Sonnenlicht auf den Bäumen und der Wiese, auf den Schultern und dem blonden Haar der Frau, die die feuchte Kleidung aus dem Wäschekorb ausschüttelte und mit Holzklammern an der Leine befestigte. »Ich fürchte, ich habe den falschen Rubikon überschritten«, sagte ich. »Wie meinen?« »Ich habe mich mit Hubert Slakely ausgetauscht.« »Aber nicht in seinem Büro oder auf der Straße? Du sprichst von einem ernsthafteren Meinungsaustausch?« »Ich war bei seinem Wohnwagen am San Jacinto River. Slakely hatte ein junges Mädchen bei sich, eine Ausreißerin. Er hatte schon seine Spuren an ihr hinterlassen. Großvater blickte konzentriert aus dem Fenster, beobachtete aber nicht die Nachbarin. »Was hattest du dabei?« »Einen Tomahawk.« »Das sollte reichen.« »Hats aber nicht.« »Zu schade. Wollte Slakely seine Waffe ziehen?« Ich nickte und sagte, »Woher wusstest du das?« »Sonst hättest du nicht zugeschlagen. Das könntest du nicht. Du denkst, du wärst dazu im Stande, aber das bildest du dir nur ein. Warum haben wir noch keine Kopse im Haus?« Ich hatte mir ein Haltstuch vors Gesicht gebunden und ich habe kein Wort gesagt. Das Mädchen habe ich dann beim Busbahnhof abgesetzt. Damit sollte der Fall erledigt sein. Ich habe ihn übel zugerichtet, Großvater. Ich wollte ihn umbringen. Hättest du ihn umbringen wollen, wäre er jetzt tot. Du taugst einfach nicht zum Mörder Ranz, also hör endlich auf, dir irgendwas einzureden. Und hör auf, dir, wegen einem Typen wie Slakely, der sowieso nur besseren Menschen den Sauerstoff wegatmet, das Hirn zu zermatern. Immer machen sich die falschen Leute tausend Gedanken. Die, die das wahre Problem sind, machen sich grundsätzlich nie Gedanken. Großvater hätte Exorzist werden sollen. Ich hab noch was auf dem Herzen, meinte ich. Alles andere hätte mich auch schwer gewundert, erwiderte er. Hast du schon mal Geister oder Trugbilder gesehen, wirklich mit eigenen Augen gesehen? Du meinst, wie ein Hitzeflimmern am Horizont? Du erinnerst dich doch an den geklauten Wagen, den Bonnie und Clyde gefahren haben, in den ich dann die Kugel gejagt habe? Das war ein 1932er Confederate. Ich habe ihn wieder gesehen, nicht nur einmal, zweimal schon. Von denen sind wahrscheinlich noch eine Menge auf den Straßen. Ich glaube, du solltest den Gedanken zu den Akten legen und mal eine Weile dein Hirn ausschalten. Zuerst habe ich ihn an einer Tankstelle gesehen, kurz bevor mir mein ehemaliger befehlshabender Offizier den Schlüssel zu seiner Jagdhütte gegeben hat. Dann habe ich ihn bei der Hütte selbst gesehen, bevor Rosita von den Möchtegern Sheriffs verschleppt wurde. In dem Wagen saßen vier Personen, aber sie sahen aus wie Pappaufsteller, als wären sie nicht am Leben. Noch immer blickte Großvater unverwandt in den Garten. Seit einiger Zeit sehe ich regelmäßig Gespenster. Gleich da drüben sind welche am Rand des Schattens. Wenn du dich schnell umdrehst, ganz schnell, siehst du sie auch, aber mit derartigen Dingen halte ich mich ungern länger auf. Mit starfen Gliedern stemmte er sich aus dem Schaukelstuhl, nahm sein Stetzen ab und ließ ihn mit der Krone nach unten aufs Bett segeln. Als ihm eine weiße Strähne über das Auge fiel, sah er aus wie ein kleiner Junge. Du siehst sie auch jetzt? fragte ich, da draußen? Kümmere dich nicht um mich, hör bloß nicht auf mein Gefase, lass uns lieber nachschauen, was Snowball zum Mittagessen gemacht hat. Linda Gale hörte, wie irgendetwas durch den Briefschlitz geschoben wurde und geräuschvoll auf dem Boden landete. Es war eine Pappversandtasche ohne Absender. Darin befand sich ein brauner Umschlag mit vier einzelnen Portrait Aufnahmen verschiedener Frauen, vier hellhäutige Frauen im Kittel mit offenem Mund und zerzaustem Haar, die Augen erstarrt in einer ureigenen Vision der Verzweiflung, die sie niemals mit anderen teilen könnten, die Köpfe geneigt, als gäbe es keinen Grund, sie noch aufrecht zu halten. Darüber hinaus enthielt der Umschlag ein Blatt Papier mit den getippten Worten »An geistig verwirrten Menschen vollbringt die Wissenschaft der Medizin heutzutage wahre Wunder. Wir hoffen, ihrer Freundin geht es besser.« Linda Gale fuhr zu Roy's Büro und ging hinein. »Bitte sagen Sie Mr. Weishard, dass Linda Gale hier ist,« begrüßte sie die Vorzimmerdame. »Mr. Weishard telefoniert momentan, Linda Gale an ihr vorbei und schloss Roy's Bürotür hinter sich. Sie drehte den Umschlag auf den Kopf und ließ die Fotografien und das Blatt mit den getippten Worten auf den Schreibtisch rieseln. »Schau dir das an!« sagte Linda Gale. Roy hatte den Telefonhörer am Ohr. »Ich rufe Sie zurück, Senator!« meinte er und legte den Hörer auf die Gabel. »Woher hast du die?« »Vom Postboten! Lies den Zettel!« »Was sind das für Frauen?« »Könntest du jetzt bitte den Zettel lesen?« Als Roy das Papier von der Schreibunterlage pflückte, fiel ein Sonnenstrahl durch das Fenster und verlieh seinen Augenbrauen einen bronzenen Schimmer. Auf seinem Gesicht war kaum eine Falte zu entdecken. »Bei diesen Frauen wurde eine Formation über den Eingriff geben lassen. Die schieben einem eine Stahlnadel unter dem Augenlid durch ins Gehirn. Woher willst du wissen, dass es eine Lobotomie war? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat man ihnen auch Stromstege verabreicht. Wäre das so viel besser? Das sind alles Methoden aus dem Mittelalter. Weiß Welden von den Fotos? fragte Roy. Ich fahr gleich zu ihm. Nein, ich denke, ich bleibe lieber hier. Welden hat mich vorhin schon besucht. Er weiß, dass ich tue, was in meiner Macht steht, um Rosita zu helfen. Aber weder ihm noch dir ist klar, dass Rosita die Leute in eine politisch heikle Lage gebracht hat. Als du reingekommen bist, habe ich gerade mit einem Senator aus Washington gesprochen. Linda Gale betrachtete ihn Wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, nicht mit irgendwelchen Wunschvorstellungen. Ob es nun stimmt oder nicht, Rosita wurde als Kommunistin klassifiziert und kein Politiker, erst recht nicht bei uns in Texas, wird seine Karriere auf Spiel setzen, um einem mutmaßlichen Mitglied der kommunistischen Partei aus der Patsche zu helfen. Mit welchem Senator hast du gesprochen? Das ist doch unwichtig. Ich fürchte, Rosita was du willst, du liegst trotzdem falsch. Ich glaube, ich habe dich durchschaut, meinte sie. Du willst ein Held sein, aber deine Heldentaten müssen sich in aller Öffentlichkeit abspielen. Du suchst immer deinen persönlichen Gewinn. Wenn für dich nichts rausspringt, gehst du auch kein Risiko ein. Ihre Worte zeigten keine Wirkung. Diese Fotos und diese Botschaft sind das Werk eines elendig unglücklichen Menschen. Die Leute, die Weldon vernichten wollen, machen keiner halben Sachen, denen fließt Eiswasser in den Adern. Wenn die beschließen zu handeln, wirst du es merken, die schicken keine Vorwarnung. Eine unschuldige und rundum gesunde Frau wurde in die Irrenanstalt gesperrt. Das sind also halbe Sachen? Die Leute, von denen ich spreche, wären in der Lage, den Präsidenten der Vereinigten Staaten umzubringen. Ich habe mitbekommen, wie sie sich darüber unterhalten haben. Ich glaub dir kein Wort. Deine Unschuld ist deine größte Tugend, Linda Gale. Das wusste ich schon bei unserer ersten Begegnung. Schon damals wusste ich, dass deine Unschuld am Ende über deinen Ehrgeiz triumphieren würde, auch wenn du immer mal wieder den Versuchungen des Ruhms erlegen bist. Deshalb habe ich mich in dich verliebt. Und das hat auch Jack Valentine in dir gesehen, als du damals auf die Terrasse des Gemischtwarenladens getreten bist. Jack war ein Schwein, aber er hatte das perfekte Auge für Talente. Im Zug wurde ich mal von zwei Reportern gefragt, ob ich wüsste, dass Rosita eine Kommunistin ist. Ich habe gesagt, wenn ich einen Verdacht hätte, würde ich Rosita melden. Wie denkst du jetzt von mir? Du brichst mir das Herz, das denke ich, und nichts anderes. Roy setzte sich hinter den Schreibtisch und starrte auf die Fotografien, hörbar durch die Nase atmend, die Daumen an die Schläfen gepresst. Dann sammelte er die Bilder und das Papier ein, stopfte sie in den Umschlag und reichte ihn Linda Mein Vater hat das Zimmer verlassen. Weißt du, wo mein Wort wirklich etwas gilt? Bei den Jungs aus Hollywood, aber nur, weil die meisten davon nicht allzu helle sind, und dann noch bei Frankie Carbos Bande. Mit denen macht jeder Geschäfte, aber ich bin der Einzige, der sogar mit ihnen zu Abend ist. In diesem Augenblick wurde Linda gel bewusst, dass sie vermutlich noch viele Veränderungen, vielleicht sogar dramatische Metamorphosen durchmachen würde, bis ihre Reise schließlich im Grab endete. Die Gesetze des Wandels waren wie der Wind, der eine Wetterfahne herumschwenken lässt, und aller Wahrscheinlichkeit nach würden sie auch von Linda Gale ihren Tribut fordern oder ihr unverhoffte Gaben gewähren. Ihre Karriere würde scheitern oder gelingen, das Alter würde ihre Schönheit stehlen, ihr aber vielleicht ein gewisses Maß an Weisheit verleihen. Vielleicht würde sie sich scheiden lassen oder erneut heiraten, oder aber bei Herschel bleiben oder ihre restlichen Tage als alleinstehende Frau verleben. Eines Tages würde sie sich womöglich an gigantischen Reichtümern erfreuen, die alle Gefährten ihrer Kindheit vor Neid erblassen ließen. Doch einer Sache war sie sich hundertprozentig sicher. Sie würde sich nie vollständig von Roy Weisard lösen und nie begreifen, wie sie selig in den Armen eines Mannes hatte schlafen können, der mehr Gespenst war als Fleisch und Blut. Ebenso wenig würde sie je über die große Tragik ihres Geliebten hinwegkommen, seine absolute Blindheit gegenüber der Freude, die er anderen hätte schenken können. Wer stand am Ende also als größerer Verlierer da? Diese Frage wollte Linda Gale nicht beantworten. Sicher ist, dass die Sterblichkeit sich in vielerlei Gestalt manifestiert. Doch dasselbe gilt für die außerordentliche Widerstandskraft der menschlichen Natur und diese zeigt sich teils in einer Weise, die man leicht übersieht. Als Linda Gale den Cadillac in unserer Einfahrt steuerte, saß Herschel auf dem Beifahrersitz. Ich ging vor die Tür, um die beiden zu begrüßen, und Herschel kurbelte das Fenster herunter. »Wie steht's, Lieutenant?« sagte er. Ich wusste, dass sie mich nicht aus heiterem Anlass besuchten. Wir befanden uns in einer Lage, der man beim besten Willen keinen fröhlichen Anstrich hatte. Meine Gäste folgten mir ins Wohnzimmer und zeigten mir die Fotografien und die getippte Botschaft, die Linda Gale in der Post gefunden hatte. »Was glauben Sie, wer die Bilder geschickt hat?« fragte ich. »Ich habe sie Roy gezeigt,« antwortete Linda Gale. Er meinte, sie kommen von einer elendig unglücklichen Person. Zum Beispiel von seiner Frau. Herschel, der noch immer Tag, ein Tag, der sehnsüchtige Erinnerungen an den tiefen Süden weckte. »Sie haben vergessen, im Herbst ihre Pekernüsse einzusammeln. Bin ich dazu gekommen?« erwiderte ich. »Erinnern Sie sich an damals in den Ardennen, als ich wegen Steinberg rumgejammert habe, dass er ein Jude ist und auf Patrouille immer das große Zittern kriegt? Nur undeutlich. Doch, doch, Sie erinnern sich. Sie haben gesagt, dass ich mich mal zusammenreißen soll, und dann wollten sie wissen, wie wir zu Hause Weihnachten verbringen. Ich habe ihnen erzählt, dass wir draußen auf der Veranda Pekernüsse knacken und dass meine Mutter Früchte Brot backt und mein Daddy Eierpunsch macht, aber mit gutem Whisky drin, nicht mit schwarz gebranntem und dass wir Eichhörnchen jagen gehen mit einem Farbigen, der auch auf unserem Pachtland arbeitet. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich lächelte, sagte aber nichts. Die Pekernussbäume und Eichen in ihrem Garten sehen aus wie in Louisiana zu dieser Jahreszeit, meinte Hörschel. Sie haben so etwas Weiches an sich wie auf einer alten Postkarte, als wären wir plötzlich wieder Kinder. Stimmt doch, Linda Gale? Ja, stimmt, antwortete sie. Schauen Sie sich die Fotos nicht noch länger an, sagte Hörschel. Die Fotos sollen uns nur wehtun und die Freude müssen wir denen nicht machen. Da haben Sie wohl recht. Ich schob die Fotos und den Zettel zurück in den Umschlag. Hätten Sie was dagegen, wenn ich in den Garten gehe und ein paar Pekernüsse aufsammle? fragte Hörschel. Nur zu, sagte ich. Wir gingen gleich zu dritt raus. Nachdem ich einen Karton Eierpunsch aus dem Kühlschrank geholt hatte, setzten wir uns auf die Verandastufen in die Sonne, knackten mit einer Zange Pekernüsse, zupften die Kerne aus der Schale und verspeisten sie, reichten den Eierpunsch hin und her und tranken ihn direkt aus der Packung. Was soll ich mit den Fotos und dem Zettel anstellen werden? fragte Linda Gale. Werfen sie sie ins Feuer. Nach Hörschels und Linda Gales Abschied fuhr ich erneut zur Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses, wo Rosita festgehalten wurde. Man sagte mir, dass sie ins Sanatorium von Wichita Forz verlegt worden sei. Zurück zu Hause besuchte ich Großvater auf seinem Zimmer. Ich muss für ein paar Tage verschwinden. Wohin? sagte er. Ich klärte ihn auf. Da werden Lobotomien durchgeführt? fragte er. In derselben Anstalt hätten sie wahrscheinlich Mutter einer Elektroschocktherapie unterzogen, hätten wir sie nicht rechtzeitig nach Hause geholt. In Großvaters Augen beobachtete ich ein schmerzhaftes Flackern. Was willst du mit der Luga? sagte er. Darüber bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Nimm mich doch mit. Auf einen Kreis hören sie vielleicht. Das ist der einzige Vorteil, den man als alter Knacker hat. Man kann die Leute anschreien, wie man will, und die anderen können sich nicht mal darüber beschweren. Wir beide wussten, wie töricht seine Worte waren und wie viel Hoffnungslosigkeit aus ihnen sprach. Ich rief einen lokalen Flugdienst in Tomball an und buchte einen Piloten für einen Flug nach Wichita Falls. Schon beinahe aus der Tür, den Koffer in der Hand, in den ich Kleidung für mich und auch für Rosita gepackt hatte, sah ich Roy Weishards Metallic Grauen Packard unsere Straße herunterfahren. Ich platzierte den Koffer hinter dem Türpfosten, wo Roy ihn nicht sehen würde, und wartete unter dem Veranda Licht. Es war eine kalte schwarze Nacht voller Sterne, die den Himmel erfüllten wie ein Schneeschauer. Innerlich hin- und hergerissen beobachtete ich, wie Roy in die Einfahrt einbog. Ich hatte jedes Recht, ihm eine Abfuhr zu erteilen. Ich hatte sein Gerede satt, seine Byronschen Allüren, seine künstlich geschaffene Aura des Märtyrers. Ich fragte mich, ob er irgendeine Vorstellung von dem Leid Besaß, dass er Herschel zugefügt hatte oder von der Liebe, die Herschel für Linda Gale empfand. Ich fragte mich, ob er wenigstens ansatzweise begriff, was für ein tapferer, bescheidener und anständiger Mann Herschel Pein war. Ich fragte mich, ob Roy nicht immer nur an einen einzigen Menschen dachte, an Roy. Ich trat von der Veranda und kam ihm bis zur Mitte Versandtasche, eingewickelt in schwarzes Seidenpapier und geschmückt von einer silbernen Schleife. Rosita wurde nach Wichita forts verlegt. Ich glaube, Ihre Freunde wollen Rositas Gehirn physisch zerstören. Das sind nicht meine Freunde, Kumpel. Sie stammen aus denselben Kreisen, sind Mitglieder derselben Clubs, haben dieselben Schulen besucht. Sie haben es zur persönlichen Religion erhoben, jede Verbindung zu einer Welt abzustreiten, der sie alles zu verdanken haben. Tatsächlich gehören sie zu den Messdienern dieser Welt. Sie verletzen mich zutiefst. Sie werden es schon überleben. Ich bin hier, weil ich sie um einen Gefallen bitten muss. Wenn sie Linda Gale unter vier Augen sehen, geben sie ihr dieses Geschenk. Es ist meine Art, Adieu zu sagen. Ich von I Can't Get Started With You. Sie liebt diesen Song. Die Schallplatte hatten sie doch ihrer Frau geschenkt. Das hat sie mir erzählt. Wundert mich, dass sie sich noch daran erinnert. Ich werde Ihnen jetzt einen schönen Abend wünschen. Alles Gute für die Zukunft, Roy. Ich glaube nicht, dass wir noch einmal Kontakt haben werden. Habe ich sie enttäuscht, Welden? Als könnte ich mir ein Urteil erlauben. Doch Roy hatte sich noch nie ohne weiteres abwimmeln lassen. Er ging zu Veranda und lehnte Linda Gates Geschenk an die unterste Stufe. Sie sind eine Wucht, Welden. Bring sie die Kerle zum Wimmern. Wenn das nicht der Wahlspruch ihres Vaters ist. In manchen Dingen hat der alte Mann eben doch recht, erwiderte Roy. Übrigens, falls sie noch keine Zeitung gelesen haben, Lloyd Fincher ist in seiner Garage an einer Kohlenmonoxid Vergiftung gestorben. Ein schwerer Verlust. Jede zweite Hure in San Antonio findet keine Arbeit mehr. Am frühen Donnerstag Vormittag fuhr Linda Gale zu einem Fotografiegeschäft in der Innenstadt und ließ mehrere Kopien der getippten Botschaft und der Porträtfotos der vier Anstalts Insassinnen anfertigen. Danach fuhr sie zum Postamt und schickte zwei braune Versandtaschen per Luftpost nach Los Angeles. Als sie nach Hause zurückkehrte, arbeitete Herschel im Garten, um die Schäden auszubessern, die er am St. Augustine Gras und an den Blumenbeeten eine Tasse Kaffee, ehe sie die Nummer der Weisharts wählte. Ein Hausmädchen ging ans Telefon. Könnte ich bitte Mrs. Weishart sprechen? fragte Linda Gay. Mrs. Weishart hält gerade ein Nickerchen, Ma'am. Hier spricht Mrs. Pine. Wecken Sie Mrs. Weishart bitte. Sie mag es nicht, wenn man sie aufweckt, Ma'am. Ich melde mich wegen Mrs. Weisharts Auftritt bei der Versammlung der Daughters of the American Revolution. Es ist wichtig. Ich schau mal bei ihr rein, bin gleich zurück. Zwei Minuten lang starrte Linda Gayle aus dem Fenster und wartete. Als Herschel sie entdeckte, winkte er. Linda Gayle hörte, wie ein zweiter Hörer abgenommen wurde, ja regelrecht von der Gabel gekratzt wurde. Was wollen Sie, Mrs. Pine? Ich habe die Fotos und die Welche Fotos? Die Fotos der vier Frauen, die am Gehirn operiert wurden. Herschel und ich haben sie Weldon und auch Roy gezeigt. Aber das wollten sie doch so nicht, war? Ich habe keine Ahnung, wovon sie sprechen. Sie haben mir die Fotos nicht geschickt? Wie käme ich dazu, ihnen irgendwelche Fotos zu schicken? Sie und mich verbindet nichts, Mrs. Pine. Wir stehen in keiner Beziehung zueinander. Ja, sie haben mit meinem Gatten geschlafen, aber sie glauben deshalb doch nicht, sie wüssten irgendetwas über mich und mein Leben. Sie sollten einen Psychiater aufsuchen. Ich dachte, es wäre nur fair, sie zu informieren, dass sie demnächst einige Anrufe erhalten werden. Die Presse wird ihnen in nächster Zeit beträchtliche Aufmerksamkeit widmen, aber nicht in einer Form, die den Ich habe die Fotos und die Nachricht per Eizustellung an Luella Parsons und Hedda Hopper geschickt. Wieso sollten sich die beiden für Fotos von Geistes gestörten interessieren? Wie mir scheint, leiden sie unter einer ernsthaften Behinderung. Es ist mir ein Rätsel, wie Roy sich auf ein Techtel Mächtel mit ihnen einlassen konnte. Gewöhnlich fliegt er auf die Inseln und sucht sich dort irgendein spanisch stämmiges Mädchen. Außerdem habe ich eine Erklärung über meine Laison mit Roy beigefügt, eine möglichst detaillierte Schilderung, in der unter anderem die Schauplätze unserer Rendezvous aufgeführt sind, unten in Mexiko oder im Shamrock Hotel, wo und wann es sich einrichten ließ, vor Linda Gell fort. Dabei lasse ich möglichst viele bekannte Namen aus Hollywood fallen. Ich erwähne, dass Frankie Carbo in ihrem Haus zu Gast war und ich erkläre Luella und Heather, welche Vergeltungsmaßnahmen sie ergriffen haben, um Rache für die anhaltende Untreue ihres Gatten zu üben. Kurz gesagt, ich wollte den beiden begreiflich machen, was für eine bösartige, gehässige und judenfeindliche Hexe sie sind. Mich können sie mit Fug und Recht verachten, aber was Rosita Holland Als am Donnerstagmorgen die Sonne aufging, erwachte ich in der vierten Etage eines Backsteinhotels in Wichita Falls. Vom Fenster aus konnte ich den Drugstore unten an der Straße sehen, samt der Coca-Cola Reklame, die wie ein riesiger roter Knopf über dem Eingang hing. Daneben sah ich ein Diner, ein Büro der Western Union, einen Billigladen und etwas weiter entfernt eine Autowerkstatt, deren Werbeschild verkündete, wir reparieren ihren Platten. Jedes Detail dieser Aussicht stand gewissermaßen sinnbildlich für die Moderne, aber auch für die Tradition, oder es handelte sich schlicht um ein Echo der Zwanziger Jahre, der Dekade unserer Geschichte, die wohl die größte prototypische Gültigkeit beanspruchen kann, einer Zeit, die uns seither mit Nostalgie erfüllt. Ich blickte hinab auf das Amerika, in dem wir alle aufgewachsen für das wir alle kämpften. Nun kreisten meine Gedanken nur noch darum, aus diesem Land zu fliehen, mit meiner Frau zu fliehen, wie auch immer wir das bewerkstelligen sollten. Ein eigenartiges Gefühl. Ich hatte 8000 Dollar in bar, die Kleidungsstücke in meinem Koffer, die Luger samt einer Schachtel Patronen und keinen Wagen. Ich hatte auch keine Strategie. Der Pilot, der mich Verfügung stehen werde, ob ich dann nach Houston zurückkehren wollte. Nein, hatte ich geantwortet, vermutlich nicht. Ich hatte nicht erwähnt, dass ich bei meinem Abschied aus Widgeta Forts in Begleitung und wahrscheinlich in großer Eile sein würde. Nach Mexiko zu gelangen überlegte ich, sollte kein Problem sein. Noch immer führten staubige Straßen zu Holzbrücken über den Rio Grande, die beiderseits von gleichgültigen Grenzschützern flankiert wurden. Die mexikanische Regierung unternahm keine Versuche, den steten Strom der Gringo Dollars in die gewaltige Kultur aus Prostitution, Rauschgift, Pornografie und Polizeikorruption am langgestreckten Nordrand des Landes einzudämmen. Und die Illegalen, die wir Wetbags nannten und die den Fluss regelmäßig in die eine oder andere Richtung überquerten, waren ein beliebter Quell billiger Arbeitskraft, seit der Vertrag von Guadalupe Hidalgo die Landesganze nach Süden verlegt hatte. Die Herausforderung war, den Bundesstaat zu verlassen, ohne festgenommen zu werden. Ich blickte nach Westen. Dort stiegen orangefarbene Staubwolken in den Himmel, die mich an das Jahr 1934 erinnerten, als ich einen Wassereimer, einen Hammer, eine Nageltasche und eine Kiste Leinensäcke mithilfe eines Seils auf das Dach unserer Ranch gehievt und begonnen hatte, das Haus gegen ein Gewitter scheinbar biblischer Ausmaße zu befestigen. Obwohl die Temperatur nahe dem Gefrierpunkt war, öffnete ich das Hotelfenster, hakte das Fliegengitter aus, ließ es aufschwingen und steckte den Kopf ins Freie. Vom Asphalt drang der morgendliche Stadtlärm empor, doch es war vielmehr der Wind, der den Moment prägte, ein Wind aus Westen, eine kalte, harte, scharfkantige Brise, duftend nach einer Landschaft, in deren Flussbetten sich noch Spuren von Dinosauriern fanden. Ich spürte, wie sich meine Gesichtshaut in der beißenden Kälte zusammenzog, wie meine Augen feucht wurden. Einerseits empfand ich Angst, andererseits aber auch Hoffnung, Ufern, die irgendwo da draußen auf uns warteten, um vielleicht in Amerikas Vergangenheit den sicheren Hafen zu finden, den es in seiner Gegenwart nicht gab. Ich schloss das Fenster, putzte mir die Zähne und rasierte mich, setzte mich mit meinem Notizbuch an den schmalen Schreibtisch und versuchte meine Gedanken zu ordnen. Ein einziges Thema erforderte meine Aufmerksamkeit. Ich musste Rosita aus der Anstalt holen, ich musste sie vor Funktionären retten, die aufrichtig glaubten, sie könnten anderen Menschen helfen, indem sie ihre Gehirnzellen vernichteten. Wie sollte mir hier gelingen, was in Houston missglückt war? Ich hatte die Luger dabei, die ich einem deutschen Offizier abgenommen hatte, den wir aus dem Keller eines von einer Phosphorbombe getroffenen Gebäudes gezogen hatten. Seine Haut war buchstäblich am Skelett verkocht, seine Gesichtszüge hatten sich aufgelöst, selbst seine Finger waren verbrannt. Von seinem Gesicht waren nur die Augen geblieben, die hilflos aus all dem Schmerz hervorstarrten. Auch die Morphindosis, die ihm unser Sanitäter mehr schlecht als recht in den Arm spritzte, brachte nichts mehr. Der deutsche Offizier bat mich, ihn zu erschießen. Ich wollte nicht. Als wir weiter mussten, war er noch am Leben. Jetzt zog ich in Erwägung mit seiner Luger, mit der ich damals das Leid eines Menschen hätte verkürzen können, einen Pfleger, eine Krankenschwester oder einen unterbezahlten Sicherheitsbeamten zu erschießen oder einen Mann, Hausmeisterdienste versah, einen Passanten, einen Hilfssheriff mit Pfirsichpflaum auf den Wangen. In mein Notizbuch schrieb ich, Guten Morgen, Gott, gerade könnten wir wirklich deine Hilfe gebrauchen. Bitte führe uns wohlbehalten über den Jordan, und wenn das nicht klappt, bring uns wenigstens raus aus Texas. Ich schlüpfte in eine Kakihose, setzte mir eine Sonnenbrille auf, zog eine Krawatte, meine Lederjacke und halbhohe Stiefel an und nahm ein Taxi zur Anstalt, in der Hand ein Klemmbrett, in der Hemdtasche zwei Füllfederhalter und einen Druckbleistift. Der Taxifahrer erklärte mir, unter den Stadtbewohnern werde die Anstalt White Sanitarium genannt, weniger wegen ihrer grau-weißen Mauern als wegen ihres ersten Direktors Dr. White. Das Sanatorium lag auf einer Anhöhe, ein zweistöckiges Gebäude mit Ziegeldach, dessen Baustil an die Highschools denken ließ, die in den Unterschied, dass das Gebäude überhaupt nicht nach einer Highschool aussah. Der Architektur fehlte jedes dekorative Element, jede Eleganz und Auflockerung. Es war ein nüchterner Zweckbau mit einem trockengelegten, von einem Netz aus Wärmerissen durchzogenen Brunnen in der Einfahrt. Selbst der einsame Baum an einer der Mauern war kahl wie eine Klaue. »Besuchen Sie jemanden aus der Familie?« fragte der Patientinnen kann mir vielleicht erzählen, wie es mit ihnen weitergegangen ist. »Dann sind Sie hier an der richtigen Stelle?« »Ach ja?« fragte ich. »Die Mitarbeiter hier sind gute Leute, ist richtig beliebt in Wichita Falls, die Anstalt. Könnten Sie einmal hinten um das Gebäude herumfahren? Wird es mir gerne von außen anschauen. Tut mir leid, da hinten braucht man eine Erlaubnis. Warum das?« Er studierte mich im Rückspiegel. »Schätze, die wollen nicht, dass die Patienten sich verlaufen oder zu irgendwem ins Auto steigen. Woher kommen sie eigentlich?« Der Fahrer setzte mich vor dem Gebäude ab. Ein guter Schwindler war ich noch nie, wie die meisten Menschen aus dem Süden der USA. Man kann der Kultur der Südstaaten vieles vorwerfen, aber Verlogenheit wird dort unten seit jeher als verabscheuungswürdiger Charakterzug angeprangert. Man achte nur darauf, wie häufig Südstaatler einander beiläufig als verdammter Hurensohn beschimpfen, ohne dem Gegenüber mindestens übelgesinnt zu sein. Doch bezeichnet dieselbe Person einen anderen als verlogenen Hurensohn, meint sie es ganz offensichtlich ernst. Eben hatte ich den Taxifahrer belogen und im Laufe des Tages müsste ich noch viele weitere Lügen erzählen. Ich wusste nicht, ob ich dieser Aufgabe gewachsen sein würde. In der Army lernt man einen Kniff, den man nie wieder vergisst. In jeder Einheit gibt es einen, der Smith oder Jones oder Brown heißt. Die Lady hinter der Theke hieß Leona Penbrook, eine massige, gut gelaunte Frau mit breiten Händen und Wulsten aus Babyspeck unter dem Kinn, die ein pinkfarbenes Kostüm und eine weiße Kunstseidenbluse trug, mit Rüschen, die aus den Ärmeln hervorwuchsen wie Blüten. Ihr freundliches Lächeln, ihr Parfum, ihre heitere Ausstrahlung und ihre natürliche Aura des Wohlwollens ohne jeden Hintergedanken ergaben ein angenehmes und ungekünsteltes Wesen, wie man es sich bei jedem Menschen wünschen würde. Oder, um es in einem Wort zusammenzufassen, Leona Penbrook war eine herzerfrischende Erscheinung. Dieser Lady erzählte ich dieselbe Geschichte wie dem Taxifahrer, begleitet von einer quälenden Anspannung hinter den Augen, ähnlich einem bis zum Anschlag gedehnten Gummiband. Also arbeiten Sie als eine Art Detektiv für einen Flüchtlingsverein? fragte sie. Wenn man so will, eigentlich habe ich einen Abschluss in Geschichte von der A&M, antwortete ich. Ich wollte immer als Anthropologe arbeiten. Hört Das Büro des Governors hatte mich angerufen, meinte ich. Ich glaube, er hatte mit einem Mr. Smith gesprochen und mit einem Mr. Jones oder Johnson. Ja, einen Mr. Jones gibt es hier, aber der ist gerade im Urlaub. Wie war noch mal ihr Name? Mallory. Ich müsste mich nur ein paar Minuten mit Mrs. Holland unterhalten. Mrs. Holland steht unter starken Medikamenten, aber das wussten Sie werden müssen. War sie wirklich im Vernichtungslager? In zwei verschiedenen Lagern, soweit ich weiß. Sie musste grausame Dinge durchmachen, Mrs. Penbrook. Meine eigene Einheit hat eines der Lager bei Landsberg befreit und nach den Ardenn haben mein Sergeant und ich selbst ein Lager entdeckt. Die SS war gerade erst abgerückt. Ich hatte ihr keine Lügen über Rositas Vergangenheit erzählt. Mrs. Penbrook einer Gefängniszelle, die von Erinnerungen bevölkert wurde, die anderen Menschen unvorstellbar waren. Und sie wusste, dass ich diese Frau auf irgendeine Weise von dem Erlittenen Übel befreien wollte. Ein Moment lang dachte ich sogar, sie hätte begriffen, dass ich über meine Identität und den Zweck meines Besuchs gelogen hatte, und sie wäre gewillt, über die Täuschung hinweg zu sehen. Doch in einer Situation wie dieser, in der das Überleben meiner Frau auf dem Spiel stand, wäre es natürlich tollkühn gewesen, mich darauf zu verlassen, dass andere Leute ihrer barmherzigen Ader folgen würden, wenn sie dazu ihre Arbeitsstelle und das Auskommen ihrer Familie riskieren müssten. Ich sag Ihnen was, meinte Mrs. Penbrook, draußen wird's langsam wärmer und einige Patienten gehen schon ein bisschen raus über die leicht abschüssige mit Bäumen bewachsene Wiese hinter dem Haus, die an einem Parkplatz endete, der von einem hohen Sicherheitszaun begrenzt wurde. Ich sah Rosita in einem Rollstuhl sitzen, mit dem Rücken zu mir, eine Decke bis zur Brust gezogen, den Kopf in ein Tuch gehüllt. Ich erkannte sie sofort, meine Kriegerin aus dem Buch der Könige, die Frau, die mir unter einem Leichenberg zugezwinkert hatte, das tapferste und schönste menschliche Wesen, das ich kümmerte sich um sie, eine Lady mit ehrwürdigem Gesicht und grauen Wirbeln im kräftigen Haar. Sie rückte die Decke zurecht, damit der Wind nicht um Rositas Hals wehte. Die Sonne schien Rosita in die Augen und ließ sie blinzeln. Ich trat zwischen die Sonne und den Rollstuhl, blickte auf Rosita hinab und wartete darauf, dass sie mich erkannte. Ihr Gesicht sah aus wie Gefrier getrocknet, frei von Gefühlen und ihre Augenlider standen auf Halbmast, als döste sie gerade ein oder befände sich bereits in einem Traum. Ich heiße Mallory, Mrs. Holland, sagte ich. Ich wollte mich mit ihnen über ein paar Leute unterhalten, denen sie in Deutschland begegnet sein könnten. Sie hob den Blick und sah mir in die Augen. Tom Mallory mein Name. Es macht ihnen doch nichts aus, wenn ich mir einen Stuhl hole und mich ein bisschen mit ihnen unterhalte. Mrs. Holland kann sie schon hören, meinte die Schwarze, ist einfach vollgepumpt mit Medizin. Ich gehe ein bisschen darüber, dann können sie beide plaudern. Wenn irgendwas ist, bin ich gleich wieder zurück. Ich heiße Clementine. Ich zog mir einen Klappstuhl heran und setzte mich vor Rosita, das Klemmbrett auf die Knie gestützt. Ich hole dich hier raus, sagte ich. Ein Leuchten trat in ihre Augen, der Anflug eines Lächelns, ihre Lippen bewegten sich tonlos. Du brauchst nichts zu sagen, meinte ich, nick einfach, wenn du mich verstehst. Rosita nickte nicht, blinzelte aber. Haben sie die Stromschläge verabreicht? Sie schüttelte den Kopf. Dann wird mir das auch nicht zulassen, sagte ich. Weldon, drang ein Flüstern aus ihrer Kehle. Ja? Weldon, sagte sie erneut. Ich bin hier. Was ist? Ich liebe dich. Um ein Haar hätte ich mich vorgebeugt und ihre Hand genommen. Doch hätte ich das getan, hätte mit Sicherheit irgendjemand begriffen, dass ich Gail und Herschel wissen, wo wir sind, sagte ich. Sie tun, was sie können, um uns zu helfen, aber hier raus müssen wir es alleine schaffen und dazu müssen wir gut schauspielern. Verstehst du das? Ich bin Mr. Mallory, das ist jetzt mein Name. Rositas Augenlider sank wieder herab, ihr Kopf sackte nach unten, trotz ihres offensichtlichen Bemühens sich zu konzentrieren. In wieder aufs Zimmer. Könnte ich sie heute Nachmittag noch einmal besuchen? Da müssen sie Mrs. Penbrook fragen, aber es wird schon in Ordnung gehen, denke ich. Ich bat Clementine kurz mit mir zur Seite zu treten. Ist Mrs. Holland für eine Elektroschocktherapie vorgesehen? fragte ich. Damit habe ich nichts zu tun, aber sie haben sie ins Obergeschoss gelegt. Ins Obergeschoss? Das Obergeschoss ist für Leute, bei denen die Depression richtig schlimm ist, die sich vielleicht umbringen wollen, ich muss sie dann wieder hoch bringen. Eine Weile blieb ich noch auf der Wiese stehen, in der kühlen Sonne und dem Wind, der mir kalt wie Trockeneis ins Gesicht blies. Ich studierte den Parkplatz und den umliegenden Sicherheitszaun, den uniformierten Wachmann in seiner Kabine an der Einfahrt. Wie sollte ich mit einem Fahrzeug auf das Gelände gelangen? Wie sollte ich Rosita in das Fahrzeug schaffen? Das Problem schien unlösbar. Als ich zum Obergeschoss des Sanatoriums hinauf schaute, entdeckte ich in einem der Fenster Rositas Gesicht. An der Scheibe kristallisierte ihr Atem zu weißen Eisblumen. Es war ein Anblick, den ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Ich hatte Linda wo ich zu finden sein würde. Als ich ins Hotel zurückkehrte, reichte mir der Rezeptionist eine Nachricht aus meinem Schlüsselfach. Linda Gale bat um meinen Rückruf. Einen Grund hatte sie nicht genannt. Sollte ihr Telefon abgehört werden, wüsste derjenige, der die Überwachung installiert hatte, aus welcher Stadt ich anrief und den Rest könnte er sich leicht ausrechnen. Trotzdem durfte ich die Nachricht nicht ignorieren. Linda Gale war eine intelligente Frau. Wenn sie mich sprechen wollte, musste etwas Wichtiges vorgefallen sein. Ich ging die Straße hinunter und rief sie von einem Münztelefon aus zurück, um wenigstens den Namen meines Hotels nicht preiszugeben. Beim zweiten Leuten nahm Linda Gale ab. Wie geht's unserer Freundin? fragte sie. Unverändert würde ich sagen, antwortete ich. Linda Gale will mit ihnen sprechen, sagte sie. Wozu das? Wollte ihr mir nicht verraten? Natürlich nicht. Er will irgendwas von mir, egal wie schlimm es steht. Roy verfolgt immer seine eigenen Absichten. Er denkt haargenau wie ein Soziopath. Aber Scherzanrufe sind nicht seine Art. Ich konnte nicht glauben, dass Linda Gale noch immer unter Roy 's Einfluss stand. Sagen sie ihm, er soll mir vor, als würde man mit bloßen Händen Glasscherben aufklauben. Hat er ihnen die Bunny Berrigan Schallplatte gegeben? Nein. Er wollte, dass ich sie ihnen überreiche. Hatte sie in Seidenpapier eingewickelt, mit Schleife drumherum. Er hält sich für den Helden einer elisabethanischen Tragödie und wir anderen sollen als Requisiten erhalten. Eine Pause entstand. Ich wünschte, ich hätte die Schallplatte nicht erwähnt. Vielleicht wäre Roy's Geschenk wirklich von Herzen gekommen. Vielleicht wollte er sich mit einer zärtlichen Geste verabschieden, ohne Linda Gale in eine peinliche Lage zu bringen oder Herschel zu verletzen. Vielleicht wollte er die Vergangenheit korrigieren, nur um immer wieder festzustellen, dass dies nicht möglich war. Können Herschel und ich irgendetwas tun? Nein. Ich fahre heute Abend zurück nach Louisiana, treffe mich in Baton Rouge mit ein paar Geologen aus Sinclair. Schon wieder hatte ich gelogen, für den Fall, dass wir Mithörer hatten. War es nicht lächerlich, ein Gespräch zu manipulieren, um Personen zu täuschen, die vielleicht nicht mal existierten? Doch nichts anderes bezwecken die, die in die Privatsphäre anderer Menschen eindringen. Sie lassen uns vor dem eigenen Schatten zurückschrecken und erfüllen uns mit Misstrauen gegenüber unseren Nächsten und am Ende erniedrigen und verabscheuen wir uns selbst. Vielleicht will Roy es wieder gut machen, sagte Linda Gale. Vielleicht kann er Rosita helfen. Warum hat das dann nicht längst getan? Vielleicht hat das ja versucht. Er will von ihnen respektiert werden. Da ist er wie ein kleiner Junge. Einmal ist er im Doppeldecker mit dem Rücken zur Wand. Die wollen ihr Gehirn zerstören. Durch die Leitung war zu hören, wie Linda Gale geräuschvoll ausatmete, aus Machtlosigkeit, nicht aus Ärger. Können wir nicht irgendwie helfen? Irgendjemand müsste nach Großvater sehen. Ich rufe wieder an, wenn ich in Baton Rouge bin, sagte ich und legte auf. An der Soda-Bar des Drugstores mit der runden Coca-Cola-Reklame über dem Eingang aß ich ein Sandwich und versuchte in Gedanken all die, teils mehr als erstaunlichen Begebenheiten durchzugehen, die sich in meinem Leben ereignet hatten, seit ich Rosita zum ersten Mal sah. Die griechischen Tragödiendichter betrachteten nicht die Sterne als lenkende Kraft, die unser Geschick bestimmt, sondern die Ironie, und damit lagen sie wahrscheinlich richtig. Ich war Christ, vom Pastor im Ich wollte Anthropologe werden und hatte es zum Pipeline-Bauer gebracht, zu einem reichen Mann, der sich Maschinen zunutze machte, mit denen Panzer hergestellt worden waren, die mich beinahe getötet hätten. Roy Weishard hatte es seit seiner Geburt an nichts gemangelt, außer an der Anerkennung seines Vaters, weshalb er heute offenbar nichts mehr wertschätzen konnte. Herschel Pine war ein Mann bescheidener Herkunft, der als Knecht im Gefolge eines Mitglieds der Tafelrunde inne hatte. Clara Weishard war im Besitz unvorstellbarer Geldsummen und schien sich dennoch Tag für Tag von dem rachsüchtigen Kind in ihrem Inneren treiben zu lassen. Linda Gale hatte an einem Gemischtwarenladen in der Provinz angehalten, um den Tank zu füllen und war von der Terrasse direkt vor die Kameralinse und mitten in eine Hollywood-Karriere getreten. Und seit dem Jahr 1934 hatte kein anderes Ereignis einen derart kontinuierlichen Einfluss auf mein Leben ausgeübt, wie meine Begegnung mit Bonnie Parker und Clyde Barrow mit zwei Menschen von der kulturellen Dimension eines Niednagels. Wer erkennt schon einen Sinn in den Rollen, die wir spielen? Könnte ich irgendeinen Schluss über unseren langen, zermürbenden Marsch durch den Morast des menschlichen Fortschritts ziehen? Es wäre folgende Vermutung. Unmittelbar jenseits der Grenzen des physischen Universums verbirgt sich Unsichtbares und wir sind bloß Schauspieler auf der Bühne des Globe Theatre, unweit der sogenannten Pissing Alley, die gleich dort drüben am anderen Ufer der Thämse liegt, ob William Shakespeare und Christopher Marle nun von uns wissen oder nicht. Die größte Ironie lag darin, dass Bonnie und Clyde noch eine Überraschung auf Lager hatten, wie ich bald feststellen sollte. Außerdem würde ich in Kürze einsehen müssen, dass Roy Weishard der vielleicht hartnäckigste Mensch auf Erden war, jedenfalls was die Durchsetzung seines eigenen Willens anbetraf. Kaum war ich durch die Tür meines Hotelzimmers getreten, klingelte das Telefon. Es war zwölf uhr fünfundfünfzig. Ich nahm den Hörer ab, sagte aber nichts. »Sind Sie es, Welden? Wie haben Sie herausgefunden, wo ich bin? Sie hatten mir verraten, wohin Rosita verlegt wurde. Also habe ich alle Hotels in Widgeter Falls durchtelefoniert. Übrigens rufe ich auf einer sauberen Leitung an. Ich habe mich unter falschem Namen angemeldet. Wie kommen Sie Sie sind wohl kein Freund des amerikanischen Kleinstadtidyls. Immer ein lockerer Spruch auf den Lippen, was? Wie kommt der Rezeptionist dazu, Ihnen die Namen seiner Gäste zu verraten? Ich habe mich als FBI Agent ausgegeben. Schluss damit. Mich interessiert nur noch eins, Rosita. Aber wenn Sie Rosita helfen könnten, hätten Sie es mir längst erzählt. Deshalb lassen wir es jetzt gut sein. Ich bitte Sie, mich nicht mehr zu kontaktieren. Geben Sie mir eine Chance, Junge. Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Sind wir nicht. Bleiben Sie mir verdammt noch mal vom Leib. Ich legte auf. Keine kluge Entscheidung. Ich lief die Straße hinunter, vorbei am Diner und am Drugstore und an der Werkstatt zu einem Autohändler an der Ecke. Limpelketten flatterten über aufgereihten Neu- und Gebrauchtwagen im Wind. Als ich ein bestimmtes Fahrzeug sah, schnürte sich meine Kopfhaut um den Schädelknochen zusammen. Es war ein Viertürer mit schwarzem Dach, schwarzen Kotflügeln, weinroter Karosserie und Weißwandreifen mit Drahtspeichenrädern. Das rote Leder der Sitzbänke war mit der Zeit in der Sonne verblasst, aber offenbar mit Nerzöl eingerieben worden, an dem Wagen abwenden, von dem 1932er Confederate. »Haben Sie was Schönes entdeckt?« fragte der Verkäufer. Er hatte einen langen, spitz zulaufenden Bart, im Stil eines Trappers und trug eine unpassende Kombination aus einer Anzugjacke und einer Korthose, die er sich mit Feuerwehrhosenträgern bis über die Hüfte gezerrt hatte. Jeder Gesichtsausdruck verschwand hinter seinem Bart. »Wo haben Sie den 32er Confederate her?« fragte ich. »Der hat Dr. Jones gehört, arbeitet drüben im Sanatorium, hat ihn eingetauscht, weil er was Sportlicheres wollte. Der Motor wurde general überholt und die Reifen sind noch 1A. Wollen Sie mal eine Runde drehen? Wissen Sie, woher Dr. Jones den Wagen hatte? Wenn ich mich recht erinnere, hat er gesagt, er hätte ihn einem Banker in San Angelo abgekauft. Am unteren Rand der Windschutzscheibe befand sich noch ein ausgedörrter Aufkleber, der die zugeteilte Benzinration angab, und rechts davon ein nummerierter Aufkleber mit dem Namen des Sanatoriums, wie er dort offenbar an die Mitarbeiter ausgestellt wurde. Ich öffnete die Fahrertür und strich mit den Fingern über das Armaturenbrett, dann über die Kante der Dachverkleidung. Im Rahmen stieß ich auf eine Stelle, die verlötet, glatt geschmörgelt und neu lackiert worden war. Genau dort, daran bestand kein Zweifel, war das Vierundvierziger Projektil aus Großvaters Revolver stecken geblieben. Suchen Sie was? fragte der Verkäufer. Mir war nur ein Kratzer aufgefallen, ist nichts Großes. Der Schlüssel steckte im Zündschloss. Keine falsche Zurückhaltung, meinte der Verkäufer. Ich setze mich mit rein und rauche der Wahl eine. Ich ließ den Motor an und gemeinsam holperten wir auf die Straße. Schnurrt wie ein Kätzchen und hat einen Wendekreis wie ein Motorroller, sagte der Verkäufer. Auf dem Highway schafft er seine 60 Meilen die Stunde, ohne ins Schwitzen zu geraten. Wenn sie viel rumkommen, ist das Baby wie gemacht für sie. Ich sah ihn an und fragte mich, ob seine Worte eine versteckte Andeutung enthielten. Er schüttelte sich eine Lucky Strike aus der Packung, entzündete sie und blickte müßig aus dem Fenster, während wir die Main Street hinauf und zurück zum Parkplatz fuhren. Ich würde gern bar zahlen, meinte ich. den Wagen für Acht. Wie heißt's in der Lucky Strike Reklame? Sold American. Dann erledigen wir schnell den Papierkram. Sieht aus, als wird's hier gleich stürmen wie sonst was. Ist das ein Wetter, oder? Erinnert mich an früher an die Staubstürme in der Dust Bowl, als und besorgte einen Herrenmantel und einen alten Cowboyhut. Um 15.15 Uhr hielt ich an der Einfahrt des umzäunten Parkplatzes hinter dem Sanatorium. Im Fußraum der Rückbank lagen mein Koffer und die Papiertüte aus dem Laden. Unter dem Sitz lag die Luger. Ein Wachmann, der kaum volljährig gewesen sein dürfte, saß in der Kabine neben dem Schiebetor und las in einem mageren Körperbau und ein Profil, wie ich sie seit jeher mit den Burschen aus West Texas assoziierte, die ich in der Army kennengelernt hatte. Großartige Kameraden, aber fast ausnahmslos Kalvinisten, die keiner Gemeinde angehörten und einen Hang zur Engstirnigkeit hatten. Als ich das Fenster herunter kurbelte, klappte der Junge das Heft zu und trat aus der Kabine. Mein Herz pochte so heftig, dass ich die Hand gegen die Seite meines Brustkorbs pressen musste. Guten Tag, sagte ich, Dr. Jones schickt mich, ich soll hier jemanden abholen. Der Bursche nickte höflich und warf einen Blick auf meine Windschutzscheibe auf den Aufkleber mit dem Namen des Sanatoriums. Schicker Wagen? Das können Sie laut sagen. Ich dachte, ich besorge mir vielleicht ein Cabrio, also, wenn's dann ein bisschen wärmer ist. Er legte eine Hand aufs Dach und lächelte auf mich herab, während ich mich fragte, was ich entgegnen sollte. Wenn ich mit meiner Freundin ausgehe, muss ich sie nämlich immer mit dem Bus abholen, wenn das kein mieser Auftritt ist. Und ohne, dass ich noch etwas hätte sagen können, schob er das Tor beiseite und winkte Anhöhe in der Sonne, ein leicht abschüssiger Gehweg führte von oben herab zum Bordstein des Parkplatzes. Am Morgen hatte ich die Luger geladen, es war schwer zu glauben, dass ich mich mit einer scharfen Waffe unter Menschen wie diese mischte, wie die Empfangsdame und die Wärterin Clementine und den gutmütigen Burschen im Wachhäuschen. Ich schämte mich in Grund und Boden. Wieder und wieder sagte ich mir, dass ich keine anderen Optionen hatte. Das Leben meiner Frau stand auf dem Spiel. Trotzdem konnte ich nicht leugnen, dass ich einen systematischen Betrug an anderen Menschen verübte, dass ich ihre Existenzgrundlage gefährden könnte, im Fall des Falles sogar ihr Leben. So intensiv ich auch darüber nachdachte, ich fand keinen Ausweg aus diesem Dilemma. Es war Flächenbomber de Mons und den Abwurf von Brandbomben auf die Zivilbevölkerung zu rechtfertigen. Ich sah Rosita in ihrem Rollstuhl sitzen. Clementine hockte dahinter auf einer Steinbank. Mit dem Klemmbrett in der Hand lief ich den Gehweg entlang. Statt des Kopftuchs trug Rosita ein violettes Heiztuch mit roten Blumen darauf, als wollte sie den Winter verabschieden und den Frühling begrüßen, ob die Jahreszeiten selbst nun mitspielten oder nicht. Ihr Gesicht wirkte ausdruckslos, doch als ich in ihre Augen blickte, wusste ich, dass sie innerlich lächelte. Spätestens an diesem Punkt hatte ich gedacht, hätte ich sicherlich einen Plan. Ich hatte keinen, jedenfalls keinen vernünftigen. Mit einer List hatte ich mir Zutritt zum Gelände verschafft, doch jetzt stand ich an einer Weggabelung, beten, dass die Nächstenliebe, die wir insgeheim in jedem unserer Mitmenschen vermuten wollen, ihr Werk tun würde. Ich setzte mich neben Clementine. Zu dieser Zeit war es in den Vereinigten Staaten nicht üblich, sich als weißer neben eine schwarze Person zu setzen. Es war akzeptabel, neben einer zu stehen, aber zu sitzen? Nein. Miss Clementine, sagte ich, Sie Da draußen gibt's Leute, die lieben Mrs. Holland sehr, die wollen sich um sie kümmern. Das kann ich gut verstehen, aber es gibt auch andere, die wollen ihr wehtun, nur wegen diesen Leuten ist sie hier gelandet. Das wäre aber ziemlich schäbig, kann ich Ich bin kein Sir. Den Sir habe ich aufgegeben, als ich aus der Army entlassen wurde. Höflichkeit ist eine Zier, schlechtes Benehmen gehört sich nicht. Sind Sie Baptistin? Schon mein Leben lang. Ich wurde mit zwölf Jahren im Guadalupe River getauft. Ich glaube, der Pastor war betrunken, hätte mich beinahe ersäuft. Kommen Sie lieber mal zur Sache, Mr. Mallory. Ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, aber als Erwachsener konnte ich mir immer zugute halten, dass ich nie die Unwahrheit gesagt habe, außer um jemanden nicht zu verletzen. In den letzten Tagen habe ich so einige Lügen erzählt. Clementines Augen richteten sich auf den Horizont, auf den blauen, eher sommerlichen als winterlichen Himmel und auf die orangefarbenen trichterförmigen Staubwolken, die immerfort aus der Ebene Ich habe sie auf meinen Armen durch Artilleriefeuer getragen. Ich habe mich mit ihr in Deutschland versteckt, in einem Keller, bis die amerikanischen Fallschirmjäger kamen. Nach dem Krieg habe ich monatelang nach ihr gesucht und als ich sie gefunden hatte, haben wir in Paris geheiratet. Ich würde mein Leben für sie opfern, hier und jetzt. Das glaube ich Ihnen, Sir. Möchten Sie vielleicht mal Clementine hatte die Hände auf den Knien gefaltet. Ja, ist mächtig kalt geworden hier draußen. Wir sitzen ja auch schon im Schatten vom Haus. Sie blickte auf den Horizont, wo ein Vogel von einem kahlen Feld aufstieg. Dann erhob sie sich von der Bank und schloss den obersten Knopf ihrer Wolljacke. Vielleicht will Mrs. Holland noch ein bisschen die Sonne genießen. Ich bin in fünf Minuten wieder zurück und bringe einen heißen Kakao. In fünf Minuten und keine Sekunde später. Danke, Sir. Danke, Miss Clementine, antwortete ich. Clementine erwiderte nichts. Sie schob ich Rosita den Gehweg hinunter zum Rand des Parkplatzes. An der Bordsteinkante blieb ich stehen, als wollten wir die Staubwolken betrachten, die sich am Horizont zusammenbalten. Ich half Rosita aus dem Rollstuhl und platzierte sie auf dem Beifahrersitz des Confederate, lud den Stuhl auf die Rückbank und schloss die Türen. Ich lehrte die Papiertüte aus, zog Rosita den und fuhr zum Wachhäuschen, kurbelte die Scheibe herunter und lehnte den Kopf aus dem Fenster, wie um mich bei dem Wachmann zu bedanken. Der Bursche trat aus der Kabine, winkte mir zu und schob das Tor beiseite und in Nullkommanichts waren wir draußen auf der Straße unterwegs zum Highway und zur großen amerikanischen Wüste, während ein Steppenläufer gegen unsere Windschutzscheibe klatschte. Dreißig Meilen hinter der Stadt gerieten wir in einen feinen Nebel, der aus dem Süden heraufgetrieben wurde, sich mit dem Staub vereinigte und die Sonne scheinbar in ihrem eigenen Glanz verblassen und erkalten und schrumpfen ließ. Dann wanderte ein Schatten über die weitläufige Landschaft, als hätte man die Jalousie vor einem Fenster zugezogen. Ich bog in eine Nebenstraße ein und fuhr hinab zu einem Bachbett inmitten eines Pappelwäldchens, dessen Äste im Dunst spitz und blank glänzten wie die Spitzen eines Rehgeweiß. Am Grund schlängelte sich ein Faden aus rotem Wasser entlang. Ich beobachtete den Regen, der darin einstug wie Bleitropfen. Den Motor und die Heizung ließ sich laufen. Rosita war eingeschlafen, ihr Kinn auf die Brust gesunken, die Krempe des Cowboyhuts schief über ihren Augen. Ich wusste nicht, wie viele Medikamente man ihr verabreicht hatte und welcher Art diese waren, doch ich tippte auf eine hohe Dosis. Da blickte Rosita auf, vielleicht weil der Wagen zum Stillstand gekommen war. Wir müssen runter von der Straße, bis es dunkel ist, meinte ich. Sie sah mir in die Augen, als hätte sie Schwierigkeiten, sich einen Reim auf meine Worte zu machen. Schlaf ruhig weiter, sagte ich, hier sind wir in Sicherheit. Welton? Ich bin hier. Ich habe geträumt, Rosita berührte mein Gesicht, und dann ihr eigenes, wie man es tut, um herauszufinden, wo ein Zahnschmerz sitzt. Ist jetzt morgen? Nein, das ist die Abenddämmerung. Du hast geschlafen. Da bist du mit der Tageszeit durcheinander gekommen. Ich weiß nicht, was wir hier machen. Wir lassen die Krankenhäuser und Medikamente hinter uns. Wir haben einen guten Wagen und eine Menge Geld. Wir werden uns irgendwo in einem netten Hotel einquartieren. Wir werden in einem schönen Restaurant zu Abend essen, vielleicht schon heute. Wie gefällt dir der Wagen? Sie presste die Finger in die weich nachgebende Lederpolsterung. Elegant. Lustig, dass dir ausgerechnet dieses Wort einfällt. Dasselbe dachte ich mir nämlich auch, als ich den Wagen zum ersten Mal gesehen habe. Ich sagte zu viel. Ich bürdete ihr zusätzliche Lasten auf, obwohl es ihren Geist wahrscheinlich ohnehin beinahe in zweier ist. Siehst du den Himmel im Norden? Dort ist es schon stockdunkel. Eine halbe Stunde noch, dann sind wir wieder unterwegs. Rosita zog ihre Knie auf die Sitzfläche und kippte ihre Beine zur Seite, klammerte sich mit beiden Händen an meinen Arm und ließ die Stirn gegen mich sinken, zerdrückte die Krone ihres Cowboyhuts an meiner Schulter. Wir fuhren durch die Nacht nach Amarillo, aßen an einem Truckstop Steak und Eier und beobachteten den Sonnenaufgang über dem Ödland. Ich überlegte, den Wagen zu Geld zu machen und einen anderen zu kaufen, doch in dieser Phase hätte jedes Geschäft mit einem Autohändler eine Reihe von Risiken mit sich gebracht, die uns dem Untergang weihen konnten. Der Wind trieb den Staub in Schlangenlinien über den Asphalt. In einem Armeeladen erstand ich ein großes Stück Segeltuch mit Ösen an den Ecken und später parkten wir an einem Rastplatz und hüllten den Wagen in die Plane und schliefen drei Stunden lang in unserem kleinen sicheren und heimelig warmen Beduinen Zelt in der Prärie. Als ich die Plane vom Dach zerrte, fuhren ein Wagen des Sheriff Büros und einer der Texas Highway Patrol vorbei, ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Aber ich konnte nicht sagen, wie deutlich sie uns vom Highway aus New Mexico erreicht. Schnee sprühte gegen die Windschutzscheibe und glitt in Form von Kristallen am Glas hinab. Elektrizität knisterte in den Wolken. Die umliegende Topografie hatte sich wahrscheinlich seit der Eiszeit kaum verändert. Meilenweit war nichts von Menschenhand Geschaffenes zu erkennen. Bei Sonnenuntergang hatte sich das Schneetreiben gelegt. Seitdem stiegen Säulen aus Rauch oder Staub von den Tafelbergen auf, scheinbar aus eigenem Antrieb, um dann im Wind zu zerfallen. Vor dem Horizont sahen wir einen einzelnen Berg mit eingefallener Spitze, die nun eine kegelförmige Vertiefung bildete, wie bei einem toten Vulkan. Am Straßenrand häufte sich Magmagestein, grau wie aus einem Ofen gekratzte Schlacke. Später tauchten weiter voraus blinkende Lichter von Einsatzfahrzeugen auf, und so steuerte ich den Wagen auf eine Nebenstraße, auf der ich fünfzehn Meilen weit fuhr, ehe wir wieder auf den Asphalt einbogen. Rosita betrachtete die vorüberziehende Landschaft wie eine Reisende an Bord eines Zugs. Zwei Tage verbrachten wir in einem Motel, dem der Wind die ganze Nacht hindurch das Gebrüll der zahllosen Engesrinder im benachbarten Mastbetrieb zutrug. Ich sah, wie die Wirkung der Medikamente, die in Rositas Körper injiziert worden waren, schrittweise abebte. Als ich gerade das Licht ausgeschaltet hatte und zu Bett gegangen war, kam sie aus der Dusche und schlüpfte unter die Decke, ohne ihr Nachthemd überzuziehen, mit feuchtem Haar und strahlender Haut. Sie war wie eine Meerjungfrau, die aus dunklen Fluten trat. Ich drückte sie an mich, presste das Gesicht in ihr angenehm kühles Haar und küßte ihre Schulter. Hallo Fremde, sagte ich. Selber Hallo, antwortete sie. Kennst du den Song von A.P. Carter, Hello Stranger? Glaube nicht. Sollte man ihn kennen? Wer ihn einmal gehört hat, vergisst ihn nie wieder. Es ist wie mit dir. Ein Mann, der dich einmal gesehen hat, kriegt dich nie wieder aus dem Kopf. Sollten sie uns erwischen und mich wieder in ein Sanatorium sperren, musst du mich trotzdem aus der Erinnerung streichen. Nie und nimmer. Ich werde mir das Leben nehmen, Weldon. Wirst du nicht, die werden uns nicht klein kriegen. In Deutschland haben wir sie klein gekriegt, hier werden wir sie genauso klein kriegen. Rosita legte den Arm über meinen Brustkorb und schloss die Augen und bald war sie eingeschlafen. Am nächsten Nachmittag mieteten wir uns in einem Motel am unteren Ende des Retton Pass ein. Unseren Wagen hatte ich unter dem Vordach an der Seite des Bungalows geparkt, den wir gebucht hatten. Ich ging die Main Street hinunter, um eine Zeitung zu kaufen. Der Himmel war grün, eine warme Luftschicht aus der Wüste schob sich das nach Norden hin je ansteigende Colorado Plateau hinauf. Im Zeitschriftenständer des Drugstores fand ich nur eine Lokalzeitung, ein Blatt, das üblicherweise von vier oder höchstens fünf Mitarbeitern herausgebracht wurde, den Drucker eingeschlossen. Ich kaufte mir eine Ausgabe, setzte mich an die Soda-Bar und orderte einen Kaffee. Die wichtigsten Neuigkeiten aus dem Umland handelten von einem Treffen der Veterans of Foreign Wars, von einem Fettbrand in einem Kaffee und von einem Traktor, der aus einer Scheune stibitzt worden war. Schon kurz davor, die Zeitung beiseite zu legen und dem nächsten Gast zu überlassen, blätterte ich noch einmal um. Ich traute meinen Augen nicht. Oben auf der Seite sah ich die vier Fotografien der vier nahezu hirntoten Frauen, die Linda Gell mir gezeigt hatte. Die starke Körnung, die durch die Übertragung auf Zeitungspapier entstanden war, ließ die Bilder noch grausiger wirken. Der Artikel selbst stammte von einer Agentur aus Los Angeles, aus der Feder einer Klatschreporterin, die andere Klatschreporter als Quellen anführte. Eine Geschichte voller bizarrer, anstößiger und fragwürdiger Details, die genauso gut in True Detective, Argosy, Saga oder Mail hätte stehen können. Gerade weil sie so schwer zu glauben war, musste der Leser davon ausgehen, dass nichts davon erfunden war. Ich Sarah Roys Namen und Linda Gales, den des Regisseurs Jerry Fallon und Clara Weisharts. Der Inhalt entsprach größtenteils den Fakten, doch die Prosa war ein Thema für sich. Sie triefte vor schwulst und frivolen Andeutungen, vor süßlichen Schilderungen von Liebesnestern und romantischen Begegnungen in Mexico. Doch wie so oft brachte der Boulevard Journalismus, selbst wenn er damit letztlich nur die lüsterne die jeder etablierten Zeitung und jedem etablierten Radiosender zu brenzlig gewesen wäre. Die Geschichte hätte einer Chronik der Borgia oder der Renke der Mutter Neros entliehen sein können. Die wahre Geschichte von der menschlichen Gier, vom Tod meines Vaters und vom versuchten Diebstahl unseres Pipeline Unternehmens hätte nur wenige Leser interessiert. Doch Unrecht, sagte ich mir, war und blieb Unrecht, weshalb eine Wahrheit enthielt. Und in welcher Form kam diese Wahrheit besser zur Geltung? Als trockene Auflistung von Paragrafen und Vorschriften oder als blutige Sager vor dem Widerschein emporgereckter Fackeln und den tanzenden Schatten der Schurken auf dem ödigen Wasser des Tiber? Am liebsten hätte ich der Tratschtante, die den Artikel zu Papier gebracht hatte, eine Schachtel Pralinen geschickt. Der Artikel im waren Rosita und ich geläutert, die Massen standen hinter uns. Leider vergaß ich, dass die Unterstützung der Massen eine Haltbarkeitsdauer von etwa drei Minuten besetzt. Ich lief zu einer Telefonzelle an der Straße, einige Meter entfernt vom Motel und rief zu Hause an, um mich nach Großvater zu erkundigen. Durch das Plexiglas der Fenster sah ich den Highway, er führte hinauf zum Rattenpass und durch den verschlungenen, von Gelbkiefern gesprengelten Canyon, der sich am anderen Ende zur alten Bergarbeiterstadt Trinidad hin öffnete, wo die Earbrüder und Doc Holliday ihre Schulden bei der Clentengang bis auf den letzten Heller zurückgezahlt hatten. Snowball ging ans Telefon. Sie maß keine 1,50 Meter, wog über 90 Kilogramm und besaß die dunkelste Haut, die ich je gesehen hatte. Häufig trug sie weiße Kleider und Blusen, teils mit Lochstickereien an den Schultern. Wie geht's Großvater? fragte ich. Der liegt gerade flach. Ist er krank? Krank nicht, ist gestürzt, hat sich die Hinterbacken und den Rücken angeschlagen. Könnten Sie mir bitte erzählen, was passiert ist? Ich musste ihn zur Rollschuhbahn an der South Main fahren. Ich fasse es nicht. Legen Sie sich doch mit ihm an, dann werden Sie schon sehen. Er hat sich wirklich Rollschuhe angezogen? Erst wollten sie ihn nicht lassen, da hat er ein Riesentheater gemacht. Snowball? Ist nicht meine Schuld, ich weiß. Bringen Sie ihm bitte mal das Telefon? Ja, Sir. Ich sah, wie der Personenzug von Chicago nach Los Angeles durch den steil abfallenden Canyon rauschte. In der Dunkelheit müssten wir den morgigen Abend abwarten. Wie geht's Rosita? fragte Großvater. Von Tag zu Tag besser. Willst du dich umbringen, Großvater? Wenn ich das vor hätte, würde ich nicht verbocken. Was willst du auf der Rollschuhbahn? Hatte Lust drauf. Steht irgendwas über Rosita und mich oder über die Weisharts in der Zeitung? Kann man wohl sagen. Und das ist noch nicht alles. Dieser Slakley ist in seinem Wohnwagen verbrannt. Ein Kabelbrand haben sie geschrieben. Du sprichst von Hubert Slakley dem Cop? Mach dir mal nicht zu viele Hoffnungen. Du hast den Tiger am Schwanz gezogen. Die Weisharts werden nie locker lassen, weil wenn du damit durchkommst, kriecht bald jeder x-beliebige Versager aus Houston unter seinem Stein hervor und macht's dir nach. Keiner kann andere Menschen so gekonnt beleidigen wie du, erwiderte ich. Aber in Gedanken war ich nicht bei Großvaters permanenter Lästerei über alles und jeden. Ich versuchte, mir über die Bedeutung von Slakleys Tod klar zu werden. Du wirst hier gebraucht, sagte Großvater. Sind Linda Gale und Herschel noch nicht vorbeigekommen? Ich hab dich nicht groß gezogen, nur um dich dann dem Wolfsrud zu überlassen, mein Sohn. Deine Mutter braucht dich und mir geht's genauso. Komm wieder nach Hause, hörst du? Das hatte ich dir doch auch gesagt, bevor du nach Übersee gegangen bist. Mein Sohn, so hatte er mich noch nie genannt. Bei Morgengrauen wachte ich Ich legte die Hand an die Fensterscheibe. Eiskaltes Glas. Rosita ließ sich weiterschlafen, während ich mir die Zähne putzte, mich rasierte und mir ein frisches Korthemd überzog. Ich konnte den Tag voller Zuversicht angehen. Wir waren von Wichita Falls bis kurz vor die Grenze Colorados gelangt und niemand hatte uns festgenommen oder angehalten. Betrachtete man das große Ganze, sagte ich mir, waren Rosita und ich doch eher unbedeutend. Noch dazu hatten wir niemandem etwas zu Leide getan. Niemand musste uns als Bedrohung auffassen. Bonnie und Clyde, Babyface Nelson, John Dillinger und die Barker Carpiz Gang hatten dem Bankensystem der Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Und dennoch war es den fähigsten Strafverfolgungsbehörden des Landes erst nach Jahren gelungen, sie zu töten oder Ich war schon immer überzeugt, dass der amerikanische Westen, genau wie Hollywood, ein Ort der Magie ist, das größte Bühnenbild dieser Erde. Außerdem glaube ich, dass er von den Geistern der Indianer heimgesucht wird, der Gangster, Jesuiten Missionare, Viehtreiber, Pistolenhelden, Konquistadoren, Landstreicher, chinesischen und irischen Gleisarbeiter, Whiskeyhändler, Abstinenzverfechter, Goldwäscher, Büffeljäger, Trapper, Prostituierten und die ihr Dasein vielleicht allesamt zeitgleich in unserer Mitte fristen. Dem homerischen Epos kann man sich auch außerhalb der Seiten eines Buchs nähern. Es beginnt gleich westlich von Fort Worth und erstreckt sich bis hinüber nach Santa Monica. Irgendwo da draußen wartete es auf uns, das große Abenteuer, das sich unter unseren Schritten entfalten würde. In dieser Stimmung saß ich mit Rosita beim Frühstück in einem Café in der Nähe des Bahnhofs, der im spanischen Missionsstil erbaut worden war. Dort würden wir am Abend in den Superchief steigen. Was wird aus dem Wagen? fragte Rosita. Wir mieten uns eine Garage. Später holen wir ihn wieder ab oder heuern jemanden an, der ihn nach Houston fährt. Klingt ganz einfach. Hubert Slakely ist in seinem Wohnwagen verbrannt, hat Großvater mir gestern Abend erzählt. Rosita kaute auf einem winzigen Bissen Toastbrot, den sie seitlich in die Backe geschoben das Gebäude aus den Augen zu lassen, wartete sie ab, bis sich das Brot in ihrem Mund aufzulösen schien. Warum hat es gebrannt? In der Zeitung stand etwas von einem Kurzschluss. Langsam driftete ihr Blick zu meinen Augen. Aber das glaubst du nicht? fragte ich. Ich glaube, schlechte Menschen verdienen ein schlimmes Schicksal, egal in welcher Form es dazu kommt. Du denkst, es war kein Unfall, sagte ich. Hat Lloyd Fincher wirklich Selbstmord begangen? erwiderte sie. Ist dieser Privatdetektiv wirklich bei einem Unfall mit Fahrerflucht umgekommen? Mir ist egal, wie sie gestorben sind. Ich bin froh, dass sie tot sind. Schon morgen fährt unser Zug in die Union Station von Los Angeles ein, sagte ich. Du wirst staunen. Das ist ein wunderschöner Bau, fast eine Nur du entdeckst mitten in Los Angeles das alte Rom. Ich und alle anderen Geschichtskenner. Rosita sah auf und zwinkerte mir zu, wie damals, als ich sie im tiefen Nazi-Deutschland gefunden hatte. Zwei Motorradpolizisten kamen herein, nahmen die Mützen ab und setzten sich an die Theke, gekleidet in Lederjacke, kniehohe, blankgewienerte Stiefel und knöchellange Reithosen mit Streifenmuster. Ihre Gesichter wirkten verkrampft und versenkt, wie ausgewaschen von der Schutzbrille, die sie auf dem Highway trugen. Einer der beiden ließ sich auf die Hände, ehe ich mich abwenden konnte, trafen sich unsere Blicke im Spiegel. Ich schaute stur gerade aus, dann aus dem Fenster und versuchte, mich nicht an der Stirn zu kratzen, wie man es unwillkürlich tut, um sein Gesicht zu verbergen. Es war ein Gefühl, als wäre ich auf eine Bühne getreten. Im Stillen verfluchte ich mich für die Sorglosigkeit, mit der ich die Cops gemustert hatte, und für meinen Anruf bei Großvater. Ich war kurz davor, Rosita zu warnen, die schweigend und mit geneigtem Kopf weiter aß. Ich sehe sie, flüsterte sie. Wir haben's nicht eilig, wir sind ganz entspannt. Das wird schon werden, meinte Rosita ohne aufzublicken. Ich lehrte meine Kaffeetasse und hielt sie hoch, um die Kellnerin auf mich aufmerksam zu machen. Obwohl ich die Cops kein einziges Mal ansah, spürte ich, wie mich der eine im Spiegel musterte. Ich täuschte ein Gähnen vor. Ich muss mal wohin, frag noch nicht nach der Rechnung. Rosita nickte und lächelte, als hätte ich eine nette Bemerkung gemacht. Ich wusch mir die Hände und kämmte mir die Haare, um den Anschein zu erwecken, ich hätte mir auf der Toilette alle Zeit der Welt gelassen. Als ich wieder zu unserer Sitznische ging, hoffte ich, die Cops wären inzwischen mit ihrem Frühstück beschäftigt oder würden mit der Kellnerin reden. Doch sie warteten noch auf ihre Bestellung und der, der, uns am nächsten saß, betrachtete mich weiterhin im Spiegel. Die Kellnerin legte die Rechnung auf unseren Tisch. Bleib sitzen, sagte ich zu Rosita, stehe unter keinen Umständen auf. Was hast du vor? Ich geh zahlen. Auf dem Weg zur Kasse setzte ich den Hut auf, warf einen flüchtigen Blick auf die Rechnung und hielt auf Höhe der beiden Cops inne. Entschuldigen Sie, wir sind wo schattig ist vielleicht schon, antwortete der Cop, der mich beobachtet hatte. Wohin geht die Reise? Nach Big D. Dann sollten Sie problemlos durchkommen. Ich habe gehört, in Clayton wurde Blackjack Ketchum erhängt. Falls Sie in Clayton anhalten, schauen Sie beim Hotel Eklent rein. Die haben Bilder der Hinrichtung an den Wänden. Ich weiß nicht mal mehr, was Ketchum genau verbrochen Da soll es doch ein berühmtes Restaurant geben, oder? Ja, im Eklent, antwortete der Cop. Kommen Sie aus Dallas? Nein, ich bin im Südwesten von Texas aufgewachsen. Vielen Dank auch für Ihre Hilfe. Er erwiderte nichts. Ich zahlte die Rechnung, kehrte zu unserer Sitznische zurück und schob das Trinkgeld unter meinen Teller. Dann gingen Rosita und ich Seite an Seite an der Reihe der Barhocker entlang, vorbei an den Cops. Keine der beiden drehte sich um. Keine der beiden schien unsere Reflexion im Spiegel zu bemerken. Sie rauchten Zigaretten, nippten am Kaffee und tippten die Asche in die Untertasse. Als die Kellnerin sich vorbeugte, um ein paar Wassergläser von einem Regalbrett zu nehmen, spannte sich ihr Rock über keines Blickes. Rosita und ich liefen die Straße hinunter und passierten den Bahnhof. Ein kalter Wind brannte sich in mein Gesicht, nicht weniger scharf als eine Flamme. Was denkst du, fragte Rosita, dass wir gerade auf eine Landmine getreten sind. Wir traten durch die Seitentür in ein Lebensmittel Geschäft und füllten eine Tüte mit Brot und Aufschnitt und Käse und Konservendosen und Limonade. Vom Fenster aus sah ich, wie einer der Copsters Kaffee verließ, Mütze und Schutzbrille aufgesetzt. Auf dem Parkplatz hielt ein Streifenwagen. Der Motorradpolizist stützte sich auf die Unterkante des Seitenfensters und sprach mit dem Fahrer, während der Auspuff des Wagens weiterhin Rauchwolken ausschließ. Dann verschwand der Streifenwagen aus meinem Blickfeld. Der Motorradpolizist ging wieder ins Café. Was so zügig wie möglich liefen Rosita und ich zurück zum Motor. Meine Augen trähnten, der Wind hatte mein Gesicht versenkt und über jede Oberfläche des Zimmers schien statische Elektrizität zu kriechen. Wann immer ich etwas Metallisches berührte, zuckte ein Funke von meinen Fingerspitzen. Ich blickte seitlich am Vorhang vorbei. Die Straße und der zweispurige Highway waren leer. Neben einer umgestoßenen Mülltonne wirbelte Zeitungspapier im Kreis. Was willst du jetzt machen? fragte Rosita. Wir brechen die Zelte ab. Und wohin sollen wir? Es fiel mir schwer, klar zu denken. Richtung Süden würden wir in spärlich besiedeltes Ödland vorstoßen, wo unsere Deckungsmöglichkeiten genauso gegen Null gehen würden, wie unsere Option, den Kurs zu wechseln. Im Osten erwartete uns der Texas Penhandle, wo wir erneut mitten ins Fadenkreuz geraten würden. Teos war eine Überlegung wert, ein Städtchen hinter einer gewundenen Straße durch bewaldetes Bergland. Doch dort wimmelte es von Künstlern und Schriftstellern und Bohemiens und damit von Menschen, denen nichts entging, was sie sahen und hörten. Unsere beste Chance, meiner Ansicht nach unserer Einziger, war es New Mexiko zu verlassen. Wir mussten rüber nach Colorado. In einer halben Stunde können wir in Trinidad sein, sagte ich. Dort wären wir aus den Augen und aus dem Sinn und von Trinidad aus können wir in San Huan oder Sangre de Cristo Gebirge fahren oder weiter nach Denver. In Denver finden sie uns nie. Irgendwo werden sie uns finden. Die Zeit arbeitet für uns. Ich muss mit Linda Gale reden, meinte Rosita. Ich will, dass sie Roy Weishardt und seiner Gattin etwas ausrichtet. Ich glaube, das wäre jetzt keine gute Idee. Was kann es denn noch schaden, sagte Rosita? Ruf sie doch per R-Gespräch an, oder soll ich lieber? Ich hob den Hörer ab. Was soll Linda Gale den Weishards ausrichten? Sag ihr, sollten wir die nächsten paar Tage überleben, werde ich Roy und Clara Weishardt töten. Das passt nicht zu dir. Schau uns doch an, das ist deren Schuld. Wie hätte ich diesem Standpunkt widersprechen sollen? Clara und ihr Schwiegervater Dalton Weishardt hegten ihren Antisemitismus offenbar wie eine giftige Orchidee, und einer der beiden oder beide gemeinsam trugen die Verantwortung für das Leid, das wir durchlebten. Aber verglichen mit ihrer Gier nach Geld und Macht spielten ihre Ressentiments nur die zweite Geige. Ich rief Linda Gale an, jedoch aus einem anderen Grund, als Rosita dachte. Linda Gale ging ans Telefon und nahm das R-Gespräch an. Ich mach's kurz, sagte ich. Es kann sein, dass uns bald der Sprit ausgeht. Falls mir etwas zustößt, bekommt Herschel die Firma. Das steht so in meinem Testament. Dort steht auch, dass für meine Mutter und meinen Großvater gesorgt sein muss, solange sie leben. Sollten sie Roy wiedersehen, sagen sie ihm, ich wünsche ihm noch ein schönes Leben. Und sollten sie je Dalton Weishard wiedersehen, sagen sie ihm, dass er versagt hat. Sagen sie ihm, im Haus Isai durfte er nicht mal die Nachttöpfe putzen. Er hat versagt? Wieso? Er konnte meine Frau und mich nicht zerstören. Sie wissen überhaupt nicht, was hier los ist, oder? fragte Linda Gay. Clara Weishard stand plötzlich wutentbrannt vor unserer Tür. Ihre Freundinnen der DAR nehmen ihre Anrufe nicht mehr entgegen. Ihr Foto war zweimal in der Zeitung. Einmal stand darauf ihr Mund offen. Roy ist gestern Abend zum Flughafen gefahren und in der Ferne verschwunden. Clara dachte, er wäre mit mir in Los Angeles. Sie hat mich angebrüllt, dass der Speichel nur so von ihren Lippen geflogen ist. Ihr Auftritt hat die Nachbarn prächtig amüsiert. Ich muss jetzt auflegen. Was denken Sie, wo Roy ist? Ich hoffe, Sie und Herschel kümmern sich gut um einander und kümmern sie sich auch um Großvater. Er gibt gerne den harten Hund, aber da übertreibt er ein bisschen. Sie reden ja, als würden sie vom Sterbebett anrufen. Was geht da vor? Wo stecken sie? Keiner von denen ist auch nur halb so gut wie wir. Vergessen Sie das Neil in der Gale. Als ich auflegte, hatte Rosita sich auf einen Holzstuhl am Fenster gesetzt. Du findest, man sollte Leuten wie den Wisehards keine Drohungen ausrichten lassen? sagte sie. Großvater hat sich Wes Harden und der Dalton Gang in den Weg gestellt. Ich hab ihn mal gefragt, wie er das gemacht hat. Er meinte, du sagst kein Wort, dein Schweigen muss in ihren Ohren wieder heilen, dann hören sie nur noch die Stimme ihrer eigenen Angst. Als ich gesagt habe, dass ich nicht zurück kann, das war mein Ernst. Ich weiß. Im Lager gab es Momente, da wünschte ich, ich hätte mich umgebracht. Hätten sie mich ins Huren Haus gesteckt, hätte ich es getan. Selbst als die SS abgezogen war, wollte ich nicht mehr weiterleben, nicht mit diesen Erinnerungen, bis ich dir begegnet bin. Ich war ein schlechter Fang. Bei lebendigem Leib kriegen sie mich nicht werben. Ich blickte ihr in die Augen und fragte mich, ob Bonnie Parker dasselbe gedacht hatte, als sie die asphaltierte Gemeindestraße bei Arcadia Louisiana entlang gefahren war. Was hätte ich noch antworten sollen? Manchmal ist der Tod dem Leben vorzuziehen. Nur ein Narr kann etwas anderes behaupten, oder jemand, der noch kein Leid erleben musste, das keine Grenzen kennt. Wir müssen los, meinte Rosita, oben weht schon Schnee über den Pass. Sie hatte recht, die Sonne schien, doch im höchsten Bereich der Steigung, die zu den steilsten der gesamten Rocky Mountains zählte, hingen zwischen Felsen und Kiefernästen wirbelnde Schneekristalle, gleich feinsten Glasbläser arbeiten. Rosita parkte den Wagen aus, ich trug unseren Koffer und die Einkaufstüte aus dem Zimmer. Wir überquerten die Kreuzung am Stadtrand und keine dreißig Sekunden später schoben wir uns die Straße hinauf gern Himmel, während der Eingang des Canyons hinter uns in den Schatten versank. Ich griff unter den Sitz, zog die Luga hervor und legte sie neben meinen Oberschenkel. Kurz vor Ende des Anstiegs tauchte eine alte Bergarbeiterstadt auf, umgeben von Haufen aus rostfarbenem Abraum. Die meisten Straßen Trinidettes waren mit Ziegeln gepflastert, die Gebäude aus schwerem grauem Stein errichtet, eine Stadt, die sich über eine breite Hügelkuppe am Fuß von Bergen ausbreitete, die sich senkrecht in den Himmel schwangen, steil wie Spitzkuppen. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht Straßensperren, die Staatspolizei von Colorado. In Zeiten großer Not glaubt wahrscheinlich jeder Mensch, die Welt würde sich nur um ihre oder seine Probleme drehen. In seiner Schrift Die Pest zu London schildert Daniel Defoe, wie die vom Schwarzen Tod Befallenen über das Kopfsteinpflaster der Londoner Straßen des Jahres 1665 wanderten und ihre Sünden herausbrüten, auf das ihnen irgendjemand Gehör schenkte. Niemand war interessiert. In allen Häusern und Hütten und Wohnungen wurden die Fensterläden zugeschlagen, um ihr Geschrei auszusperren. Ich hielt an einer Tankstelle und bat den Tankwart um einen Ölwechsel, hauptsächlich um den Confederate aus dem Blickfeld zu schaffen. Rosita und ich gingen zur Stadtbücherei und unterhielten uns mit der Dame von der Auskunft über die Geschichte des Ortes, während wir pausenlos aus den Fenstern schauten und überprüften, ob sich auf den Straßen oder dem Highway irgendetwas Auffälliges tat. Im Norden lag eine riesige Scheune für von einem Berg herab, der einem fensterlosen, vertikal geriffelten Wolkenkratzer von Stahlblauer Farbe glich. Es war eine einzigartig friedvolle Stadtszenerie. Machen Sie in der Gegend Urlaub? fragte die Bibliothekarin. Ihre Lesebrille hing an einem Sandband um ihren Hals. Ja, wir sehen uns ein bisschen um, antwortete ich. Sind die Straßen oben im San Juan Gebirge sehr schwierig zu fahren? Ich fürchte ja, zumindest weit oben, erwiderte sie. Um diese Jahreszeit muss man sich schon vorsehen, besonders heikel wird's am Wolf Creek Pass und am Monarch Pass, aber da wollen Sie doch nicht hinauf. Nein, wir sind ganz gemütlich unterwegs, sagte ich, wir brauchen keine großen Abenteuer. Also hier wird's nie allzu aufregend, vielleicht sollten Sie eine Weile bleiben, wobei, wenn Sie sich für Pferderennen interessieren, wäre es im Sommer deutlich besser. Vielen Dank für die Auskunft. Nicht, dass Sie jetzt einen falschen Eindruck bekommen haben. Wie bitte? Ich meinte doch, dass es hier nie allzu aufregend wird, aber heute sollten Sie vielleicht lieber keine Anhalter mitnehmen. Wieso das? Vorhin war ein Hilfssheriff im Café, er hat von einem Kidnapper geredet, der sich in der Gegend herumtreiben soll. Also wurde ein Kind entführt? Ich habe ihn nicht richtig verstanden. Die Bibliothekarin setzte sich die Lesebrille auf. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wir verließen die Bücherei. In den Straßen hatte sich nichts Grundlegendes verändert, keine Polizei, soweit ich es überblicken konnte. Und trotzdem hatte sich der Tag gewandelt. Die Luft roch nach Teer und verbrannten Lebensmitteln und Staub, der von Bahnhofsgleisen aufstieg, der herbe Duft eines nicht enden wollenden Winters. Es herrschte ein kälteres, härteres Licht. Schnee, der von den Bergen herabwehte, trübte das Grün des Weidelands. Im Bürgersteig und im Asphalt entdeckte ich Risse, die ich zuvor übersehen hatte. Die Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert gemahnten an Gefängnisbauten und Himmel. Ihre Farbe erinnerte an das Tarnmuster deutscher Jagdbomber. Ich fragte mich, ob auch wir vor lauter Türen standen, die eine nach der anderen zugeschlagen wurden, wie die solchen Opfer zu die Fuß Zeiten. Wohin jetzt? fragte Rosita. Zurück zum Wagen, erwiderte ich ungewollt scharf. Danach meine ich. Die Straße runter liegt eine Stadt namens Walzenberg. Da können wir einen Zug nehmen, den Wagen lassen wir zurück. Rosita hakte sich bei mir unter. Nicht zur Seite schauen. Was ist? An der Ecke ist ein Streifenwagen. Wir warteten, bis die Ampel auf Grün sprang, querten die Straße und blieben vor einer Eisenwarenhandlung stehen, um das Schaufenster als Spiegel zu nutzen. Der Streifenwagen fuhr über die Kreuzung, bog an der Ecke ab und zu behalten. Wir müssen zurück auf die Straße, sagte ich. Ich ging zum Tankwart und bezahlte für Ölwechsel und Tankfüllung. Wollen Sie nach Norden? fragte er. Nein, wir bleiben in der Stadt. Was gibt es im Norden? Da zieht eine Sturmfront auf. Von der Hochebene New Mexikos kommt warme Luft hoch und wenn die auf kalte Luft trifft, werden wir immer mit Wagenladungen von Schnee zugeschüttet. Es gibt Tage, da ist hier strahlender Sonnenschein und zehn Minuten später ist der Himmel schwarz wie um Mitternacht. Umso besser, dass wir in der Stadt bleiben wollen. Wir fuhren durch das Geschäftsviertel und auf den Highway vorbei an der Auktionshalle einem böigen Wind entgegen einer allumfassenden Ungewissheit. Ich blieb im zweiten Gang, das Gaspedal durchgedrückt und brachte das Getriebe zum Kreischen. Es ist nicht leicht, meine damalige Verfassung zu schildern. In Augenblicken wie diesem wird die Sterblichkeit zur Realität. Es war nicht wie im Krieg. Im Krieg hat man noch die Wahl, sicherlich keine besonders attraktiven Optionen, doch man kann Entscheidungen treffen oder bildet es sich zumindest ein. Aber pirscht sich die Sterblichkeit in ungeahnter Weise an, in einer ganz und gar harmlosen Umgebung, dann weiß man, dass sie real ist, denn sie wirkt fehl am Platz. Man steht nicht an einer Wegkreuzung, man befindet sich in einer Sackgasse. Mit 15 Jahren besuchte ich Onkel Cody auf seiner Ranch im Gunnison Valley. Für einen Burschen meines Alters war die Zugfahrt ein herrliches Abenteuer, zumal während der entbehrungsreichen Zeit der Weltwirtschaftskrise. Meine Mutter gab mir eine Tüte frittiertes Hähnchen mit, mein Vater schenkte mir eine Taschenuhr für einen Dollar, damit ich die Ankunft in Walsenburg nicht verschlafen würde, wo mich mein Onkel um vier Uhr morgens vom Bahnhof abholen sollte. Als er mir die Uhr überreichte, sagte mein Vater, wahrscheinlich ist sie schon nach der Hinfahrt hinüber, aber das sollte ja reichen. Er behielt recht. Schon am Tag nach meiner Ankunft in Colorado riss die Feder. Die Billiguhr hatte ihren Dienst getan und jeglichen Wert eingebüßt. Ganz ähnlich fühlte ich mich, als Rosita und ich den Highway entlang rasten, in einen Hagelschauer hinein, dessen Körner auf unsere Windschutzscheibe trommelten und auf dem Asphalt glitzerten wie Glas. Vielleicht war das Ende der Hatznah, das Denouement, das unsere Geschichte von Anfang an eingeschrieben war. Vielleicht hatten die Schicksalsgöttinnen nie die Absicht gehabt, mich bei Saint-Lô oder in den Ardennen überleben zu lassen. Vielleicht war ich durch Zufall meiner Bestimmung entronnen. Vielleicht hätte Rosita nie das Lager verlassen sollen, wo ich sie gefunden hatte. Vielleicht hatten wir beide in einen Plan eingegriffen, der weit über uns hinausging. Mein Leben hatte mich nur eine einzige Lektion gelehrt. Die Geschichte korrigiert sich auf Umwegen. Der Moment der Korrektur stellt sich stets auf eine Weise ein, die alle Erwartungen unterläuft. Damals glaubte ich, und ich glaube es noch immer, dass Rosita und ich in eine andere Dimension hinüber fuhren, die nicht räumlich definiert war, die dem banalen Reich der Vernunft von Ursache und Wirkung entrückt und dennoch keine Illusion war, sondern wirklicher als die Welt, in der wir unser Leben in Teelöffeln ausmessen. Wenn man so wollte, hatte ich mich zunehmend für einen verblendeten Gefangenen des Rolands Lied gehalten. Ich hatte gedacht, ich hätte mich von mittelalterlichen Idealen verführen lassen, von Ritterlichkeit, blutbefleckten Mänteln und auf Schilde scheppernden Schwertern, weil ich die Grausamkeit meiner Mitmenschen nicht verkraftete. Jetzt wusste ich, dass der Fall anders lag. Die Erzählung von Roncesvalles war real, so real wie der Hörnerklang hoch oben in den Schluchten der Pyrenäen. Diese Erzählung war's, die uns Menschen adelte, die uns aufzeigte, dass wir über uns hinauswachsen konnten, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. Diese Dichtung illustrierte das Wesen der Tapferkeit und überführte das Mysterium des Todes in ein Reimpaar voller Heldenmut. Letztlich war es diese Dichtung, die die Furcht aus unseren Herzen verbannte und Schauspieler in Teilnehmer verwandelte. Oder anders betrachtet, manchmal geht einem das Glück aus und man muss anerkennen, dass der eigene Plan fürs Leben nicht mehr war als ein aufs Wasser gezeichneter Traum. Unmittelbar südlich von Ludlow, wo die streikenden Bergleute und ihre Frauen und Kinder von worden waren, tauchte das blaue und rote Blinken mehrerer Einsatzfahrzeuge auf, die diagonal auf dem Highway parkten, die Schnauzen auf uns ausgerichtet, wie ein Schwarm Haie. Ich schlingerte vom Highway auf eine unbefestigte Straße, das Heck des Confederate brach aus, eine Staubwolke wirbelte hoch, das Gaspedal bis zum Anschlag durchgedrückt, folgte ich dem Weg über den harten Grund, vorbei an der Stelle, wo elf Kinder und zwei Frauen in einer Erdgrube unter einer brennenden Zeltplane gestorben waren. Es ging stetig bergauf ins Hochland, nicht mehr durch Pinonkiefern und Salbei, sondern durch Fichten und Riesentannen, durch Gelbkiefern, Lärchen und Drehkiefern. Im Rückspiegel sah ich, dass drei Fahrzeuge die Verfolgung aufgenommen hatten, wenn nicht mehr. Ich nestelte die Luger unter dem Sitz hervor und legte sie aufs Armaturenbrett. Rosita starrte mich an, Panik in den Augen. Der Übergang vom südlichen Colorado Plateau ins Gebirge gestaltete sich dramatisch. Dreimal gabelte sich der Weg, dreimal entschied ich mich willkürlich für die eine oder andere Richtung. Die Gipfel lagen über 3000 Meter hoch, auf den Tannen schimmerte das Schmelzwasser in der Sonne, dazwischen ruten graue, glatte, im Schatten von Flechten bewachsene Steine. Wir überwandten eine Kuppe und fuhren einen Hang hinab, wo wir einen kurzen Blick auf einen blauen Berg erhaschten, der alle anderen überragte, auf einen solchen Giganten, dass die Baumgrenze mindestens 600 Meter unterhalb der Spitze verlief. Zwischen den Bergen hing noch ein streifen blauer Himmel, beiderseits der Gipfel eingezwängt von den schwarz heranrollenden Wolken, vor denen der Tankwart gewarnt hatte. Die Kolben des Confederate Klapperten wie Knochen, der Zeiger der Temperaturanzeige bebte im roten Bereich. Kein Zweifel, bald würde ein Pleuel den Geist aufgeben. Wir hatten eben die nächste Steigung in Angriff genommen, als ich die zweimotorige Maschine entdeckte, die ich schon in Trinidad gesehen hatte. Sie schwenkte in weitem Bogen herum, um dann geradewegs auf uns zuzuhalten und zum Überflug anzusetzen. Wahrscheinlich war es ein Aufklärungsflugzeug unterwegs im Auftrag der Staatspolizei. Weiter vorne gabelte sich die Straße erneut. Ich gab Zwischengas, schaltete in den ersten Gang und drängte den Motor mit Benzin im Überfluss. Als wir eine Biegung in dichteres Waldgebiet nahmen, wandte ich den Blick kurz von der staubigen Straße ab, um in den Rückspiegel zu schauen. Weiter unten hatten uns die Streifenwagen vorübergehend aus den Augen verloren. Schätzungsweise hatten sie an der Gabelung gehalten, um zu überprüfen, welche Richtung wir eingeschlagen hatten. Ich sah wieder nach vorne. Direkt vor uns gehnte das Nichts, ein jeher Abgrund ohne Leitplanke. Ich riss das Lenkrad herum. Zwei oder drei Sekunden später und wir wären in die gut dreihundert Meter tiefer gelegenen Bäume gestürzt. Ich kämpfte um Motorhaube. Die Luger war klappernd auf dem Boden gelandet. Wir hätten über die Kante fahren sollen, meinte sie. Was? Wäre mir lieber, wenn es so zu Ende geht. So dürfen wir nicht denken, Rosita. Bitte sag sowas nicht nochmal. Die kriegen uns. Das weißt du doch. Mach dir nichts vor. Da irrst du dich. Diese Bastarde sollten uns tunlichst nicht zu nahe kommen. Wenn getan und wir sollen uns auch noch selbst dafür bestrafen. Du lügst dir doch was vor. Der Wagen fällt jeden Moment auseinander. Hör dir nur den Motor an. Wir geben nicht auf, sagte ich niemals. Darum geht's doch nicht. Du hörst mir nicht zu. Sie hatte recht. Ich hörte ihr nicht zu. Und hatte es auch nicht vor. Schließlich wusste ich aus. Ich mache es vor. Ich hielt an, verließ den Wagen und schleuderte die Luga in die Tiefe. Als ich wieder einstieg, glänzten Rositas Augen vor Feuchtigkeit. Sie wollte ihre Tür öffnen. Ich packte sie am Arm. Willst du wirklich vor den Kern einknicken? Einmal hat jemand die Tür des Elektroschock raums offen gelassen. Ich habe gesehen, wie eine Frau Stromschläge bekommen hat. Sie hatte einen Gummiknebel im Mund. Ihr Gesicht werde ich nie vergessen. Ich ließ die Kupplung schnalzen, Kies stob von den Reifen, als ich dicht am Abgrund beschleunigte und auf einen Feldweg durch die Bäume am Westhang des Bergs ein Bog. Auf ein derart starkes Gefälle hatten wir uns noch nie gewagt. Selbst im zweiten Gang jammerte die Bandbremse, während messerscharfe Steine vom Unterboden abbreiten, gegen die Spurstangen und die Ölwanne knallten und womöglich die Reifen aufschlitzten. Hinter den Bäumen lag eine Waschbrettpiste, die durch zwei Meilen morastiges Wiesenland führte und keinerlei Deckung vor dem zweimotorigen Aufklärungsflugzeug bot, das in diesem Moment vor der Sonne herumschwenkte. Der erste der drei Streifenwagen raste aus dem Wald, in der Plexiglaskuppel auf seinem Dach wirbelten rotierende Spiegel rotes und blaues Licht umher. Zwei weitere Streifenwagen bildeten die Nachhut. Ich kann nicht behaupten, dass ich es bereute, die Luger weggeworfen zu haben, doch ohne Waffe fühlte ich mich nackt, machtlos, wie manchmal im Traum. So hatten sich wohl auch die Panzersoldaten gefühlt, die ich in den Ardennen beobachtet hatte, wie sie durch knietiefen Schnee fliehen wollten, während sie von einem deutschen MG Schützen ins Visier genommen wurden. Das war das Ende, daran bestand kein Zweifel. Auf gerader Strecke war der Confederate den Streifenwagen klar unterlegen. Man würde uns festnehmen und auseinander reißen, und Rosita wäre dem System ausgeliefert. Weiter vorne habe ich von meiner Überzeugung gesprochen, Rosita und ich seien in eine andere Dimension hinüber gefahren. Was ich in den nächsten paar Minuten erleben sollte, bestätigte mich in dieser Empfindung, aber nicht, weil sich irgendeine übernatürliche Größe in unserem Leben bemerkbar gemacht hätte. Ich hatte mich im Umgang mit Roy Weishard von meinen Vorbehalten lenken lassen und dabei vergessen, dass Vorbehalte und Anmaßung ein und dasselbe sind. Was macht der Flieger da? fragte Rosita. Die Maschine war einmal über uns hinweg geflogen und hatte mit den Flügeln gewinkt, um dann gleichzeitig Kehr zu machen und steil aufzusteigen. Ein Manöver aus dem Ersten Weltkrieg, der Immelmann. Jetzt schnellte der Pilot auf uns herab, als würde er eine Skipiste heruntergleiten, während der eine Fassrolle ausführte oder schlichtweg über Kopf flog. Ich konnte es nicht genau erkennen. Er zischte hinter uns über die Baumwipfel und zog hoch in den einen blauen Streifen Himmel, der rasant hinter der nahenden Gewitterfront verschwand. Die Reichen, hatte Großvater gesagt, gesähen sich am Ende immer zu ihres Gleichen. Was andere Vermögende anging, mag er recht gehabt haben, aber in Roy Weishard hatte er sich ebenso geirrt wie ich. Das Gaspedal des Confederate kratzte schon über den Boden. Wenn der Motor in die Luft ging, dann ging er eben in die Luft. Möglicherweise hatte das Flugzeug die Männer am Steuer der Streifenwagen abgelenkt oder vielleicht hatten auch ihre Fahrzeuge allmählich mit mechanischen Problemen zu kämpfen. Aus welchen Gründen auch immer, sie fielen jedenfalls stetig zurück und gleichzeitig streckte sich ein riesiger Schatten über das Tal. Rosita kniete auf ihrem Sitz und blickte aus dem Rückfenster. Für einen kurzen Moment erschienen Bonnie Parker und Clyde Barrow vor meinem geistigen Auge, wie sie über eine Straße in Texas bretterten und ihnen die Kugeln um die Ohren pfiffen. Auf uns feuerte niemand. Dazu hatten sie keine Chance. Ich hörte Rosita schreien. Es klang wie das Kreischen, das aus dem Confederate gedrungen war, als ich mit Großvaters Revolver durch dessen Heckscheibe geschossen hatte. Was ist? fragte ich. Der bringt uns noch um! rief Rosita. Der Flieger jagte im Tiefflug die Straße entlang, wie um einen japanischen Infanteriezug unter Beschuss zu nehmen. Er dröhnte knapp über das Dach unseres Wagens und gab uns einen Windstoß mit, als wären wir von einer klatschenden Welle getroffen worden. Ich glaubte, er würde wieder hochziehen. Vielleicht wollte er das auch. Doch solange ich Roy kannte, hatte er nie ohne Vorbedacht gehandelt und war kein einziges Mal daran gescheitert, ein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Er hatte das Fahrwerk nicht ausgefahren und seine Geschwindigkeit war deutlich zu eine Bauchlandung hinzulegen und wie ein Pflug über die Straße zu rutschen. Ihre Propeller blockierten und zerknitterten an den Tragflächen. Jedes Licht war aus dem Himmel gewichen. Die Wiesen lagen dunkel und feucht da, die Pfützen im Gras umkrenzt von Eis. Unter dem Flugzeug Rumpf stoben Funken hervor, strahlend wie das Orange, das von der Düse eines Schweißbrenners herabtropft. Es war keine laute Explosion, eher ein Aufwallen heißer Luft, als hätte sich ein Stück Metall in die Luft erhoben und wäre sogleich wieder in sich zusammengefallen, ein gelbrotes Auflackern im Schnee, wie ein Christklotz, der plötzlich zu hellem Feuer entflammt. Kein einziger Streifenwagen kam zu Schaden, doch sie saßen fest. Die Wiesen, ob vereist oder nicht, waren das reinste Moor. Als wir in den Wald am anderen Ende des Tats hineinfuhren, beobachtete ich, wie das lodernde Flugzeug und die Streifenwagen und die Polizeibeamten im Rückspiegel schrumpften und schrumpften, dem Lauf der Zeit entrissen und zu einem weißglühenden Tryptichon erstarrt, das in seiner eigenen Hitze verging. Epilog Roy's Flammentod wurde von Tageszeitungen aus allen Winkeln der Vereinigten Staaten als Tragödie bezeichnet. Das Wort von der Tragödie wurde so häufig wiederholt, dass die Leute es wahrscheinlich sogar für bare Münze nahmen. Einer der Polizeibeamten steigerte Roy's Nimbus zusätzlich, indem er erklärte, Roy hätte noch aus dem Cockpit entkommen können, sei aber sitzen geblieben und, wie der Beamte es ausdrückte, geschmolzen wie eine Kerze. Als Tragödie hätte Roy sein Leben und seinen Tod meiner Meinung nach nicht beurteilt. So viel Demut, das würde ich mir zumindest wünschen, hätte er dann doch besessen. Sollte ihm irgendein letzter Gedanke durch den Kopf gegangen sein, galt er vermutlich seinem Vater, den ich als eines der wertlosesten menschlichen Wesen auf unserem Planeten betrachtete. Roy wollte zum Helden werden, zum Helden im bestmöglichen Sinne. Man kann sich niedrigere Ziele setzen. Trotzdem beschloss ich, Roy hinter mir zu lassen, nicht auf unsere Beziehung zurück zu blicken und diese nicht als gut oder schlecht zu kategorisieren. Ich kam zu dem Schluss, dass Roy sich bewusst entschieden hatte, in den Südpazifik zurückzukehren, zu seinem Squadron Leader, um so sein damaliges Fehlurteil auszugleichen. Ich betete dafür, dass er endlich auf seine Weise Frieden gefunden hatte, so er denn jemals danach gestrebt hatte. Ich hatte also mit Roy abgeschlossen, aber Roy noch nicht mit mir. Schon Bonnie und Clyde hatten mich gelehrt, wie weit der Arm der Toten in die Welt der Lebenden reicht und wie unwillig sie Abschied von dieser Erde nehmen. Nachdem die Behörden von der Presse zum Gespött gemacht worden waren, kehrten Rosita und ich nach Houston zurück und entdeckten das Paket auf unserem Esstisch. Ein Paket ohne Absender, abgestempelt in Clayton, New Mexico. Tut mir leid, dass ich ihnen die Sache nicht persönlich geben konnte. Sie befanden sich in einem Lagerschrank in einem der Depots meines Vaters in Ost-Texas. Ich habe keine Ahnung, ob leicht darüber. Sie werden mir immer ein Beispiel sein. Machen Sie den Kern die Hölle heiß Welden. Ihr Kumpel, der Wandersmann in der Fremde. In der Kiste lagen ein Ehering, die Brieftasche meines Vaters, ein Bleistift Stummel, meine Ein-Dollar-Uhr mit der gerissenen Feder, ein Münzbeutel mit zwei Fünf-Cent-Stücken, einem Zehn-Cent-Stück und einem Penny und eine nicht abgestempelte Postkarte an Mrs. Emma Jean Holland. Mein Vater hatte die Angewohnheit, sich kurz und bündig auszudrücken, ohne Gefühlsduselei und müßiges Geschwätz. Es war eine simple Nachricht, die er nicht mal mit seiner Unterschrift ausgestattet hatte. Mir ist's gut ergangen, habe ein bisschen Geld gespart. Freitag kriege ich meinen Lohncheck und Sonntag sollte ich zu Hause sein. Geh schon mal Pfirsicheis kaufen, bald sind wir wieder eine Familie. Und sag meinem Jungen, dass ich ihn Linder Gale und Herschel ließen sich scheiden und sechs Monate später ehelichte Linder Gale Jerry Fallon. Nach einem Jahr ließ sie sich von Fallon scheiden und wurde als beste Nebendarstellerin nominiert. In der Folge heiratete sie noch zwei oder drei Mal, einmal einen Piloten, dann einen Mann, der als Offizier der Fremdenlegion an der Schlacht um Dien Pien Pu teilgenommen hatte, schließlich einen Tennisspieler, der in den Countryclubs Siege abräumte und außer dem Rennwagen sammelte, bis er sich mit einem davon auf einer Teststrecke überschlug und sich das Genick brach. Auch Liebhaber gab es, offenbar so einige. Keiner der Herren äußerte sich jemals abschätzig über Linder Gale, ob gegenüber der Presse oder anderen. Das Lehrgeld, das einige von ihnen womöglich für ihr Techtelmächtel zahlen mussten, nahmen sie wohl gerne in Kauf. Meines Wissens kehrte Linder Gale nie nach Texas oder Louisiana zurück. Sie bewahrte sich ihre Schönheit, erlebte eine atemberaubende Karriere und rief 1968 von Mexico City aus bei Hörschel Pein an, am Vorabend ihres Todes an einer Überdosis Schlaftabletten. Über den Inhalt ihrer Unterhaltung sprach Hörschel nie. Er sagte nur, sie war eine gute Frau. In den Ardennen hatte Hörschel mir erklärt, er bekomme selbst bei eiskalten Temperaturen Schweißausbrüche, wenn ein großes Unheil bevorstehe, ein Unheil wie der Vorstoß der Deutschen bei der Ardennen-Offensive. Ich hatte seine Warnung nicht ernst genommen und kurz darauf waren die Königstiger über uns hinweg gedonnert. Außerdem hatte er mir erzählt, er könne Geld riechen, insbesondere noch nicht erschlossene Öl- und Gas vorkommen, doch mit unseren beiden Fehlbohrungen bei New Roads, Louisiana, hatte er Schiffbruch erlitten. Wir hatten die Förderrechte zwar behalten, aber ich hatte den Glauben verloren. Hörschel verlor den Glauben nie. Über zwei Jahrzehnte lang hielten wir die Förderrechte, um schließlich mit neuer Bohrtechnik ins Point Coupie Parish zurückzukehren und bis in 6400 Meter Tiefe vorzudringen. Die Eigentümer der Grundstücke waren schwarze Süßkartoffel Bauern, Wir stießen auf eine Quelle, die zu den größten Ölfunden in der Nachkriegsgeschichte der Vereinigten Staaten zählte. Selbst nach jahrelanger Förderung enthielt die Lagerstätte noch geschätzte sieben Milliarden Barrel. Die Schecks über die ersten Tantiemen, die von nun an alle Viertel Jahre bei den Süßkartoffel Bauern eintreffen würden, beliefen sich auf über 200.000 Dollar. All dies geschah in einem anderen Zeitalter. Dem Krieg zum Trotz hatte unser Land noch keine Vorstellung von seinem eigenen Potenzial, vergleichbar einem Kind, das nicht ahnt, wie zerstörerisch seine unschuldig angewandte Kraft wirken kann. In den Tanzclubs und Rollschuhbahnen, in einer davon war Großvater gestürzt, tummelten sich junge Leute, die nichts als Feiertage kannten. Von der Küste Jerseys bis zum Pacific Palisades Park erklang Mächte zelebrierte, die Welt zum Sklavenlager machen wollten. Ein Sonnenuntergang, der den Westhimmel in das Pink eines Flamingo-Flügels tauchte, symbolisierte uns keinen Endpunkt, sondern einen Neuanfang, nut uns ein, an der glorreichen Verheißung teilzuhaben, die all jenen offenstand, die jung und froh Mutes waren. Der Highway 66, das Painted Desert Hollywood, das war unser gemeinsames Eigentum. Und sollten wir dieses paradiesische Selbstbild in Zweifel ziehen, versicherte uns das Radio allabendlich, dass wir Teil eines umfassenden Miteinanders seien, in dem ein jeder Tür an Tür mit Filmstars lebte. Ich hatte gehört, dass Roy's Leiche zu einem Kohlenstoffgerippe verbrannt sei, die Überreste in eine Urne gefüllt und von Jerry Fallon vor Catalina Island im Meer verstreut worden seien. Linda Gales Sarg ging auf einem gigantischen und sollte nie wieder auftauchen. Bei einem Besuch in Santa Monica kauften Rosita und ich ein Dutzend rote Rosen, Linda Gales Lieblingsblumen, liefen bei Sonnenuntergang hinaus auf den Pier und warfen sie in eine Wurge. Seitdem hoffe ich, dass Roy wusste, wer sie geschickt hatte. Anzeichen einer Bronchitis oder einer leichten Lungenentzündung hielt. Die Krankheit schritt unbeirrt fort. Zu Beginn der Nacht glühte mein Körper schon vor Hitze und bei jedem Hustenanfall musste ich mich vorn über beugen. Es fühlt sich an, als würde mir ein abgebrochenes Winkeleisen im Brustkorb stecken, schrieb ich in mein Notizbuch. Vielleicht ist es morgen früh wieder besser. Keine Neuigkeiten von Rosita. Ein Käpt'n des G2 meinte, viele jüdische Überlebende würden in die Pi-Lagern untergebracht, aber in den Akten konnte er Rositas Namen nicht finden. Ich denke ununterbrochen an sie. Im Schlaf sehe ich ihre Augen vor mir, ihre Färbung und das innere Licht, das aus ihnen dringt, unterscheiden sich von allem, was ich je gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich zur Ruhe kommen kann, bis ich sie gefunden habe. Gerade habe ich mir Blut in die Hand gehustet. Am Morgen kam ein Sanitäter in mein Zelt, maß mein Fieber und hielt mir ein Stethoskop an die Brust. Wie sieht's aus, Doc? Sir, da drin röcheln sie wie ein kaputter Gartenschlauch. Klingt nicht nach einer Lungenentzündung, was? Nein, Sir, leider nicht. Der Doc hob den Blick und sah mir in die Augen. Aber es gibt da ein neues Medikament, das wahre Wunderdinge bewirken soll. Die Tuberkulose Klinik war in einem französischen Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert eingerichtet worden, das sich mitten in einem Weingebiet befand und eine breite Steinveranda besaß, mit herrlichem Blick über Gärten und Pappeln und geduckte grüne Hügel in der Ferne über einen meandernden Fluss und weiße, mit roten Klosterziegeln gedeckte Stuckhäuser, in denen die Besitzer der Weinberge wohnten. Die Wunderdroge, die mir verabreicht wurde, nannte sich Streptomycin. Die nachmittäglichen Augustwinde brachten eine ermüdende Wärme, in der ich einen totengleichen Schlaf schlief, ohne das geringste Interesse daran, jemals wieder aufzuwachen. Die Post wurde täglich am frühen Morgen zugestellt. Irgendwie dachte ich, einer meiner vielen Versuche, Rosita Lovenstein zu finden, müsste schließlich von Erfolg gekrönt sein. Ich erhielt Feldpostbriefe von Freunden, von meiner Mutter und anderen Verwandten. Ich hörte auch von Herschel Pine, der in die Staaten zurückgekehrt war, aber niemand schrieb mir über Rosita. Nach dem Frühstück setzte ich mich in den Aufenthaltsraum der Klinik, las Zeitung und spielte Dame mit einem Mann, den man den linken Lungenflügel entfernt hatte. In einem benachbarten Zimmer lag ein Mann in der eisernen Lunge, eine Krankenschwester schob ihm gerade einen Teelöffel Eis in den Mund. Ich ging zurück ins Bett, zog mir das Kopfkissen über das Gesicht und versuchte nicht über die Operation nachzudenken, die mir womöglich bevorstand. Der Wind schien den Duft wildwachsender Mohnblumen hereinzutragen. Bald tüste ich ein und träumte von einem kastenförmigen Automobil, in dem vier Personen saßen, die soeben eine Bank ausgeraubt hatten, vier schwer bewaffnete, gefährliche Individuen. Als ich die Augen aufschlug, sah ich die Silhouette eines hochgewachsenen US-Offiziers in beigefarbener Sommeruniform. Der Mann trug eine Pilotenbrille, sein kurzgeschnittenes, feucht zurückgekämmtes Haar glänzte wie Metall, seine Haut war sonnengebräunt. Er nahm die Brille ab, legte sie ins Etui, klappte es zu und schob es in die Hemdtasche. Erst dann richteten sich seine Augen auf mich. Major Lloyd Fincher war ein Offizier, der nach einem klaren Prinzip verfuhr, eines nach dem anderen. »So, ein Nachmittagsschläfchen kann nie schaden, was?« sagte er. »Wie geht's Ihnen, Sir?« fragte ich. »Ich bin wieder bei der Division. Hätt's schlechter treffen können, muss ich sagen.« Er blickte sich um und nickte. »Ich habe gerade Ihre Nominierung für den Silver Star genehmigt. Der Papierkram hat sich ein bisschen hingezogen. Damit haben Sie drei Hörns, einen Bronze Star und einen Silver Star.« »Wofür der Silver Star?« »Tapferkeit im Kampf in den Ardennen. Wenn Sie wieder zu Hause sind, sollten Sie darüber nachdenken, in die Politik einzusteigen oder ins Versicherungsgeschäft. Sie wissen doch, dass ich eine Agentur in San Antonio betreibe.« »Ich kann mich kaum erinnern, was in den Ardennen passiert ist.« »Aber Lebende namens Rosita Lovenstein?« »Wir sind gemeinsam untergetaucht.« »Moment mal, Sie sind nicht gemeinsam untergetaucht. Sie haben ihr das Leben gerettet.« »Sargeant Herschel Pine und ich haben ihr das Leben gerettet. Aber sie hat genauso geholfen, uns am Leben zu halten. Sie hat getan, was sie konnte. Die Leute, die uns versteckt haben, konnten kein Englisch. Rosita hat das Reden übernommen. »Ja, steht alles in der Akte. Also kannten Sie die Dame wirklich? Wir reden hier über dieselbe Person, über die spanische Jüdin Rosita Lovenstein?« Als ich nicht antwortete, schlug der Major die Akte auf, entnahm ihr einige Papiere und las das oberste Schweigen durch. »Partner,« sagte er, »den Ärger sollten Sie sich ersparen. Wo ist sie? Das tut nichts zur Sache. Es gibt Leute, die denken, dass wir den nächsten Krieg mit den Ivans ausfechten werden. Die denken, es wäre klüger gewesen, wir hätten uns 1940 mit den Deutschen verbündet und die Russen angegriffen. In den Lagern saßen schließlich nicht nur Juden. Ich kann Ihnen nicht folgen. Hat Rosita Lovenstein Ihnen gegenüber kommunistische Neigungen durchblicken lassen? Von den Kommunisten wollte sie nichts wissen. Das spanischen Parlament saß. Und? Sie ist verwandt mit Rosa Luxemburg. Ich betrachtete ihn mit starrem Gesicht und ausdruckslosen Augen. Die Mutter der Roten Rosa hieß Löwenstein. Die junge Frau, die sie meilenweit durch die Gegend geschleppt haben, hat Ihnen wahrscheinlich die TBC verpasst. Lassen Sie sich kein zweites Mal reinreiten, Junge. Wissen Sie, wo sie ist? In einem schweizieren. Der Major legte die Blätter zurück in die Akte, rollte die Mappe zylinderförmig zusammen und tippte mir damit auf den Brustkorb. Die machen Kleinholz aus Ihnen und Sie haben gute Argumente, so hart vorzugehen. Wir haben nicht an zwei Kriegsschauplätzen gekämpft, nur damit sich hinterher die roten Spione in unserem System einlisten und unsere verfassungsrechtlichen Garantien missbrauchen, um uns zu vernichten, dieses Geschmeiß. Ich habe mich wohl verhört. Sein Blick driftete ab, in seinen Wangen sammelte sich das Blut. Der Major stand auf. Ich hab's etwas eilig, sagte er, hob meine Hand vom Bett auf und schüttelte sie. Manchmal geht einfach das Temperament mit mir durch. Ich schätze, hatten Geschlechtsverkehr mit dieser Lovenstein und jetzt denken die Leute. Geben sie den Leuten keinen Grund, ihnen böse zu sein. Haben sie Miss Lovenstein als Geschmeiß bezeichnet oder habe ich das falsch verstanden? Fincher setzte sich die Pilotenbrille auf. Ich hoffe, die Frau ist es auch wert. Und wenn ich ihnen beibringen soll, wie man Versicherungen verkauft, dann kommen sie nach San Antonio. Im Oktober, unmittelbar nach meiner Entlassung aus der Klinik reiste ich zum DP-Lager im Osten Nancis, nahe der deutschen Grenze. Ich hatte mindestens zehn Briefe an die Lagerverwaltung geschrieben und um Auskunft über Rosita Lovenstein gebeten, aber keine einzige Antwort erhalten. Als ich am Lager eintraf, erkannte ich den Grund für das Schweigen. Ein Großteil der Insassen glich leeren Höhlen. Viele hatten eine tätowierte Nummer auf dem linken Unterarm, manche starrten mit dem glasigen Blick der Schizophrenen durch den Maschendrahtzaun. Ihr gemeinsamer Nenner schien eine pathologische Distanziertheit zu sein. Rosita war nirgends zu entdecken. Wo ist sie? fragte ich den Sekretär im Verwaltungsgebäude. Sie hat das Lager letzte Woche verlassen. Wohin ist sie gegangen? Der Sekretär saß an einer älteren Schreibmaschine, auf dem Schreibtisch stapelte sich Papier. Er war als Katastrophenhelfer ins Land gekommen und sprach ein Englisch mit britischem Akzent. Gehören sie zur Familie? Nein, ich habe sie aus einem Leichenhaufen gezogen und durch schweres Artilleriefeuer getragen. Wir haben uns zusammen in einem Keller versteckt. Ah, sie sind das. Sie hat mir von ihnen erzählt, erwiderte der Sekretär. Sie ist in Marseille. Haben sie ihre Adresse? Sie wohnt in einer Er notierte eine Adresse und reichte mir den Zettel. Die haben kein Telefon. Wollen sie jetzt nach Marseille? Ja. Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, nimmt sie heute oder morgen ein Frachtschiff nach Haifa. Ich wünsche ihnen viel Glück. Tut mir leid, dass wir ihnen nicht früher Bescheid sagen konnten. War sie krank? Nicht kränker als alle anderen hier. Noch am selben Abend nahm ich den Zug nach Marseille. Auf dem Weg zur Küste regnete es ununterbrochen. Der Großraumwagen war überfüllt und überheizt vom Kohleofen und roch nach ungewaschenen Leibern und feuchter Wolle. In einer trüben Morgendämmerung fuhren wir in den Bahnhof ein, die Sonne kaum mehr als ein blaugraues Leuchten am Horizont und auf den Schwellen und Schienen des Rangierhofs schimmerten Ausscheidungen, die aus den Passagiertoiletten auf den Boden entleert worden waren. Im Bahnhofsgebäude putzte ich mir die Zähne und rasierte mich mit kaltem Wasser, dann nahm ich mir ein Taxi und ließ mich zur Adresse der Pension bringen, die ich vom Sekretär des DP-Lagers erhalten hatte. Ich ging zur Concierge, nannte ihr Rositas Namen und wartete mit klopfendem Herzen ab, als hätte ich mich gerade einen Berg hinauf geschleppt, nur um festzustellen, dass die Luft auf dem Gipfel gefährlich dünn war. Der Körper der Concierge war derart geschwollen vom Fett, dass ihr schwarzes Kleid beinahe an den Hüften platzte. Sie musterte mich mit dem aufmerksamen stechenden Blick eines Falken. Je suis un ami, fügte ich hinzu. Nachdem sie mir noch einen Augenblick später kam Rosita herunter, in einem weißen Rock mit Rüschensaum, der ihr bis zu den Waden reichte, und einer lavendelfarbenen Bauernbluse. In ihrem üppigen, am Nacken abgeschnittenen Haar spielte das Licht. Sie war eine wahre Erscheinung. Hey, Kleine, sagte ich. Hallo, Weldon, antwortete sie. Woher wussten Sie, wo ich bin? Ich hab seit März versucht, sie zu finden. Ein Major meiner Einheit hat mir verraten, dass sie in Nancy sind. Da war ich gestern und gestern Abend habe ich den Zug her genommen. Frühstücken wir erst mal was. Morgen früh nehme ich ein Schiff nach Palästina. Draußen war die Sonne durch eine Wolke gebrochen, das regennasse Kopfsteinpflaster glitzerte im Licht. Das besprechen wir dann, meinte ich. Sie blickte mir von unten herauf ins Gesicht. Was gibt es da zu besprechen? In dieser Welt ist so vieles möglich. Man muss alle Optionen sehen. Wieso sollte man sich auf eine oder zwei Möglichkeiten beschränken? Sie wollte noch etwas sagen, aber ich ließ es nicht dazu kommen. Ich legte ihr den Arm um die Schultern und führte sie aus der Tür und in ein Café mit vor Hitze beschlagenen Fenstern. Wir taten uns an Joghurt und Räucherfisch gütlich, an frisch gebackenem Brot mit Marmelade und Butterflocken, an Kaffee mit Zucker und heißer Milch. Bis vor kurzem hätte man nie gedacht, man könnte all dies jemals wieder in einem europäischen Café bekommen. In der Wärme des Gastraums schien Rositas Haut zu leuchten. Ihr Haar hatte sich in den Sommermonaten aufgehellt und den einzelnen braunen Strähnen haftete ein goldner Schimmer an, der es mir schwer machte, nicht die Hand auszustrecken, um sie zu berühren. Kommen Sie mit nach Paris, sagte ich. Ich muss um neun Uhr morgens auf dem Frachter sein. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Sie wandte den Blick ab und lächelte. Wissen Sie, wie schwer es war, einen Platz auf will Ihnen jemanden vorstellen? In zwei Stunden geht unser Zug nach Paris. Wen wollen Sie mir vorstellen? Das sehen Sie dann schon. Wissen Sie eigentlich, wie anmaßend Sie hier auftreten? Rosita. Was? Sie klang gereizt. Ich nahm ihre Hand, hielt sie auf dem Tisch fest und ließ sie nicht mehr los. Sie sind es. Ich bin was? Sie wissen �, was ich meine. Wenn es nicht funktioniert, bringe ich sie persönlich nach Haifa. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Für die Fahrt nach Paris buchte ich uns ein Abteil. Um zehn Uhr sechs und vierzig verließ der Zug den Bahnhof und als der Abend dämmerte, war der Eiffelturm in Sichtweite. Sie wollen mir jemanden vorstellen? fragte Rosita. Wo soll das stattfinden? Am Jardin de Tuilerie. Glauben Sie mir, er ist ein ganz erstaunlicher Mann. Ich kann nicht glauben, dass ich wirklich mitgekommen bin. Mein Freund wird Ihnen sehr gefallen. Vor dem Bahnhof winkte ich ein Taxi heran. An den Tuilerien gab ich dem Fahrer sein Geld, holte unser Gepäck aus dem Kofferraum und stellte es auf dem Fußweg zum Park ab. Die Luft war feucht und kalt. Sie die Temperatur sank spürbar und der herbstliche Geruch des Windes schien nicht nur einen Wechsel der Jahreszeiten zu prophezeien. Er sprach von einem Winter, auf den kein April folgen würde, von einer Welt, wie sie seit dem 1. September 1939 gewesen war. Wo ist ihr Freund? Er kommt bestimmt gleich. Rosita hatte sich einen Schal um den Kopf gebunden und blickte sich auf dem Fußweg um. Ich glaube, wir sollten wieder fahren. Ich glaube, wir haben uns beide ein bisschen zum Narren gemacht. Da drüben, ich deutete mit dem Finger. Er ist ein wenig exzentrisch, aber er steht zu seinem Wort. Eine Gestalt mit Mönchskapuze näherte sich. Das Gesicht des Mannes wirkte wie eine Kreuzung zwischen einem Canterbury Pilger und einer Ziege. Er ging an einem dünnen Stock, trug überdimensionierte Schuhe und ausgebeute Hosen. Man hätte ihn wohl mit Charlie Chaplin vergleichen können. Als er Rosita ein breites Lächeln schenkte, sah man seine vom Rotwein gefärbten Zähne. Er verbeugte sich. Das ist Pater Sasson, stellte ich Ja, so nennt man das wohl für gewöhnlich. Wieso wurde er verstoßen? Das habe ich mich nie zu fragen getraut, antwortete ich. Pater, wenn Sie erlauben, rede ich noch ein, zwei Worte mit Rosita, dann fahren wir fort. Wie Sie wünschen, mein Freund. Ich griff in die Jackentasche und holte ein filzbezogenes Kästchen hervor. Das gehörte meiner Großmutter. Meine Mutter hat es mir gegeben, kurz bevor ich nach Europa aufgebrochen bin. Wenn du das richtige Mädchen findest, hat sie gesagt, dann gibst du ihr das. Ist das ein Heiratsantrag? Könnte man so sehen, aber wenn Sie mich fragen, ist es sowieso schon beschlossene Sache. Ist es was? Sie sind die fantastischste Frau, der ich je begegnet bin. Sie haben Augen, wie ich sie noch nie gesehen habe, Sie sind der mutigste Mensch, den ich kenne. Seit vergangenem März denke ich jede Minute jedes Tages an Sie. Und Sie glauben, ich würde jetzt einfach Leine ziehen? Das ist doch lächerlich. Was wissen Sie denn schon über mich? Alles. Sie strahlen vor Licht. Sie kennen keine Angst. Ihr IQ liegt wahrscheinlich über 160. Ich nahm den Ring aus dem Kästchen. Er war mit Ich dachte, wir könnten uns ein Haus unten am Golf kaufen. Da ist es wie an der Riviera, nur ohne das ganze Gesindel. Und so heirateten wir an Ort und Stelle zwischen Louvre und Place de la Concorde, unweit des Grabmals Napoleons und der Glocken, an denen Quasimodo sich in die Tiefe geschwungen hatte. In der letzten Oktoberwoche 1945, inmitten einer europäischen Stadt, in der die vielleicht als Erinnerung an Vergangenes, vielleicht als Zukunftsomen. Noch vor Weihnachten desselben Jahres war ich aus der Armee entlassen worden und Rosita und ich hatten uns auf der Ranch meines Großvaters eingerichtet. Bei Sonnenaufgang kalkte der Frost die Weiden, die Scheune und die Bäume, Eis glasierte die Tränke neben dem Windrad. Wenn die Sonne dann höher in den makellos blauen Himmel stieg und den Tag erwärmte, klimperte das Wasser in den Bäumen, stieg Dampf und Ertränke auf, jagten die Eichhörnchen einander durch den Pekanusgarten. Es war einer von vielen schönen Wintertagen in einem Landstrich, wo binnen einer Woche alle vier Jahreszeiten zu Besuch kommen konnten. Rosita saß hinter mir im Schaukelstuhl, sie trug Jeans und Wildleder Halbstiefel, die ich ihr gekauft hatte, und auf ihrem Schoß lag eine Zeitschrift. Wie Wieso? sagte sie. Da kommt Herschel Pine mit dem Bus an, erwiderte ich. Er will sich mit uns treffen. Anderthalb Stunden dauerte die Fahrt auf der alten, großteils ungepflasterten Straße zu dem Café in Kerville, das als Haltestelle unserer innerstaatlichen Buslinie diente. Der Bus kam an, Herschel stieg aus. Er trug einen schlechtsitzenden Anzug von der Stange, der bei Robert Hall für zwölf Dollar zu haben war, eine Ansteckfliege und braune Schuhe, die nicht zum Anzug passten. Seine Handrücken waren gebräunt und sommersprossig, während seine Stirn am Haaransatz bleich wirkte, als wäre er mit Hut in der Sonne unterwegs gewesen. Herschel hatte eine Pappröhre und einen Koffer dabei, der von einem Gürtel zusammengehalten wurde. Ist das eine Freude, Sie beide zu sehen, sagte er. Die Docks haben mir drei Zehen abgenommen. Nennen Sie mich einfach Rosita Herschel. Es freut mich sehr, Sie wieder zu sehen, sagte sie. Wir haben oft an Sie gedacht. Sehr freundlich von Ihnen. Herschel hatte uns noch nicht die Hand geschüttelt und fühlte sich merklich unwohl in seiner Haut. Er stellte den Koffer ab und hielt erst Rosita, dann mir die Hand hin, während sich sein Gesicht rötete. Ich klopfte ihm auf die Schulter. Was steckt in der Röhre da? Konstruktionszeichnungen, antwortete Herschel. Und warum schauen Sie dauernd zum Bus? fragte ich. Da saß so ein seltsamer Kerl in der letzten Haie, aber vielleicht habe ich auch nur chronisches Fracksausen. Das sagt jedenfalls meine Frau immer. Ich helfe Ihnen mit dem Gepäck, meinte ich. Da, das ist er, der große unrasierte Teufel, der gerade ins Café geht. Ich spüre es Ihnen, seine Augen haben sich die ganze Zeit in meinen Nacken gebohrt. Puh, sieht für mich wie ein ganz normaler Kerl aus, Herschel. Ja, vielleicht. Linda Gale, also meine Frau, sie sagt immer, ich soll nicht so ein Schwarzmaler sein. Was sind das für Konstruktionszeichnungen, erkundigte ich mich. Ich zeige es Aber damit tat ich ihm Unrecht. Herschel freute sich offensichtlich aufrichtig über unser Wiedersehen und während der Fahrt zur Ranch bestaunte er die Umgebung mit kindlicher Neugier. Das Haus im viktorianischen Stil mit seiner ausgeblickenen abgeblätterten Farbe und seinen 600 Morgen Land, das in meinen Augen für die verarmte Oberschicht stand, schien er als herrliches Königreich wahrzunehmen. Kaum hatte er den Koffer im Flur abgestellt, ging er ins Esszimmer und bat um Erlaubnis, den Inhalt der Pappröhre auf dem Tisch zu entrollen, als müsste er seine Anwesenheit in unserem Heim rechtfertigen. Hier, Lieutenant, das ist der Bauplan des Schweißgeräts, mit dem die Tigerpanzer gebaut wurden, erklärte er. Schauen Sie, verglichen mit unserem Verfahren waren die Deutschen schon zwei oder drei Schritte weiter. Sie haben Platten aus gerolltem, homogenem Nickelstahl zusammengeheftet, die nur ein Volltreffer mit einer Panzerabwehrgranate anknacksen kann. Kommen Sie soweit mit? Denke schon, sagte ich. Ich sah, wie Großvater in der Küche stand und uns mit irritiertem Blick beobachtete. Er ging auf die 90 zu, hatte milchblaue Augen und zu Auberginen geschwollene Waden. Vor dem Krieg habe siebzehn deutsche Lichtbogenschweißgeräte aufgetrieben, Lieutenant. Wir müssen sie nur noch ins Land schaffen und ich weiß, wo ich eine flotte ausrangierter Army Pritschenwagen herkriege. Nennen Sie mich Weldon. Ja, Sir, ich kann uns deutschen Stahl besorgen für die Schaufelräder unserer eigenen Grabenfräsendung. Heute Abend ist es so still, dass man hören kann, wie sich die Äste durchbiegen und der Schnee durch die Zweige zu Boden rieselt, schrieb ich. Gerüchte machen die Runde, die Waffen-SS habe einen Aufklärungstrupp geschickt, der sich bis auf 1000 Meter an unsere Linie angenähert habe, aber darauf gebe ich nichts. SS-Aktionen werden normalerweise von einem großen Panzeraufgebot begleitet. Major Fincher ist meiner Meinung, unglücklicherweise gilt Major Fincher als gemeingefährlicher Idiot. Am Kasserin-Pass hat er einem ganzen Regiment befohlen, keine Schützenlöcher, sondern flache Schützengräben anzulegen. Deutsche Tigerpanzer überrollten die Stellung und fuhren auf den Gräben im Halbkreis umher, und ihre Ketten verarbeiteten sechzig Mann zu Brei. Ich konnte den Eintrag nicht abschließen, Sergeant Herschel Pine steckte den Kopf über den vereisten Haufen aus Schnee und Erde am Rand meines Schützenlochs und starrte auf mich herab. Der Windbrand hatte sein schmales Gesicht gerötet, auf seinen Wangen wuchsen rotblonde Barthaare, und sein Helm presste sich in den Schal, den er sich um die Ohren gewickelt hatte. Es gibt ein Problem, Lieutenant, sagte er. Was für ein Problem? Ich legte meinen Bleistift zwischen die Seiten und schloss das Notizbuch. Pine ließ sich in das Loch gleiten, sein Atem vernebelte die Luft, auf seiner Feldjacke hafteten Eiskristalle. Er hatte eine Thompson Maschinenpistole dabei, dazu drei mit Klebeband zusammengepappte Magazine, eines davon saß in der Halterung. Bevor er antwortete, wischte er sich mit dem Handschuh über das Gesicht, um gefrorenen Schleim aus seinen Nasenlöchern zu entfernen. Am Abzugsfinger war der Handschuh abgeschnitten. Steinberg ist ziemlich durch den Wind. Wieso das? Die Waffen SS macht keine jüdischen oder verwundeten Gefangenen. Schicken Sie ihn rüber. Wenn Sie mich fragen, macht Steinberg entweder die Vorhut oder wir Miene steigen muss, dann lieber einer, der uns eh nur ein Klotz am Bein ist, lieber als ein guter Soldat, Sir. Steinberg ist ein guter Soldat, Sergeant. Pine hatte sich auf ein Knie gekauert. Jetzt schlug er die Augen nieder. Ich wusste, was auf mich zukam und ich wollte es nicht hören, auch wenn ich es ihm nicht übel nehmen konnte. Es war der einer von denen als einer von uns. Lassen Sie das dumme Geschwätz Pine, aber auf der Stelle verstehen wir uns. Ja, Sir, antwortete er, ohne mich anzusehen. Seine Wimpern waren lang wie die eines Mädchens, die Wangen unter seinen Barthaaren rosig wie Äpfel. Ich hörte seinen Atem. Er versuchte, seine Wut zu verbergen, sein Misstrauen gegenüber allen, die er als privilegiert bezeichnet hätte. Wie verbringen Sie zu Hause den Weihnachtstag, Pine? Nun blickte er mich verunsichert an. Wir knacken draußen auf der Veranda Pekan Nüsse. Und weiter? Meistens backt meine Mutter Früchtebrot. Mein Daddy macht eine große Schüssel Eierpunsch, aber mit Gutum Whisky aus dem Laden, nicht mit Schwarz gebranntem. Ich und mein kleiner Bruder und ein Farbiger, der für uns arbeitet, gehen Eichhörnchen jagen. An Weihnachten ist es draußen fast immer mild. Klingt doch nach einem gemütlichen Feiertag, meinte ich. Ich muss Ihnen was sagen, Sir. Nur zu. Letzte Nacht, als wir auf Patrouille auf einen Horchposten gestoßen sind, hat Steinberg gleich das große Zittern gekriegt. Der hätte uns alle unter die Erde bringen können, und das war schon das zweite Mal. Ich rede mit ihm. Sir, ich muss Ihnen noch was sagen. Ich wartete ab. Ich habe eine Nase für Geld. Ich schwöre es bei Gott, Sir. Ich rieche alte Münzen unter der Erde. Ich rieche Öl und Gas, bevor der Bohrer zum ersten Mal in die Lagerstätte vordringt. Waren Sie schon mal dabei, wenn so eine Ölquelle angezapft wird? Die Rohre fangen an zu schwitzen und im nächsten Moment zittert die ganze Bohr Plattform. Was wollen Sie mir damit sagen? Und ich habe noch eine Gabe, Lieutenant. Kurz bevor irgendwo alles vor die Hunde geht, bricht mir immer der Schweiß aus. Vielleicht hat Steinberg ja recht mit seinen Sorgen. Ich glaube, es kann gut sein, dass die crowds genau hier durchbrechen wollen. Ich schwitze hier schon seit unsere Aufgaben kein Wort mehr über Steinberg oder durchgeschwitzte Hemden, klar? Und jetzt zurück auf ihren Posten. Eine halbe Stunde später, als am Horizont gerade der letzte Rest dunstig silbrigen Sonnenlicht erlosch, hörte ich, wie an unserer Flanke Handfeuerwaffen knallten. Aus großer Entfernung klang es nach fetten Regentropfen, die auf Seerosenbetter platschen. Die Auseinandersetzung nahm an Intensität zu, die vereinzelten Schüsse steigerten sich zu einem anhaltenden, sich immer weiter aufschaukelnden Brüllen. Kaum war ich aus meinem Schützenloch geklettert, hörte ich das Knarren der Panzerketten und das Krachen umknickender Bäume. Schneebeladene Äste klatschten auf den Waldboden. Es ist nicht leicht zu beschreiben, welche Wirkung der Einfall eines Königstigerpanzers in ein mit leichter Infanterie besetztes Gebiet auf Augen und Ohren Porsche-Motor auf fast 40 Stundenkilometer beschleunigen. Seine 88-Millimeter-Kanone konnte einen Sherman-Panzer auf eine Entfernung von über einem Kilometer treffen und zerstören. Panzerfaustköpfe und selbst die französischen 75-Millimeter-Geschosse prallten häufig von seinen abgeschrägten Seitenwänden ab. Ich beobachtete, wie hinter einer 40 Meter entfernten Anhöhe riesige Bäume umstürzten. Dann überwand der Tiger die Steigung, kurz ragte sein Bug hoch in die Luft, fast wie ein Pferd, das sich in der Koppel aufbäumt und als sein volles Gewicht auf den Hang donnerte und Felsen zu Kies zerkleinerte, bebte die Erde unter meinen Füßen. Über der Luke mit dem aufgemalten eisernen Kreuz sah ich einen Moment lang den Kopf und die Schultern des Panzerkommandanten. Er trug eine schwarze Mütze und eine schwarze Jacke und hatte ein Gesicht, das in seiner Eindimensionalität und Ausdruckslosigkeit einem Teigklumpen ähnelte. Der Kommandant zog sich ins Innere zurück und schloss die Luke und im selben Augenblick eröffneten die beiden MG 34 unter dem Geschützturm das Feuer. Die Geschehnisse der nächsten paar Minuten kann ich nicht mal mit annähernder Genauigkeit schildern. Irgendwer schrie nach einem Sanitäter. Ich beobachtete, wie Private First Class Jason Steinberg und drei weitere Männer von Maschinengewehrfeuer getroffen und von einem Tigerpanzer überrollt wurden. Ich erinnere mich, wie ich mit meiner Fünfundvierziger aus nächster Nähe zwei Mitglieder der Waffen-SS erschoss. Ich sah, wie sich deutsche Infanteristen aus dem Nebel hinter den Panzern lösten, einige im Ledermantel mit enggezurrtem Gürtel und der blitzförmigen Doppelruhne auf den Seiten ihres Helms. Plötzlich kniete ich hinter einem Felsbrocken und feuerte mit einem Karabiner, der mir nicht gehörte und dessen Schaft zersplittert war. Holzspäne hatten sich in mein halbes Gesicht eingedrückt, von meinem Ohr tropfte Blut und ich hatte keine Erinnerung an die Kugel, die offenbar in den Schaft eingeschlagen war. Während die Tiger unsere Schützenlöcher zerschmetterten, bearbeiteten ihre Kanonen bereits das schneebedeckte Feld hinter uns, das im Mondlicht noch weiß und glatt schimmerte, wie die Glasur einer Hochzeitstorte. Der flammenspeiende Donner, der aus den Geschützrohren der 88er hervorbrach, war von einer surrealen Wucht so laut und übermächtig, dass er selbst das Ächzen der Panzerketten übertönte, die sich alles einverleibten, was ihnen in die Quere kam. Explosionen, die mir buchstäblich die Sinne durchschüttelten, als würden sich meine Augen, mein Gehirn, meine inneren Organe nacheinander in den Schnee entleeren. Ich hörte ein Knarren in meinem Rücken, eine beinahe zwanzig Meter hohe Tanne rauschte durch das Blätterdach in die Tiefe. Wie gelähmt starrte ich auf den fallenden Riesen, fast wie ein armer Totgeweiter, der nur noch zusehen kann, wie sich die Klinge der Guillotine auf seinen Hals senkt. Der Nebel zwischen den Stämmen, die Schreie der hingerichteten Verwundeten und die gebellten Befehle der SS-Unterführer, all das ging im Grollen der Tiger auf, die scheppern wie ein ganzer Schrottplatz über das Schneefeld rollten. Mit der Gewalt eines Ambosses krachte die Tanne auf meinen Helm, fräste den Stahlrand über meinen Nasenrücken und drosch mich in die Erde. Stunden später erwachte ich am Grund eines Granat-Trichters, vollständig begraben unter den Ästen der Tanne. Das Blätterdach des Waldes war ausradiert, der Himmel klar und schwarz und gemustert von Sternbildern, die Temperatur nahe am Nullpunkt. Ich glaubte, ein Wimmern zu hören, als läge keine anderthalb Meter entfernt ein quengelnder Säugling unter dem Schnee. Ich suchte mir einen Klappspaten und begann zu graben. Die Panzerketten hatten den Schnee verdichtet wie feuchten Sand. In dreißig Zentimetern Tiefe stieß das Stahlblatt gegen einen Holzbalken, dann gegen einen weiteren Holzbalken und mir wurde klar, dass ich mich in das befestigte Schützenloch irgendeines Soldaten vorarbeitete. Die eigentliche Öffnung war zusammengedrückt worden, als hätte man die Kordel eines Lederbeutels zugezogen, und nun saß der Infanterist in einem vereisten Kokon fest, kaum größer als die Gebärmutter einer fettleibigen Frau. Ich bog den Spaten zu einer Gartenhacke und fing an, auf die Brocken aus Fels und Schnee und Erde und zerstörtem Holz einzuhauen, bis ich ein handbreites Loch geschaffen hatte. Als ich ihn durchlangte, berührten meine Finger ein unrasiertes Gesicht, kalt und rau wie Stein. Die Knie des Eingeschlossenen waren nach oben gepresst worden, fast bis unter das Kinn. Er wollte etwas sagen, doch seine Zähne klapperten zu heftig, um verständliche Worte aneinander zu reihen. Ich fasste ihn an den Handgelenken, zerrte ihn über den Rand des Schützenlochs und wischte ihn über das Gesicht. In seinen Wimpern hingen gefrorene Tränen. Er hob die rechte Hand und betastete meine Brust, als müsste er sich vergewissern, dass ich aus Fleisch und Blut war. Am Abzugsfinger war sein Handschuh abgeschnitten. »Wurden Sie getroffen?« fragte ich. »Weiß nicht, Sir«, antwortete er. »Wo ist Ihre Thompson?« »Weiß nicht«, er blickte sich um und schüttelte den Kopf. »Wo sind die alle?« »Sie sind tot«, sagte ich. »Die Verwundeten haben Sie auch erschossen. Können Sie laufen?« Er hatte seinen Stahlhelm verloren. Sein Haar war gespickt mit Eisblittern, die mich an Steinsalz denken ließen. Er starrte auf die zerbrochenen Bäume am Erdboden und die geschwärzten Flecken, wo die deutsche Infanterie ihre Kartoffelstampfer über ihre Panzer hinweg in unsere Mitte geschleudert hatte. Er betrachtete die Tigerspuren, die geradewegs über das Loch führten, aus dem ich ihn gezogen hatte. »Haben Sie mich verstanden, Sergeant? Wir befinden uns hinter den feindlichen Linien.« Er hatte Probleme, den Sinn meiner Worte zu erfassen. Ich deutete nach Westen, wo tief am Himmel Lichter auflackerten, unregelmäßige Blitze wie Wetterleuchten oder Elektrizität, die lautlos in einer Gewitterfront verglüht. »Das ist unsere Artillerie und keiner von uns beiden ist noch besonders gut in Schuss. Wäre keine gute Idee, in Gefangenschaft zu geraten.« Er hob den Blick und sah mich an, als erinnerte er sich an einen Traum. »Was ist mit Steinberg?« Steinberg hat's erwischt. »Wie?« Vom Königstiger überrollt. »War er da noch am Leben?« »Ich weiß es nicht«, log ich. Er versuchte aufzustehen, doch erst knickte sein linkes Knie ein, dann sein rechtes. Er ruderte mit den Armen. »Reißen Sie sich zusammen! Die Deutschen werden hier wahrscheinlich einen Sammelpunkt einrichten und wenn es soweit ist, sollten wir verschwunden sein. Haben Sie das verstanden, Sergeant?« »Ich kann nicht laufen, Lieutenant. Meine Beine sind wie tot. Sie werden laufen, ob Sie wollen oder nicht. Legen Sie mir den Arm um die Schultern und setzen Sie ein Fuß vor den anderen, wie beim Tanzen.« Er stolperte und klammerte sich mit aller Kraft an meine Schulter. »Klappt doch hervorragend!« sagte ich. »Habe ich zu viel versprochen? Wir sind die Boogie-Wooogie-Boys der B-Kompanie.« »Ja, Sir.« »Wir müssen uns ein sicheres Versteck suchen, bevor die Sonne aufgeht. Irgendwie finden wir dann schon zu unserer Frontlinie. Das glauben Sie mir doch.« »Ja, Sir.« Er hinkte neben mir her, durch die zerschlagenen Bäume und sonstigen Überbleibsel der Schlacht. »Lieutenant«, sagte er, »ich muss Ihnen noch erklären, warum ich geheult habe, als Sie mich aus dem Loch gezogen haben. Ich habe nämlich nicht wegen dem Panzer geheult.« »Ist egal.« »Nein, Sir, ist es nicht. Ein Kraut ist auch nur ein Mensch, nicht mehr und nicht weniger. Aber als ich ein Baby war, haben Sie mich mal in eine Gummidecke eingewickelt. Eine Negerin, die draußen die Wäsche aufgehängt hat, hat zum Fenster reingeschaut und ist reingerannt und hat mir das Leben gerettet. Mein Gesicht war schon blau angelaufen, und seitdem habe ich deswegen Albträume. Ich stecke in einem Tunnel fest und kann die Arme nicht bewegen und brülle nach meiner Mutter. Das ist das Schlimmste, was mir je passiert ist, Sir, und da unten in dem Loch, da ging alles wieder von vorn los.« »Verstehe, Sergeant.« »Nein, Sir, das kann keiner verstehen. Ich fürchte mich schon mein ganzes Leben vor engen Räumen. Da unten drin wäre ich am liebsten gestorben. Dann hätte ich es hinter mir gehabt. Hätte ich eine Waffe dabei gehabt, ich hätte mir selbst den Gnadenschuss verpasst. Er atmete schwer und seine Hüfte schlenkerte immer wieder gegen meine. Ich hielt ihn an der Taille umfasst und sorgte mit der anderen Hand dafür, dass sein Arm nicht von meiner Schulter abrutschte. Im Osten war der Wald dran zu erkennen, daneben strahlte ein Schneefeld unter dem Mond wie Feuer. Ich hatte keine Ahnung, wo wir uns befanden. Der Krieg war nicht nur weitergezogen, er schien jedes Interesse an uns verloren zu haben. In der Ferne sah ich einen verschlungenen, wie schwarzes Öl schimmernden Fluss, jenseits des anderen Ufers, einen Eisenbahndamm und einen Wasserturm. Aneinandergeklammert stapften wir durch den Schnee mit tränenden Augen und Ohren wie Blumenkohlbrocken. Wenn ich in den Wind blickte, pfiff er mir mit der Schärfe eines Barbiermessers um die Wangen. Wir blieben den ganzen Tag im Wald. Über uns zog ein Bomberverband mit Jagdschutz vorbei, so weit oben, dass die Kondensstreifen kaum zu erkennen waren. Kurz vor Sonnenuntergang brauste eine einzelne, mit Zebramuster bemalte Messerschmitt im Tiefflug übers Gelände, so nah, dass ich das bebrillte Gesicht des Piloten erkennen konnte, als er an uns vorüber donnerte. Als die Nacht hereinbrach, stiegen Sergeant Pine und ich zum Fluss hinab, schoben ein Ruderboot aus dem Eis und dem gefrorenen Schilf an der Böschung aufs Wasser, ruderten ans gegenüberliegende Ufer und kauerten uns unter den Eisenbahndamm. Ich war erschöpft, froher und hungerte wie nie zuvor, ein Hunger wie eine Ratte, die einem ein Loch in den Grund des Magens frisst. Als ich das Ohr auf die Gleise legte, hörte ich ein Geräusch im Stahl, das in diesem Augenblick nur einen einzigen Vergleich zuließ, das warme, stetige Rauschen des Blutkreislaufs einer Frau, wenn man den Kopf auf ihre Brust bettet. Das Scheinwerferlicht der Lokomotive schwankte an uns vorüber, die meisten Waggons schienen leer zu sein. Sie kippelten auf ihren Untergestellen, während wir an den Gleisen entlang rannten und der Kies unter unseren Füßen wegspritzte. Ich sprang in einen Güterwaggon, in dem Spreu umherwirbelte, ein Geruch nach Getreide und Vieh, beugte mich nach unten, packte den Sergeant am Handgelenk und zog ihn durch die Tür. Als hinter uns die moorige Auenlandschaft zur Seite kippte, betete ich, dass unsere Reise nach Norden ging, nach Belgien. Ich betete, dass uns eine große Erlösung bevorstand. Der Zug beschleunigte und nahm eine langgezogene Kurve, die uns geradewegs nach Osten führte. Weit voraus konnte ich das Glühen der Feuerbüchse im Führerhaus und die Funken erkennen, die vom Schornstein davon stoben. Ich legte mich in den hinteren Teil des Waggons und deckte mich mit einem Haufen Jutesäcken zu. In meiner Müdigkeit kümmerte es mich nicht mehr, wohin der Zug uns brachte. Als mir die Augen zufielen, hörte ich noch, wie der Sergeant die Schiebetür schloss, und bald schlief ich tief und fest. Die Räder des Waggons ratterten über die Gleise, der Boden schaukelte mich wie eine Wiege. Bei Sonnenaufgang schreckte ich hoch, wie immer, wenn man abrupt erkennen muss, dass die eigenen Probleme keine Einbildung sind und der Schlaf nur etwas Aufschub gewährt hat. Wo sind wir? fragte ich. Sergeant Pine hatte die Tür einige Zentimeter weit nach hinten geschoben. Sicher nicht in Kansas, Sir, antwortete er. Er im Schweinestall. Ich kroch zur Tür und blickte hinaus. Die Landschaft war in einen Nebel gehüllt, dessen Farbe und Geruch weniger an den Dunst von Flüssen und Seen erinnerten, denn an den Rauch von Industrie. Die Sonne hing über dem Horizont wie ein zitronengelber Splitter geschabtes Eis. Wir müssen runter vom Zug, meinte ich. Sir, ich hab da was gefunden, am anderen Ende vom Waggon. Hier war nicht nur viel drin. Hinten in der Ecke liegt ein Berg menschlicher Kot. Gefroren, deshalb stinkt's nicht. Glauben Sie, hier drin wurden Kriegsgefangene transportiert? G.I.s und Briten hätten die Wände verziert, erwiderte ich. Was wollen Sie damit sagen? Dass mit dem Zug hier Juden verschifft werden, Sir? Wer sonst? Ich weiß nicht, Lieutenant, ich weiß nicht, ob ich die Gerüchte glauben soll. Sie haben die SS doch bei der Arbeit erlebt. Herr im Himmel, Sir! Was ist denn jetzt schon wieder? Meine Bemühungen, einen umgänglichen Ton anzuschlagen, gerieten in Straucheln. Da, da hinten, antwortete Sergeant Pine und deutete durch den Türspalt. Am Himmel flogen zwei Jäger einen weiten Bogen und kamen dann im Tiefflug herangeschnellt, knapp über dem Boden, direkt vor der Sonne, die die bedrohlichen Mündungen ihrer Fünfziger-Maschinengewehre blitzen ließ. Auf ihren Tragflächen prangte ein weißer Stern in einer blauen, rot umrandeten Scheibe. Ich sah, wie die Erde eines bewirtschafteten Feldes in einer schnurgeraden Linie hochspritzte, kurz bevor ich die Kugeln hörte, die auf die Seitenwände der Waggons einprasselten, wie ein Eimer voller Murmeln. Es war ein ergreifendes Gefühl zu erleben, wie meine Landsleute auf beinahe magische Weise am Himmel erschienen, ihre Flügel geschmückt mit einem Abzeichen, das in unseren Augen das Licht der Zivilisation symbolisierte. Unglücklicherweise beschossen unsere Landsleute nicht nur unseren Feind, sondern auch uns. Die Jäger röhrten über uns hinweg, flogen eine weitere Schleife und setzten zu einem zweiten Überflug an, diesmal mit Raketen unter den Tragflächen. Die Raketen schlugen zielgenau und die Lokomotive ein und sprengten Führerhaus und Heizkessel in zwei, wodurch der Tender ausbrach, den Bahndamm hinabbretterte und ein halbes Dutzend Waggons mit sich riss. Unser Waggon rollte gemächlich aus, bis er schließlich reglos auf den Gleisen stand. Der Sergeant und ich drückten die Tür auf und rannten einen Graben entlang, der zu einem Kanar führte, beiderseits überwuchert von struppigem Dickicht und krummen Bäumen von derart grotesk entstellter Vegetation, dass ich mich fragte, ob die Gegend mit Unkrautbekämpfungsmittel behandelt worden war. Im Kanal floss eine braune, zähe Strömung, eher Jauche als Flusswasser, und die Luft war stickig und grau wie das Innere eines feuchten Baumwollhandschuhs. Oberhalb des Kanals verlief eine schmale, zerfurchte, knochenweiße Straße mit einem sämigen, grünen Rinnsaal in der Mitte. Einmal glaubte ich, das Klappern eines Eisenschildes im Wind zu hören. Ich kletterte die Böschung hinauf, um die Straße besser überblicken zu können, sah aber auch nicht mehr. Als der Wind die Richtung wechselte, hielt sich der Sergeant die Hand vor Nase und Mund und unterdrückte ein Würgen. »Gott, was ist das für ein Geruch?« fragte er. Es war kein Geruch. Es war ein ätzender Gestank, dessen Konzentration meine Augen tränen ließ. Unwillkürlich versuchte ich, ihn mit Bildern aus meiner Vergangenheit zu verknüpfen. Der Rauch über dem Schornstein einer Abdeckerei an einem Wintertag. Die beinahe flüssige Konsistenz unbegrabener Innereien. Vom Milzbrand dahingerafftes Vieh, das von den Ladeflächen der Kipplaster in die Chemiesuppe glitt. Ich dachte an Ratten, die in zusammengepresstem Abfall gefangen waren, der mit Kerosin bespritzt und entzündet worden war. All das fand sich in diesem Gestank wieder. Doch er war schlimmer. Von meinem geistigen Auge sah ich zähe, gelbe und graue Rauchfäden von menschlichem Haar aufsteigen, von Haut, die sich über Knochen spannte. Ich sah Fingernägel, die sich kräuselten und brachen und die Augen von Toten, die in der Hitze aufplatzten. Ich sah Risse und Brandblasen, die sich über die Gesichter von Kindern und Müttern und Vätern und Großeltern ausbreiteten und ihre Minen noch lange nach dem Tod verwandelten. Ich begriff, dass der Sergeant und ich eine Tür zwischen den Dimensionen durchschritten hatten und kurz davor standen, einen Ort zu betreten, der mit nichts zu vergleichen war, außer vielleicht mit Fotos aus dem Sammelalbum des Teufels. Zehn Minuten später kletterten wir die ausgewaschene Böschung des Bachbetts hinauf, legten uns zwischen Bäumen auf den Bauch und blickten auf den eisernen Torbogen und das Doppeltor, die den Eingang eines umzäunten Lagers aus mindestens vier kasernenartigen, mit Teerpappe gedeckten Baracken und einem Haus im Pfefferkuchenstil bildeten. Oben war der Zaun mit rostigen Stacheldrahtspiralen bespannt, davor waren Pappeln gepflanzt worden. Der Efeu, der am rostigen Torbogen und dessen Stützpfeilern wuchs, war zu schwarzen Fäden und roten Blattresten verkommen. Zu hören war nur das unentwegte, blecherne Klappern einer Barackentür, das Brummeln von Vögeln und streitlustiges Flügelrascheln. Offenbar hatte man beim Bau des Lagers auf ein Krematorium verzichtet, weshalb die SS es sich mit dem behelfen musste, was gerade zur Hand war. Gleisstücke waren über gut einen Meter hochgestapelte Ziegel gelegt und mit gefällten Bäumen bedeckt worden. Die Pecheimer, die man als Brandbeschleuniger herbeigeschafft hatte, lagen leer auf dem Boden. Aus der Aschemenge unter den Gleisen schloss ich, dass die Feuer mindestens einen Tag lang gebrannt hatten. Einige Leichen hingen nur noch in Form von Knochen und ledrigen Fetzen von den Stahlstreben, andere schwelten noch, bloß zum Teil verschlungen von den Flammen. Nicht weit von uns, an einem Abstellgleis, gehnte eine riesige Grube, in der andere Tote abgeladen und mit Kalk überschüttet worden waren, übereinander auf einem großen Haufen allesamt nackt. Unmittelbar hinter dem behelfsmäßigen Krematorium befand sich ein Galgen. Vom Querbalken baummelte eine einzige, aus einem Stahlsaal gebundene Schlinge. Was ist das hier, Lieutenant? fragte der Sergeant. Wahrscheinlich ein Versorgungslager, das die Gegend mit Zwangsarbeitern beliefert hat, sagte ich. Der Sergeant wischte sich mit dem Ärmel über die Nase. In dem Pfefferkuchenhaus könnte es was zu essen geben. Wir besaßen eine einzige Waffe, meine 45er Selbstladepistole, das Army-Modell von 1911. Ich richtete mich auf und zog den Colt aus dem Halfter, kaltes, schweres Metall in meiner Hand. Herr, machen wir einen Spaziergang. Das Tor des Lagers war nicht abgeschlossen. Der Wind drückte die Rauchschwaden zu Boden, ein unerträglicher Gestank nach verbranntem Fleisch. Ich räusperte mich, spuckte aus und schob mir den Pullover über die Nase. Der Sergeant warf immer wieder verstohlene Blicke auf das Krematorium, seine Lieder wie mit den Augenbrauen verwachsen, die Wangen eingefallen. Lieutenant, sagte er, in der Grube da lag ein kleines Kind, gleich da drüben. Mein Gott! Darüber unterhalten wir uns später, Sergeant. Konzentrieren wir uns erstmal auf das Wesentliche. Ja, Sir, aber wenn das hier ein Lager für Sklavenarbeiter war, warum liegt da ein Kind? Sie dürfen nicht versuchen, diesen Ort zu verstehen. Von uns gibt's mehr als von denen, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Vielleicht sollten wir doch nicht in das Haus gehen, Sir. Ich glaube, in der Baracke da drüben ist irgendein Federvieh, vielleicht Truthähne, vielleicht sollten wir ein paar Vögel den Hals umdrehen und wieder verschwinden. Entschuldigen Sie meine Ausdrucksweise, Sir, aber hier draußen fallen wir auf wie ein Scheißhaufen in der Eisdiele. Sir, ich will hier verschwinden. Sie haben nicht ganz Unrecht, antwortete ich. Eine Windböe knallte die klappernde Barackentür zu. Der Sergeant packte die Klinke und riss sie wieder auf. Lärmende Vögel flogen hoch, Aasfresser, deren Flügel gegen Wände und Dach schlugen, die Schnäbel rot von ihrem Mahl. Es war kein Kasernengebäude, sondern ein Leichenhaus. Der einzige Unterschied zwischen den Toten in der Grube und den Toten in der Baracke bestand in der Tatsache, dass diese hier teils noch bekleidet waren, sofern man ein paar Lumpen als Kleidung bezeichnen mochte. Pusteln tüpfelten die weg seine, fast durchscheinende Haut der Leichen, die zu Unters lagen. Was waren das für arme Kreaturen? Haben Sie das gehört, Lieutenant? Was gehört? Eine Frauenstimme, sagte der Sergeant. Ich habe eine Frauenstimme gehört. Ich glaube, das war nur die Türangeln. Es ist eine Frau. Wer sind Sie, Lady? Sagen Sie uns, wo Sie sind. Den Leuten hier ist nicht mehr zu helfen, Sergeant, aber wir können noch nicht einfach wieder gehen, Sir. Pine zitterte vor Kälte, die Tropfen liefen ihm aus der Nase. Schauen Sie sich dieses gottverlassene Lager nur an. Gott, Sir, ich muss immer daran denken, wie ich zu Steinberg war. Als ich mich weiter vortastete, sah ich sie auf dem Boden liegen, in einem verdreckten grauen Kleid voller Blutflecken, die wohl von den Leichen in ihrer schwarzen Strähnen und am Nacken gekappt, wahrscheinlich mit einem Messer oder einer sehr stumpfen Schere. Eine Nummer war mit blauer Tinte auf die Innenseite ihres linken Unterarms tätowiert worden. Ich kniete mich neben sie und blickte ihr ins Gesicht. Ich bin Lieutenant Weldon Avery Holland, United States Army. Wer sind Sie? Ich hatte das Gefühl, dass sie etwas sagen wollte, konnte mir Hand auf die Stirn. Ihre Haut war kalt und glatt und blutleer wie Marmor. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Sind hier noch andere am Leben? Sie neigte den Kopf leicht zur Seite, ihre Lippen bewegten sich lautlos. Als sich das Ohr zu ihrem Mund beugte, roch ihr Atem nach geschabtem Eis. Es tut mir leid, ich verstehe sie nicht, sagte ich. Ich war nie im Hurenhaus, antwortete sie. Mein Name ist Rosita Lovenstein Viva la Repubblica No Passeran. Ich hätte schwören können, dass sie mir zuzwinkerte. Im Haus fanden wir einen Mantel, einen Schal und ein Paar Schuhe für die Frau. Sie erzählte uns, die Lageraufseher hätten es vor Tagen mit der Angst zu tun bekommen, als britische Flugzeuge in anderthalb Kilometern Entfernung einen deutschen Konvoi bombardiert hatten. Außerdem hatten sie Gerüchte gehört, die Amerikaner würden SS-Leute hinrichten, als Vergeltung für ein Massaker in Belgien. Die Frau meinte, sie sei 23 Jahre alt, in Madrid aufgewachsen und spreche Spanisch, Deutsch, Englisch und Französisch. In der Speisekammer trieben wir ein Glas Eingemachtes, einen halben Brotlaib und ein Stück Räucherschinken auf. Wir gaben ihr zu essen und aßen selbst, ohne dabei die Straße aus den Augen zu lassen. Was haben sie da im Haus zu uns gesagt? fragte der Sergeant. Ich habe den Männern gesagt, wenn sie mich ins Hurenhaus schicken, bringe ich den ersten Offizier um, den ich erwische, und danach öffne ich mir die Pulsadern und fordere die anderen Frauen auf, es mir gleich zu tun. Aber sie hatten doch noch was gesagt, hackte Pein nach. Es lebe die Republik und sie werden nicht durchkommen. Ich sprach von der Spanischen Republik und von Frankos Falangisten. Der Sergeant betrachtete mich fragend. Es geht um den Spanischen Bürgerkrieg, erklärte ich. Sie werden nicht durchkommen ist ein berühmter Ausspruch einer Frau, die La Passionaria genannt wurde und für die Volksfront gestritten hat. Inzwischen lebt sie in der Sowjetunion. Also sind sie Kommunistin? sagte der Sergeant. Nein, ich war für die Republik, erwiderte Rosita. Aber sie hat sich mit der Ermordung der Geistlichkeit befleckt. Ich bin kein politischer Mensch, abgesehen von meinem Hass auf die Faschisten. Wissen Sie, ob hier noch andere überlebt haben? fragte ich. Sie schüttelte den Kopf. Also nicht? An diesem Ort gibt es keinen erkennbaren Unterschied zwischen Leben und Tod, antwortete sie. Selbst nachdem sie etwas gegessen hatte, konnte Rosita nicht laufen. Der Sergeant und ich mussten sie abwechselnd tragen. Ihr Körper verstrümmte kein Geruch, als wären ihre Drüsen eingetrocknet und ihre Poren nicht mehr im Stande Feuchtigkeit abzusondern. Wir trugen sie durch ein Netz aus Bewässerungsgräben und versteckten uns in einem Durchlass unter einer zerbombten, nun unpassierbaren Straße. Auch unter einer Eisenbahnbrücke verbargen wir uns und stiefen in einem Wald, wo wir uns warm hielten, indem wir uns mit Laub und Erde überhäuften. Meine Füße waren schwer wie Holzklötze. Ich schnürte mir die Stiefel auf, zog sie aber nicht aus, da ich befürchtete, sie könnten später nicht mehr passen. Als ich morgens aufwachte, hatten sich acht Zentimeter Schnee auf mir abgesetzt, ohne dass ich es bemerkt hätte. Das Wetter verschlechterte sich weiter, doch dank des trüben Himmels und des Schnees, der von den Feldern aufwirbelte, konnten wir auch bei Tag weiter ziehen, bis in die Nacht hinein liefen wir weiter und machten erst aus schierer Erschöpfung halt. Der Mond schien, die Landschaft lag hell, kalt und leer vor uns. Keine Geräusche, nichts rührte sich. Vor dem Einschlafen schrieb ich diese Zahlen in mein Notizbuch. Die Frau ist verlaust und sollte sie Typhus haben, werden bald auch Pein und ich Typhus haben. Wenn wir unterwegs sind, schläft sie mit dem Kopf an meiner Brust. Mein Kreuz brennt vor Schmerz, ich kann kaum noch den Rücken durchdrücken. Pein ist ein treuer Kerl, ein Pachtfarmer, der viel mehr Menschlichkeit an sich hat, als er ahnt. Ich hoffe, ihr übersteht das alles. Gute Nacht, Großvater. Gute Nacht, Mutter. Gute Nacht, lieber Gott. Morgen früh sehen wir uns alle wieder. Kurz vor Sonnenaufgang rötelte mich der Sergeant wach. Wir lagen am Grund einer Rinne, unter einem Dach aus Fichten und Tannen, die der frische Schnee weiß gefärbt hatte. Da draußen wimmelt es von Krauts, Lieutenant, flüsterte er, Panzer Grenadierer und nicht zu knapp. Auf dem Weg wohin? Nach Osten, ich glaube, dem geht der Sprit aus, vorhin haben sie einen leichten Panzer auf der Wiese geparkt. Als ich gestern Abend was zu essen gesucht habe, habe ich noch ein Bauernhaus entdeckt, gleich nördlich von hier. Es sah verlassen aus. Hinten hatte es eine Kellertür. Ich konnte kaum noch denken. Anhänger der Askese mögen mir widersprechen, aber ich habe Hunger nie als förderlich empfunden, wenn es darauf ankam, meine Gedanken zu ordnen. Wie weit ist es vom Wald bis zu dem Haus? Keine hundert Meter, würde ich sagen. Vorhin hat die Frau gehustet, Sir, sie muss sich dringend aufwärmen, sie braucht viel mehr zu essen, und uns könnte es auch nicht schaden, du Dennent. Rosita war schon wach, sie stand am Grund der Rinne, ohne sich irgendwo abzustützen. Den Schal hatte sie unter dem Kinn festgezurrt, der Schnee puderte ihren Mantel und ihre Füße verloren sich in den übergroßen Stiefeln des Offiziers, der vermutlich befohren hatte, sie und ihre Mitgefangenen zu töten. Der Anblick ihrer von der Kälte gefärbten Wangen, ihrer hungrigen Augen und ihres wirren, kräftigen, bräunlich schwarzen Haars, das nur vom Schal gebändigt wurde, ergriff mich auf eine Weise, die ich sechzehn, als ich sie kennengelernt habe. Sie hieß Bonnie Parker. Sir, die nehmen das Gebiet gleich unter schweren Artilleriebeschuss, meinte Pine. Sie sind ein sonderbarer Mann, sagte Rosita zu mir. Soll ich Ihnen helfen, Ma'am? fragte Pine. Wer ist Bonnie Parker? wollte Rosita wissen. Sie war eine schöne Gesetzlose, antwortete ich, und meine erste Liebe. Aber am Schluss habe ich eine gemerkt, während sie drin saß. Zum ersten Mal sah ich Rosita lächeln. Inzwischen hatten wir den nördlichsten Ausläufer des Waldes erreicht. Wir sahen keine deutschen Truppen und hörten keine deutschen Fahrzeuge. Über uns hing ein rosablauer Himmel mit weißen Wattewolken. Das Bauernhaus, das Pine am Vorabend ausgemacht hatte, war aus unbehauenen Steinen sowie eingekerbten und verpflockten Kanthölzern erbaut worden, nun beinahe schwarz vom Schmutz der Zeit und vom Rauch der Stoppelfeuer. Ich ging mit gezogener Fünfundvierziger voraus, zog die Kellertür auf und lief die ersten Stufen in die Dunkelheit hinab. Als ich ein Streichholz entzündete, sah ich einen hölzernen Eisschrank an der Wand stehen, wie ihn in meiner Kindheit im Texas der Weltwirtschaftskrise viele Leute im Haus gehabt hatten. Darin lagen gesalzene, in Zeitungspapier eingewickelter Fisch, ein großes Käserad und zwei Räucherwürste, jeweils sicher über zwei Kilogramm schwer. Pein und Rosita kamen die Steintreppe herunter und schlossen die Tür hinter sich. Willkommen im Lone Star Café, begrüßte ich sie. Wir aßen, bis wir beinahe in Ohnmacht fielen. Rosita erzählte uns, ihr Vater sei Linguist und Professor für Altertumswissenschaften an der Universität von Madrid gewesen. Außerdem sei er Mitglied der Volksfront gewesen und als Madrid gefallen war, seien er und seine Frau und Rosita und ihr kleiner Bruder mit Angehörigen des linken Bataillons über die Pyrenäen nach Frankreich gewandert. Gegen Ende 1943 wurde die Familie von der Gestapo verhaftet. Der Name des Vaters stand auf einer Liste mutmaßlicher Kommunisten und er starb entweder in der Gefängniszelle oder wurde zu Tode gefoltert. Die Mutter und der Junge wurden in einen Viehwaggon nach Buchenwald verladen und tauchten nie wieder auf. Rosita wählte man aus, im Lagerbordell zu arbeiten. Vielleicht sind ihre Mutter und der Junge doch noch durchgekommen, sagte Pine, der mit vollem Magen und schläfrigen Blick an einen Holzpfahl gelehnt auf dem Boden saß. Nicht mehr lange, dann sind die Russen in Berlin. Da können Sie drauf wetten, Ma'am. Mein Bruder wurde zwei Tage nach der Ankunft getötet. Meine Mutter ist drei Wochen später gestorben. Woher wissen Sie das? Ein SS Standartenführer hat sich für mich erkundigt. Er wollte mich mit seiner Ehrlichkeit und seinen guten Kontakten beeindrucken. Einmal musste ich Klavier spielen, als er ein Abendessen gegeben hat. Er wollte mich Glas Wein eingeschenkt. Wie haben Sie reagiert? fragte Pine. Ich hab ihm den Wein ins Gesicht gespuckt. Schwere Schritte fielen auf die Holzdieren unmittelbar über uns. Wir saßen wie versteinert in der Dunkelheit, atmeten durch den Mund und blickten auf die Kellertreppe. Die Tür öffnete sich. Oben auf dem Absatz stand ein hochgewachsener Mann, in der linken Hand eine Laterne, deren Schmeißer Maschinenpistole hing von einem Gurt über seiner rechten Schulter. Dicke Finger mit halbmondförmigen Schmutzablagerungen unter den Nägeln umklammerten den Pistolengriff. Rosita stand auf, hob die Hände und sprach ihn auf Deutsch an. Der Mann ging die Holzstufen zur Hälfte hinunter und hielt die Laterne höher. Er trug schneeverkrustete Stiefel, Korthosen und einen von Rissen durch Wüst wie eine Löwenmähne. Er entgegnete irgendetwas, seine Augen loderten. Wie wär's mit einer Übersetzung, sagte ich. Ich hab ihm gesagt, wer wir sind und dass es uns leid tut, dass wir ohne Erlaubnis in sein Haus eingedrungen sind, antwortete Rosita. Ich hab ihm gesagt, dass hier bald sehr viele Amerikaner eintreffen werden und dass jeder belohnt wird, der uns hilft. Was hat er gesagt? fragte ich. Dass wir ihn nicht hätten beklauen sollen. Tags darauf trat Pine hinter mir in das Sonnenlicht, das durch die Tür hereinfiel. Großer Gott im Himmel! Der Himmel war übersät von khaki-farbenen Douglas C-47ern, mehr als ich je gesehen hatte, und von einem Horizont zum anderen erblühten reihenweise Fallschirme, Hunderte, vielleicht Tausende. Drei amerikanische Fallschirmjäger landeten gleich hinter der Scheune, fingen sich mit einer Vorwärtsrolle ab, holten ihre Fallschirme ein und legten sie zusammen. Pine, Rosita und ich liefen mit unserem Gastgeber und seiner Frau auf den Hof über das grüne, durch weichte Gras. Vor uns glitt schmelzender Schnee vom Scheunendach und in zwölf Metern Entfernung kam ein vierter Fallschirmjäger herunter und begann seinen Schirm aus einer Schlampfütze zu zerren. Wozu helle wart ihr so lange, Jungs? fragte Pine. Was soll ich sagen, Mac? antwortete der Fallschirmjäger. Der Verkehr war zum Kotzen. Die überwältigenden kulturellen und gesellschaftlichen Umwälzungen, die eine amerikanische Besatzung mit sich brachte, äußerten sich im Guten wie im Schlechten, unmittelbar und in beinahe Comichaft überzeichneter Weise. Meist nahm eine schwindelerregend schnelle kulturelle Assimilation ihren Lauf. Binnen Stunden waren voll ausgestattete Feldlazarette einsatzbereit, Duschen und Sitzlatrinen wurden gebaut und aus dem Nichts erschienen Wassertanker, Sanitätsfahrzeuge und lange Konvois aus zweieinhalbtonnern auf der Bildfläche. Auf Viehweiden, in denen noch die Pockennarben des Granatfeuers klafften, spielten GIs Touchfootball und in den Cafés tanzten sie den Jitterberg mit Mädchen aus der Gegend, die bis vor ein paar Tagen als Feind gegolten hatten, begleitet von einer Vitroller mit Handkurbel, auf der eine Benny Goodman Platte rotierte. Man sollte meinen, ich wäre überglücklich gewesen, wieder unter meines Gleichen zu sein, und zu Beginn war ich es auch. Doch bald spürte ich, wie meine anfängliche Freude schwand, als müsste ich in Kürze einen Personenzug besteigen, der mich von meinem Zuhause fortbringen würde. Tags darauf konnte ich Rosita nicht mehr finden, ich geredet, antwortete er. Die Nachrichtendienstler, was wollen die von Rosita? Fragen Sie mich was Leiteres, Sir, Sie haben ein paar SSler in Wehrmachtsuniform erwischt und ein paar Aufseherinnen aus den Lagern, die sich als Häftlinge verkleidet hatten. Also denkt das G2, Rosita wäre eine Betrügerin? Es wird schon gut gehen, Boss. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Vor einer Stunde. Sie haben sie mit ein paar anderen Frauen in einen Laster gesetzt. Warum haben Sie mir nichts davon gesagt? Sir, der Doc glaubt, dass ich ein paar Zehen verlieren werde. Wahrscheinlich sehen wir uns eine Weile nicht mehr. Wir standen in der Sonne. Hinter uns blähte der Wind die Segeltuch Plane des Kantinen Zeltes. Als ich Pein ansah, sein schmal geschnittenes Kinn und die moralische Klarheit in seinen Augen, bedauerte ich meine Wut. Ich wollte mich nicht damit abfinden, dass wir Abschied nehmen mussten. Sie gehen zurück nach Louisiana, sagte ich. Ja, Sir, genau. Ich schulde Ihnen was, Lieutenant. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Wir erledigen unsere Arbeit und gehen nach Haus und irgendwann vergessen wir das alles hier. Noch während ich sprach, schüttelte er den Kopf. Wir werden reiche Leute sein, Sir. Ich weiß, wie man Pipelines baut. Ich kenne mich aus. Ich habe schon mit 13 bei der Pipeline Kanthölzer angeschafft. Man braucht ein bisschen Startkapital, aber wir werden schon hinkriegen. Ich fürchte, ich komme nicht ganz mit. Kennen Sie das Geheimnis der Bauweise des Tigerpanzers? Es ist die elektroverschweißte Walzstahlkonstruktion. Bald ist der Krieg rum und in durchs ganze Land, weil wenn man es nicht zur Raffinerie schaffen kann, kann das Öl auch gleich in der Erde versauern. Damit haben Sie sicher recht. Alles in Ordnung mit Ihnen, Sir? Ging mir nie besser, sagte ich und blickte einem zweieinhalb Tonnen hinterher, der die Straße hinunter fuhr. Auf der Ladefläche drängten sich Gefangene, die möglicherweise SSler in Zivilkleidung waren. Nur meine Erfrierungen wurden ärztlich behandelt, sonst nichts. Ich stieß wieder zu meinem Regiment und blieb bis zum Schluss dabei, bis zur Elbe, wo wir am 25. April 1945 auf die Russen trafen, mit denen wir ein wundervolles Besäufnis veranstalteten. Ich dachte, mein Kater würde sich legen, sobald sich der Tag erwärmte, doch gegen Abend fing ich an zu schwitzen, bis mein James Lee Burke Fremdes Land Aus dem Amerikanischen von Ulrich Thiele Gelesen von Dietmar Wunder Es war das Jahr, in dem sich keine Jahreszeit an ihre eigenen Regeln hielt. In der Wärme der Tage ließ sich die Luft ohne Taschentuch kaum atmen. In den kühlen feuchten Nächten wurde das nasse Sackleinen, das wir vor die Fenster Nagelten, steif von dem Sand, den der Wind in Wolken aus dem Westen herübertrieb, ein Brausen wie von scharrenden Eisenbahnrädern in der Prärie. Der Mond war orangefarben, manchmal auch braun, und groß wie ein Planet, wie man es zur Erntezeit gewohnt ist. Die Sonne war nie mehr als ein Schmutzfleck, gleich einer Glühbirne, die in der Fassung flackert, oder einem Streichholz, das inmitten seines eigenen Rauchs verbrennt. In besseren Zeiten hätte unsere Familie gemeinsam auf der Veranda gesessen, auf Korbstühlen oder am Schaukelstuhl, mit Gläsern voller Limonade und Schalen voller Pfirsiche Eis. Mein Vater war auf Arbeitssuche bei einer Pipeline in Ost Texas. Vielleicht würde er eines Tages zurückkehren, vielleicht nicht. Damals besaßen die Leute die Angewohnheit, eine Teerstraße hinunter zu wandern, eine flimmernde Hitzepfütze zu durchqueren und auf ewig zu verschwinden. Die Symptome des mentalen Verfalls, die meine Mutter zeigte, schrieb ich der Abwesenheit und den Alkoholproblem meines Vaters zu. Mutter wetzte ihren Schlafzimmerteppich ab, indem sie unablässig im Kreis lief, während sie ihre Fingernägel in die Handballen grub und vor sich hin brabbelte, die Augen wässrig von Zuständen der Angst und Verwirrung, die niemand zerstreuen konnte. Kein normaler Mensch besuchte uns noch. Als Gesetzeshüter hatte sich mein Großvater mit Kerlen wie Bill Dalton und John Wesley Harden angelegt. Im Jahr 1916 hatten er und ein Trupp auf eigene Faust handelnder Texas Ranger einem vollbesetzten Zug mit Pancho Villas Soldaten aufgelauert, womit ich sagen will, dass Großvater sich nicht mit dem Studium heißen, er wäre ein bösartiger oder durch und durch liebloser Mann gewesen. Bloß ein Mann, in dessen Denken eine Lücke zu klaffen schien, seinen Kindern war er kein guter Vater gewesen. Aus Egoismus oder Unfähigkeit hatte er sie häufig ihrem Schicksal überlassen, selbst wenn sie dabei ins Strauchern geraten waren. Ich habe dieses offenkundige charakterliche Defizit meines Großvaters nie begriffen. Hin konnte. Er verbarg sich hinter Frivolität und Zynismus. Seiner Einschätzung nach waren sämtliche Politiker irgendwo zwischen mittelmäßig und hundsmiserabel. Seine erste Frau hatte ein Gesicht, bei dem jeder Güterzug auf die Schotterstraße abgebogen wäre. Der hiesige Bankier hatte eine dermaßen große Nase, weil die Luft gratis zu haben war. Doch wer war mein Großvater wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Die Sonne ging gerade unter, als ich durch das Fliegengitter der Hintertür blickte und beobachtete, wie ein schwarzes, staubverschmiertes Schuhkartonförmiges Automobil von der Straße in den Wald hinter unserem Haus abbog. Ein Mann mit Fedora und weißem Hemd ohne Krawatte stieg aus und urinierte vor die Frontscheinwerfer. Ich glaubte, Gelächter aus dem Inneren des Wagens zu hören. Während sich der Mann erleichterte, nahm er den und kämmte sich das Haar. Gewähltes, kräftiges braunes Haar, schimmernd wie poliertes Walnussholz. Sein enggezurrter Hosenbund grub sich tief in die Rippen, seine Wangen sahen aus wie mit Ruß eingerieben. Ein Anblick, der durchaus typisch war für Männer, die es während der ersten Amtszeit von Präsident Roosevelt hierhin und dorthin durch den amerikanischen Westen trieb. Sieht aus, als wären ein paar Leute vom Highway auf unsere Straße geraten, sagte ich. Jetzt pinkelt der Fahrer vor seine Scheinwerfer und seine Mitfahrer scheinen ihre Freude daran zu haben. Großvater saß am Küchentisch vor einer aufgeschlagenen Enzyklopädie, die Lesebrille auf der Nase. Er stellt sich absichtlich vor, die Scheinwerfer um Wasser zu lassen, damit die anderen zuschauen können. Zu seinen Denkvorgängen kann ich mich nicht mit Gewissheit äußern, ich kann ihm nicht in den Kopf gucken. Ich nahm das deutsche Fernglas, das mein Onkel aus den Schützengräben mitgebracht hatte, und stellte es auf den Wagen scharf. Ähm, auf dem Beifahrersitz ist eine Frau, ein zweiter Mann und eine weitere Frau hinten, sie lassen eine Flasche kreisen. Illegale? fragte Großvater. Ich ließ das Fernglas sinken. Ja, falls die Wetts neuerdings mit viertürigen Wagen unterwegs sind. Dein Humor erinnert mich an meine erste Frau. Ich ist, dass ich Gürtelrose kriege. Wieder richtete ich das Fernglas auf den Fahrer. Sein Gesicht kam mir bekannt vor. Währenddessen hörte ich, wie Großvater sich schwerfällig aus dem Stuhl hochstemmte. Er war knapp zwei Meter groß, und seine vom Blut hoch Druck geschwollenen Knöchel ließen ihn schwanken, als stünde er an Bord eines Schiffes. Manchmal benutzte er einen Gehstock, manchmal nicht. An einigen Tagen schien er am Abgrund des Todes zu wanken, am nächsten Tag konnte ihn nichts davon abhalten, seinen alten Gewohnheiten drüben im Saloon nachzugehen. Seine Wangen waren gerötet vom Gin, seine Haut zart wie die eines Babys, und in seinen schmalen Augen glänzte das hellste Blau, das ich runde ranzen Arsch. Kannst du dir bitte einen anderen Spitznamen für mich ausdenken? Du hast normalen Hintern wie ein Waschbottich. Im Rückfenster des Wagens ist ein Einschuss Loch, sagte ich, während ich einen weiteren Blick durch das Fernglas warf. Und mein Hintern hat keine Ähnlichkeit mit einem Waschbottich. Könntest du gefälligst ein bisschen auf deinen Tonfall achten, Großvater? Dicke Großvater öffnete eine Küchenschublade und nahm einen Revolver im Halfter heraus. Der Pistolengürtel war um die Waffe gewickelt, in seinen Schlaufen steckten Messingprojektile. Oben an den Rändern war das Leder des Halfters gelblich glatt geschmirgelt, in die Unterkante des Revolver griffs waren sechs winzige Kerben geritzt. Großvater schlang den Gürtel um die Schulter, und setzte sich seinen Stetson auf. Die Hutkrempel war zerknittert, die Krone am Saum dunkel grau gefleckt vom Schweiß. Großvater stieß die Fliegengittertür auf und trat hinaus ins schwindende Licht der Dämmerung. Tut mir leid, dass ich mich über deinen Hintern lustig gemacht habe, Ranz. Soll nicht wieder vorkommen. Bleib hinter mir, bis wir wissen, wer in dem Wagen sitzt. Als wir uns dem Waldrand näherten, verließ der Fahrer des Autos den Scheinwerferkegel und verharrte kurz als dunkle Silhouette vor dem grellen Licht, bevor er wieder einstieg, den Motor startete und scheppernd den Gang einlegte. Wann immer der Wind durch die staubtrocknen Bäume fuhr, raschelte das Blätterdach wie Papier. Ein Moment, rief Großvater. Ich dachte, der Mann würde einfach Gas geben, aber nein. Er schob den Ellbogen aus dem Seitenfenster und blickte uns direkt ins Gesicht, seine Miene eher neugierig als beunruhigt. Reden Sie mit uns? fragte er. Sie befinden sich auf meinem Grundstück, sagte Großvater. Ich dachte, das hier wäre ein öffentlicher Wald. Ist hier irgendwo ein Schild, auf dem was anderes steht? Ich habe keins gesehen. Neben ihm saß eine hübsche Frau mit rotblondem Haar und einer Baskenmütze, die schief über einem Auge hing. Sie sah aus wie ein fröhliches Mädchen vom Land, als arbeite sie im Kramladen oder in einem Café, wo die Fernfahrer auf einen harmlosen Schwarz vorbeikommen. Sie beugte sich vor und grinste Großvater von unten herauf an, während ihre Lippen stumme Worte formten »Tut uns leid. Sie haben Schlamm auf dem Nummernschild, wussten Sie das?« fragte Großvater den Fahrer. »Da werde ich mich gleich drum kümmern«, antwortete dieser. »Und in Ihrer Heckscheibe scheint mir ein Einschussloch zu sein.« Der Fahrer griff in den Aschenbecher am Armaturenbrett und hielt eine Murmel ins Licht. »Habe ich auf der Rückbank gefunden, wahrscheinlich ein Kind mit einer Steinschleuder. Oben auf der Eisenbahnbrücke habe ich einen Jungen gesehen, der hatte so ein Ding. Sind Sie hier der Sheriff? »Ich bin Rancher. Mein Name ist Hackberry Holland und Ihr Name wäre »Smith«, sagte der Fahrer. »Wohin geht die Reise, Mr. Smith? Vielleicht kann ich Ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden? Nach Labock oder irgendwo sonst, wo es Arbeit gibt. Ich schraube an Autos rum, also hauptsächlich. Was ist das für eine Waffe? Eine Antiquität? Ein 44er Armikold muss meistens als Briefbeschwerer herhalten. Sie kennen sich also mit Autos aus? Ja, Sir, kann man so sagen, Autos sind die Zukunft des Landes, wenn Sie mich fragen, oder wenn Sie Henry Ford fragen. An der Asphaltstraße müssen Sie links abbiegen, dann immer geradeaus nach Westen, sagte Großvater. Wenn Sie den Pazifik sehen, sind Sie schon vorbei an Labock. Der Mann auf der Rückbank kurbelte die Fensterscheibe herunter, er war ein kurz gewachsener Kerl, der sicher keine sechzig Kilo auf die Waage brachte, mit Anzug und Krawatte und einem schmalkrempigen Hut, den er wie ein Dandy schräg in die Stirn gezogen trug. Er hatte ein längliches Gesicht, wie ein Pferd, das sein Maul aus der Box hängt und das schiefe Grinsen eines dummen Menschen, der sich für außerordentlich intelligent hält. Seine Atem stank wie ein fass verdorbenes Obst. Ich heiße Raymond, sagte er, das ist Miss Mary, meine Freundin, ist uns eine Freude, ihre Bekanntschaft zu machen. Neben ihm saß eine Frau mit gespaltenem Kinn, breiter Stirn und einem kleinen gemeinen irischen Mund. In der Mitte war ihr Gesicht eingesunken wie weiches Wachs. Sie zog einer Zigarette und starrte sagte Großvater. Nur damit ihnen kein Reifen platzt, wenn sie drüber fahren. Außerdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn sie die Whiskey Flasche da nicht zwischen meine Bäume werfen. Ordnung ist das halbe Leben, sagte Raymond. Großvaters Hand legte sich auf die Unterkante des Seiten Fensters. Ehe er etwas entgegnete, ließ er die Augen über Raymonds Gesicht wandern. Der Mann, der einen tötet, reißt einem die Kehle raus, bevor man auch nur begreift, was Sache ist. Ich spreche nicht von mir selbst, sondern von jemandem, dem sie ein Stück die Straße runter begegnen könnten. Es gibt Kerle, die stellen sich später gerne als schlimmste Fehleinschätzung ihres Lebens heraus. Wir bitten um Entschuldigung, Sir, sagte die Frau auf dem Beifahrersitz und lehnte sich quer über den Schenken, die sich öffnet. Wir wollten nichts stören, ein wundervolles Fleckchen haben sie hier, Sir, vielen Dank für ihr Verständnis, sehr freundlich von Ihnen. Ist ja nichts passiert, meinte Großvater. Ich wünschte, die Frau hätte auch ein paar Worte an mich gerichtet, doch ihr Blick ruhte nur auf Großvater. Langsam gab der Fahrer Gas, eine schimmernde Wolke braunen Staubes löste sich von der gewachsen Karosserie und im Scheinwerferlicht zeichneten sich die Umrisse unserer Besucher ab. Am linken Kotflüge befand sich ein langer silberheller Kratzer. Als der Wagen verschwunden war, spürte ich Großvaters Blick, als wollte er eine Fragestunde einlegen, um herauszufinden, wie dämlich ich in diesem Moment genau war. Was sinnierst du daran? Sie behandeln den Wagen nicht, wie es sich bei so einem Wagen gehört. Glaubst du, sind Bankräuber? Auf der Bank ist nichts mehr zu holen. Hast du das nicht mitgekriegt? Im Kramladen übrigens auch nicht, oder im Kaugummiautomaten an der Tankstelle. Bei allem, was heilig ist, wo lebst du eigentlich, Junge? Ich hob einen Stein auf, schleuderte ihn im hohen Bogen davon und hörte, wie er durch die Bäume rasselte. Warum ziehst du immer alles ins Lächerliche, was ich sage? Weil du die Welt zu ernst nimmst. Komm, lass uns schauen, was deine Mutter treibt. Ich habe heute Nachmittag Pfirsiche Eis gekauft. Das ist doch ihre Lieblingssorte. Ich habe gehört, wie du mit dem Doktor telefoniert hast, sagte ich. Plötzlich waren die Grillen keine Ideen mehr haben. Ich halte den Doktor für einen Ignoranten. Außerdem ist er dumm und verwechselt Bosheit mit Intelligenz. Elektroschocks sind die modernste Behandlungsmethode für das Leiden deiner Mutter. Das hat der Doktor gesagt. Sie muss dafür uns kranken aus und dort wird man sich ausgezeichnet um sie kümmern. Es könnte viel schlimmer sein. Anderen Leuten schieben sie eine Stahlsonde ins Gehirn. Apropos kümmern. Ich frage mich, wieso sich kein Mensch um sie gekümmert hat, als sie klein war und sich ganz allein durchschlagen musste. Dein Charakter entwickelt einen harten Zug, Werden. Das liegt dir nicht. Wenn es so weiter geht, frisst er deine Jugend auf und raubt dir die Weisheit, die du mit dem Mannesalter erlangen solltest. Ich hasse dich, dachte ich. Als wir ins Haus kamen, aß meine Mutter die Eiscreme, Großvater gekauft hatte, aus der Packung und säuberte den Löffel mit ihrem Haar. Ich wusch Mutter oben im Bad das Haar und trocknete es mit dem elektrischen Ventilator, während ich die Strähnen von ihrem Nacken und ihren Augen hob. Als ich fertig war, stand Mutter von ihrem Stuhl auf, ließ den Bademantel vor dem Schrankspiegel zu Boden gleiten und starrte auf die abgeflachten Hüften hinter ihre Unterhose. Sie fing an sich eine Schnur um die Taille zu binden, wie schwarze Frauen, wenn sie verhindern wollen, dass ihre Unterhose unter den Kleidersaum rutscht. Mutter, sagte ich, ich bin hier, meine Worte schienen nicht zu ihr durchzudringen. Ich habe so stark abgenommen, meinte sie. Sieht das nicht eigenartig aus? Was denkst du? Waren die Leute im Auto wegen deinem Vater hier? Was sollten sie wegen Vater wollen? Vielleicht hat er Arbeit gefunden und sie sollten uns Bescheid sagen. Ich glaube, sie waren betrunken und haben sich verfahren. Ich ging ins Erdgeschoss, holte den einklappbaren Bridge-Tisch hinter dem Sofa hervor und baute unser Dame-Brett auf. Meine Mutter spielte liebend gern Dame. Während der Partien lächelte sie, als könnte sie sich einen kurzen Urlaub von dem emotionalen Tief gönnen, das ihr Leben verschlang. Mutter, sagte ich, wie wäre es, wenn wir beide hier weg gehen würden, wenn wir zu zweit losziehen würden? Aber wohin sollen wir? Sie blickte auf die roten und schwarzen Quadrate des Dame-Brett ist. Wir könnten nach Gerveston oder Brownsville gehen, da ist die Luft frisch und voller Salz von den Wellen, die sich am Strand brechen, da gibt es keinen Staub, ich könnte mir eine Arbeit suchen. Bald kommt jemand und bringt mich hier weg, oder? Durch die Küchentür sah ich Großvater in seiner Enzyklopädie lesen, er las jeden Tag darin einen Band nach dem anderen. Mutter starrte auf ihre Hände, die Handballen gesprengkelt von den Halbmonden frischer Nagelabdrücke. Ich weiß nicht, warum ich mir immer so wehtue oder woher diese ganzen Gedanken kommen. Ich fühle mich unrein vor den Augen meines Schöpfers. Irgendetwas wird geschehen, schon bald. Es hat mit den Leuten im Auto zu tun. Die waren schon mal hier. Ich habe sie vom Bäumen entkleidet. Zu dieser Zeit wusste ich bereits, dass Mutter ganz und gar verrückt war. Doch als sie unsere Besucher erwähnte, musste ich erneut an den Fahrer denken, an sein raues, attraktives Gesicht, sein kräftiges walnussbraunes Haar und an die abgebrühte Lässigkeit, mit der er Großvater begegnete. Das war kein einfacher Automechaniker, so sehr er es uns auch glauben machen wollte. Bin gleich wieder da, sagte ich zu Mutter. Ich durchforstete den Stapel alter Magazine, der in dem Holzgestell am Ende des Sofas steckte, und blätterte in einem True Detective Heft aus dem Jahr 1933, bis ich auf das Foto eines gut aussehenden Mannes mit Fedora stieß, der unnachgiebig wie ein Stück Kesseblech in die Kamera blickte. Mit dem Magazin in der Hand ging ich zu Großvater. Das ist der Mann, mit dem du vorhin deine kleine Auseinandersetzung hattest. Ich soll mit Pretty Boy Floyd geplaudert haben? Das hätte ich mitgekriegt. Die gleichen Augen, das gleiche Kinn, der gleiche Mund, der gleiche Blick, erwiderte ich. Ein richtig schwerer Junge. Da wäre nur ein Problem. Floyd wurde letztes Jahr auf einer Farm in Ohio getötet. Bevor die Bundespolizei ihm den Garaus gemacht hat, soll er gesagt haben, nur zu, Jungs, ist wohl nicht mein Tag heute. Wieder war Großvater mir einen Schritt voraus gewesen. Er schloss die Enzyklopädie und nahm die Brille ab. Ich habe euch zwei im Wohnzimmer reden gehört. In der Obhut der Behörden ist deine Mutter besser aufgehoben. Also setz ihr keinen Floh ins Ohr. Damit tust du ihr keinen Gefallen. Dich sollten sie in die Anstalt bringen, nicht sie, entgegnete ich. In diesem Ton hatte ich noch nie mit Großvater gesprochen. Auf dem Rückweg ins Wohnzimmer brannte mein Nacken wie Feuer und meine Augen wurden feucht, so dass ich Mutter nur noch verschwommen wahrnahm, wie ein Knall aus Haut und Haaren in einem Gefäß voller Chemikalien. In meiner Abwesenheit hatte sie zwei ihrer Steine unerlaubterweise zur Dame befördert, ein Spielzug, der ihr offenbar große Befriedigung verschaffte. Unverhofft schlug das Wetter um, es wurde heiß, nachts fiel der Strom aus, was unsere beiden elektrischen Ventilatoren zum Stillstand brachte, und nur eine Stunde später knirschte das Haus vor Hitze. Ich ging vor die Tür, in der verzweifelten Hoffnung, am Himmel eine Wolke zu entdecken, die nicht halb West-Texas bedeckte, sondern etwas Wasser mitbrachte. Ich folgte den gewundenen Spuren des viertürigen Automobils durch die Bäume, über eine Anhöhe hinweg und durch eine Rinne, in der sich das Laub zu Buckeln häufte. Da sah ich die Whiskeyflasche, aus der Raymond getrunken hatte. Sie lag zertrümmert neben einem Stein. Großvater hatte ihn gebeten, die Flasche nicht aus dem Fenster zu werfen, doch wenn man einen Mann wie Raymond aufforderte, nicht am Eiswürfelbehälter zu lecken oder sich beim Auftanken seines Wagens lieber keine Zigarette anzustecken, konnte man mit Sicherheit davon ausgehen, dass er schon bald unter einem Sprachfehler leiden oder mit versenktem Haar und dem Teint eines angebrannten Würstjens herumlaufen würde. Und ich entdeckte nicht nur die Whiskeyflasche. Jenseits der Anhöhe, unten beim Flussbett, befand sich ein voll ausgestattetes Nachtlager, ein Unterstand, eine Feuerstelle mit Steinumrandung, ein paar angespitzte Stöcke, an denen Fleisch gegrillt worden war. Reifenspuren führten in die Bäume und wieder heraus. Offenbar hatten unsere Besucher hier nicht nur längere Zeit verbracht, wahrscheinlich hatten sie auch ihre Ausscheidungen in unserer Erde verscharrt, im Unterstand Geschlechtsverkehr gehabt, sich mit Wasser aus der Feldflasche rasiert und die Zähne geputzt und das Wasser auf den Boden gespuckt. Sie hatten ihr Leben mit dem unseren verschmolzen, ohne uns um Erlaubnis zu fragen. Was waren das für Menschen? Und vor allem, wer war die Frau auf dem Beifahrersitz? Am Flussufer, mitten im Lager unserer Besucher, legte ich mich auf den Boden und schloss die Augen. Ich glaube, ich nickte ein und träumte von der rotblonden Frau mit der schief sitzenden Baskenmütze. Im Traum lächelte sie mich an, ihr Mund war zart und feucht wie eine Rosenblüte, die sich bei Sonnenaufgang öffnet. Ich hätte schwören können, ein klingelndes Windspiel in den Bäumen zu hören. Wie hieß die Frau? Wie wäre es, mit ihr davon zu laufen? Aber in erster Linie fragte ich mich, wie es wäre, meine Lippen auf ihre Lippen zu setzen. Ein Moment lang spürte ich, wie eine kühle Brise durch die Welt strich. Alles war wieder grün und jung. In meiner Vorstellung hing die Zweige der Weiden voller Blätter, die frisch aufgeschnittener Wassermelone. Sechs Tage später hielt ein weißer Krankenwagen vor unserem Haus, ein Arzt und eine Krankenschwester mit der finsteren Mine einer Gefängniswärterin stiegen aus. Ohne große Worte kamen sie herein, verabreichten meiner Mutter ein Betäubungsmittel und brachten sie in die Psychiatrie des Jeff Davis Hospital in Houston. Der nächste halt, so mein Verdacht, sollte Wichita Fort sein, wo man meiner Mutter endgültig die Lichter ausblasen würde. Ich sprach kein Wort mehr mit Großvater, außer die Situation brachte es unweigerlich mit sich. Ich besuchte die Schule, erledigte meine Hausaufgaben und meine häuslichen Pflichten, aber ich vermied es, ihm körperlich nahe zu sein. Ich ertrug es nicht, ihm ins Gesicht zu blicken, so groß war meine Verbitterung und so sehr schämte ich mich für das, was er getan hatte. Zehn Tage waren vergangen, seit der Krankenwagen meine Mutter fortgeschafft hatte. Der Doktor hat gesagt, ohne Behandlung hätte sie sich wahrscheinlich umgebracht, meinte Großvater, während er am Küchentisch sitzend zusah, wie ich das Geschirr abräumte. Deswegen habe ich irgendwann eingewilligt. Ich habe keinen anderen Ausweg gesehen, Ranz. Nenn mich nicht so. Fällst in eine Persönlichkeit, die dir nicht entspricht, sagte Großvater. Vielleicht ist das verständlich, wenn man bedenkt, was in deiner Familie passiert ist, aber es wird dir noch verdammt viel Kummer bereiten. Sei der Mann, der du nun mal bist, selbst wenn nicht viel dabei herumkommt. Es war wirklich erstaunlich, wie viele Beleidigungen Großvater in so wenigen Worten unterbringen konnte. Ich zog entgegen. Großvater hatte an diesem Tag nicht gebadet. Ich bringe dich rauf, sagte ich. Geh meinen Revolver holen. Was willst du damit? Heute gab's einen versuchten Überfall auf die Bank in San Angelo. Im Fluchtfahrzeug saß mindestens eine Frau. Könnte sein, dass unsere Besucher doch nicht auf dem Weg nach Labok sind. In dieser Nacht hörte ich ein Auto im Wald. Ich ging die Treppe hinunter, entriegelte die Hintertür und trat auf die Veranda. Kühle Luft, ein Stückchen heller Mond hinter dem Rand einer Wolke, keinerlei Staub am Himmel. Durch die Baumstämme sah ich ein weißes Leuchten, das gleich wieder verschwand, wie der Schein einer ausgeblasenen Kerze. Bei Tagesanbruch entfachte ich zuerst das Feuer im Holzofen und setzte Wasser auf. Dann ging ich zum Schrank, griff mir Großvaters doppelläufige Schrotflinte und lief damit durch den Wald zum Flussufer. Ich hatte schon mindestens eine halbe Meile zurückgelegt, als ich unter einer Virginia Eiche einen viertürigen Chevrolet entdeckte. Es war ein Confederate, ein Modell aus dem Jahr 1932, mit Drahtspeichen Rädern und Weißwand reifen, weinrot lackiert, mit schwarzem Dach, schwarzen Kotflügeln und gepolsterten Sitzbänken aus rotem Leder. Über dem Trittbrett war ein Ersatzreifen befestigt. Es war der eleganteste Wagen, den ich je gesehen hatte. Die Rückbank war herausgerissen worden und stand nun am Baumstamm. Ein Mann mit Armschlinge lehnte dagegen, ein anderer werkelte unter dem Auto. Nur seine Beine ragten ins Laub, während er auf irgendetwas Metallisches einhämmerte. Die Frau mit dem rotblonden Haar kümmerte sich um den Verletzten. Diesmal trug sie keine Baskenmütze. Die zweite Frau aß ein Sandwich mit Wiener Würstchen. Raymond, sagte sie, da ist ein Bengel mit einer Schrotflinte. Der Mann mit dem verwundeten Arm, der, den ich für Pretty Boy Floyd gehalten hatte, zwinkerte mir zu. Geht schon in Ordnung, erwiderte er. Dabei blickte er mich an, sprach aber offensichtlich mit Raymond, der jetzt unter dem Wagen hervorgekrochen kam. Der passt nur auf sein Grundstück auf. Wo steckt dein Großvater, Junge? Wie kommen Sie darauf, dass er mein Großvater ist? Du bist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Er deutete auf den eingebrochenen Drahtzaun hinter meinem Rücken. Das ist eure Grundstücksgrenze, was? Übrigens, habt ihr Leute eigentlich ein Telefon? Nein, Sir, wir hatten nämlich einen Unfall. Ich brauche vielleicht einen Arzt und ich dachte, ich hätte eine Leitung gesehen, die zu eurem Haus führt. Im Das ist doch euer Haus, das Giebelhaus. Wir konnten uns die Telefonrechnung nicht mehr leisten. Raymond, der nun neben dem Wagen stand, klopfte sich mit einer Hand die Kleidung ab. In der anderen Hand hielt er einen Ingenieur Hammer. Ich hab die Lenkstange ins Lot gebracht, aber sie wird noch ein bisschen schlenkern. Was willst du mit der Schrotflinte, Junge, was wird das hier? Ich wollte Stinktiere schießen, die kommen dauernd zum Haus, sagte ich. Da bin ich sehr gut drin. Weißt du, wer wir sind? fragte der Verletzte. Ein paar Leute, die in vornehmen Autos unterwegs sind, aber lieber im Wald schlafen als im Motel? Raymond grinste und trat näher an mich heran. Das Laub knirschte unter seinen Schoen. Sein Hemd hatte er ausgezogen und über den Seitenspiegel gelegt. Er trug nur noch ein Unterhemd mit dünnen Trägern, dessen Saum über seine Hose hing. Er hatte weiße, knochige, von Pickeln getüpfelte Schultern. Ich roch die Pomade in seinem Haar. Du hast sicher schon mal davon gehört, dass ich irgendwer aus dem Knast raus geballert hat, oder? Ja, Sir. Aber hast du schon mal davon gehört, dass sich wer in den Knast reingeballert hat? Das wäre mir neu, aber ansonsten kennst du dich hervorragend aus, wie? Sie haben mich gefragt. Du hast keine Ahnung, wen du hier empor, ein Funkeln im Auge. Wir haben Geschichte geschrieben. Raymond ist ein Spaßvogel, sagte der Verletzte. Wir sind ganz normale, hart arbeitende Leute. Ich habe es in der Zeitung gelesen, sagte ich. Der Überfall auf das Gefängnis von Istem. Da wurde ein Wachmann getötet. Vielleicht solltest du dich lieber um deinen eigenen Kram kümmern, meinte die Frau, die das Sandwich aß. Bis auf den Wind in den Bäumen war es vollkommen still. Ich fühlte mich, als stünde ich in einer Schwarz-Weiß-Fotografie, deren Motiv sich binnen Sekunden zum Schlechten hin verändern konnte, aber das war mir egal. Könnten Sie dann auch in eine Irrenanstalt einbrechen? Warum sollten wir? fragte Raymond. Um jemanden rauszuholen, jemanden, der da nicht reingehört. Die Frau mit dem rotblonden Haar nahm eine Bürste aus der Handtasche und strich sich damit über den Hinterkopf. Jemanden aus deiner Familie? Meine Mutter. Deine Mutter wurde eingewiesen? Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie haben sie abgeholt. Die Frau legte den Kopf schief und bürstete sich das Haar. Mary, könntest du mir eine kleine Erfrischung aus der Kühlbox bringen? sagte die Frau mit dem rotblonden Haar. Ich will mich kurz mit unserem jungen Freund unterhalten. Ich lasse mir nicht den Mund verbieten, Bonnie, entgegnete Mary. Es ist immer dasselbe, du bist lieb und nett und wir anderen müssen dafür büßen. Ganz unten müsste noch eine eiskalte Coca-Cola liegen, meinte Bonnie. Ich bin durstig wie noch nie, also wenn du die Freundlichkeit hättest, wäre ich dir wirklich sehr verbunden. Bonnie fasste mich am Arm und führte mich am Flussufer entlang Richtung Haus, ohne noch einen Blick über die Schulter zu werfen oder auch nur Marys Antwort abzuwarten, als wäre die Diskussion beendet. Sie trug ein weißes Baumwollkleid mit rosagrauem Blumendruck und einer Spitzenborte am Saum, die bei jedem Schritt über ihre Waden wischte. Du hörst mir jetzt ganz genau zu, sprach sie dicht an meinem Ohr. Du tust so, als wären wir mit dem Staub gekommen und mit dem Wind gegangen. Wenn du morgen früh aufstehst, bist du immer noch du und wir sind immer noch wir und wir sind uns nie begegnet. Deine Mar wird bestimmt wieder gesund, das weiß ich, weil sie einen guten Sohn groß gezogen hat. Wer hat den Wachmann getötet, Miss Bonnie, doch nicht sie, oder? Geh nach Hause, Junge, erwiderte sie, und komm bloß nicht wieder hierher. Ich kehrte zum Haus zurück und verstaute Großvater Schrotflinte im Küchenschrank. Ein paar Minuten später kam er auf seinen Stock gestützt die Treppe herunter. Ich kochte Haferbrei, röstete vier Brotscheiben in der Bratpfanne und brachte ein Glas Eingemachtes zum Tisch. Dann füllte ich den Haferbrei in Großvaters Schale, stellte sie an seinen Platz und legte sein Brot daneben. Währenddessen spürte ich, wie er mich ununterbrochen beobachtete. Wo warst du? fragte er. Bin am Fluss spazieren gegangen. Klappschildkröten zählen, oder wie? Gibt schlechtere Gesellschaft. Ich schätze, es spricht für deinen Charakter, aber du bist der erbärmlichste Lügner, der mir je untergekommen ist. Letzte Nacht habe ich einen Wagen draußen im Wald gehört. Ist die Bande von neulich zurück, obwohl ich es ihnen verboten hatte? Sie sind nicht auf unserem Grundstück. Der Fahrer ist verletzt und der andere, Raymond, musste eine Spurstange reparieren. Der Fahrer hat eine Schussverletzung? Nein, sie hatten einen Unfall. Großvater hatte sich diese Werte um den Hals gebunden wie ein Letzchen. Nun wischte er sich damit über den Mund und legte seinen Haferbreilöffel beiseite. Haben sie dir gedroht? Die Lady mit dem rotblonden Haar meinte, Mutter wird wieder gesund und kommt zurück nach Hause. Ich glaube, sie ist ein guter Mensch. Vielleicht sind sie schon wieder gefahren. Sie wollen uns sicher keinen Ärger machen. Großvater stand auf und ging zum Wand Telefon in einem Apparat mit Holzgehäuse und einer Handkurbel an der Seite. Er hielt sich die Hörmuschel ans Ohr und drehte die Kurbel und drehte sie noch einmal. Tod! Vielleicht ist ein Baum auf die Leitung gekippt. Ich glaube er, du verschweigst mir was. Ich dachte, sie könnten mir vielleicht helfen, Mutter aus der Irrenanstalt zu holen. Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich das Licht des Mitleids und der Liebe in seinen Augen. »Gestern habe ich den Doktor angerufen, Ranz,« sagte er, »ich habe ihm gesagt, er soll die Elektroschucks bleiben lassen. Ich habe ihm gesagt, ich hätte einen Fehler gemacht und dass ich runter nach Houston fahre, um deine Mutter abzuholen. Entgeistert starrte ich ihn an. »Warum hast du mir das nicht gesagt? Ich wollte noch seinen Rückruf abwarten, um sicherzustellen, dass auch alles glatt geht. Ich stand auf, ging zur Spüle und schaute hinaus in die Bäume. Ich fühlte mich wie ein Judas, auch wenn ich mir unsicher war, wen ich eigentlich verraten hatte, Großvater oder unsere Gäste am Fluss. Die Frau heißt Bonnie, der Fahrer hatte eine Browning dabei. Gut möglich, dass es Clyde Barrow ist. Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? erwiderte Großvater. Großvater beauftragte mich, mit unserem Model A zum Laden an der Kreuzung zu fahren und Sheriff Benbow zu alarmieren. Ich bog auf die unbefestigte Straße ein, die an dem Waldstück mit dem Camp unserer Besucher vorbeiführte. Unsere Telefonleitung hing senkrecht vom Mast. Kein Ast oder Baumstamm auf dem Boden. Ein Staubteufel wirbelte vom Feld herüber, zerschälte am Kühlergrill des Model A und puderte die Windschutzscheibe mit Sand. War das ein schlechtes Omen. Bis zum Laden an der Kreuzung waren es noch zwei Meilen. Ich wendete den Wagen auf der Straße und machte mich auf den Heimweg. Großvater besaß zwei Pferde. Das eine hieß Shorty, ein Auge blind war, das andere Pferd war ein vierjähriger weißer Wallach namens Blue, der einige Araber zu seinen Vorfahren zählte und stets bis in die Haarspitzen unter Strom stand. Ich parkte vor der Scheune. Shorty stand in der Koppel, Blue war nirgends zu sehen. Ich warf einen Blick in den Küchenschrank, wo ich Großvaters doppelläufige Schrotflinte deponiert hatte. Sie war unseres Grundstücks. Durch die Bäume konnte ich den Chevrolet und daneben vier Personen erkennen. Alle vier blickten zu meinem Großvater hinauf, der auf Blue saß wie eine hölzerne Wäscheklammer, und alle vier grinsten sie ihn auf wenig respektvolle Weise an. Niemand sah meine Richtung, auch Bonnie nicht. Es sind schlechte Zeiten, hörte ich Großvater sagen, aber das gibt ihnen kein Recht, sich auf meinem Grundstück zu verkriechen oder einen schlechten Einfluss auf meinen Enkelsohn auszuüben. Ich kenne sie, ich weiß, wer sie sind, und ich kann mir denken, wer unsere Telefonleitung gekappt hat. Wir sind stinknormale Leute vom Land, gibt keinen Unterschied zwischen ihnen und uns, erwiderte Raymond, und außerdem befinden wir uns nicht auf ihrem verdammten Grundstück. An dir ist gar nichts normal, Junge. Du denkst, hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und dafür gibt's leider kein Heilmittel, sagte Großvater. Du wirst eines Tages mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig liegen oder vom elektrischen Stuhl gebraten werden und im Grunde genommen würde ich sagen, das geschieht dir nur recht. Aber wahrscheinlich hast du irgendwo eine Mutter, die sich um dich sorgt. Also warum versuchst du nicht dein Leben in den Griff zu kriegen, solange du noch eine Chance hast? Wir verschwinden hier, antwortete Bonnie. Aber sparen sie sich die herablassende Art, verstanden? Ihr Enkelsohn hat uns erzählt, was mit ihrer Tochter passiert ist. Sie haben das zugelassen. Es reicht, sagte der Verletzte. Wir fahren. Sie sind Clyde Barrow, oder? fragte Großvater. Wie gesagt, ich heiße Smith. Sie wurden in Tellico geboren, haben als Kind Tiere gequält. Ihretwegen ist ihr Bruder oben in Missouri drauf gegangen. Sie sind ein amtlicher Versager, Junge. Klar, und sie sind ein bösartiger alter Mann. Niemand wird ihr Grab besuchen, außer ein paar Steppenläufern, sagte der Mann, der sich Smith nannte. Alle vier stiegen Stach des Wagens. Großvater krachte auf die Erde, die Schrotflinte flog ihm aus den Händen. Sein Gesicht war weiß vor Schreck, sein Atem drang keuchend aus der Kehle. Ich dachte, ich hätte die Knochen in seinem Rücken brechen gehört. Bonnie und ihre Freunde fuhren los, mit Raymond am Steuer. Einer von ihnen spuckte Großvater noch an. Im Schatten der Bäume war nicht zu erkennen, wer es war. Doch der Speichel flog aus dem Fenster wie ein Stück feuchter Bindfaden und blieb an Großvaters Hemd kleben. Sekunden später rollte der Chevrolet die staubige Steigung zwischen den Stämmen hinauf. Die Sonne brach sich in den Fenstern. Ich ließ Halfter und Gürtel vom Revolver gleiten, spannte den Hahn und zielte beidhändig auf das Heck des Autos. Nicht Walden, sagte Großvater. Ich zielte nicht auf den Tank oder einen Reifen oder den Kofferraum. Ich zielte 25 Zentimeter unter das Dach, drückte den Abzug durch und spürte, wie sich das schwere Gehäuse in meinen Händen aufbäumte. Ich hörte, wie die Vierundvierziger Patrone ihr Ziel fand, von Metall abprallte und Glas zertrümmerte, vielleicht ins Armaturenbrett oder in die Dachverkleidung einschlug. Im Nachhall des Schusses meinte ich einen Schrei zu hören. Das Auto schwankte, blieb aber nicht stehen und war kurz darauf verschwunden. Ich schloss die Augen, öffnete sie wieder und fragte mich, was ich da getan hatte, noch immer das Donnern der Waffe in den Ohren. Warum hast du nicht auf mich gehört? sagte Großvater. Mein rechtes Ohr schmerzte, als hätte mir jemand die flache Hand gegen den Schädel geklatscht. Ich öffnete und schloss den Mund, um mein Hörvermögen wieder herzustellen. Ich habe nicht nachgedacht. Wer hat da geschrien? War das eine Frau? Nein, keine Frau. Das war eine Eule. Hast du das verstanden? Aber ich habe eine Frau schreien gehört. Du wirst nie wieder an diesen Moment zurückdenken. Der heutige Tag ist nicht der Rede wert. Verstanden? Und hör bloß nie auf, so ein feiner junger Mann zu sein. In der folgenden Woche kamen drei alte Freunde meines Großvaters zu Besuch. Behäbige, massige Herren im Anzug, mit Stetsons, gewichsten Stiefeln und breiten, schwierigen Händen. Einer drehte sich seine Zigaretten selbst, ein Sie saßen in der Küche und tranken Kaffee, während Großvater ihnen alles erzählte, was er über unsere Besucher wusste. Mich erwähnte er dabei mit keinem Wort. Ich hockte im Wohnzimmer und hörte den ehemaligen Texas Ranger sagen, »Die Kugel hätte eine Frau erwischen können. So was macht man doch nicht, Heck. Aber währenddessen lächelte er. Großvater blickte auf und sah, wie ich durch den Türrahmen später. In diesem Moment geschah etwas, das ich nie vergessen werde. Großvaters Augen füllten sich einmal mehr mit einer Wärme, wie man sie kaum von dem Mann erwarten würde, der John Wesley Harden hinter Gitter gebracht hatte. Die Gesetzeshüter an seinem Tisch waren Killer, Großvater war keiner. »Geh hoch und schau nach deiner Mutter«, sagte er. »Machst du das, werden?« Später las ich von dem Hinterhalt in Louisiana. Bonnie Parker und Clyde Barrow wurden vom Kugelhage der Schnellfeuerwaffen in Stücke gerissen. Ihr Freund Raymond sollte später einen tapferen, würdevollen Tod auf dem elektrischen Stuhl in Hansville sterben. Seine Freundin Mary sollte im Gefängnis landen. Keiner von ihnen war von dem Projektil getroffen worden, das sich auf ihr Auto abgefeuert schüttlich braun Farbe wie der Fluss, aus dem ich ihn geholt hatte. Ich zog den Haken aus seinem Maul, legte den Fisch wieder in die Strömung und sah zu, wie er versank, bis er nicht mehr zu erkennen war. Eine Begebenheit, die für kaum jemanden von Bedeutung gewesen sein dürfte, außer für den Welz und mich. Im Frühling 1944, als United States Army, kurz vor dem Aufbruch nach England, erwarb ich in einem Schreibwarengeschäft unweit des Geländes der Columbia University ein niedergebundenes Notizbuch. Ich dachte wohl, ich könnte in die Rolle eines modernen Ismaels schlüpfen und die übrige Bevölkerung würde später einmal durch mein Notizbuch wie durch ein Schlüsselloch am bedeutsamsten Ereignis der Menschheitsgeschichte teilhaben. Ich war fraglos eitel und wie meiner Eitelkeit und Ungeduld mit meiner Schüchternheit im Umgang mit Mädchen und meiner Unsicherheit unter Absolventen östlicher Universitäten in Einklang zu bringen. Ich dachte, das Notizbuch würde mir vielleicht zu einem besseren Verständnis meiner selbst verhelfen, als ich die Tür des Schreibwarengeschäfts öffnete und auf die weiten Plätze, grünen Wiesen und aristokratischen Gebäude der Universität blickte, deren graduierten Fakultät ich eines Tages zu besuchen hoffte. Wie alle jungen Männer, die bald in den Krieg ziehen würden, wollte ich nichts von einer großen Illusion hören. Wenn der Krieg gar so schlimm war, wieso erweckten die, die bereits im Kampf gedient hatten, dann nie den Eindruck, ihren Einsatz zu bereuen? Man denke nur an die Bilder, die im Geist entstehen, wenn vom Klang der Hörner vor Hons des Weihes die Rede ist. Was lässt das menschliche Herz schneller schlagen, das Rolands Lied oder ein Rückzug in Trägheit und Langeweile, während anderswo die Welt in Flammen aufgeht? Kaum etwas, das ich in meinem Notizbuch niederlegte, könnte man als erinnerungswürdig oder historisch aufschlussreich bezeichnen, nicht mal nach der Normandie, wo wir mit der zweiten Welle an Land warteten, durch eine Brandung, die noch vom ersten Angriff rötlich schäumte. Krieg ist seit jeher ein schmutziges und wenig glamouröses Geschäft, meist dreht sich alles um Schnupfen und Körpergeruch, um Filzläuse und Fußbrand, um verregnete Nächte und manchmal auch nur darum, dass man seine eigenen Fäkalien mit dem Klappspaten aus dem Schützenloch befördern muss. Aber ich mit Panzerbesatzungen, die mit ihrem Sherman spaßeshalber Bauernhäuser abrissen. Ich richtete mich in meinem neuen Leben ein und schrieb weiter in mein Notizbuch. Nun nicht mehr so sehr, um meine Selbstfindung voranzutreiben, sondern in Erinnerung an die Stadt, wo ich das Buch gekauft hatte. Ich sagte mir, dass ich nach New York zurückkehren würde, ich würde mit einem schönen Mädchen zu Mittag Essen, an einem Kaffeetisch im Freien, unter einer Markise, an einem frischen Frühlingsnachmittag, vielleicht in der Nähe eines blumenübersäten Parks. Ich konnte nicht ahnen, dass Ereignisse, die auf zunächst recht unauffällige Weise am Fuß eines Hügels in den Ardenn ihren Lauf nehmen würden, die nächsten paar Jahrzehnte meines Lebens entscheidend beeinflussen sollten. Es war zu einer Zeit, als wir das dritte Reich schon für erledigt hielten und überzeugt waren, dass die Welt bald wieder die Lichter einschalten könnte. Im verblassenen Grau des Tageslichts hockte ich am Grund meines Schützenlochs, öffnete mein Notizbuch auf dem Knie und fing an zu schreiben. Meine Feldjacke war steif und kalt wie Segeltuch bei Temperaturen unter Null. Ich hörte, wie über mir eine Signalpatrone zerplatzte, doch anscheinend nach keinerlei Bedeutung.